Ja, am besten die, in der drin steht, dass ich jetzt eine Stunde Zeit habe. Fertig! Ja, ja. Jeder andere tut mich. Ich glaube, es ist eine gute Idee, einen Parteitag mal in der üblichen Front zu beginnen. Und ja, seit Bingen weiß ich, dass man sich damit viele Feinde machen kann. Schönen guten Morgen, herzlich willkommen zum Landesparteitag der Piraten im schönen Unterfranken. Auf dem Weg hierher heute Morgen musste ich feststellen, Unterfranken ist wirklich schön. Auch wenn das Wetter jetzt suboptimal ist. Laut unserer Tagesordnung habe ich jetzt eine Stunde Zeit. Ich habe mir viel Mühe gegeben, diese Stunde zu füllen. Also haltet euch fest. Es wird eine Weile dauern. Mir hat vor ein paar Wochen ein Vorsitzender einer bayerischen Gliederung in einem Gespräch erzählt, dass er davon ausgeht, dass die Landtagswahl nicht mehr zu gewinnen ist. Und auch die Bundestagswahl eigentlich gelaufen ist. Und wir im Prinzip nur die Chance haben, halt zu gucken, was hinterher noch davon übrig ist. Und dass das irgendwie so seine momentane Haltung dazu ist. Ich habe ihm eine Weile zugehört und habe mir dann gedacht, Depp. Das Problem ist nämlich folgendes. Wir beeinflussen mit dem, was wir glauben und was wir erwarten, sehr massiv das Ergebnis unseres Handelns. Das heißt, wenn wir irgendwo einen Vorsitzenden haben, der jetzt schon davon überzeugt ist, dass die Landtagswahl gelaufen ist und wir keine Chance haben, dann ist der ein Problem. Der wird nämlich den Leuten, für die er eigentlich ein Vorbild sein sollte, möglicherweise das Gefühl vermitteln, ah, das rentiert sich eh nicht. Und ich glaube, wir alle, die hier sind, sind uns einig, das rentiert sich. Wir Piraten haben eine echte Chance. Und genau diese Chance werden wir auch nutzen. Ich wurde in den letzten Wochen von Journalisten immer wieder mal gefragt, wie es mir damit geht, dass die Piraten im Augenblick bei den Umfragewerten bei 2% liegen. Wenn ich ganz ehrlich bin, als die Journalisten mich gefragt haben, was ich zum Umfragewert von 14% sage, war das ein schöneres Gefühl. Ich glaube, alles andere wäre gelogen. Aber ein Umfrageergebnis von 2% sagt nichts, aber auch rein gar nichts darüber aus, wie eine Wahl in viereinhalb Monaten ausgehen wird. Die FDP hat in den letzten zwei Jahren eindrucksvoll mehrfach bewiesen, dass genau das so ist. Die standen immer irgendwo bei 2, 3, 4% und haben danach die Wahl gewonnen. Die Piraten waren vor viereinhalb Jahren, nein, vor dreieinhalb Jahren bei 2%. Also, was interessiert mich, ein Umfrageergebnis von irgendeiner Forschungseinrichtung, deren Auftraggeber dummerweise auch noch eine Partei ist, die ein Interesse daran haben könnte, dass die Piraten bei 2% stehen. Oder um es deutlicher zu sagen, 2% am Arsch. Ich glaube, es wäre vielleicht einen Moment lang wichtig, sich Gedanken dazu zu machen, warum es die Piraten überhaupt gibt. Die Piraten wurden gegründet, weil die anderen Parteien angefangen haben, die Politik kaputt zu machen. Weil die Politikverdrossenheit in der Bevölkerung so groß war, dass es Zeit wurde, eine neue Partei zu gründen. Und die Piraten haben Themen besetzt, von denen die anderen keine Ahnung hatten. Wir haben uns ums Internet gekümmert, bevor Seehofer Facebook-Partys und, wie heißt sie, Merkel-YouTube-Channels entdeckt hat. Die Piraten sind eine Partei, die genau zum richtigen Zeitpunkt die richtigen Themen aufgenommen hat. Und das ist der Punkt, der uns auszeichnet. Und die Piraten sind eine Partei, die bislang die Wähler eben nicht mit irgendwelchen leeren Versprechungen geködert hat und hinterher nach der Wahl sagen musste, lässt sich halt leider nicht umsetzen oder parlamentarische Zwänge. Und ich glaube, das ist das, wofür die Piraten auch heute noch wahrgenommen werden. Wir sind eine ehrliche Partei. Natürlich haben wir das Problem, dass wir eine transparente, ehrliche Partei sind und uns dummerweise öffentlich streiten. Und diese öffentlichen Streitereien halt dummerweise dann auch wieder den Weg in die Medien finden. Aber so what, das sind wir Piraten. Und jetzt plötzlich anzufangen und uns nicht mehr öffentlich zu streiten, würde ja nur dafür sorgen, dass wir genauso werden wie alle anderen Parteien. Und ich glaube, das wollen wir alle nicht. Okay, ich habe mich vor ein paar Wochen mit einem sehr engagierten Mitglied aus Bayern unterhalten und der hat dabei eine Frage gestellt und zwar, ist Seco eigentlich noch da? Ja, ich kann euch beruhigen, ich bin nach wie vor hier. Aber ich glaube, wir sind uns alle einig, dass in den letzten Wochen deutlich weniger Aufmerksamkeit den Piraten zuteil wurde. Und das hat sich auch ein Stück weit auf meine Arbeit für die Piraten ausgewirkt. Vielleicht ist es am besten, es so zu formulieren. Ja, ich bin noch da und ja, ich glaube nach wie vor an unsere Ziele und an unsere Fähigkeiten. Und das Einzige, was ich im Augenblick gerade mache, ich halte mal einen Moment inne, um Anlauf zu nehmen für den Wahlkampf, der vor uns steht. Ich habe es vorhin schon erwähnt, ich bin davon überzeugt, dass unsere Gedanken prägend und wesentlich für das sind, was wir tun und wie wir agieren. Und ich kann mich daran erinnern, dass ich vor ungefähr, vor etwas mehr als einem Jahr nach einer sehr, sehr anstrengenden Veranstaltung so richtig die Schnauze voll hatte und nicht wusste, ob sich das überhaupt lohnt und wofür das Ganze. Damals war die Zusammenarbeit mit Teresa noch relativ neu und sie hat dann einen Satz gesagt, der sich durch die gesamte Arbeit der letzten Jahre zieht. Und zwar sagte sie, abgeben wird nicht. Und genau das würde ich euch gerne auch mit an die Hand geben. Wir haben einen sehr, sehr langen Kampf hinter uns. Wir haben immens viel Ressourcen, Zeit, Geld, Energie investiert, um die Piraten da hinzukriegen, wo sie heute sind, als Partei, die die Möglichkeit hat, die Zukunft nachhaltig zu verändern. Und schauen wir uns doch mal an, wenn Seehofer heute in einem Heute-Journal-Interview sagt, das können Sie alle senden, dann sagt er das nicht, weil er die CSU toll findet, sondern weil er weiß, dass die Piraten ihm sonst das Wasser abgraben. Und wenn Sie heute anfangen, irgendwelche Veranstaltungen zu streamen oder öffentlichen zu machen, dann hat es immer auch ein Stück weit damit zu tun, dass Sie wissen, dass wir das tun und dass die Leute das heute von Politikern erwarten. Und ich glaube, das ist schon ein Verdienst, den die Piraten sich ans Revers stecken können und deswegen, denke ich, lohnt es sich, wenn man sich sagt, aufgeben wird nicht. Ich habe hier noch einen Punkt, den ich gerne erwähnen würde. Ich habe es gerade schon angedeutet. Wir werden in der Öffentlichkeit im Augenblick als zerstrittener Haufen wahrgenommen. Übliche Journalistenfrage, was sagen Sie zu bla bla bla. Ich glaube, dass das gar nicht so problematisch ist, wie wir es innerparteilich wahrnehmen. Journalisten haben die Aufgabe, uns kritisch zu betrachten. Und auch der Wähler hat ein Recht, uns kritisch zu betrachten. Und ich kann mich gut daran erinnern, dass wir 2009 immer wieder dafür uns erklären mussten, dass wir Internetsperren ablehnen und dass wir wahrscheinlich eigentlich Kinderpornografie toll finden und wir den Leuten erklären mussten, dass das nicht so ist. Es ist völlig normal, dass wenn man politische Ziele durchsetzt, dass man dafür angegriffen wird und dass man kritisch betrachtet wird und dieser kritischen Betrachtung auch standhalten muss. Und wenn wir Transparenz leben wollen, dann müssen wir einfach auch damit leben, dass wir uns transparent streiten. Und das tun wir. Und die werden schon noch lernen, damit umzugehen. Ich glaube, und da sind wir uns einig, dass wir sehr wohl eine Chance haben, Wir haben den unglaublich charmanten Vorteil, dass die Landtagswahl eine Woche vor der Bundestagswahl stattfindet. Ich hatte ein Gespräch mit jemandem von der CSU, der meinte, das ist allerdings schon ein paar Monate her, Sie sind absolut sicher, dass wir in Bayern in den Landtag einziehen werden. Und zwar mit folgender Begründung. Der Wähler ist, waren seine Worte, auf Landesebene wesentlich experimentierfreudiger als im Bundestag. Deswegen macht er bei einer Landtagswahl sein Kreuz viel eher bei einer Partei, die er nicht so gut kennt oder die neu ist als bei der Bundestagswahl. Und deswegen sind Sie davon überzeugt, dass wir in den Landtag kommen. Jetzt haben Sie inzwischen festgelegt, dass die Landtagswahl eine Woche vor der Bundestagswahl sein soll. Und ich glaube, dass das für uns die geniale Chance ist, genau das zu schaffen. Wir werden eine Woche vor der Bundestagswahl in Bayern den Landtag erobern. Davon bin ich felsenfest überzeugt. Und dann haben die Medien eine Woche lang Zeit, erstaunt darüber zu berichten, dass die bayerischen Piraten es geschafft haben, den Landtag zu erobern. Und wir werden diesen medialen Hype, den wir dadurch bekommen, wir kennen das aus der Vergangenheit, nutzen und werden 2013 auch in den Deutschen Bundestag einziehen. Mein Name ist Stefan und ich bin Pirat. So, und jetzt wäre eigentlich der Punkt, um von dieser Bühne abzutreten und den anderen die Arbeit zu überlassen. Aber der Formalfuß schreibt vor, dass wir die Versammlungsleitung jetzt erst noch wählen. Deswegen würde ich das ganz kurz gerne erledigen. Es gibt ein Team aus BIM, Martin Kraus und Manel, die gerne die Versammlungsleitung gemeinsam für die nächsten zwei Tage, für den Fall, dass die Versammlung so lange dauern sollte, übernehmen würden. Ich würde gerne darüber eine kurze Abstimmung durchführen, außer es gäbe noch jemand, der alternativ die Versammlungsleitung haben möchte. Dem scheint nicht so. Okay, wer ist dafür, dass die drei genannten die Versammlungsleitung übernehmen? Okay, wer ist dagegen? Das ist doch mal ein Votum für euch. Okay, damit haben die den Job. Und bevor ich jetzt endgültig verschwinde, würde ich das Mikrofon noch gerne an den Bürgermeister der Stadt München hier übergeben, und zwar an den Herrn Andrasch. Vielen Dank. Vielen Dank. So, sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte Mitglieder der Piratenpartei, Zunächst darf ich mal sagen, seien Sie herzlich willkommen hier bei uns in der fränkischen Dreiflüsselstadt Gemünden am Main. Ich freue mich, dass Sie da sind, dass Sie uns, Gemünden, als Versammlungsort für Ihre heutige Veranstaltung, morgen ja auch noch, also für Ihren Landesparteitag der Piratenpartei Bayern, dass Sie uns ausgesucht haben. Das freut mich ganz besonders. Ich habe auch schon die ersten Kontakte geknüpft zu einigen von Ihnen, weil mich das auch sehr interessiert, wie Sie sich hier bei uns wohlfühlen, ob es klappt mit den organisatorischen Dingen. Ich habe die Rückmeldungen bekommen. Soweit alles in Ordnung. Also die technische Infrastruktur ist da. Ich sehe auch, dass fleißig gearbeitet wird an den Laptops. Also mit der elektronischen Infrastruktur scheint soweit alles okay zu sein. Sie sind online, Sie sind am Netz und können da sich informieren. Sie können arbeiten, Ihre Interessen verfolgen. Auch sonst habe ich positive Resonanz bekommen, was das Thema Organisation der Halle insgesamt anbetrifft, also auch Verpflegung, Anfahrt und so weiter. Das freut mich ganz besonders als Bürgermeister, wenn das klappt. Und das ist natürlich dann auch für mich entsprechend Motivation und auch Anreiz, dass Sie zu uns auch wiederkommen. Sehr geehrte Gäste, liebe Mitglieder der Partei, jede Partei, auch die Piratenpartei, ist auf die engagierte Mitarbeit ihrer Mitglieder angewiesen. Der Herr Körner als Landesvorsitzender hat es auch mit seinen Worten in aller Deutlichkeit gesagt, nämlich bei dem Bemühen, die Mitmenschen mit ihren Fragen und Anliegen, das heißt also auch mit ihren Sorgen und Nöten, zum Mittelpunkt ihrer Partei zu machen. Ohne die genaue Kenntnis der tatsächlichen Anliegen der Bürger, also das heißt ihre Alltagsprobleme, aber auch ihre Zukunftssorgen, sind Antworten oder Lösungsansätze gar nicht möglich. Das heißt, wir müssen uns, und da nehme ich mich als Bürgermeister natürlich auch nicht aus, da gehöre ich auch dazu, wir müssen uns den Themen und den Problemen annehmen und stellen. Das heißt, jede Politik im Dienste der Mitmenschen lebt davon, dass sie um die Interessen, um die Sorgen und Wünsche der Menschen weiß. Dass dies der Piratenpartei Bayern weiterhin erfolgreich gelingen soll, das wünsche ich Ihnen. Es folgt jetzt eine kurze Vorstellung der Stadt Gemünden mit ein paar wesentlichen, interessanten Informationen, ein bisschen Marketing darf sein, aber keine Sorge, ich fülle auch nicht die nächste Stunde aus, dauert nur ein paar Minuten. Aber ich freue mich, wenn ich Ihre Aufmerksamkeit habe. Ja, Gemünden am Main, für die meisten bisher noch nicht so bekannt. Wir sind die fränkische Dreiflüsselstadt. Es gibt ja in Bayern noch eine andere Dreiflüsselstadt, nämlich Niederbayern, Passau. Mein Nachbar weiß es genau, sehen Sie, er sagt mir es auch schon und bestätigt es, Passau in Niederbayern, das verbindet also uns. Eure Flüsse sind ein bisschen größer. Ja, wir sind ein staatlich anerkannter Erholungsort und wir haben einiges zu bieten für Sie als Gäste bei uns. In den Bereichen Freizeit, Kulturereignisse, Erholung, aber auch sportliche Aktivitäten und Naturerlebnisse können wir Ihnen als Gäste bieten. Wir sind, und das darf ich auch stolz sagen, eigentlich so der ideale Standort für einen Heimaturlaub bei uns in Unterfranken. Wir haben eine gute zentrale geografische Lage. Wir sind genau im Städte, Dreieck, Würzburg, Schweinfurt, Aschaffenburg. Wir haben auch einen Bahnhof, also Sie können bequem, wer das mag, mit der Bahn anreisen. Wir haben gute Verkehrsanbindungen, auch was die Autobahnen anbetrifft, auch wenn jetzt keine direkt vor der Haustür ist, das muss auch nicht sein. Aber Sie sind in einer Viertelhalbenstunde, sind Sie auf der A7 Richtung Hammelburg, auch auf die Autobahn A3, also Richtung Lohr, durch den Spessart, Aschaffenburg, Richtung Frankfurt ist es auch nicht weit. Aber freizeitmäßig, da können wir auch glänzen. Wir haben einen Main-Radweg hier. Das ist ein Fünf-Sterne-Radweg, also wirklich ein Premium-Radweg. Wer das gerne mag, Radfahren, ist sogar ausgezeichnet vom ADFC, sogar mehrfach. Dann können Sie Radfahren dem Fluss Saale entlang, nämlich der Saale-Radweg in Richtung Hammelburg, Bad Kissingen und Rhön. Weiter können Sie Radfahren, den Sinn-Radweg, da geht es dann in Richtung Sinngrund und Spessart, Richtung Hessen. Und wir haben den Werntal-Radweg, der geht in Richtung Wernig und Schweinfurt. Also Sie sehen, Sie können locker eine ganze Woche bei uns verbringen und haben immer noch nicht alle sehenswerten Radtouren erledigt. Natürlich gehört für uns auch dazu als drei Flüsse statt, die Bootsfahrt. Das heißt, Sie können Bootstouren machen auf allen vier Flüssen, Main, Saale, Sinn und Werren. Auch Angelsport haben wir zu bieten, nämlich ideale Bedingungen in unseren Flusslandschaften. Für die Wanderfreunde gibt es den Spessartweg 1, der hat auch einen ganz tollen Namen, von Fürsten, Fuhrleuten und Pilgern heißt der. Der endet auch hier in Gemünden oder er beginnt, je nachdem, in welche Richtung man wandert. Sehr anspruchsvoll ist auch, also jetzt von der Natur gesehen anspruchsvoll, der Mainwanderweg. Nämlich in unterschiedlichen Höhenlagen können Sie herrliche Blicke auf das Maintal hinunter genießen. Auch Geschichte und Kultur haben wir zu bieten, die Scherenburg, unser Wahrzeichen, über der Altstadt. Wir haben ein Huttenschloss, auch mit Museum, über 300 Jahre alt mittlerweile. Dann haben wir ein einmaliges bauhistorisches Werk zu bieten, nämlich den sogenannten Rongatzgarten. Das ist etwas Einmaliges, das gibt es nur einmal in Deutschland, nördlich der Alpen, nämlich hier bei uns in Gemünden. Der Rongatzgarten und einen wunderschönen Marktplatz in der Altstadt. Auch für die Campingfreunde, wer das mag, haben wir was zu bieten, einen idyllischen Campingplatz auf der Saaleinsel, also zwischen den beiden Armen der Fränkischen Saale, ist auch eine Minigolfanlage da und, wenn Sie demnächst wiederkommen wollen, wir haben ein beheiztes Freibad, auch vor drei Jahren ganz neu hergerichtet, ist wirklich ein tolles Erlebnis. Wohnmobilstellplätze können wir Ihnen bieten an der Saaleufer und, was vielleicht für heute Abend interessant ist für Sie, natürlich jede Menge fränkische Gastlichkeit, wir haben mehrere gute Gasthöfe, Hotels im Stadtgebiet, auch im Kern der Stadt, im Altstadtbereich, aber auch in den Stadtteilen. Die Spessartgrotte haben wir hier, also ein kleines Theater, eine ansprechende Kleinkunstbühne, ist auch ganzjährig geöffnet, ein paar Kilometer von hier im Stadtteil Langbrod-Selten. Ich darf darauf hinweisen, im Sommer, Ende Juni ist das, unser traditionelles Kirchweih- und Heimatfest. Dann haben wir die Schermburg-Festspiele, vielleicht der ein oder andere schon mal gehört davon, die finden statt in den Sommermonaten, Juli, August, so bis zur Mitte der Sommerferien, bis 15.8. mit drei anspruchsvollen Theaterstücken, also Schermburg-Festspiele schon mal vormerken, wenn Sie zu uns kommen möchten. Und dann im September, am 20. bis 22. September, unser traditionelles Gemündner Bierdorf in der Innenstadt auf dem Marktplatz. Die Schermburg-Halle an sich haben Sie schon kennengelernt als der Mieter für dieses Wochenende. Haben wir übrigens auch eine kleine Haltestelle von der Bahn, die haben wir vor zwei Jahren neu bekommen. Kleingemünden heißt die, direkt hier nebenan, vielleicht 100 Meter von hier, eine neue Haltestelle Kleingemünden. Also für die Freunde der Bahnreisen. Weitere Informationen haben wir für Sie bereit gehalten. Es gibt einen Ständer mit Prospekten vorne im Foyer, wo Sie sich angemeldet haben, wo die Akkreditierung war. Und da sind die Informationen für Sie bereit. Selbstverständlich können Sie auch jederzeit bei uns dann anrufen oder online abfragen, machen auch persönliche Besucher. Unsere Touristinformation freut sich, wenn Sie Informationen von uns wünschen. Ich bin überzeugt davon, dass Sie sich bei uns wohlfühlen, liebe Mitglieder der Piratenpartei. Und wenn Sie als Gäste wiederkommen, freue ich mich natürlich ganz besonders darüber. Das war es auch schon von meiner Seite her. Also auch keine Stunde. Ich denke, die fünf Minuten waren es wert, dass Sie ein paar Informationen über unsere Stadt bekommen haben. Ich bedanke mich ganz herzlich und wünsche einen weiteren erfolgreichen Verlauf Ihrer Veranstaltung auch morgen Ihres Landesparteitages. Dankeschön fürs Zuhören. Danke. Vielen Dank, Herr Andrasch, auch für die Gastfreundschaft natürlich hier in Gemünden. Das Wetter macht es nicht gerade einfach, aber es ist wirklich, denke ich mal, ein schöner Ort. Und wir fühlen uns hier bisher sehr wohl. Dankeschön. Ja, dann kommen wir jetzt tatsächlich noch ein wenig zum weiteren Formalfuh. Ah, okay. Wir kommen noch erst einmal zu den Grüßen von Unterfranken. Bitteschön, Beate Kisper. Ich dachte mir, da ich das Ganze hier so ein bisschen mitorganisiert habe, nehme ich mir auch ein bisschen Redezeit. Und auch Jürgen, unser Vorsitzender, wird nachher auch noch sprechen. Erstmal möchte ich mich bedanken, dass ihr alle gekommen seid und euch ganz herzlich willkommen heißen. Und auch darauf hinweisen, dass für alles, was nicht funktioniert, ich zu verantworten bin. Also, ich habe da eine kleine Rede vorbereitet und würde die jetzt gerne vortragen. Also, liebe Besucher der Unterfranken und liebe Unterfranken, willkommen in Gemünden. Ich würde mich erstmal auch sehr herzlich bedanken wollen bei unseren Gastgebern hier in Gemünden, die uns wahnsinnig herzlich aufgenommen haben, uns geholfen haben, uns jedes Versäumnis nachgesehen haben und alles noch rechtzeitig zur Verfügung gestellt haben. Also, vielen Dank auch nochmal an den Bürgermeister. Dann würde ich mich auch noch gerne für alle helfenden Hände bedanken, die plötzlich aufgetaucht sind aus dem Nichts, alle Köpfe, die hier seit gestern organisiert haben. Es steht alles, das Catering steht, die Technik steht, wie ihr seht. Es ist alles wunderbar. Plötzlich ist alles getan und fertig und ich denke, wir werden schöne zwei Tage haben. Nochmal zu meiner Person, mein Name ist Beate Kesper und ich bin Bezirkssekretärin hier in Unterfranken und auch noch Listen- und Direktkandidatin für quasi alle wichtigen Wahlen, die anstehen. Letztes Jahr haben wir in Unterfranken begonnen mit dem Kampf mit den Asylbewerbern gemeinsam gegen schlechte Unterbringungen und Bürokratie zu kämpfen. Darauf wollte ich auch nochmal hinweisen, was alles bei uns läuft und euch ein bisschen zu ermutigen. Wir haben es getan, noch bevor es populär wurde, dafür zu kämpfen. Wir haben damit angefangen. Wir haben in Bayern gegen ACTA gekämpft und die Menschen vor allen Dingen auch über das Urheberrecht aufgeklärt. Dieses Jahr haben wir die Studiengebühren abgeschafft. Das haben wir wirklich getan. Jetzt müssen wir uns gegen Nazi-Aufmärsche in unserer Heimat und bundesweit gegen Bestandsdatenauskunft wehren. Aber auch die Entlassung von 500 Fährermitarbeitern in Kitzingen lässt uns nicht kalt und wir demonstrieren gemeinsam mit der EG Metall, den Betroffenen und unseren Bündnispartnern gegen menschenverachtende Profitoptimierung. In Grafenreinfeld haben wir für einen schnellen Atomausstieg unsere Fahnen hochgehalten, damit der Bürger bekommt, was ihm seine Regierung verspricht. Wir alle in Bayern engagieren uns für unsere Themen und vor allem für die Themen der hier lebenden Menschen. Wir besuchen Stadtratssitzungen und in unserer Geschäftsstelle sind alle willkommen. Wir sind präsent und engagiert und zum Teil sogar bis zur Selbstaufgabe engagiert. Wir sind bündnisfähig geworden, aber lange noch nicht angepasst. Und was mich persönlich am meisten freut ist, wir Piraten haben das nicht für uns getan. Wir haben das auch nicht für den Wahlkampf getan. Wir Piraten engagieren uns für die Menschen um uns herum. Da, wo wir Einschränkungen ihrer und unserer Freiheiten erkennen. Das tun wir einfach, so sind wir. Vor uns liegen zwei Tage Arbeit. Bei einigen liegen die Nerven inzwischen blank wegen des bestehenden Wahlkampfes und der schlechten Umfragewerte. Auch wir in Unterfranken streiten manchmal. Deshalb würde ich gerne das sagen, was ich normalerweise auch zu unseren Mitgliedern sage, wenn es denn mal wirklich hart zugeht. Die Piratenpartei ist eine frankenweite, bayernweite, bundesweite, europaweite und sogar weltweite Bewegung. Ich bin fest davon überzeugt, dass wir mehr sind als nur eine Partei. Und solange das Internet frei ist von Zensur, werden wir bloggen und die Menschen informieren, aufklären und zum Widerstand und freiem Denken auffordern. Wir werden nicht von der Bildfläche verschwinden. Wir bleiben einfach. Durch ACTA und den Kampf gegen die Studiengebühren haben wir gezeigt, dass wir Politik ändern können. Wir sind in der Lage, die Gesellschaft wach zu rütteln. Dank uns verlangen die Menschen nach Transparenz. Eine neue Ära der Politik ist angebrochen. Plötzlich engagieren sich Bürger und Bürgerinnen wieder für ihre Rechte. Klüngel und Bereicherung mit Staatsgeldern werden öffentlich und haben sogar Konsequenzen inzwischen. Genau dort sollten wir ansetzen, damit aus den Wutbürgern selbstverantwortliche, kritische Menschen werden. Das geht nur mit freien Zugängen zur Bildung und Teilhabe am gesellschaftlichen Leben für alle. Daran lasst uns hier denken und konstruktiv miteinander umgehen. Jetzt heißt es, unsere Themen in den Wahlkampf zu bringen und den Etablierten die Stirn zu bieten. Deshalb sind die Erwartungen an uns groß und wir haben vielleicht Angst, diese nicht zu erfüllen. Aber wir werden gebraucht, definitiv. Und in diesem Sinne, lasst uns bitte hier die zwei Tage verbringen. Vielen Dank. Und jetzt noch etwas organisatorisches zum Mittagessen. Und zwar haben wir veganes, vegetarisches Essen für alle. Es ist für alle gesorgt. Man kann einen Stempel sich abholen bei Mirko. Der sitzt an der Tür für acht Euro und kann sich dann am Buffet eben verlustrieren. Ansonsten gibt es nach dem Preis aushängen, eben andere Sachen zu essen. Vielen Dank auch und guten Appetit. Danke, Beate. Zusätzlich haben wir an diesem Landesparteitag auch noch die Möglichkeit, Fotos von Kandidaten zu machen. Da wird uns, glaube ich, die Marcy noch was drüber sagen. Ja, hallo zusammen. Netterweise sind heute Niki und Bernhard da und machen Fotos von euch für die Wahlplakate oder für diverse andere Sachen, wo ihr hübsche Fotos braucht. Und dazu gibt es einen Raum durch diese Türe unter der mittleren Piratenflacke nach rechts und dann nochmal nach rechts und dann nach links. Also man findet, das ist nicht allzu weit weg. Und an dieser Türe hängt eine Liste. Und in dieser Liste sind unsere Zeiten eingetragen. Und wenn ihr euch überlegt, okay, so gerne so gegen 15 Uhr hätte ich mal Zeit und macht da mal meine Fotos, dann tragt euch bitte dort ein, damit die beiden auch wissen, wann mal jemand dort aufschlagen möchte. Und damit das Ganze irgendwie koordiniert über die Bühne geht. Und ich bitte wirklich alle, die irgendwo kandidieren, dass sie auf jeden Fall Fotos machen, wenn sie noch keine haben, da die ja durchaus gebraucht werden für Plakate und dergleichen. Und dazu habe ich auch schon mitbekommen, dass es ein bisschen Unsicherheit gibt, was es irgendwie für Wahlplakate geben wird. Da ging ja diese schöne Umfrage herum. Und da haben sich die fünf Schwerpunktthemen von Bayern herauskristallisiert. Und zu diesen fünf Themen wird es jeweils fünf reine Textplakate geben, die sind auch schon so gut wie fertig. Und eben noch fünf Plakate mit irgendwelchen Köpfen drauf, mit irgendwelchen Leuten, die diese Themen transportieren. Und dazu habe ich die unterschiedlichen Bezirke auch angeschrieben, dass sie mir ein paar nette Piraten nennen, die sie da drauf sehen könnten. Und noch keine Rückmeldung habe ich bekommen von Oberbayern, Niederbayern, Unterfranken. Ja, und das war es eigentlich. Also von denen hätte ich gerne noch eine Antwort, damit wir auch diese Bilder heute machen können. Damit die Plakate auch mit Gesichtern verschönert werden können. Also die sind dann auch nur Beiwerk, müssen keine Kandidaten sein, können ganz normale Basispiraten, irgendwer sein. Ja, ich freue mich auf jeden Fall. Und wenn jemand generell Fragen zu diesem Gestaltungsfuhr oder Plakate oder irgendwas hat, ich versuche mich darum zu kümmern und alle Fragen nach bestem Wissen und Gewissen zu beantworten. Einen schönen Landesparteitag euch. So, danke Marse. Dann kommt erst der Jürgen Neuwirth noch mit einer Ankündigung. Ja, hallo. Als Vorsitzender des Bezirksverbandes Unterfranken möchte ich euch mal informieren, was bei uns momentan aktuell ist. Und zwar der 1. Mai. Das könnte natürlich für alle ein entspannter Feiertag werden. Aber für alle, die sich politisch engagieren wollen, habe ich eine Alternative zu bieten. Und zwar ist es also so, dass wir Besuch vom Freien Netzwerk Süd bekommen werden, und zwar in Würzburg. Und das Freie Netzwerk Süd vertritt natürlich nationalsozialistische Gedanken und Gesinnungen. Und dagegen wollen wir natürlich vorgehen. Es wird eine Auftaktkundgebung geben am Hauptbahnhof um 10 Uhr. Und zwar ist es ein Bündnis, das nennt sich Würzburg ist bunt, nicht braun, gegen den Nazi-Aufmarsch am 1. Mai. Um 10.30 Uhr wird es dann einen Demonstrationszug geben. Ich rufe alle Piraten dazu auf, sich nach Würzburg zu geben und uns zu unterstützen im Kampf gegen Rechtsextremismus. Es wird darüber hinaus ein Fest der Demokratie geben um 13 Uhr dann am unteren Markt in Würzburg. Und wir Piraten sind dabei natürlich auch vertreten. Darüber hinaus möchte ich auch alle dazu aufrufen, vielleicht noch etwas mehr zu tun gegen braunes Gedankengut. Wir sollten den Faschisten Würzburg nicht überlassen. Deswegen rufe ich euch alle auf, diese Nazi-Demonstration zu blockieren. Es kann nicht sein, dass Nazis in Würzburg Fuß fassen und aus Würzburg ein zweites Wunsiedel wird. Das müssen wir also aktiv verhindern. Deswegen hoffe ich auf eure Beteiligung. Dankeschön. Vielen Dank, Jürgen. Wir kommen jetzt zu ein wenig Orga-Fu. Und zwar müssen wir jetzt natürlich noch einige Sachen wählen, bestimmen etc. pp. Eines der wichtigsten Dinge gleich im Vorweg. Wir brauchen natürlich wieder Personen, die uns das Protokoll für diesen Parteitag schreiben. Da haben sich die Marien und die Marion bereit erklärt, das zu machen. Wer ist dafür, dass Marion und Marien das Protokoll für uns schreiben? Wer ist dagegen? Vielen Dank. Damit schreibt ihr das Protokoll. Kleine Anmerkung von meiner Seite. Ich habe vorhin auch versucht, andere Personen dafür zu bekommen. Ich fände es mal schön, wenn viele männliche Piraten hier nicht immer betreten zur Seite gucken, wenn es ums Protokoll geht. Dankeschön. Des Weiteren kommen wir zum nächsten wichtigen Posten. Das wäre der Posten des Wahlleiters. Florian Fahrtdüssel, du hast dich bereit erklärt. Gibt es weitere, die sich für den Wahlleiter, der für die Abstimmung hier zuständig ist? Wir haben keine Wahlen. Bereit erklärt? Gibt es nicht? Wer ist einverstanden damit, dass Fahrtdüssel uns den Wahlleiter macht? Wer ist dagegen? Damit ist Fahrtdüssel unser Wahlleiter. Dankeschön. Fahrtdüssel, wir brauchen natürlich auch noch jetzt Wahlhelfer. Wie viele brauchst du? Was schätzt du? Vier. Fahrtdüssel braucht vier Wahlhelfer. Bitte vier Freiwillige aufstehen und zum Fahrtdüssel gehen als Wahlhelfer. Möglichst am besten zwei von der linken Seite, zwei von der rechten Seite. Wer ist denn bereit, das zu tun? Wer wäre bereit, Wahlhelfer zu machen? Dann bitte zum Fahrtdüssel und direkt im Anschluss zu dem Protokollanten, dass wir eure Namen haben. Eins, zwei, drei, vier. Wunderbar. Eins, zwei, drei sehe ich. Ja doch, der Ali auch auf dem Weg. Okay, da haben wir viel Wahlhelfer. Könnt ihr mal ganz kurz auf die Bühne kommen, damit jeder euch sieht und eventuell jemand Einwand erheben kann? Ganz kurz mal, stellt euch mal einfach ganz kurz nur mit Namen vor. Ihr braucht nichts weiter sagen, sondern einfach nur, wer ihr seid. Ich bin Gerhard Töllner. Jango. Ich bin die Anni Klier, Anni Kugel, wo ich geraten habe. Alia. Mikro ein. Test, test. Ist er. Ali aus München. Okay. Sprich, hat irgendjemand Einwände gegen einen dieser Wahlhelfer oder gegen die Wahlhelferin? Ich sehe keine Einwände, damit habt ihr den Job. Vielen Dank, dass ihr das macht. So, damit sind wir jetzt, was die Parteitagsämter angeht, durch. Wir haben aber noch einen ganz weiteren wichtigen Punkt zu besprechen, nämlich die Tagesordnung. Die Tagesordnung steht im Wiki. Ich würde vorschlagen, dass wir die so übernehmen. Das wäre sozusagen zuerst ein Satzungsantrag, der sich direkt mit dem Wahlprogramm beschäftigt. Dann reden wir oder beschließen wir unser Wahlprogramm und dann am Schluss den zweiten Satzungsänderungsantrag zu besprechen, der eingereicht worden ist. Wer ist für diese Tagesordnung, wie sie im Wiki steht? Der hebt bitte jetzt die grüne Karte. Wer ist gegen diese Tagesordnung? Damit ist diese Tagesordnung angenommen. Einen Augenblick. Gut, dann kommen wir jetzt noch zum nächsten wichtigen Punkt, nämlich die Geschäftsordnung. Die Geschäftsordnung haben wir auch so bisher, wie sie im Wiki steht. Wir können sie jetzt so beschließen, wie sie im Wiki steht. Ich hätte allerdings noch einen Vorschlag dazu zu machen. Und zwar haben wir ja bei uns, ich weiß nicht, wer von euch war beim letzten Landesparteitag und kennt die Prozedur mit den Pro- und Kontra-Rednern bereits. Ansonsten, okay, wer war nicht an diesem Parteitag und kennt sie nicht? Gerne, also braucht ihr nicht zurückhalten. Wer sich kennt, soll gerne jetzt hochheben. Weil ich würde sie dann definitiv nochmal ganz kurz erklären, für die Leute, die nicht da waren, weil es eine ziemlich wichtige Sache ist. Also folgendes, unsere Geschäftsordnung sagt, dass bei Aussprachen über die Anträge es ein Pro-Mikrofon gibt und ein Kontra-Mikrofon. Ihr seht diese beiden dort vorne, die sind auch entsprechend beschriftet. Jeder, der für den Antrag stellt, stellt sich, oder der für einen Antrag ist, stellt sich an das Pro-Mikro, wer dagegen ist, an das Kontra-Mikro. Und da komme ich auch gleich dazu, wir brauchen nämlich noch eine weitere Person, fällt mir dabei auf. Jeder, der dort redet, bekommt auf seine Karte, die er mit dabei hat, einen Strich. Diese Striche werden gesammelt. Okay, der Tobias hat sich bereit erklärt, die Strichliste zu führen. Folgendes, jeder bekommt einen Strich auf seine Karte. Das hat zur Folge Folgendes, nämlich diejenigen, die wenig Striche auf ihrer Karte haben oder noch gar keinen, können zuerst reden. Und diejenigen, die schon einige Striche auf ihrer Karte haben, ordnen sich etwas weiter hinten in die Schlange ein, damit das dann, um sozusagen denjenigen, die selten was sagen, auch mal das Wort zu geben und nicht dafür zu sagen, dass immer dieselben am Mikrofon stehen. Alle etwa fünf Kandidaten oder alle fünf Redner pro Seite, also fünf Pro, fünf Kontra, danach wird abgestimmt, ob die Diskussion weitergeführt wird. Wir als Diskussionsleitung haben uns darauf verständigt, dass wenn nur wenige weitere Redner sowieso am Mikrofon stehen, das heißt, wenn, was weiß ich, fünf haben gesprochen und es steht aber nur jeweils einer weiter oder generell nur einer, dann stimmen wir nicht ab, sondern dann dürfen die natürlich noch reden. Wir wollen damit die Diskussion nicht abwürgen, aber es wird schlicht und einfach dann eben, so hat man die Möglichkeit, eine Diskussion, die nur zwischen den Leuten, die an dem Mikrofon steht, ist, abzuwürgen. Im Gegenzug dazu haben wir aber noch, Wiegbold, du kriegst gleich das Wort, haben wir noch in der GO stehen, dass es einen Antrag auf Ende der Rednerliste gibt. Der macht bei einem solchen System keinen Sinn, weil man ja die Diskussion theoretisch abbrechen kann als Versammlung. Deswegen finde ich, ist es relativ undemokratisch dann auch noch zu sagen, wir möchten eine ändernde Rednerliste, das wirkt eine Diskussion ab und das ist gegen den Spirit, denke ich mal, den wir Piraten haben, nämlich Anträge gerne und gut zu diskutieren. So, gibt es Fragen von euch zu diesem Antrag? Okay, dann Wiegbold, bitte. Also, ich hätte gerne auch, dass diese Quotenregelung sozusagen mit der Zählung, wie oft jemand schon gesprochen hat, dass es auch für das Podium gilt und für die Leute, die die Anträge vorstellen. Okay. Beim letzten Parteitag war es so, dass auch nur einige wenige die Antragstellung genutzt haben, um maßgeblich zu reden. Also, das ist... Ja, du meinst also, in dem Fall würde ich vorschlagen, dass wir tatsächlich auch nur die Antragsteller dürfen, nur dann auf dem Podium reden, wenn sie eine Frage gestellt bekommen, keine Antwort auf irgendwelche Anmerkungen geben. Also, sprich, wenn jetzt jemand am Pro-Rig-Mikrofon redet und für den Antrag redet, dann kommt danach jemand vom Kontra-Mikrofon an. Wenn am Kontra-Mikrofon jemand gegen den Antrag redet, aber keine Frage stellt dazu, sondern einfach sagt, ich bin der Meinung, der Antrag ist abzulehnen, weil, Argument A, Argument B, dann hat der Antragsteller hier oben kein Rederecht, weil an ihn ja keine Frage gestellt worden ist. Sondern der Antragsteller hat am Anfang die Möglichkeit, einmal seinen Antrag vorzustellen, dann kommt die Aussprache an diesen beiden Mikrofonen und danach kann der Antragsteller noch einmal auf die Meinungsbeiträge eingehen, aber das war's. Außer zwischendrin wird tatsächlich eine Frage gestellt, Verständnisfrage beispielsweise oder sowas, dann hat er natürlich Rederecht. So, gibt es weitere Fragen dazu? Okay, dann würde ich vorschlagen, dass wir jetzt abstimmen, diese GO anzunehmen, ohne den GO-Antrag auf Schließung der Rednerliste. Wer wäre dafür, die GO ohne Antrag auf Schließung der Rednerliste anzunehmen? Der hebt bitte jetzt die grüne Karte. Dankeschön. Wer dagegen ist, bitte jetzt die andersfarbige Karte. Dankeschön. Kleine Anmerkung von meiner Seite an die Kartenbesteller. Diese Kombination bitte nicht wiederkaufen, ich sehe keinen Unterschied. Okay, dann kommen wir jetzt zum nächsten Ding. Es gibt jetzt noch einen weiteren, bevor wir mit den Anträgen anfangen, einen weiteren kurzen Redeslot von der Astrid. Astrid, bist du da? Jawohl. 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 Ja, ein Landesvorstand kann vieles, aber bestimmt nicht alles. Deswegen haben wir Beauftragte. Und nachdem die Beauftragten oft und gerne Kritik einstecken müssen und selten mal Lob bekommen, habe ich mir gedacht, mache ich das heute mal. Das heißt also, das ist jetzt zum Lobe unserer Beauftragten. Das sind jetzt in persona für die Informationsfreiheit Klaus Müller und Martin Kraus. Unser Datenschutzbeauftragter Rainer Obermeier. Wer übrigens da ist, darf jetzt bitte gerne dann auf die Bühne kommen. Das ist Wolfgang Steinert für die IT. Das ist Ben Stöcker für unsere Webdarstellung, unsere Außendarstellung im Internet. Das ist Tina Lorenz als Kulturbeauftragte. Das ist Heide Friedrich Salgado für den Newsletter. Das ist Andi Ströhle für die SG Text. Das sind Silvia Pschor und Claudius Roggenkamp, unsere Vertrauenspiraten. Volker Münch, unser Pressesprecher. Thomas Knoblich, der Leiter des Verwaltungsteams. Für den kommst du bitte, Marion. Tobias McFadden. Das ist der Mann, der dafür sorgt, dass ihr hier sitzen könnt und Beleuchtung habt und alles schön ist und auch durch dieses Mikroton kommt. Das ist Christian Haas für die Bildung. Das ist Florian Deißenrieder für Liquid Feedback. Pirate Feedback, Entschuldigung. Das ist Boris Turovsky, der sich um die LGS kümmert. Das ist Klaus Jaroslasvi, der dafür sorgt, dass die Finanzen des Landesvorstands dann auch die richtige Transparenz haben. Und das ist Christian Reidel für die SG Recht. Und ansonsten haben wir hier noch Leute, die sich tierisch einsetzen und nicht direkt beauftragt sind. Da hätte ich gerne repräsentativ dann die Marse da, die Michaela Keup. Michaela, kommst du bitte auch auf die Bühne? So, diejenigen, die da sind und die ich genannt habe, die hätte ich jetzt gerne auf der Bühne, denn ich habe was für euch. Kommt bitte mal her. Ja. Komm hoch. So. Ich finde es äußerst tapfer, wenn Menschen viel Arbeit tun und sich dafür ganz schön hauen lassen. Deswegen habe ich eine Runde Tapferkeits-Toffis besorgt. Und die gibt es jetzt einfach mal. Und hier seht ihr mal, wer hier ackert wie irre. Okay. So. Das ist für dich. Nutzig. Das ist ein echter Wahnsinn. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören, fürs Dabeisein und ich hätte jetzt gerne wirklich auch nochmal einen richtig donnernden Applaus für unsere Beauftragten. Und sollten hier Kandidaten anwesend sein? Nein. Morgen sind die Kandidatenschulungen, bitte meldet euch bei mir, damit ich euch eintragen und verworkshopen kann. Vielen Dank. So, Dankeschön. Wir haben jetzt natürlich einige Reden heute, wir haben auch einige Anträge heute. Ich habe vor, das alles ein wenig so zu machen, dass wir nicht alles immer auf einem Block haben, sondern ein paar Anträge, dann wieder eine Rede, dann wieder ein paar Anträge und dann wieder eine Rede, dass wir auch ein bisschen hier mit Spaß durchgehen können und locker durchgehen können. So, damit kommen wir nämlich jetzt. Ah, richtig, eine ganz wichtige Sache. Wir haben natürlich noch die Zulassung, ob Gäste zugelassen sind, ob Presse zugelassen sind, ob Bild- und Tonaufnahmen zugelassen sind. Ich gehe davon bei uns Piraten immer als selbstverständlich aus. Aber natürlich, wer ist dafür, dass Bild- und Tonaufnahmen gestattet sind, dass Gäste zugelassen sind und so weiter, Presse natürlich und so weiter und so fort. Wer ist dagegen? Niemand? Dankeschön. Ganz kurzer Hinweis noch an die Presse, wenn ihr Bildschirme abfotografiert oder abfilmt, bitte fragt vorher die Besitzer der entsprechenden Geräte um Erlaubnis, dass das auch in Ordnung ist. Vielen Dank. So, dann kommen wir jetzt aber tatsächlich zu den ersten Anträgen und zwar, wir fangen an mit einem Satzungsänderungsantrag, der dafür zuständig ist oder der Voraussetzung ist, nicht Voraussetzung, sondern aber der auf das gesamte Wahlprogramm eventuell Einfluss hat. Es handelt sich um den Satzungsänderungsantrag 002 vom Thomas Entropy. Ist er da? Möchte er den vorstellen? Gibt es ansonsten jemanden, der diesen Antrag vorstellen will? Er ist im Antragsbuch drin. Wer will diesen Antrag vorstellen? Ganz kurz, es handelt sich um einen Satzungsänderungsantrag. Der aus mehreren Modulen besteht. Ist ansonsten eventuell jemand von der Antragskommission da, der den vorstellen will? Okay, gut. Ich gehe dann davon aus, dass ihr wahrscheinlich den Antrag gelesen habt, im Antragsbuch drin, Satzungsänderungsantrag 02. Gibt es zu diesem Antrag Redebedarf? Dann bitte jetzt zum Pro oder Contra. Das sehe ich nicht. Dieser Antrag hat zwar, gut, es gibt ein Contra-Argument. Ganz kurz auch noch zur Info zu diesem Antrag. Dieser Antrag ist als Ganzes angereicht und bei Ablehnung soll er nochmal im Block abgestimmt werden. Er hat zwei Module. Also soll jede Module einzeln. Aber jetzt kurz zum Contra-Mikrofon. Bitteschön. Test, Test, Test. Bevor hier aufgrund von Koffeinmangel oder so der komplette Antrag einfach so versehentlich durchgeht, wollte ich mal noch darauf hinweisen, dass der Antrag Antragsänderungen durch den Vorstand enthält und das bei vielen, glaube ich, nicht sehr beliebt ist. Also Modul 1 ist, glaube ich, relativ unproblematisch. Modul 2 ist etwas problematischer. Das bitte ich zu beachten. Ich möchte ganz kurz ein Meinungsbild abfragen, weil ich mir jetzt nicht sicher bin, ob ihr das alle gelesen habt, ob das euch egal ist oder wie das auch immer ist. Besteht von euch der Wunsch, dass dieser Antrag hier vorgelesen wird? Dann hebt bitte jetzt die grüne Karte. Wer ist dagegen? Hebt bitte jetzt die rote Karte. Okay, dann werde ich jetzt schlicht und einfach den Antrag mal vorlesen. Ich finde das, ehrlich gesagt, auch ziemlich vernünftig. So, Satzungsänderungsantrag 002, Korrekturen von Anträgen für den Notfall. Antragstext. Der Parteitag möge folgende Änderungen beschließen. Wenn dieser Antrag nicht als Ganzes angenommen wird, mögen die Module einzeln abgestimmt werden. Die Änderungen treten unmittelbar in Kraft. Modul 1. Es wird beantragt in der Landessatzung Abschnitt A, Paragraf 11, Absatz 2, folgenden Satz hinzuzufügen. Der Antragsteller eines solchen Antrags dürfen nach Ablauf der Frist mit Zustimmung des Landesparteitags eine einzeln geänderte Fassung des Antrags dem Landesparteitag zur Abstimmung vorlegen, sofern diese nicht dem Wesensgehalt des ursprünglichen Antrags widerspricht. Modul 2. Es wird beantragt in der Landessatzung Abschnitt A, Paragraf 11, Absatz 1, folgenden Satz hinzuzufügen. Der Landesvorstand kann sprachliche oder formelle Korrekturen eines angenommenen Antrags beschließen, sofern diese nicht die Aussagen des Antrags verändern. Die aktuelle Fassung, wo dieser Satz angefügt wird, heißt, Änderungen der Landessatzung des Programmes können nur von einem Landesparteitag mit einer Zweidrittelmehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen beschlossen werden. Besteht das dringende Erfordernis einer Satzungsänderung zwischen zwei Landesparteitagen, so kann diese Satzung auch geändert werden, wenn mindestens zwei Drittel der Piraten dem Änderungsantrag schriftlich zustimmen. Über einen Antrag auf Satzungs- oder Programmänderung auf einem Landesparteitag kann nur abgestimmt werden, wenn er mindestens zwei Wochen vor Beginn des Landesparteitages beim Vorstand eingegangen ist. Begründung, der Antrag wird nur pro forma eingereicht, um im Notfall, also dieser Antrag, um im Notfall eine Möglichkeit für Korrekturen zu schaffen. Er hat nur geringe Priorität. Satz 10. Dieser Antrag ermöglicht dem Landesverband, noch nach der Frist, kleinere Korrekturen an Programm- und Satzungsänderungsanträgen vorzunehmen, insbesondere bei inhaltlich guten Programmanträgen. Weiterhin darf dadurch der Vorstand rein sprachliche Korrekturen an Positionspapieren beschließen. Es kommen leider immer wieder zu Fehlern oder missverständlichen Formulierungen, die erst nach der Einreichung oder Abstimmung auffallen und bei denen man sich wünscht, sie korrigieren zu können, um den Antrag annehmen bzw. veröffentlichen zu können. So wie ich das verstehe, ist das wohl so, dass eben dieser Satzungsänderungsantrag für nachträgliche Korrekturen oder nachträgliche Korrekturen an Anträgen zu Wahlprogrammen und Satzungsänderungen, wie es heute ist, zulässt. Was im Vergleich zu anderen Parteitagen, die wir bisher hatten, nicht möglich ist. Bisher haben wir Positionspapiere beschlossen, die haben keine Einreichungsfrist, deswegen ging das. Bei Wahlprogrammanträgen und bei Satzungsänderungsanträgen gibt es eine Einreichungsfrist, das heißt, sie müssen theoretisch Wort für Wort übernommen werden. So, jetzt frage ich ein zweites Mal, gibt es dazu Aussprache? Denn jetzt habt ihr den Antrag gehört, jetzt gibt es sicherlich einige Redebedarf und bitte stellt euch ans Mikrofon. Dankeschön. Ich warte noch kurz, wo sich die dritte Person hinstellt. Okay, dann fangen wir mit Pro an. Bitte schön. Also, der Einwand eben war nicht ganz unberechtigt, aber ich würde da an der Stelle tatsächlich auch ein bisschen Vertrauen walten lassen. Wenn ich mir die Anträge anschaue für heute, dann sind da so viele Rechtschreibfehler und grammatikalische Fehler drin. Es tut mir in der Seele weh, wenn das nachher so im Wahlprogramm drin steht. Ich würde mir tatsächlich wünschen, dass dieser Antrag es möglich macht, die Anträge, die heute hier alle beschlossen werden, noch ein bisschen verbessern zu können. Deswegen würde ich persönlich diesem Antrag zustimmen. Okay, danke schön. Es gibt eine, kurz eine Frage gab es, ob dieser nur die Satzungsänderungen angeht. Nein, ist es nicht, denn in dem Antrag vom Satzungsänderungsantrag, der jetzt vorliegt, steht drin, die Antragsteller eines solchen Antrages und in dem Paragrafen geht es Änderung der Landessatzung und des Programms. Das heißt, es geht sowohl um Wahlprogrammanträge als auch um Satzungsanträge. Das war kurz die Frage, die kam, aber Stefan, jetzt deine Rede. Okay, ich würde davon abraten, den Antrag anzunehmen. Zum einen, weil ich denke, dass es sehr sinnvoll ist, dass die Anträge, die die Satzung verändern, zwei Wochen vorher eingereicht werden müssen. Und wir wissen, dass in der deutschen Sprache allein ein Komma schon eine ziemliche Auswirkung darüber haben kann. Wer nicht weiß, soll mal über diesen Satz kommen. Wir essen Opa nachdenken. Das Problem ist, dass wir zwei Wochen vorher die Frist gesetzt haben, um sicherzustellen, dass die Anträge nicht hier in einer wüsten Diskussion kurzfristig noch verändert werden und dann ein deutlich widersprüchliches Ergebnis vorliegt. Und ich denke, das hat auch seinen Sinn und ich würde vorschlagen, den Antrag abzulehnen. Dankeschön. Pro Mikro wieder. Ich widerspreche nur selten, Seko, aber an der Stelle muss ich es tun. Es geht jetzt hier nicht nur um die Änderungen, die halt vielleicht irgendwie Zwists streuen, sondern es geht auch um sprachliche Geschichten. Die Anträge, die wir jetzt haben, auch zum Wahlprogramm, sind teilweise von sehr unterschiedlichen Leuten, auch in sehr unterschiedlicher Sprache verfasst. Wenn wir die in der Form direkt ins Wahlprogramm reinkippen, könnte das auch sehr komische Wirkungen haben, wenn ein Wähler oder ein potenzieller Wähler das liest. Wir haben dann auch keine Möglichkeit, überhaupt sprachlich darauf einzuwirken, dass die einigermaßen zusammenpassen, ganz abgesehen von den Formalproblemen, wenn halt tatsächlich irgendwo mal ein Wort falsch geschrieben ist oder sowas und den Sinn trotzdem nicht verstellt. Also ich würde dafür stimmen oder dafür werben, diesem Antrag zuzustimmen, auch wenn ich die Problematik sehr wohl erkenne, die dahinter steckt. Okay, Dankeschön. Kontra Mikro bitte. Also meines Erachtens nach ist der Antrag unnötig. Ich würde auch davor warnen, sowas immer in der Satzung kodieren zu wollen. Sprachliche Änderungen, also letztendlich ist das über das BGB geregelt, dass bestimmte Anträge, wir hatten letztendlich Diskussionen im Mannbild, muss ich dazu sagen, das ist über das BGB geregelt, wir brauchen das nicht zu machen. Und ich würde auch mal gerne fragen wollen, inwieweit das rechtlich abgeklärt ist, dieser Antrag. Ist der rechtlich gedeckt oder ist das jetzt eine Überregulierung, ja, aufgrund von Wunschdenken? Das sollte man jetzt mal in Frage stellen. Außerdem sind orthografische oder sprachliche Korrekturen immer möglich, solange der Inhalt nicht entsprechend verändert wird. Also das bedeutet, wenn da ein Komma fehlt oder sowas und es dient dem Zweck des Antragstellers trotzdem weiterhin, kann man diese Änderungen machen. Wenn der Zweck allerdings verändert wird durch Formulierungen, wird der Antragsteller klagen können, einfach auf Basis des BGBs zur Not, egal was wir in der Satzung schließen. Deshalb würde ich doch mal gerne wissen, wenn solche Satzungsänderungen erfolgen, ja, ist das jetzt Wunschdenken oder ist das rechtlich abgedeckt? Oder durch eine Rechtsberatung entsprechend, sage ich mal, ja, für sinnvoll erachtet worden? Danke. Dankeschön. Der Antragsteller ist jetzt nicht hier. Hat jemand mit ihm Kontakt und kann die Frage vom Wigbold beantworten? Nein? Okay, dann gebe ich einfach weiter an den nächsten Redner. Dankeschön. Gut, ich möchte ganz klar dafür appellieren, den Antrag auf jeden Fall abzulehnen in der gängigen Form. Also dabei gilt es als erstes mal zu berücksichtigen, dass er in sich völlig widersprüchlich ist. Also formale und sprachliche Korrekturen, dabei muss man davon ausgehen, dass Sprache nichts anderes, wenn eine Konvention ist und untrennbar mit einem Inhalt verbunden ist. Also ich sage mal zum Beispiel, wenn man mal allein das Wort einnimmt und sich die Frage nach bestimmten oder unbestimmten Zahlwort stellt, dann ergibt sich ein völlig anderer Inhalt, wenn ich da dran irgendwie rumschraube. Und wie schon gesagt, selbst ein Komma verändert alles. Und es ist generell ein Irrtum, hier vorzutragen, der Antrag wäre sinnvoll oder hätte einen Zweck, weil man keine Rechtschreibfehler beseitigen könnte. Rechtschreibfehler sind niemals irgendwelche Änderungen, sondern sind bereits ein versehentlicher Verstoß gegen die Konvention. Und entsprechend der Konvention, die richtige Rechtschreibung zu verwenden, bedarf nicht dieses Antrags. Also diesen Antrag auf jeden Fall ablehnen, weil unser oberstes Beschlussorgan ist nun mal der Landesparteitag und der kann nicht einfach durch irgendeinen Vorstandsbeschluss ungültig gemacht werden. Das hebt unser gesamtes System aus den anderen. Okay, dann am Pro-Mikro. Genau, dann möchte ich direkt widersprechen und bitte dafür, für diesen Antrag zu stimmen, weil es schon schön wäre, wenn auch das Wahlprogramm eventuell in der einen oder anderen Stelle der eine Satz formal noch verbessert werden kann. Und ich möchte ganz konkret dem Argument widersprechen, dass formale Änderungen wie ein Komma den Inhalt ändern können. Das stimmt natürlich, aber wenn ein Komma den Inhalt ändert, dann ist es eine Inhaltsänderung und dann darf man die laut dieser Satzung nicht machen. Und dann habe ich auch das Vertrauen in die Leute, dass sie, wenn ein Komma den Inhalt verändert, dass sie das dann nicht setzen werden. So viel Vertrauen habe ich in die Leute, die das machen werden. Und an anderen Stellen, wo ein Komma eben ein fehlendes Komma ist, werden sie es machen. Und diese Möglichkeit, zu uns als Partei zu geben, begrüße ich und deswegen stimme dafür. Okay. Gibt es noch weitere Redebeiträge? Ansonsten möchte ich noch kurz darauf hinweisen. Wir haben hier, der Florian ist so nett und sammelt die Argumente für Pro und für Contra. Die könnt ihr dort auf dem Beamer-Bild lesen. Wenn ihr dann eventuell auch bei anderen Diskussionen mal in der Schlange steht und euer Argument bereits wiederfindet, könnt ihr ja die Schlange verlassen. Und weil man da auch, braucht ja nicht jedes Argument mehrfach haben. Hat aber jetzt nichts mit dieser Diskussion eben gerade zu tun, nur zur Info. So. Gibt es noch weitere Redebeiträge? Ich sehe, das ist nicht der Fall. Dann kommen wir zur Abstimmung. Es ist ein Satzungsänderungsantrag, der braucht eine Zweidrittelmehrheit. Wer ist dafür, diesen Antrag anzunehmen? Wer hebt bitte jetzt die grüne Karte? Wer ist dagegen? Der hebt bitte jetzt die, egal welche Karte, ich sehe es eh nicht. Gut, das ist keine Zweidrittelmehrheit, der Antrag ist abgelehnt. Damit kommen wir aber, Moment, wir sind noch nicht ganz fertig, denn wenn der Antrag als Gesamtes abgelehnt wird, werden die einzelnen Module abgestimmt. Das heißt, es kommt zuerst das Modul, das besagt. Und zwar, das Modul 1 sagt, da geht es darum, dass der Antragsteller nach Ablauf der Frist das noch verändern darf, diesen Antrag und dieses dem Landesparteitag vorlegen kann. Wer ist dafür, dass das Modul 1 dieses Antrags ab, Entschuldigung, wir stimmen jetzt dieses Modul ab. Wer ist für diesen Antrag? Der gibt bitte jetzt die Karte hoch. Wer ist, Dankeschön. Wer ist gegen diesen Antrag? Willst du es nochmal? Nochmal die, wer dafür ist, bitte. Nochmal dagegen, bitte. Das ist keine Zweidrittelmehrheit, sehe ich auch nicht. Kann bitte der Flo mal kurz auf die Bühne kommen. Wenn wir uneinig sind, dann machen wir es aus. Herr Wahleiter, bitte schauen Sie sich das kurz an. Wer ist für das Modul 1? Das heißt, der Antragsteller, nicht der Landesvorstand, sondern der Antragsteller kann verändern. Wer ist gegen diesen Antrag? Okay, der Antrag hat zwar eine klare, einfache Mehrheit, aber keine Zweidrittelmehrheit und wurde abgelehnt. Dann kommen wir zu Modul 2. Der wird jetzt abgestimmt. Und zwar, da geht es um den Landesvorstand, der sprachliche Änderungen an dem Antrag vollziehen kann. Wer ist für dieses Modul? Der hebt bitte jetzt die Karte. Wer ist gegen dieses Modul? Der Antrag ist klar abgelehnt. Damit kommen wir zum nächsten Antrag. Und der Antrag ist im Ganzen ab. Wir kommen damit zu WP 017. Transparenz und Open Data. Ist der Antragsteller hier und möchte etwas zu diesem Antrag sagen? Das ist die, dieser Antrag wurde von der SG Programm, nehme ich dann an, wenn die Spinni kommt, überarbeitet. Ich habe ihn noch. Okay, ich sage vielleicht mal ganz kurz noch ein Wort dazu, wie die Wahlprogrammanträge, die ja eingereicht wurden, zustande gekommen sind. Ihr werdet sicher gesehen haben, dass sehr viele Anträge entweder von mir oder von Ben eingereicht wurden. Die Inhalte stammen natürlich nicht nur von uns beiden, sondern wir hatten ja über die letzten zwei, drei Jahre sehr viele Positionspapiere beschlossen. Oft Dinge haben wir auch mal doppelt beschlossen. Das kommt halt vor, ist nicht so schlimm. Und wir haben diese Positionspapiere sortiert. Wir haben sie verschiedenen Themenbereichen zugeordnet. Die Dinger wurden überarbeitet. Sie wurden teilweise gekürzt. Redundantes wurde rausgestrichen. Es wurde versucht, so einen einigermaßen einheitlichen Stil hinzukriegen. Wir hatten dafür ein Style Guide. Und dass das Ganze einfach ein kompaktes Wahlprogramm ist und eben keine Positionspapiere mehr. Wir haben teilweise auch Positionspapiere ein bisschen geteilt. Also einen Teil zum Beispiel bei Transparenz und Open Data reingeschrieben. Einen anderen Teil eines Positionspapiers dann woanders rein, wo es besser gepasst hat. Teilweise wurde das die Fachgruppen gegeben. Die FG Bildung zum Beispiel hat einen sehr schönen Antrag geschrieben. Die Kulturpolitik hat einen Antrag geschrieben. Und hier sind eben in diesem Wahlprogrammantrag Transparent und Open Data alle Positionspapiere drin, die damit zu tun hatten, beziehungsweise deren Inhalte. Also nicht im Wortlaut. Die wesentlichen Punkte, ich stelle sie noch einmal kurz vor, das ist Informationsfreiheit in Bayern. Wer sich erinnert, wir hatten ein Positionspapier zum Thema, wir möchten ein Informationsfreiheitsgesetz nach Hamburger Vorbild. Wir möchten einen Landesbeauftragten für Informationsfreiheit. Wir möchten Veröffentlichungspflicht für Verträge, die von Land Bayern oder von Ministerien geschaffen werden. Der nächste Punkt war Transparenz auch in der Kommunalpolitik. Da ging es konkret um eine Änderung des entsprechenden Gesetzes und um das Bereitstellen von Sitzungen in der Kommunalpolitik, also Stadträte, Gemeinderäte und so weiter, dass man die streamt und aufzeichnet, sodass die Bürger das nachvollziehen können. Ja, ich glaube, zu Open Data muss ich jetzt nicht ganz so wahnsinnig viel sagen. Also das, wer sich erinnert, das war in Unterhaching, hatten wir zwei Anträge, die Bruno eingereicht hatte, die sich mit Open Data befasst haben. Ja, was ist eigentlich Open Data? Das ist doch nochmal formuliert, wir wollen halt öffentliche Daten befreien. Wir haben versucht, das auch ein bisschen weniger nerdsprechig zu machen, dass auch Leute das verstehen, die vielleicht nicht so fit sind in den ganzen Fachbegriffen, die wir kennen. Wir haben gesagt, okay, offene Daten sind überhaupt die Voraussetzung, dass gemeinschaftliche Entscheidungen getroffen werden. Und der letzte Punkt ist nochmal das Thema Commons, also Gemeingüter fördern. Ja, das sind eigentlich die wesentlichen Punkte hier. Wenn es noch Fragen dazu gibt, dann fragt mich bitte. Oder diskutiert. Vielen Dank für die Vorstellung, Spini. Gibt es zu diesem Antrag Redebedarf? Ja, also wer reden will zu diesem Antrag, wer bitte jetzt zum Contra oder zum Pro-Mikro gehen. Okay, es gibt einen GO-Antrag auf Meinungsbild, Wigborg gleich. GO-Antrag auf Meinungsbild, ich nehme an, das ist das Meinungsbild, wer würde diesem Antrag gerade zustimmen, sehe ich das richtig? Wer würde diesem Antrag zurzeit zustimmen? Wer wäre gegen diesen Antrag zurzeit? Ich teile dem Antragsteller mit, es ist ein sehr positives Bild. Bitte, Wigborg, dein Mikro. Ja, ich möchte kurz anfangen. Also jetzt hier in diesem Antrag wird natürlich sehr viel zusammengewürfelt, was man eigentlich getrennt behandeln müsste. Ja, auch das meine ich jetzt erstmal. Die Sache ist die, ich möchte jetzt erstmal auf Open Data hinkommen und auch daraus eine gewisse Gemeingüterschöpfung. Ich weiß nicht, ob es sinnvoll ist. Und wir hatten mal ein Positionspapier 009, da wurde diese Privatisierung oder die Private-Public-Partnership von Austausch von Daten, also Daten, die hoheitlich erhoben werden. Man darf ja nicht vergessen, staatlich erhobene Daten sind erstmal hoheitlich erhobene Daten. Ja, ob man die pauschal für jedermann im Sinne freier Software oder im Sinne freier freistellen sollte, das bedeutet, erfüllt das generell einen bestimmten Zweck? Sollte man jetzt einen bestimmten Zweck unterordnen oder einen Sinn? Ja, oder sollte man generell alle Daten, die öffentlich erhoben werden, frei zugänglich machen? Das ist genau die Frage. Nämlich bei diesem Antrag kann man interpretieren, dass alle hoheitlich erhobenen Daten, da sie ja, sag ich mal, Gemeingüter bilden können, letztendlich für jedermann zur Nutzung freigegeben werden müssen. Das halte ich halt nicht für besonders gut, ehrlich gesagt. Ich möchte, wenn solche Daten freigestellt werden im Sinne von Open Data, sollte dieser Datensatz oder sollten diese Daten einen bestimmten Zweck verfolgen, einen bestimmten Sinn haben. Aber ich kann nicht einfach, es wurden zum Beispiel Geodaten angesprochen, dass ich jetzt, sage ich mal, alle Geodaten, die verfügbar sind, letztendlich einfach mal so frei zur Verfügung stelle. Am besten noch mit entsprechenden, sag ich mal, Eigentumsverhältnissen etc. Also ich halte das eigentlich für eine sehr schlechte Sache, weil natürlich dadurch auch, sag ich mal, personenbezogene Daten, die jetzt vom Bezug befreit worden sind, aber trotzdem personenbezogen sind, letztendlich für jedermann auswertbar werden. Also das bedeutet natürlich, wer kann sowas auswerten, das sind sicherlich erstmal große Verwerter, die sich diese Datenlöcke dann schnappen werden. Und das sollte man durchaus auch bedenken. Also deshalb eine Private-Public-Partnership, auch im Hinblick dafür, dass es für jedermann nutzbar ist, halte ich für kritisch, wenn und sollte ich damit mit diesen öffentlichen Daten einen bestimmten Zweck verfolgen, wie zum Beispiel bei diesen Sitzungsprotokollen. Bei den Sitzungsprotokollen, um jetzt diesen Bogen zu spannen, halte ich es halt auch für wesentlich, dass auch die Sitzungen sich dem beschließen sollten. Wir beschließen ja auch jedes Mal, ob die Presse zugelassen wird. Und das jetzt von oben herab zu diktieren, ich weiß nicht, ob das so sinnvoll ist, sondern man muss da entsprechend diese Möglichkeiten auch den Leuten da vor Ort entsprechend lassen, eben nicht öffentlich zu verhandeln. Und das auch nicht vorzugeben, wann das stattzufinden hat, wann nicht. Weil sonst verlagert man sowieso die gesamten Gespräche einfach nur aus dem Übertragungsraum heraus und das war es dann. Also ich denke, man sollte auch nicht alles versuchen überzuregulieren und eben wie gesagt, offene Daten bedeutet nicht immer, dass das gut ist. Danke. Gut, dann kommen wir jetzt zum Pro-Mikro. Ja, ich wollte nur kurz was anmerken. Bei den Programmanträgen, die Spinni da eingereicht hat und die ich angereicht habe, das sind beschlossene Positionspapiere. Ausnahmslos unsere beschlossenen Positionspapiere. Wir haben die gekürzt, zusammengefasst. Genau das, was diese SG-Programm machen sollte. Das heißt, alles, was da drin steht, sollte schon mal von einem Landesparteitag beschlossen worden sein. Zwar mit einfacher Mehrheit, aber es wurde von uns beschlossen. So, wir saßen zu dritt bis fünft Nächte lang da und haben das zusammengefasst und waren die Einzigen, die sich diese Arbeit gemacht haben. Und so doof das jetzt vielleicht klingt, aber die Anträge sind alternativlos. Das ist Tina, there is no alternative. Wenn ihr einen der Anträge, ich möchte es nur sagen, ablehnt, dann haben wir eben dieses Teil gar nicht im Wahlprogramm, weil wir die Einzigen sind, die daran gearbeitet haben und wir hätten uns echt mehr Hilfe gewünscht. Wir haben auch darum gebeten, aber es kam nicht. Vielleicht wollte ich nur mal so, also ich wollte euch nur mal ins Gewissen reden. Hat er schon? Okay, danke schön. Dann hat jetzt das Schlusswort die Antragslehrer. Okay, ich hatte eigentlich gehofft, dass Ben vielleicht noch kurz inhaltlich drauf eingeht, aber okay. Also Open Data, gerade der Punkt, hoheitliche Daten, die nicht personenbezogen sind im Übrigen, das steht auch klar im Antrag so drin, steht im Antrag so drin, dass es um diese geht. Und mal ganz ehrlich, also ich denke, Open Data ist immer schon eine unserer Kernforderungen gewesen und natürlich brauchen wir das auch auf Landesebene. Und dadurch bitte ich euch, diesem Antrag zuzustimmen im Namen aller, die an den Positionspapieren damals gearbeitet haben, aus denen jetzt dieser Wahlprogrammantrag formuliert wurde. Gut, vielen Dank. Dann kommen wir jetzt zur Abstimmung. Ich möchte auch hier nochmal sagen, wir stimmen heute das Wahlprogramm ab. Das heißt, auch für diese Anträge benötigen wir am Landesparteitag eine Zweidrittelmehrheit. So, wer für diesen Antrag ist, der stimmt bitte jetzt ab. Wer gegen diesen Antrag ist, stimmt bitte jetzt ab. Der Antrag ist damit angenommen. So, der nächste Antrag, oder wir haben jetzt mehrere Anträge, nämlich zwei, die sind konkurrierend. Wir haben den Gesamtantrag Bildung WP 003 und den Gesamtantrag Bildung Schwerpunkt Schule WP 008. Die Antragsteller, sofern hier, bitte auf die Bühne. Ich bin acht. Du bist acht. Drei ist nicht da. Drei ist nicht da. Ein Augenblick kurz. Ist jemand da, der für die drei den Antrag vorstellen will, der WP 003 machen? Wird ansonsten auch von ihm durchgeführt. Okay, gut. Okay, es geht ums Wahlprogramm. Wir haben uns von der FG Bildung mit den Positionspapieren zum Schwerpunkt Schule beschäftigt. WP 03 ist bei uns also auch mit dabei, bis auf zwei Punkte, die jetzt nicht zur Schule gehören. Das ist einmal die Hochschulpolitik des Moduls und dann noch die, was war es, Gesamtschule? Ein Punkt ist, im Prinzip haben wir eben bei FG Bildung auch versucht, die ganzen Positionspapiere, die wir hatten und das, was wir schon am letzten Parteitag als Wahlprogramm verabschiedet haben, da haben wir nämlich schon was, zusammenzunehmen und einen Guss draus zu machen. Und der Dreier, das ist im Prinzip die Positionspapiere, die wir verabschiedet haben, mehr oder weniger eine Sicherheitseinreichung, würde ich sagen, gewesen. Und wir haben eigentlich diese Positionen, die da drin sind, auch übernommen. Allerdings, zumindest mal ein Modul ist da jetzt in der Dreiervariante eine Überarbeitung, wo wir jetzt bei der Alternativen im Neuner nur das Original haben. Aber im Großen und Ganzen ist es eigentlich drin, bis eben die Hochschulfinanzierung, die eindeutig in dem Hochschulpolitikantrag, der danach kommt, eigentlich behandelt werden sein sollte, weil da hatten wir eben sortiert und gesagt, okay, der eine Antrag, den wir jetzt machen, FG-Bildung beschäftigt sich erstmal nur mit Schule und die Hochschulpolitik wurde eben getrennt behandelt. Ganz kurz was? Wir haben das Ganze modular gemacht, nicht als Gesamtantrag, weil einfach hier von den Positionspapieren ähnliche Texte zum gleichen Punkt waren. Das heißt, wir müssen uns da entscheiden, was wir jetzt nehmen. Nehmen wir das, was jetzt schon im Wahlprogramm verabschiedet war beim letzten Mal oder ersetzen wir es durch eine zusammengefasste oder formal korrigierte Version. Deswegen ist es leider modular oder Gott sei Dank, denn ihr könnt praktisch jetzt hier mitbestimmen, wie das genau ausschauen soll und ihr könnt dann auch zu jedem Modul kurz was sagen, anstatt jetzt den ganzen Antrag hier thematisch durchzusprechen. Ich denke, das ist sinnvoller, wenn das okay ist. Genau. Ihr habt nämlich auch, das steht nämlich in dem Text, man muss es sich wirklich komplett durchlesen an der ganzen Geschichte, weil wir haben nämlich wirklich 1 zu 1 Übernahmen vom verabschiedeten Wahlprogramm-Module. Die sind eben, wir können sagen, das ist unverändert. Wir haben eben die Positionspapiere, die eingearbeitet sind, zum Teil dann aber nochmal in überarbeitende Variante. Das heißt, da gibt es eben Alternativen. Und wir haben Punkt 3 noch die Sache, dass wir gesagt haben, okay, wir haben hier Lücken, da haben wir noch kein Positionspapier dazu und da wollten wir aber trotzdem noch die Gelegenheit hier nutzen, um diese Lücken, also diese programmatischen Lücken zu schließen. Und das heißt, das sind Module, die komplett neu sind, die sind noch gar nicht abgestimmt. Dadurch wäre es absolut, von uns aus gesehen, nicht verantwortbar, das Ding an einem Block zu machen. Und deshalb ist dieser Antrag modular gestaltet. Und das Geschickte ist es wirklich, von oben nach unten durchzugehen, Modul zu Modul durchzugehen und abzustimmen. Dann geht es auch recht schnell durch, weil die Einzelteile sind nicht besonders groß. Und ich denke, die Zeit haben wir hier auf dem Parteitag auf jeden Fall. Und Bildung ist ja eigentlich hier im Landtagswahlkampf zentrales Thema, zentrales Thema auch in der Umfrage gewesen. Und ich denke, soweit können wir uns und sollten wir uns diese Zeit auch nehmen, das zu diskutieren. Also ich versuche das nochmal zusammenzufassen. Es gibt einerseits vom PINI den Antrag 003. Dieser Antrag ist nicht modular abzustimmen, weil das nicht im Antrag drinsteht. Das heißt, der wird als Ganzes abgestimmt. Der Antrag 008 hat eben eine modulare Abstimmungsverfahren drin. Das heißt, dort wird, so wie ich das interpretiere, erst einmal abgestimmt, ob der als Gesamtes angenommen wird. Und danach... Der wird automatisch modular. Der wird automatisch modular. Okay. Das heißt, wir haben jetzt zu diesen beiden Anträgen, wobei vom Antrag WP 003 der Antragsteller nicht da ist, die Aussprache. Wer möchte zu diesen Antragen WP 003 etwas sagen als Ganzes? Ich habe eine Verständnisfrage und eine Bitte. Könntet ihr, wenn ihr eure Module nachher vorstellt, bitte bei jedem Modul sagen, in welcher Form sich dieses Modul sowohl inhaltlich als auch sprachlich von dem bereits beschlossenen Positionspapieren unterscheidet, beziehungsweise von dem Antrag von PINI unterscheidet, weil ich habe den Eindruck, dass der Antrag von PINI relativ eins zu eins das wiedergibt, was in den Positionspapieren bis jetzt beschlossen wurde, während bei euch zumindest sprachliche Änderungen drin sind. Das berichtet jetzt natürlich die leider abgelehnte Satzungsänderung auch ein bisschen, anders hätte man das einfach glatt bügeln können. Aber bitte geht darauf ein, was sich da tatsächlich unterscheidet. Okay. Dann gibt es zu WP 03 weitere Aussprache. Ich würde zu dem WP 08 schlicht und einfach eine Aussprache zu den einzelnen Modulpunkten machen, weil das dann auch sinnvoll ist. Gibt es also zum Gesamtantrag WP 03 noch weitere Aussprachenbedarf? Das sehe ich, ist nicht der Fall. Dann kommen wir jetzt, da die konkurrierend sind, zur Aussprache von WP 08 von den einzelnen Modulen. Bitte stellt doch mal das erste Modul vor. Okay. Willst du machen? Ich würde noch einen Punkt zur Struktur gesamt dazu sagen, weil dieser Antrag ist in gewisser Weise auch schon ein Änderungsantrag eben auf das bestehende Wahlprogramm. Das ist auch das, was oben ganz in den Einleitungen drin steht. Und von der Struktur her lehnt er sich eben an, an das bestehende, schon verabschiedete Wahlprogramm zur Bildung, ergänzt das eben um ein paar Überschriften und um einzelne Module. Und da sind auch die Module von PINI, soweit wie eben gesagt, drin. Und das können wir jetzt Stück für Stück durchgehen und dazu übergebe ich wieder an Hilmar. Okay. Los geht es mit Bildung Präambel, also Modul 1a oder 1b ist hier entsprechend zu wählen. Modul 1a war, glaube ich, unser Wahlprogramm, das wir letztes Mal verabschiedet haben. Wir haben es nur kleine formale Korrekturen gemacht, also Kommasetzungen, also inhaltlich nichts. 1b ist entstanden aus dem Positionspapier von PINI, eben ein bisschen zusammengekürzt. Und wie es halt auch beim ESG-Programm vorgeschlagen war, die Positionspapiere sollten ja auch eine entsprechende Länge gekürzt werden. Das heißt, wir müssen jetzt abstimmen, was wir als Präambel in der Bildungspolitik drinstehen haben wollen. Okay. Wir haben jetzt hier formal technisch ein wenig eine Krux, weil wir ja konkurrierend haben. Das heißt, wir müssen nachher konkurrierend abstimmen. Das heißt, Sie müssen die Vorstellung eigentlich von allen Modulen jetzt machen, bevor wir abstimmen. So sehe ich das, weil wir nachher nämlich schlicht und einfach... Nein? Okay, Boris? Okay. Gut. Dann will ich da gerne, ob ich das sagen werde. Nee. Auch mal nachher zum Mut. Wirklich? Aber jetzt erstmal welchen wir abstimmen. Ja gut, wenn die Abstimmung so läuft, würde ich aber klatschen, was dann für WP-03 und WP-A. Okay. Der Boris hat mich jetzt gerade darauf hingewiesen, dass es klüger ist, wenn wir zuerst einmal sagen, stimmen wir über WP-03 insgesamt ab oder stimmen wir über WP-08 modular ab. Aber da wollte ganz kurz die Antragsteller von WP-08 und WP-03 noch mal kurz auf die Unterschiede der beiden Einträge eingehen. Ganz kurz. Und dann machen wir die Abstimmung da. Wenn wir WP-03 komplett abstimmen, wird es so sein, dass zum Beispiel bei manchen Punkten schon im Wahlprogramm was drinsteht. Wir jetzt aber zum Beispiel noch eine Präambel reinfügen. Und dann steht die Präambel doppelt drin. Also was wir jetzt als Modul 1a und 1b jetzt nur als Beispiel haben, würde praktisch komplett hintereinander stehen. Also Bildungspolitik wird erklärt, was das ist. Und danach kommt nochmal, was Bildungspolitik ist. Fände ich jetzt etwas seltsam, weil wir können es ja aufgrund unserer Satzungsänderung nicht gemachten Satzungsänderungen nicht mehr ändern. Wenn wir bei WP-03 jetzt abstimmen, wird WP-08 gar nicht abgestimmt. Dann wäre es also, okay, gut, dann kommen wir jetzt also erstmal, ja? Also ich habe nochmal eine Verständnisfrage. Wie verhält sich das also in beiden Fällen zu dem, was wir schon im Wahlprogramm drin haben? Wird da etwas ersetzt? Wird das hinzugefügt? Also bei WP-03 steht nichts zum Ersetzen drin. Das war auch mal die Kritik, die im Liquid oder Pirate Feedback drin stand. WP-08 hat also alle Positionspapiere genommen und dann gibt es eben zum Beispiel Präambel ist schon verabschiedet letztes Mal gewesen. Und jetzt gibt es halt vom PINI nochmal einen neuen Text zur Präambel. Und dann haben wir gesagt, jetzt müssen wir uns natürlich entscheiden und wir konnten uns jetzt nicht so klar entscheiden, weil ja eigentlich beides verabschiedet wurde. Deswegen möchten wir halt, dass hier jetzt dann die Zuhörer entscheiden. Also sehe ich das richtig, dass wenn wir WP-08 bis zum Ende durchgestimmt haben, dass dann alles, was wir aus dem jetzigen Wahlprogramm haben, entweder wieder drin haben oder gestrichen haben? Exakt, weil da ist nämlich auf die Basis von diesem Antrag ist das bestehende Wahlprogramm. Das ist bei WP-03 nicht der Fall. Das sind zwei komplett parallele Dinge, die dann so parallel nebeneinander stehen würden. Okay. Gibt es dazu noch weitere Fragen? Wenn nicht, dann kommen wir jetzt zur Abstimmung. Wer ist da, welchen Antrag wir endgültig bearbeiten? Wer ist dafür, dass wir jetzt uns dem WP-03, das ist der von PINI, widmen, der hebt jetzt bitte seine grüne Karte. Wer dafür ist, den Antrag WP-08 zu bearbeiten, der hebt bitte jetzt seine Karte. Okay, damit wird WP-08 bearbeitet. Und wir kommen zur Besprechung des ersten Moduls. Bitte schön. Also nochmal, Bildung Präambel stand schon im Wahlprogramm drin. Modul 1a war das schon in Unterhaching verabschiedete Wahlprogramm. 1b ist also aus dem Positionspapier entstanden, das in Unterhaching verabschiedet wurde, wurde sprachlich entsprechend eben und formal korrigiert bzw. etwas gekürzt, damit es nicht zu lang ist. Ja, wenn es Fragen gibt, kommen bitte nach vorne oder pro und kontra. Okay, bitte. Also wir haben ja zwei Anträge, wer ist pro, wer ist kontra. Wir haben zwei Module, die werden gegeneinander abgestimmt. Ja, im Endeffekt, du bist der einzige Redner, also sag, was du sagen willst. Genau, also ich würde mich für die jetzige Formulierung für Modul 1a aussprechen, aus dem Grund, in 1b ist in extrem zusammengefasster Form zwei Gedanken drin, die sehr komische Früchte tragen können. Zum einen eben das ohne übermäßigen Leistungsdruck, was ohne Konkretisierung eigentlich alles Mögliche bedeuten kann, einschließlich irgendwelche Ideen, Noten abschaffen und so weiter. Das zweite ist grundsätzlich, also der letzte Satz, selbstbestimmt zu bilden und zu entwickeln, ist auch so das klassische Sprungbrett für die ganzen Schulpflichtabschaffungsfans. Das heißt, ich würde beides definitiv nicht in der Präambel sehen, sondern wenn wir auf die Themen eingehen, dann bitte im Detail eingehen und in der Präambel ist das, was da momentan steht, bestens aufgehoben. Also bitte 1a. Dankeschön. Ben? Ich möchte für 1b votieren und zwar aus relativ einfachen Gründen, er hält sich an den Styleguide. Und das ist schon mal was wert. Dankeschön. Gibt es weitere Redebeiträge? Dann kommen wir jetzt zur Abstimmung darüber, über welche Präambel wir abstimmen. Wer ist dafür, das Modul 1a abzustimmen? Das war das, für das sich Boris ausgesprochen hat. Wer ist dafür, das Modul 1b abzustimmen? Okay, macht es mir nicht einfach. Nochmal bitte, Modul 1a. Oben halten bitte ich Sie einmal durch. 1, 2. Dankeschön. 1b. Okay, damit stimmen wir Modul 1a ab mit 28 zu 19 Stimmen. Wer ist dafür, dass Modul 1a ins Wahlprogramm übernommen wird? Hier brauchen wir eine Zweidrittelmehrheit. Wer ist dagegen? Damit ist die Präambel festgesetzt. Wir kommen zum nächsten Modul. Dankeschön. Ich hoffe, wir kommen da entsprechend zügig durch. Wir kommen zum Modul 2, beziehungsweise 2a und 2b. Hier freie Bildung und so weiter steht so schon im Wahlprogramm drin. Das ist also eigentlich schon verabschiedet beim letzten Landesparteitag. Und es geht jetzt hier um 2a und zwar den Themenpunkt offene Bildungsressourcen. Das sind also hier wieder zwei Anträge. Wir hatten schon mal offene Bildungsressourcen verabschiedet. Ich glaube sogar noch vor dem letzten Landesparteitag. Und haben jetzt dann beim letzten nochmal ein Thema im Personsationspapier von PINETRIN, wo offene Bildungsressourcen drinsteht. Inhaltlich ähnlich. Wir haben hier unten noch eben bei 2b noch was dazu geführt. Am besten würde ich vorschlagen, ihr lest es euch mal durch. Gibt es Aussprache dazu? Es geht um Modul 2 in A und in B. Ich lese es ja gerade durch. Hebt doch einfach mal, wenn ihr fertig mit Lesen seid, die Karte. Dann weiß ich, ob ihr einfach nur unbeteiligt da sitzt oder ob ihr gerade noch am Lesen seid. Okay, wir haben zumindest mal einen Redebeitrag dazu. Bitteschön, Umrad. Ich wiederhole nochmal meine Bitte von vorhin. Könnt ihr bitte kurz zusammenfassen, was der Unterschied zwischen den beiden Anträgen ist? Weil ich sehe aus der sprachlichen Formulierung inhaltlich keinen Unterschied zwischen diesen beiden. Ja, ist auch inhaltlich keinen Unterschied. Also 2a wurde schon im Wahlprogramm verabschiedet, steht auch so drin. Und 2b, wir hatten ein Positionspapier, da ging es eben um die offenen Bildungsressourcen. Die wurden nochmal extra verabschiedet und zwar vor zwei Parteitagen. Wir haben also die beiden kombiniert. Man könnte also jetzt folgendes auch machen, nur 2a verabschieden, weil da die Überschrift drin steht. Und 2b wäre praktisch noch als Ergänzung. Wir haben es halt als Positionspapier verabschiedet. Man muss jetzt 2b nicht unbedingt noch mit reinfügen. Es steht in 2a drin, du hast recht. Ich habe gesagt, inhaltlich sind sie gleich. Es sind nicht konkurrierende Module, sondern du sagst entweder 2a und 2b oder nur 2a. Das wäre praktisch hier die Entscheidung. Und wenn ich richtig sehe, war die sprachliche Ergänzung in 2a das Ausformulieren, was OER heißt. Einfach nur diese Abschützung zu erklären. Ja, das war die sprachliche Ergänzung. Ja, okay. Ich bin da mal zuständig. So, wer ist jetzt dafür? Also es ist ergänzend. Also 2a oder? 2a und 2b. Man kann beide auch annehmen. Das heißt, wir stimmen jetzt über das Modul 2a an. Mit zwei Drittelmehrheit ist notwendig. Wer ist dafür, dass wir das Modul 2a annehmen? Mit erhebt bitte jetzt seine Karte. Wer ist dagegen? Das Modul 2a ist angenommen. Wer ist dafür, dass Modul 2b anzunehmen? Wer ist dagegen? Auch dieses Modul ist angenommen. Dann kommen wir zum Modul 3. Gut. Vielen Dank. Liebesens langes Lernen, das steht schon so im Wahlprogramm drin. Das ist also nicht abzustimmen. Los geht es erst bei Modul 3a. Und zwar frühkindliche Bildung. Entschuldigung. Eigentlich kurz bei Modul 3b, weil bei 3a ist dann unverändert. Was heißt, das haben wir 1 zu 1 aus dem Wahlprogramm. Und 3b, wenn ihr seht, ist nichts dabei angemerkt. Das heißt, dieses Modul ist neu. Das heißt, das haben wir noch nicht einmal als Positionspapier abgestimmt. Das müssen wir also eigentlich eindeutig diskutieren. Okay. Dann stelle ich 3b mal vor. Und das gleiche gilt dann auch noch. Die Schulpflicht ist auch neu. Genau. Es war Schulpflicht 3c. Steht nichts dabei. Auch dieses Modul ist neu. Sollten wir also diskutieren. Okay. Dann stelle ich mal 3b erstmal vor. Also 3a ist unverändert. 3b, schullaufbaren Beratung. Haben wir in der Diskussion in der FG Bildung uns Folgendes überlegt. Das kennen vielleicht auch welche aus ihrem Schulalltag. Das ganz oft eben die Leute, die einen unterrichten, eben auch beurteilen. Und dann kann es sein, dass da irgendwelche Einflüsse mit reinspielen, die die Beurteilung beeinflussen. Ein Beispiel. Ich bin an einer Schule, die eine angeschlossene Mittelschule hat, sprich früher Hauptschule. Und diese Mittelschule soll nicht untergehen, weil sie zu wenig Schüler hat. Dann kann es sein, dass Klassen, die eigentlich sehr gut arbeiten, hier auch Kinder plötzlich haben, die nicht fürs Gymnasium geeignet sind und dann entsprechende Noten erhalten. Und deswegen haben wir uns überlegt, auch in dem Zusammenhang, dass wir hier Änderungen am Schulsystem haben wollen, dass vielleicht eine externe, wie das dann ausschaut, ist nicht ausgeführt. Das müssen dann entsprechende Leute machen, die eben die Kompetenz haben hier. Eine externe pädagogische Beratung machen. Das heißt, es kommt halt jemand dann ins Haus zum Beispiel, also ins Schulhaus, schaut sich den Schüler an, sagt ihm, wo sind seine Vorzüge, wo sind seine Nachteile, wo können der arbeiten, welche Richtung soll der gehen. Da geht es auch gar nicht darum, dann irgendeine Schulart zu wählen, sondern vielleicht auch zu sagen, okay, ihr Kind ist eher sprachlich begabt. Das können manche Lehrer eben dann besser sehen, wenn sie nicht im Unterricht drin sitzen, sondern wenn einfach eine externe hier Schullaufbahnberatung stattfindet. Turnusmäßig heißt das, kann immer wieder geschehen, denn die Kinder entwickeln sich weiter, das wissen wir alle. Und wenn dann jemand eben dann schon zwei, drei, vier Jahre in der Schule ist, kann eben hier sein, dass dieses Kind vielleicht für eine andere Schullaufbahn oder für einen anderen Kurs auch dann geeignet ist. Erstmal 3b. Machen wir das 3b. Machen wir das 3b. Gibt es zu diesem Modul Anmerkungen oder Fragen, sowohl dagegen als auch dafür? Dann bitte jetzt zu den Mikros. Ja. Ja, bitte. Wir haben ja, glaube ich, beschlossen, dass wir uns so in Richtung Einheitsschule bewegen. Und jetzt wollen wir hier ein Modul einbauen, was irgendwie diese unterschiedlichen Schularten manifestiert und so ein bisschen aufrechterhält. So verstehe ich das zumindest. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt, wenn ich externe Berater höre, dann kriege ich ganz massive Probleme. Wenn ich da an die Geschichte mit der OECD, mit dem Stiftung Bildungspakt denke, da möchte ich ganz massiv dagegen arbeiten. Also ich würde empfehlen, den 3b nicht anzunehmen. Okay, Dankeschön. Gibt es weitere Redebeiträge? Keine? Okay. Also es geht hier nicht darum, also Schullaufbahnberatung heißt nicht, die Schule zu wählen, sondern auch für das Kind zu sagen, wir machen ja später, oder es steht zumindest eine Einheitsschule bei uns drin, dass man ja auch da Kurse wählen muss und sagen muss, also wo sind meine Schwerpunkte. Und wenn ich jetzt hier einen Schüler habe und er hat jetzt einen Kurs überhaupt nicht, was weiß ich, er hat jetzt meinetwegen Physik nicht gewählt, hat sich nicht interessiert, aber wir haben eine externe Beratung, die eben sagt, okay, dieser Schüler ist eben dann entsprechend gut in der Physik, dann könnte er das auch wählen und soll sich vielleicht mal überlegen, diese Kurse anzuschauen. Und das kann ein Lehrer, der eben nicht dieses Fach hat oder das unterstützt, eben nicht mehr machen. Gut, Dankeschön. Theoretisch ist eigentlich, ah, es gibt einen Geohrenhalt, Entschuldigung. Wir haben vorhin abgestimmt ursprünglich, dass wenn keine Frage gestellt wird, der Antragsteller. Das war das Schlusswort wegen dem Antrag. Das war es. Direkt nach der Abstimmung hat der Antragsteller noch mal die Möglichkeit zu sprechen. Das war in dem Fall der Fall. So, wir kommen deswegen auch jetzt natürlich direkt zur Abstimmung. Wer ist dafür, das Modul 3a, 3b, Entschuldigung, 3b anzunehmen, der hebt bitte jetzt seine Karte. Dankeschön, 3a müssen wir gleich danach machen. Wer ist dafür, das 3a, wer ist gegen dieses Modul, der hebt bitte jetzt die Karte. Wer ist dafür, bitte noch mal hoch. Flo? Gegenprobe? Die roten bitte noch mal. Flo? 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 Okay, die Zweidrittelmehrheit wurde knapp erreicht. Okay, damit ist der Antrag angenommen. Wir kommen jetzt aber noch kurz, ich wollte die Abstimmung direkt nach der Aussprache machen. Wir haben noch das Modul 3a, das ist bereits beschlossen worden, so wie es da war, als Positionspapier. Wer ist dafür, das Modul 3a anzunehmen, der hebt bitte jetzt seine Karte. Wer ist dagegen, der hebt bitte jetzt seine Karte. Damit ist das Modul 3a auch angenommen. Dann kommen wir jetzt zur Vorstellung von Modul 3c. Bitte kurz. Gut. Schulpflicht ist immer wieder ein Thema. Wir haben jetzt das reingenommen, um zu sagen, wir sind für die Schulpflicht. Nicht unter diesem Druck, dass die Kinder dann in die Schule gekarrt werden, sondern dass einfach hier die Möglichkeit besteht, irgendwelche Sachen, wo man weiß, das ist Homeschooling oder irgend sowas, ein bisschen in Grenzen zu weisen. Das ist jetzt hier ein Antrag, der wurde einfach in der FG-Bildung als möglicher Antrag eingereicht. Und wir wollen einfach jetzt hier sehen, ob das auch eure Meinung ist und wir den übernehmen wollen sollen. Gibt es zu diesem Antrag Redebedarf? Dann kommt bitte jetzt zu den Mikros. Ja, bitte. Also ich empfehle sehr, das Modul 3c anzunehmen, weil wir werden also auch auf Bundesebene in vielen Ländern regelmäßig einfach torpediert von Leuten, die ihre Homeschooling oder Unschooling-Ideen pushen möchten. Und damit hätten wir mit diesem Antrag ein klares Zeichen gesetzt, dass wir das nicht wollen. Wir können intern das da und auch weiter arbeiten und uns überlegen, wie man die Schulpflicht vielleicht ändern und reformieren könnte. Das macht durchaus Sinn, aber diese grundsätzliche Bekenntnis zur Schulpflicht, die wird schon einigen Spinner draußen halten und allein deswegen lohnt es sich, den Antrag anzunehmen. Okay. Gut, es gibt kein Schlusswort dazu. Dann kommen wir zur Abstimmung von diesem Modul. Wer ist dafür, diesen Antrag anzunehmen? Der hebt bitte jetzt seine Karte. Wer ist dagegen? Damit ist der Antrag angenommen. Dann kommen wir zum Modul 4a. Zum Thema Formalia, das sage ich immer mal ein paar Worte dazu. Also 4 ist jetzt im Prinzip unsere längste Geschichte. Wenn man sieht, hier geht es durch bis eben 4ghij. Also da haben wir jetzt ein bisschen was vor. Und auch wir haben hier zwei Situationen, nämlich bei C und bei I, wo wir mehrere Varianten haben. Das heißt, da haben wir tatsächlich Alternativen drin. Die Alternativen sind typischerweise entstanden, indem wir einerseits was haben auf der FG-Bildung und andererseits eben gekürzte Formulierungen hauptsächlich, aber auch ein bisschen inhaltlich zum Teil geändert. Deshalb müssen wir es wirklich neu abstimmen. Und die anderen, also mindestens ein Modul ist dann auch immer das Original aus dem Positionspapier. Okay, interviewer des Lernen, wie schon gesagt, ein langer Block, aber das schaffen wir auch. Los geht es mit 4a. Das ist keine Änderung zum Wahlprogramm, was wir letztes Mal schon verabschiedet haben. Okay, gibt es zum Punkt Modul 4a, dass keine Änderung zum Beschlossenen Positionspapier hat, einen Redebedarf? Das sehe ich, ist nicht der Fall. Wer ist dafür, dieses Modul anzunehmen? Der hebt bitte jetzt seine Karte. Wer ist dagegen? Hebt bitte jetzt seine Karte. Das Modul ist angenommen, dann kommen wir zum 4b. Okay, 4b, Entschuldigung. Geht es hier ums Landtempo. Also, das kommt in einigen Positionspapieren vor. Wir haben das hier zusammengefasst. Also, wir wollen ja die individuelle Förderung. Individuelle Förderung heißt auch individuelles Lerntempo. Das wird hier entsprechend unterstützt. Und zwar nicht nur für die Unterforderten, sondern auch für die Überforderten, Schüler. Das heißt, dass beide hier entsprechend eine Förderung bekommen können, eben mit den fast für sie angemessenen Aufgaben und Sachen, die sie bewältstellen können. Hier noch ein Beispiel. Unterschiedliche Bildungsweglängen könnten hier auch dann drin sein. Also, wenn wir Einheitsschule haben, ist das so und so überall gleich. Die Einheitsschule war aber nur als langfristiges Ziel. Also, wäre hier auch die Möglichkeit, verschiedene lange Schulwege zum gleichen Bildungsziel, was vielen Kindern entgegenkommt. Dankeschön. Gibt es dazu Redebedarf? Keinen? Okay, dann kommen wir zur Abstimmung. Wer ist dafür, diesen Antrag anzunehmen? Wer ist dagegen? Auch der Antrag ist angenommen. Dann kommen wir zu 4c. Gut, 4c, da geht es dann um das Schulsystem. Wir haben hier die Überschrift eingeführt, weil sie bis jetzt noch nicht im Wahlprogramm drin war. Einen Moment, ich muss nochmal kurz schauen. Ja, wir gehen hier besonders darauf ein, was jetzt hier die Kultusministerkonferenz gemacht hat. Zum Beispiel im Gymnasium hier diese Auswahl von Schwerpunkten rauszunehmen, komplett aus dem Text. Also, auch wie es bei uns in Bayern der Fall ist, dass es eben jetzt keine Leistungskurse mehr im Gymnasium gibt und jeder Mathe- und Deutschleistungskurse machen muss. Das heißt, wir gehen hier einfach mal auch kurz mehr oder weniger die Bildungspolitik der Bayerischen Landesregierung an. Sehr sanft. Und das können wir dann im Wahlkampf stärker machen. Darum geht es eigentlich. Nur nochmal kurz erklärt, was im Schulsystem hier auch stattfinden muss. Individuelle Neigungen, Befähigungen müssen sich dann auch in einem Kurssystem deutlich machen, was auch in der Einheitsschule der Fall wäre. Gut, gibt es hierzu Redebedarf? Auch nicht. Okay. Dann kommen wir auch hier zur Abstimmung. Bitte, wer für diesen Antrag ist, die Karte in die Höhe. Wer gegen diesen Antrag ist, die Karte jetzt in die Höhe. Damit ist auch dieser Antrag angenommen. 4D, bitte. Cool. Na, einer war dagegen. Ja, das Schulsystem haben wir bis jetzt in den Positionspapieren immer nur die Sekundarstufe gehört. Deswegen haben wir uns überlegt, dass wir auch noch ganz kurz die Primarstufe einführen, also vor den weiterführenden Schulen, wie auch immer die dann später aussehen mag. Und gehen hier einfach nur darauf ein, dass hier zusätzliche Kurse vielleicht erforderlich sind für Kinder, die eben hier schon die Benachteiligung haben. Besonders Kinder mit Migrantenhintergrund haben bei uns jetzt immer noch die Möglichkeit oder zu wenig Möglichkeiten, hier die deutsche Sprache zu erlernen. Und diese Diskrepanz auszugleichen steht als Beispiel, denn es gibt natürlich noch andere Möglichkeiten, wie kleinere Klassen und so weiter. Ja, und hier sollen einfach die Schüler entsprechend gefordert werden, dass sie ein möglichst hohes Bildungsniveau am Schluss erreichen. Gut, dann kommen wir jetzt zur Abstimmung von 4D. Wer ist dafür, den Antrag anzunehmen? Der hebt bitte jetzt seine Karte. Okay, wer ist dagegen? Okay, gut, der Antrag ist angenommen. Dann ist Antrag 4D angenommen. Wir kommen jetzt zu Antrag 4E. Bitte schön. Dazu noch mal eine formale Anmerkung. 4E, man sieht es, die sind noch mal unter Nummern in den Modulen. Da ist also noch mal Komplexität drin. Die kommt dadurch zustande, dass 4E1.1 und 4E1.2 sind jeweils Module aus Pinisantrag, aus dem Positionspapier. Das heißt, die sind beide als Positionspapier verabschiedet. 4E2 ist hingegen eine Alternative, das das Ganze zusammenfasst. Und auch, wie gesagt, ein bisschen verkürzt. Und die wesentlichen Ideen sollten aber eigentlich drin geblieben sein. Das, denke ich, hatten wir schon mit dabei. Und von daher sind hier also 4E1.1 und 4E1.2 zusammen konkurrierend zu 4E2. Bei Annahme von 4E1er-Block müssten wir dann noch mal getrennt über 1.1 und 1.2 abstimmen. Soviel zum Formalen. Innerlich hat ja auch schon alles gesagt. Weiter geht's. Okay. Gibt es Fragen zu Modul 4E Block 1 und Modul 4E Block 2? Gibt es nicht? Dann kommen wir zur Abstimmung. Wer ist dafür über... Jetzt kommen wir erst zur Abstimmung, was abgestimmt wird. Wer ist dafür, dass wir jetzt über Modul 4E1 abstimmen? Der hebt bitte jetzt seine Karte. Ja, ja. Den gesamten Block 4E1. Genau. Wer ist dafür, dass wir über den abstimmen? Okay. Wer ist dafür, dass wir über 4E2 abstimmen? Damit stimmen wir über Block 4.2 ab. Das ist eine einzelne Abstimmung. Da gibt es keine weiteren Untermodule. Wer ist dafür, Block 4E2 anzunehmen? Der hebt bitte jetzt seine Karte. Wer ist dagegen? Der hebt bitte jetzt seine Karte. Damit ist 4E2 angenommen. Gut. Wir haben noch 4F eingefügt, weil das nicht so in den Positionspapieren vorkam. Und zwar sind wir ja als Piratenpartei angetreten, dass die Bevölkerung praktisch mitmachen soll. Sowohl in der Politik, auch in Entscheidungen. Und wir wollen es nicht so machen wie andere Parteien, die sagen, pass auf, wir kennen das beste Schulsystem, viel Spaß frisst oder stirbt. Wir wollen also hier die Erweiterungsschulsysteme nur mit dem entsprechend starken gesellschaftlichen Konsens bewerkstelligen. Vielleicht auch eben dann vor Ort die Leute fragen, die betroffen sind, ob man jetzt hier eine Umstellung macht oder nicht. Und eine Strukturreform soll hier eben nur dann auch gemacht werden, wenn die entsprechende gesellschaftliche Unterstützung da ist und nicht gegen die Leute, die es dann auch nutzen müssen. Gibt es hierzu Redebedarf? Sehe ich auch hier keinen. Dann kommen wir zur Abstimmung von Modul 4F. Wer ist für Modul 4F? Hebt bitte jetzt seine Karte. Wer ist gegen Modul 4F? Modul 4F ist angenommen. Dann kommen wir zur 4H. WG erstmal, ja, WG. WG war im Leerplan, steht fünf. Ja, erstmal, komm, geh. Muss man kurz mich nochmal informieren, das ist so viel. Ist schon im Wahlprogramm drin, glaube ich, ne? Okay, aber inhaltlich war es schon ähnlich im Wahlprogramm drin. Lehrpläne und Lernziel haben wir es genannt. Also nicht sagen Lehrpläne statt Lernziel oder umgekehrt, sondern einfach hier eine Klarstellung, was für uns wichtig ist. Und wir haben hier eben auch das einfach aus unserem Wahlprogramm nochmal genommen und zusammengefasst. Also statt Lehrpläne, wobei in Lehrplänen auch Lernziele enthalten sind, geht es hier also darum, dass wir Mehrwerte legen auf Lernziele für Schüler. Das heißt also, Schüler sollen Ziele haben und nicht, was der Lehrer lehrplanmäßig alles durchhandeln muss. Was dann beim Schüler ankommt, steckt hier gar nicht drin. Wir wollen also hier Lernziele erzeugen, dass die Schüler hier dann auch das erreichen und nicht nur alles gehört haben. Gut, gibt es dazu Aussprachebedarf? Sehe ich nicht. Okay, dann kommen wir zur Abstimmung. Wer ist für das Modul 4G? Der hebt bitte jetzt die Karte. Wer ist dagegen? Der hebt bitte jetzt die Karte. Damit ist auch dieser Antrag angenommen. Modul 4, also 4G ist angenommen. 4G ist angenommen für die Protokollanten. Dann kommen wir jetzt zum Modul 4H. Okay, 4H ist neu und zwar geht es eben darum, wie mache ich dann hier den Übertritt in andere Bundesstaaten oder Bundesländer bei uns. Und zwar haben wir hier verschiedene Möglichkeiten gehabt und haben uns darüber entschieden, dass es einheitliche Lernziele geben muss. Die sind auch teilweise schon von der Kultusministerkonferenz verabschiedet. Und wir wollten die also als Grundlage nehmen, um auch Landesziele praktisch festzulegen, die dann auch länderübergreifend gelten müssten. Denn die Kultusministerkonferenz gilt halt für alle Bundesländer. Und da können wir dann immer wieder nachhaken und sagen, da können wir also dann diesen Bildungsföderalismus eben ein bisschen mindern oder vielleicht so langsam dann auch verschwinden lassen. Man kann also dann einfach ins nächste Bundesland ohne Angst zu haben, dass was fehlt. Gut, gibt es dazu Aussprachebedarf? Ja, du willst ein Mikro? Dann bitte dein Mikro. Hallo, ich habe noch kurz eine Frage. Und zwar, wenn ich das jetzt mal später im Wahlkampf vortrage, wie läuft das dann ab? Weil wir haben ja ein Kurssystem mit unterschiedlichen Lernfortschritten. Wenn jetzt jemand wechseln will zwischen den Bundesländern, wie ist es dann mit dem Kurssystem? Also ich müsste dann deutschlandweit dasselbe System haben, sonst kann ich doch nicht wechseln. Ja, also wir haben ja das Kurssystem noch drinstehen. Wie die Ausarbeitung des Kurssystems ist, das haben wir uns natürlich an der Stelle nicht überlegt. Man müsste das ja auch nicht einfach so mal aufstürmen, sondern man müsste also den Schülern die Möglichkeit geben, hier das zu erproben in entsprechenden Modellschulen, wie es auch immer so schön heißt. Wenn man hier jetzt entsprechende Lernziele hat und die Lernziele erreicht hat, dann kann man natürlich sagen, pass auf, ich habe das und das hier erreicht. Und jetzt hängt es natürlich von einem anderen Bundesland ab. Wenn das Bundesland kein Kurssystem hat, kann er natürlich nicht einfach den passenden Kurs bewegen, sondern er müsste dann halt die Klasse besuchen, wo er die Ziele erreicht hat. Also im Moment gibt es von der KMK nur Ziele für die Hauptfächer und Sprachen und dann kann man sagen, okay, er hat jetzt in den Fächern meinetwegen Mathe, Siebbel, Klasse, Englisch oder Achte erreicht und so weiter. Dann muss man sich halt entscheiden, kann ich in Sieben oder Acht gehen? Ja, das muss ja das Bundesland entscheiden, wo ich hingehe. Die, die zu uns kommen, haben kein Problem dann, weil natürlich jeder ja sein Level hat und einfach dann in die Kurse reingehen kann, die er kann. Und in die andere Richtung, denke ich, muss das entsprechend dann dem Entweder-Niedrigsniveau oder dem Durchschnittsniveau angepasst werden. Dazu eben genau die Ergänzung, dieses H soll genau diese Frage, die du eben gestellt hast, in gewisser Weise klären. Weil genau mit diesem Punkt, dass man sagt, man hat ein Level, wo man die Dinge vergleichen kann bei den Kursen, hat man eben genau diese Möglichkeit, solche Schulwechsel auf die Reihe zu kriegen, auch von einem Nicht-Kurssystem auf ein Kurssystem und zurück. Okay, dann kommen wir jetzt, wenn keine weiteren Fragen oder Redebeiträge sind, zur Abstimmung. Wer ist für das Modul 4H? Wer ist für das Modul 4H? Der hat bitte jetzt die Karte. Wer ist dagegen? Damit ist auch dieses Modul angenommen. Und wir kommen zum Modul 4I. Ja, wieder Formalia erstmal zurück. Also 4I, ich habe da drei Varianten das Mal. Variante 4I1 ist das Original-Positionspapier von PINI aus Unterhaching. 4I2 ist die überarbeitete Variante von PINI, so wie sie auch in dem BP03 drin gewesen ist, 1 zu 1. Und I3 ist nochmal eben eine reduzierte Überarbeitungsversion der FG-Bildung. Mit beides Mal eigentlich der gleiche inhaltliche Zielrichtung. Also inhaltlich möchte ich nur kurz was zu den drei Modulen sagen. Es geht also immer um das Betreuungsverhältnis, das heißt, wie viele Schüler pro Lehrer. Bei I1 hatten wir in Unterhaching uns auf 25 Schüler festgelegt. In der Diskussion hat sich das auch ergeben, dass das nicht sehr sinnvoll ist, denn zum Beispiel die Mittelschulen haben bereits jetzt nur 21 Schüler im Durchschnitt. Das wäre eine Verschlechterung und gerade die bräuchten hier die Unterstützung. Im I2 ist eine möglichst kleine Größe darin geschrieben. Klein heißt für mich ein Schüler pro Lehrer. Das ist auch nicht sehr konkret, also da müsste man vielleicht dann am Infostand entsprechende Arbeit leisten. Wir haben es einfach auf I3 zusammengekürzt. Es soll einfach mehr Personal eingestellt werden, sowohl Lehrer als auch Verwaltungspersonal, dass wir mehr Lehrer haben pro Schüler und dementsprechend einfach das Betreuungsverhältnis hier reduzieren, was auch noch eingefügt ist, was nicht in I und II drin ist. Wir wollen auch eine personelle Reserve, die gibt es überhaupt nicht im Schulalltag, die sofort verbraucht, wenn es kranke Lehrer gibt oder sonstige Ausfälle. Das wollen wir hier auch, dass da einfach mehr Lehrer zur Verfügung stehen. Bitte Fragen. Bitte schön. Ich würde mich für das Modul 2 aussprechen. Einmal die Reserve gibt es schon, sie ist im Moment recht klein. Das liegt allerdings eher an den zu wenig Lehrern, die generell eingestellt werden. Modul 2 hat auch den Vorteil, dass es alternative Lernmethoden, zum Beispiel das Assistant Teachers zulässt. Das ist ein Modell, was in Frankreich, in Großbritannien und vielen anderen Ländern gemacht wird. Es gibt einen Hauptlehrer und einen sogenannten Assistant Teacher, der dann in der Klasse selber noch rumgeht und Schüler einzeln noch beraten kann, während des Unterrichts. Funktioniert sehr gut und lässt das Modul 2 auch wunderbar zu. Lässt das Modul 1 nicht in diesem Maße zu, sondern schreibt starre Klassengrößen vor. Deshalb ist Modul 1 komplett abzulehnen. Modul 3 hat für mich noch eine zu starke Abgrenzung zwischen Lehr- und Verwaltungspersonal. Die meisten Verwaltungsaufgaben sind recht klein, recht gering, bis auf sowas wie Sekretariat, aber auch da gibt es jetzt schon fixes Verwaltungspersonal. Und da dann nochmal für kleinere Verwaltungsaufgaben gesondert Leute einstellen, wahrscheinlich nur Viertelstellen oder ähnliches, was es gibt, macht wenig Sinn. Okay, dann kommen wir noch zum Schlusswort. Gibt es eines? Ja, natürlich, und zwar gerade eben, das Schlusswort bezieht sich dann auf diesen Kommentar. Nummer 1, natürlich macht Modul 3 auch die Möglichkeit, dass ich zwei Lehrerprogresse habe. Es gibt eine Reserve, die Reserve ist aber nicht vorhanden. Die Reserve ist am Anfang vom Schuljahr verteilt. Ich weiß es, ich bin Lehrer seit Jahren. Wir haben eigentlich faktisch keine Reserve, die hat einen Namen. Das Reserverad ist eigentlich immer dran. Ja, wir haben, uns fehlen eher noch ein paar Räder und Reserveräder. Also da müssen wir auf jeden Fall was tun. Das kommt leider in I2 überhaupt nicht vor. Das müssen wir unbedingt fordern. Mehr Reserve, weniger Unrechtsausfall. Dann kam hier noch der Punkt. Was habe ich noch gesagt? Ich habe es vergessen. Okay. Gut, dann kommen wir zur Abstimmung. Zuerst einmal stimmen wir darüber ab, welches Modul wir ins Wahlprogramm eventuell aufnehmen oder nicht. Wer wäre dafür, das Modul 4i1 abzustimmen? Der hebt bitte jetzt seine Karte. Wer ist dafür, das Modul 4i2 anzunehmen? Der hebt bitte jetzt seine Karte. Wer ist dafür, das Modul 4i3 anzunehmen? Das ist das zweite Modul, was wir abstimmen dann. Wer ist dafür, dass wir das Modul, oder wer für das Modul 4i2 im Wahlprogramm ist, der hebt bitte jetzt seine Karte. Wer ist gegen dieses Modul im Wahlprogramm? Damit ist das Modul 4i2 angenommen. Gut, dann sind wir bei 4j. Die Überschrift haben wir, glaube ich, noch eingefügt. Medienkompetenz, die gab es ja noch nicht. 4j geht also darum, dass an der Schule die Medien entsprechend den Schülern nahegebracht werden. Und zwar immer aus neutralem Standpunkt. Das steht auch teilweise in Positionspapieren drin. Und die Einrichtung braucht natürlich die entsprechenden Möglichkeiten. Das heißt, die finanzielle Ausstattung hier muss verbessert werden. Denn im Moment arbeiten die Schulen mit, naja, eben sehr alten Medienfolien und was weiß ich noch alles. Das erkennt vielleicht selbst noch, er hat sich nicht viel getan, weil es Geld fehlt. Gibt es Redebedarf zum Modul 4j? Boris, gehst du da hin oder stehst du einfach? Es handelt sich, soweit ich es sehe, um das Medienkompetenz. Genau. Okay, keine weiteren Fragen. Gut, dann kommen wir zur Abstimmung über Punkt 4j. Wer ist dafür, das Modul 4j ins Wahlprogramm zu übernehmen? Hebt bitte jetzt seine Karte. Wer ist dagegen? Damit ist auch Punkt 4j im Wahlprogramm. Ganz kurzer Hinweis noch von mir, einfach kurz orga-technisch. Wir machen nachher auch noch eine Mittagspause. Wir brauchen jetzt nicht Stück für Stück aufstehen und dann irgendwie euch Essen holen. Aber sozusagen, dass ihr wisst nachher auch, ihr könnt gerne hier sitzen bleiben und könnt zuhören. Okay, dann kommen wir jetzt zum Modul 5, wenn ich mich nicht irre. Gut, das moderne Lernumfeld. Also, wie schaut unsere Schule aus? Angebot von Ganztagsschulen in allen Sekundarstufen haben wir und Angebote Ganztagsschulen in Sekundarstufen. Ihr seht schon, dass das also hier die gleiche Überschrift ist. Wir haben hier nur ein bisschen gekürzt. Jetzt muss ich selbst schauen, wo das der Fall ist. Weiß das Jürgen? 5b? Wer es findet, darf es mir sagen. Also, ich sehe jetzt die Kürzung auf Schnelle auch nicht. Okay, gibt es dazu irgendwelche Fragen? Dann kommen wir jetzt zum Punkt, ob wir jetzt 5a1 oder 5a2 abstimmen. Okay, wer ist dafür, dass wir den Punkt 5a1 abstimmen? Der hebt bitte jetzt die Karte. Wer ist dafür, dass wir 5a2 abstimmen? Der hebt bitte jetzt die Karte. Wir stimmen 5a2 ab. Wer ist für Punkt 5a2 im Wahlprogramm? Bitte jetzt die Karte hoch. Wer ist dagegen? Bitte jetzt die Karte hoch. Damit ist Punkt 5a-2 im Wahlprogramm. Gut. Was ist 5b2? Das ist mal kürzer, ne? Wir kommen zu 5b. Da gibt es zwei Varianten. Das geht hier jeweils immer um die Schulkultur. Das ist aus den Positionspapieren zusammengeschrieben. Oben etwas länger, unten etwas kürzer. Und damit dann vielleicht auch besser vermittelbar. Insbesondere, dann sind hier auch ein paar Freiheiten drin, weil die oben Beispiele drin haben, die unten einfach allgemeiner gehalten sind. Da kann man dann auch besser am Infostand oder bei entsprechenden Diskussionen argumentieren. Das ist nicht so festgeschrieben. Gut. Dann kommen wir zum Punkt, welches Modul 5b wir nehmen. Wer ist für Modul 5b1? Wer ist für Modul 5b2? Wer will Modul 5b2 im Wahlprogramm haben? Wer ist dagegen? Dann haben wir beschlossen, dass 5b-2 im Wahlprogramm ist. Dann kommen wir zu Punkt 5c. Mitbestimmung. Auch das ist ein Positionspapier. Das steht, glaube ich, auch in 003 drin. Das ist einfach zusammengefasste Variante von dem Positionspapier. Das heißt also Mitbestimmung an der Schule, dass hier entsprechend die Schüler und auch wer alles an der Schule dabei ist, mitbestimmen kann. Okay. Wer ist dafür, das Modul 5c anzunehmen? Der hebt bitte jetzt seine Karte. Wer ist gegen Modul 5c? Der hebt bitte jetzt seine Karte. Auch dieses Modul ist angenommen. Dann kommen wir jetzt zu Modul 6. Wir haben es gleich geschafft. So, spezielle Regelungen. Die haben zu keinen Überschriften gepasst, die wir bis jetzt hatten. Deswegen haben wir einfach spezielle Regeln noch reingefügt. Das wäre zuerst mal der Sexualkundenunterricht. Den haben wir ja letztes Mal im Unterhaching in einem sehr langen Antrag verabschiedet. Den so einzufügen, wäre hier Modul 6a2 sehr lang. Den haben wir jetzt nicht komplett eingetippt. Der würde ungefähr zweieinhalb, die in der Vierseite, glaube ich, brauchen. Und wir haben dann versucht, diese Inhalte einfach hier zusammenzufassen, wie es halt die SD-Programm vorgeschrieben hat, dass es lesbar und auch vermittelbar ist. Ich hoffe, ihr seid für 6a1. Gut. Gibt es zu diesen Modulen Rede- oder Diskussionsbedarf? Auch hier nicht der Fall. Wer ist dafür, dass wir das Modul 6a abstimmen? 6a1 abstimmen, Entschuldigung. Wer ist dafür, dass wir das Modul 6a2 abstimmen? Okay, wir stimmen das Modul 6a1 ab. Wer ist für das Modul 6a1? Wer ist gegen das Modul 6a1? Damit haben wir das Modul 6a2. Entschuldigung, wir haben das Modul 6a2 gerade. 6a1 haben wir jetzt abgestimmt und 6a1 ist im Wahlprogramm drin. Dann kommen wir zum Modul 6b. Gut, das letzte Modul. Juhu. Abschaffung der ausbildungsbedingten Zweigpflicht an Berufsschulen. Berufoberschulen wurde letztes Mal in Unterhaching beim Positionspapier von PINI verabschiedet. Das Modul 6a2 ist, glaube ich, 1 zu 1 übernommen. Da haben wir nichts geändert. Also ich denke, ihr wisst, um was es dabei geht. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr auch noch fragen. So, gibt es Fragen zu dem Modul 6b? Gibt es nicht? Dann kommen wir zur Abstimmung. Wer ist dafür, dass wir Modul 6b ins Wahlprogramm übernehmen? Und er hebt bitte jetzt seinen Zettel hoch. Wer ist gegen Modul 6b? Damit haben wir auch Modul 6b ins Wahlprogramm übernommen und haben ein Bildungswahlprogramm. Dankeschön. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Wie ihr merkt, wir haben dieses Jahr eine Wahl und für eine Wahl braucht es einen Wahlkampf. Und da braucht es auch irgendwann mal einen Wahlkampfauftakt. So langsam wird es mal so richtig Zeit und der Ben wird uns da jetzt mal ein wenig einheizen. Aber gut. Guten Morgen. Wunderbar, ihr seid wach. Das freut mich. Netzpolitik wird in allen Parteien inzwischen deutlich stärker wahrgenommen und ist besser verankert als 2009. Da reicht ein Blick in die Wahlprogramme. Jimmy Schulz. Das Thema Internet ist jetzt in seiner ganzen Bandbreite bei allen Parteien angekommen. Entsprechend weniger interessant sind die Piraten. Das Thema Einzug der Piratenparteien im Bundestag halte ich jedenfalls für erledigt. Axel E. Fischer. Wenn man den Worten der Mitglieder der Enquete-Kommission Internet und digitale Gesellschaft so zuhört, da müssten wir eigentlich sagen, Mission accomplished. Lasst uns nach Hause gehen, Käfchen trinken. Läuft ja alle so, wie wir wollen und uns wünschen. Und das machen ja jetzt die anderen. Wir hatten sozusagen Erfolg auf ganzer Linie. Wir werden einfach nicht mehr gebraucht. Bevor wir jetzt aber alle heimgehen, habe ich mir gedacht und uns den verdienten freien Samstag gönnen, statt hier zu sitzen und zu arbeiten, machen wir dann noch mal einen Faktencheck. Fangen wir mal mit der Netzpolitik an. Hier in Bayern bedeutet Netzpolitik ja vor allem, dass man dafür sorgen muss, dass die Leute überhaupt erst mal Internet bekommen. Es kann nicht angehen, dass die Staatsregierung sich mit der wirtschaftlichen Stärke und dem Fortschritt Bayerns brüstet, aber überwiegende Teile der dörflichen Bevölkerung noch am Modem hängen. Das ist Steinzeit, liebe Staatsregierung. Da ändert auch das halbherzige Förderprogramm des Wirtschaftsministeriums nichts. Wir werden hier in Bayern gerade zum Tal der Ahnungslosen 2.0 und ihr habt außer Bürokratie und im Kompetenzzentrum nichts entgegenzusetzen. Gefördert wird, wer die 19 Stufen der Erleuchtung, also die 19 Stufen des Antragsprozederes, übersteht. Und wenn es der Wirtschaft hilft, dann gibt es vielleicht so ein kleines Stück Fördergeld, sonst nicht. Internet als Grundrecht, so für alle Menschen, kommt in eurer Gedankenwelt nicht vor. Aber ihr sagt ja, wir würden nicht gebraucht. Und vielleicht hat das mit dem Verschleppen des Netzausbaus und des Breitbandausbaus in Bayern auch Methode. Ich vermute da ja, dass der Innenminister, unser Cyber-Joachim, so seine Finger im Spiel hat. Das ist für ihn aktive Terrorbekämpfung. Zumindest muss man das annehmen, wenn man die Regierungserklärung des Innenministers gehört hat. Dann weiß man nämlich, das Gefährlichste, das wir in dieser Welt haben, ist der Cyber-Terror. Da liegt es auch durchaus nahe den potenziellen Terroristen. Wir Piraten nennen sie auch Einwohner oder Menschen. zu unser allerbesten im 56-Kilobit-pro-Sekunde-Land zu belassen. Lieber Angst schüren vor Cyber-Attacken, Cyber-Terror und Cyber-Leben und vor allem auch natürlich vor Cyber-Sex. Das liegt an der Cyber-Panik des Innenministers. Mich beunruhigt es zumindest zu sehen, wie aus dieser Panik vor dem angeblich rechtsfreien Raum Internet ein Überwachungsapparat unvorstellbaren Ausmaßes ausgerollt wird. Mit Cyber-Abwehrzentrum und allem drum und dran. Die innere Sicherheit, die in Bayern schon immer zu Ungunsten der Freiheitsrechte ging, wird jetzt auch gegen die User im Internet verteidigt. Die Freiheit, unsere aller Freiheit, bleibt dabei auf der Strecke. Aber Freiheit wird ja nicht gebraucht. Scheinbar. Sagen sie. Ach, und da wir gerade bei dir sind, lieber Cyber-Joachim. Wenn du unsere Grundrechte wegbaggern willst, dann werden wir Piraten der knallharte Boden sein, an dem dein Cyber-Bagger nicht durchdringen wird. Du wirst dabei, ganz wie im echten Leben, mitsamt deines Baggers umfallen. Wir werden im Landtag der Nadelstich sein, der dir und deinem CSU-Grandeln immer wieder klar machen wird, die Losung der Politik kann nur eines sein, in dubio pro libertate, im Zweifel für die Freiheit. Ja, leider ist Andi Popp nicht da, sonst hätte ich das Bling mitgebracht zum Trinkspiel. Wo waren wir eigentlich? Ja, richtig, wir waren dabei, wir werden ja nicht mehr gebraucht. Dann schauen wir uns mal die Medienpolitik an. Da gab es zum Beispiel vor einiger Zeit die Neubesetzung des Chefpostens der BLM, der Bayerischen Landesmedienanstalten. Ein machtvollerer Posten, als man das auf den ersten Blick so glaubt, die BLM, die bestimmt über Fördergelder der Medien, steht jugendschutz.net vor. Das ist die kleine Organisation, die versucht, in Deutschland ungesperrte Poronos irgendwie aus dem Netz zu bringen, mit Sperrverfügungen und was sie sich nicht nur so alles ausdenken. Die BLM selbst vergibt auch schon mal Bußgelder an Künstler für desorientierende Kunst, weil sie sie ins Internet gestellt haben. Die BLM ist maßgeblich an der Neugestaltung des Jugendmedienschutzstaatsvertrages beteiligt, berät die Regierung bei den Konsequenzen der Digitalisierung und dem daraus folgenden Medienwandel. Die BLM ist durchdrungen von Netzpolitik. Und darüber hinaus verdient der Chef der BLM mehr als der Ministerpräsident. Man könnte meinen, dass bei so einem Posten verdammt gut überlegt wird, wie er dort hingesetzt wird. Man könnte meinen, es wird offen und transparent gearbeitet, dass der Posten nach öffentlichem Interesse und vor allem nach Kompetenz vergeben wird. Und was war passiert? Die Staatskanzlei, also die Regierung, wir mit Steuergeldern, bezahlt den verdienten Parteisoldaten Sigi Schneider eine Hotelrechnung, damit der die staatsferne Besetzungskommission auf Staatskosten einladen kann, sie bequatschen kann. So wird nämlich in Bayern Politik gemacht, so überzeugt man Leute in Bayern, dass man der beste Mann für den Job ist. Man bezahlt auf Kosten der Staatskanzlei Lobbyessen für die persönliche Karriere. So läuft es derzeit in Bayern. Die CSU hat ja auch schließlich genug Zeit, um ihr Amigo-System in mehr als 50 Jahren quasi Monarchie zu perfektionieren. Die Gerichte fanden Siggis Vorgehen nicht sonderlich spaßig. Konsequenzen? Keine. Kampf durch die Opposition? Lächerlich. Man sitzt ja später an den gleichen Töpfen, da will man nicht zu deutlich querschießen. Und sie sagen, wir werden nicht gebraucht. So ein Verhalten passt aber auch ins Bild der CSU als völlig in der Luft schwebende Alleinherrscher. Die CSU ruft ja auch gerne mal in Redaktionen der öffentlich-rechtlichen Sender an und versucht auf die Berichterstattung Einfluss zu nehmen. Nicht, dass ich jetzt der Meinung wäre, das ZDF müsste über den Landesparteitag der SPD berichten. Wahrlich nicht, die Soz in Bayern muss man nicht unbedingt ernst nehmen. Aber so als CSU in der Redaktion anzurufen, um mit Konsequenzen zu drohen, wenn denn die Konkurrenz auch mal Presse bekommt, das geht dann vielleicht doch ein Stück zu weit. Und wie die Politiker der Koalition und der Opposition sich dann bei diesem CSU-Gate angeiferten, das war schon recht lächerlich. Die eigentliche Frage nämlich, warum hat dieser Anruf beim ZDF überhaupt Druck entfaltet? Warum wurde er so wahrgenommen? Die hat keiner gestellt. Ich meine, das ZDF könnte das doch genauso wie die Redaktion des Spiegels machen oder der SZ, wenn der CSU-Sprecher anruft und droht, mit den Schulternsacken erzucken und sagen, Roffelkopter, get the fuck out! Aber keiner in der etablierten Politik hat diese Systemfrage gestellt, hat diese Warum-Frage gestellt. Dann hätten sie nämlich alle, ausnahmslos alle, zugeben müssen, dass die gleichen Leute, die für die Fraktionen, für die Parteien, für die Regierung die Pressearbeit machen, gleichzeitig in den Medienrieten sitzen und über die Regulierende Redaktion und damit die Inhalte der Öffentlich-Rechtlichen wachen. Wenn der Pressesprecher einer Partei anruft, ruft sozusagen der Chef des Redakteurs gleich mit an. Sie nennen das staatsfernen Rundfunk. Ich nenne das Gefügigkeitssystem. Und wir sind die einzige Partei, die derzeit fordert, genau dieses Gefügigkeitssystem aufzulösen und zu sprengen. Keine andere Partei tut das. Aber sie sagen, wir würden nicht gebraucht. Gut, wenn wir in der Medienpolitik auch nicht gebraucht werden, dann vielleicht woanders. Schauen wir doch mal den Ladenschuss an. In Bayern, da leben wir ja gut behütet. So mit Öffnungszeiten, die unserer Oma noch sehr vertraut vorkommen. Und okay, unsere Sozialministerin hat auch einen minimalen Vorstoß unternommen. Sie wollte den abendlichen Alkoholverkauf an den Tankstellen verbieten. Also nur für Fußgänger, nicht für Autofahrer. Die hätten den Stoff nach wie vor bekommen. Sehr sinnvoll. Die Konsequenz aus dieser Posse war aber nicht, dass man dann überlegt hat, wir könnten den Ladenschuss liberalisieren. Nein, haben 14 andere Bundesländer gemacht. Das wäre doch viel zu modern. Nein, nein, das kommt noch besser. Es gibt zwei Landtagsparteien in unserem Landtag. Die wollen doch nicht mal den Autofahrernachts den Stoff gönnen. Und das Bier. Um Jugendliche zu schützen. Denn die könnten ja Alkohol verkaufen, ihr versteht. Also sicher versteht man das. Irgendwie. Nach dem dritten Bier vielleicht. Oder dem Joint. Dann gibt das Ganze bestimmt einen Sinn. Aber sie sagen ja, wir würden nicht gebraucht. Dann wäre da noch der Familienbegriff der anderen Parteien. Gut, bei der CSU ist der Familienbegriff ja aus, das Familienbild aus einer Fernsehwerbung der 50er Jahre entlehnt. Mit Papi im Büro, Mutti in der Küche und Kinderchen dank Herrprämie zu Hause. Und die Homo-Ehe wird nicht eingeführt, weil eine schrille Minderheit aus der CSU sich quer stellt. Aber andere Parteien, die sind da auch nicht viel besser. Gut, sicher, sie mögen die Homo-Ehe akzeptieren und sagen, das wollen wir machen. Aber jeder, der in diesem Land lieben soll, der sollte sich doch bitte nach Möglichkeit des heteronormativen, monogamen Weltbild orientieren und sich daran anpassen. Die Einsicht, dass Familie immer genau da ist, wo Menschen Sorge füreinander tragen, wo Bedürftige gepflegt werden, schlicht die Tatsache, dass der Familienbegriff sich in dieser Gesellschaft gewandelt hat, die kommt bei denen nicht vor. Aber so ein Familienbild braucht auch wirklich kein Mensch, oder? Dann leben wir im Jahr 2013 und der Staat bezahlt immer noch Bischöfe direkt und hat seine Finger in der Finanzierung einiger Religionen in Hälfter, brav mit. Und wir alle Einwohner, wir werden schön gezwungen, sich an die Gebote einer Religion zu halten. Tanzen, wann ich will, ist nicht drin. Aus Respekt, ihr versteht. Dubstep statt Jesus braucht auch kein Mensch. Zieht dahin und seid fromm und gläubig, vor allem still und tanzt weniger. Und sie sagen, wir würden nicht gebraucht. Und was ist mit sinnvollem Gesetz für Whistleblower? Um Whistleblower zu schützen, anstatt Menschen wie Gustl Mollert für das Aussprechen der Wahrheit in die Psychiatrie zu verfrachten. Braucht kein Mensch. Stellen wir da hinten ins Eck, in die Mottenkiste zu den Piraten. Gut, ich muss zugeben, bei der Offenlegung der Nebenverdienste, der Abgeordnete hat am Bundestag eine minimal bessere Variante beschlossen jetzt. Kudos, ihr habt mal irgendwas getan. Im Bayerischen Landtag fehlt so eine Regelung immer noch vollständig. Macht man später mal nächste Legislaturperiode. Irgendwann. Und klar, die Opposition fordert das natürlich auch immer fröhlich, aber ist sich selbst zu fein, mit gutem Beispiel voranzugehen. Und ich will ja auch eigentlich nicht zu viel verlangen vom Bayerischen Landtag. Wir reden da immerhin von einem Landtag, der im Jahr 2013 noch eben schnell Gesetze erlassen muss, um die Nebenverdienste der Ehefrauen der Landtagsabgeordneten zu regulieren. Damit die Skandale nicht ganz so sehr aus dem Bruder laufen. Dass Bayern dank der CSU mittlerweile rüberkommt, wie ein Selbstbedienungsladen für die Herrscher der Hinterwäldler, verbuche ich einfach mal unter Realsatire. Eine Offenlegung jeglicher Nebenverdienste der Abgeordneten gibt es derzeit nur bei den Piraten. Aber wir werden ja nicht mehr gebraucht. Dann wünsche ich mir noch eine Sozialpolitik, die anerkennt, dass eine europaweite Vollbeschäftigung ein Traum aus dem 20. Jahrhundert ist. Ich wünsche mir eine Sozialpolitik, die unsere Gesellschaft so organisiert, dass alle am gemeinschaftlichen Leben teilhaben können. Und trotzdem motiviert sind, sich produktiv einzusetzen. Das wollen wir Piraten. Aber wer braucht schon sowas? Und gerade zur Zeit schafft der größte deutsche Provider, der immerhin noch in guten Teilen in Staatshand ist, die Flatrate ab. Und kämpft massiv dagegen an, sich an die Prinzipien der Netzneutralität zu halten zu müssen. Und unser Parlament rührt keinen Finger. Verfickt! Und Sie sagen, wir würden nicht gebraucht! Liebe Feigenblatt-Netzpolitiker der CSU, Grüne, SPD, FDP, ob eine Partei gebraucht wird oder nicht, das kann man nicht an Umfragewerten messen, sondern an der Reife und Ideen und Forderungen, mit der sie ein Land gestalten will. Und dieses Land, gerade dieses Land, braucht unsere Politik. Wir werden gebraucht, vor allem in Bayern. Dieses Land braucht einen gesellschaftlichen Neustart, der die Veränderung des digitalen Wandels begreift und in sinnvolle Konzepte und Gesetze umsetzt. Dieses Land braucht einen Neustart, der den Gedanken der Plattform-Neutralität ins Parlament trägt. Dieses Land braucht dringend einen Neustart der Solidarität zwischen den Menschen in diesem Land, zwischen den Bundesländern in Deutschland und zwischen den Staaten in Europa. Wir brauchen einen Neustart, der die Veränderungen in dieser Gesellschaft, die derzeit passieren, bei der Familienpolitik, bei dem Umgang mit Drogen und, 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 unser Programm ist so lang, ihr wisst das ja gar nicht, aufnimmt und endlich in den passenden gesetzlichen Rahmen setzt. Und wir Piraten, wir sind die Partei, wir sind die einzige Partei, die diesen Neustart liefern kann. Liebe Feigenblätter aus anderen Parteien, der Faktencheck ergibt, die Piraten werden gebraucht. Und ich sage mit Zuversicht, wir werden in den Bundestag und in den Bayerischen Landtag einziehen. Und wir werden diesen Neustart liefern. Es erfüllt mich mit Stolz zu sagen, wir Piraten sind der Neustart. Und ich bin froh, sagen zu können, gemeinsam werden wir dieses Land verändern. Und genau deshalb sage ich, mein Name ist Benjamin Stöcker und ich bin Pirat. Lieber Ben, vielen, vielen Dank. Die Marci will, glaube ich, auch noch was sagen, kurz, oder? Genau. Bevor wir jetzt dann gleich Mittagspause bis 13.30 Uhr machen, bevor wir bitte alle rausströmen, um euch was zu essen zu holen, bitte noch kurz sitzen bleiben und der Marci zu hören. Dankeschön. Es ist auch nur eine Kleinigkeit. Und zwar nutze ich zusammen mit Odeline in der Mittagspause, dass wir ein bisschen so den Gestaltungskram durchgehen, der für Bayern anfällt, für die Flyer. Weil da gibt es schon einen ersten Entwurf im Design, welches wir ja auch abgestimmt haben. Und da müssen noch ein paar Sachen besprochen werden. Einfach mal so, wie ist es eigentlich am schönsten. Und deswegen bitte ich alle, die sich für den Gestaltungspart interessieren oder die generelle Gestaltungssachen machen in Bayern, sich einfach da mal anzuschließen. Wir können uns auch gerne zum Essen hinsetzen, sodass ihr nicht verhungert. Und ja, kommt bitte vorbei. Danke. Vielen Dank. Dann unterbreche ich jetzt die Sitzung bis 13.30 Uhr. Dankeschön. Vielen Dank. Oh, cool, dass du es wegstellen kannst. Vielen Dank. 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 Es ist jetzt 13 Uhr 28. Ich bitte euch langsam wieder an eure Plätze zurückzukehren. Vielen Dank. 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 Danke. Danke. Es ist, naja, fast 13 Uhr 30. Es geht also weiter. Als nächsten Punkt haben wir den WP 22 Hochschule und Forschung wieder von der SG vorgestellt. Also hat Spinni das Wort. Also hat Spinni das Wort. Eben. Sie redet allerdings nicht, wenn es so leer ist. Also kommt endlich rein. Beate ist da. Beate ist da. Wir haben hier wieder zusammengefasst. Wir haben hier wieder ein bisschen gekürzt. Eine Sache haben wir rausgeschmissen und zwar die Abschaffung von Studiengebühren. Das ist ja schon erledigt. Ja. Das zum Thema freie Hochschulbildung, wo ja auch Studiengebühren rein sind, gibt es allerdings noch mehr. Dann, also wer es mir keine Studiengebühren haben, haben immer noch das Problem, dass die Leute ihr Studium trotzdem finanzieren möchten. Deswegen fordern wir eine oder wollen wir fordern eine Reform des BAföG, um Chancengleichheit zu schaffen. Auch was den Hochschulzugang angeht, wollen wir einige Dinge vereinfachen. Und was auch ganz wichtig ist und ich denke, das ist auch wirklich ein wichtiger Punkt, dass alle Studenten, die Bachelorstudium anfangen, auch ein Masterstudium daran anschließen können, so wie sie es denn wünschen. Also das nicht irgendwie Bachelor für alle und Master nur für Ausgewählte. Der nächste Punkt, Unabhängigkeit von Forschung und Lehre. Das hatten wir vorhin schon ganz kurz. Hier geht es konkret um Drittmittel. Die Leute, die von euch ein bisschen mit der Hochschule zu tun haben, wissen sicherlich, dass viele Forschungsanträge, Berufungen ganz massiv davon abhängen, wie viele Drittmittel von privaten Institutionen eingeworben werden. Es gibt Bereiche, da passiert im Prinzip fast keine öffentliche Förderung der Forschung mehr. Das möchten wir dann eindämmen, denn da hier eine Unabhängigkeit einfach nicht mehr gegeben ist. Ebenso möchten wir im Hochschulbereich den Bereich Obsource, also freie Software, stärken, um auch hier Unabhängigkeiten zu vermeiden. Nächster Punkt, ganz wichtig, ist ja auch schon im Bundesprogramm mit drin, Open Access von Forschungsergebnissen. Muss ich, glaube ich, nicht weiter erklären. Nächster Punkt, Modernisierung der Hochschulen. Also das, was wir für die Schule gefordert haben, hier auch für die Hochschulen. Moderne technische Mittel, speziell der Punkt Digitalisierung der Bibliotheksbestände und eben auch E-Learning. Ganz wichtiger Punkt, ist vorhin schon ganz kurz angeklungen, die verfasste Studierendenschaft. Das ist hier noch ein bisschen ausführlicher dargestellt. Eben, dass wir die einführen wollen, wie und wie das passieren soll, nämlich auch mit den Studenten zusammen. Also nicht einfach so, wir machen das jetzt und legen die Regeln fest, sondern das soll gemeinsam mit den Studierendenvertretungen passieren. Das war ja tatsächlich auch schon mal angedacht in Bayern. Der Heubisch hatte den Studenten gesagt, lasst uns mal drüber reden. Und kurz bevor es losging mit dem drüber reden, meinte der Heubisch, ach, ich habe eigentlich keine Lust mehr und seitdem ist halt nichts mehr passiert. Ja, das sind so die wichtigsten Punkte unseres Programms zur Hochschule und Forschung. Wenn es Fragen gibt oder ihr diskutieren wollt, schieß los. Gibt es hierzu Redebedarf? Gar nicht? Alles so klar? Alles verstanden? Alles durch? Gut, dann werden wir diesen WP 22 jetzt abstimmen. Es ist ein Antrag zum Wahlprogramm. Er benötigt also eine Zweidrittelmehrheit. Bitte hebt jetzt eure grüne Karte, wenn ihr dafür seid. Bitte hebt jetzt eure orange Karte, wenn ihr dagegen seid. Der Antrag WP 22 ist angenommen. Eine kurze Durchsage. Wenn jemand ganz zufällig ein zweites Set Abstimmkarten hat und diese die Nummer 46653 trägt, bitte ich hier abgeben, es wird schon vermisst. Wir haben einen GO-Antrag auf Meinungsbild. Der Text. Ja, hallo. Ich möchte einen kurzen GO-Antrag auf Meinungsbild stellen und zwar geht es um den heutigen Abend. Wir haben das Angebot auch hier in der Halle ein wenig feiern zu können. Und zwar wird hier auch Live-Musik sein und es wird Getränke zu erschwinglichen Preisen geben und auch Essen zu erschwinglichen Preisen geben. Die Sache ist nur die, der Orga-Aufwand ist natürlich nicht ganz klein. Das heißt, ich möchte von euch wissen, wer von euch würde denn dieses Angebot annehmen und würde denn heute Abend einfach noch ein bisschen zusammensitzen, ein bisschen ratschen, ein bisschen feiern, ein bisschen sich austauschen. Wer wäre mit dabei? Was für Musik ist das? Also ich habe jetzt direkt mit dem Musiker nicht gesprochen, aber ich denke mal, es wird sicherlich gut Musik. Hinten, also die Organisationen haben es gesehen, ich denke mal, wird es stattfinden? Ja, alles klar, Daumen nach oben. Vielen Dank und weiter geht's. Weiter geht es mit dem WP012, Privatsphäre und Datenschutz und Spinni kann gleich da bleiben. Okay, gleiches Spiel wie vorher auch. Zum Thema Privatsphäre und Datenschutz, das ist ja eines der Themen, das auch im Bundesprogramm schon sehr ausführlich besprochen ist. Wir haben hier nochmal, weil es auch eines der Kernthemen ist, konkret so eine Art Präambel, also Freiheit braucht Datenschutz, haben wir das genannt, was auch ein schön griffiger Titel ist. Das kommt aus einem Positionspapier, dass eben das Recht, seine persönlichen Daten zu schützen, sehr wichtig ist, dass wir das für grundlegend erhalten, um überhaupt in der Gesellschaft und auch an der Meinungsbildung teilzunehmen. Nächster Punkt. Dann stellen wir nochmal klar, dass wir den gläsernen Staat, aber nicht den gläsernen Bürger wollen. Das wird ja auch oft falsch verstanden, wenn man mal am Infostein steht. Wenn wir sagen Transparenz und dann denken immer alle, wir wollen den Datenschutz abschaffen, das wollen wir natürlich nicht. Konkret möchten wir dafür das Datenschutzrecht auch reformieren. Hier, da gab es noch einen Rechtschreibfehler, oh weia. Dazu gibt es auch ganz konkrete Forderungen, die sind im Prinzip eins zu eins aus einem Positionspapier dann auch übernommen. Das ist erstmal Gesetze prüfen, dann unseren Landesdatenschutzbeauftragten stärken. Ganz konkret, und ich denke, das ist ein wichtiger Punkt, möchten wir hier nach Vorbild von Schleswig-Holstein ein Amt des Landesdatenschutzbeauftragten und das Amt des Beauftragten in ein unabhängiges Landeszentrum für Datenschutz umbauen. Das halte ich für eine sehr, sehr wichtige und gute Forderung. Dann möchten wir Zertifizierung einführen, den Datenschutz zur Landesverfassung verankern, Datensammlung, das Potenzial von Datensammlung aufzeigen und ein Punkt, der in Unterhaching dazugekommen ist, insbesondere den Datenhandel durch staatliche Stellen, insbesondere der Meldeämter zu untersagen. Wir geben auch noch einen kleinen Ausblick in die Zukunft, also sagen, okay, das muss halt einerseits eine gesetzgeberische Maßnahme sein, andererseits auch organisatorisch und auch die technischen Entwicklungen dürfen wir nicht aus dem Auge verlieren und auch was die Möglichkeit der Klage angeht, also Sammelklagen ermöglichen. Das sind nicht alles Forderungen, die konkret auf Landesebene umgesetzt werden können, das ist klar, weil dann Datenschutz natürlich auch im Bundesthema ist und auch weitergeht, Europathema. Aber Bayern möchte ja auch immer gern überall mitspielen und ich denke, dann sollten wir das auch tun. Jetzt habe ich meinen letzten Satz vergessen, verdammt. Ja, okay, ich denke, es ist soweit klar. Ja, eine Sache noch. Also wir hatten zu diesem Thema sehr, sehr viele Positionspapiere mit auch viel Prosa, sage ich mal, was ich aber teilweise sehr schwer in konkrete Forderungen umformulieren ließ. Und deswegen ist das hier vergleichsweise kurz, enthält aber viel politischen Inhalt, viel politischen Inhalt, ohne dass wir das übermäßig noch ausgeschmückt haben, weil wir das nicht für sinnvoll erachtet haben, erstens Redundanz zu bringen und zweitens viel schön klingende Texte, die aber nicht in konkrete politische Forderungen umsetzbar sind, mit reinzuschreiben. Gibt es hierzu Redebedarf, Fragen, Anmerkungen, Kommentare, irgendwas? Beteiligung? Na gut, wir stimmen also ab über den WP012. Es ist ein Wahlprogrammantrag, er braucht eine Zweidrittelmehrheit. Bitte hebt jetzt eure grüne Karte, wenn ihr dafür seid. Bitte hebt jetzt eure orange Karte, wenn ihr dagegen seid. Der WP012 ist hiermit angenommen. Da wir so wahnsinnig schnell sind, müssen wir uns jetzt ein bisschen bremsen und deswegen kriegt jetzt Herr Florian Deisenrieder einen kurzen Redeslot, um uns auch mal was erzählen zu dürfen. Ja, ich bin die arme Sau, die nach Ben reden muss. Ich mache es aber dafür kürzer. Ich möchte in meiner kurzen Rede von einer Begebenheit erzählen, die sich letztes Jahr so in München begeben hat, die aber so oder so ähnlich überall in Bayern tagtäglich stattfindet, leider. Und zwar lief ein Mann, kann man in der SZ nachlesen, die Geschichte, lief ein Mann über den Hauptbahnhof, kam ein Polizist von hinten, hat ihn gewürgt, bis er die Pommes, die er gerade im Mund hatte, ausgespuckt hat, auf den Boden geworfen, mit in die Wache genommen, wo er sich dann komplett nackt ausziehen musste. Was diesen Fall von vielen anderen unterscheidet, der Polizist wurde eben wegen einem unsachgemäßen Einsatz von Gewalt zu einer Strafe verurteilt. Und solche Fälle leider, ob das jetzt gefesselte Frauen in der Au sind, deren Nase gebrochen wird oder Menschen in Rosenheim, die beim Verhör Zähne verlieren, immer wieder erschüttern Fälle von Polizeigewalt in unser Land. Und hier braucht es wirklich, wirklich unabhängige interne Ermittlungsbehörden. Hier braucht es echte Reformen bei der Ausbildung und bei der Fortbildung von Polizei. Und gerade auf Demos oder Fußballspielen braucht es auch ganz klar identifizierbare Polizeikräfte. Und dieses Thema anzugreifen, das trauen sich nur die Piraten. Deswegen braucht es uns in den Parlamenten. Wobei, wir können mit der Arbeit der Polizei sehr, sehr zufrieden sein, wenn wir sie mit der Arbeit des Verfassungsschutzes messen. Denn im Umfeld des NSU-Prozesses zeigt sich da ein beispielloses Versagen. Mit ihren V-Männern war der bayerische Staat also selbst in rechte und kriminelle Machenschaften verstrickt. Und auch hier fordern wir deutliche Reformen und eine dem parlamentarischen Kontrollgremium unterstellte Behörde. Und über diesen Filz in der bayerischen Justiz, über Staatsanwälte, die nicht wirklich unabhängig sind, ich sage nur Stichwort Mollat, über die könnte ich heute noch Stunden reden. Aber ich will noch mal zu dem am Anfang beschriebenen Fall zurückkommen. Was war denn die Ursache für diese Personenkontrolle? Ja, natürlich Drogen. Der Mann hätte ja irgendwas in der Tasche haben können. Und da sage ich, mei, lasst die Leute halt kiffen. Wobei ich jetzt gleich sagen muss, stopp, bevor mir jetzt Drogenverherrlichung nachgesagt wird. Jugendschutz ist unheimlich, unheimlich wichtig. Und hier gibt es aber tatsächlich Studien, die auch klar zeigen, dass unehrliche Aufklärung und unehrliche Prävention sogar negative Folgen haben im Vergleich, wenn man gar nichts dazu macht. Und wenn man Jugendlichen erzählt, dass jeder Joint zwangsläufig irgendwie in der heroinabhängigen Obdachlosigkeit endet, dann schauen die Jugendlichen sich um, sehen in ihrem Bekannten- und Freundeskreis viele Menschen, die ein unproblematisches Konsummuster haben. Und danach glauben die dem Lehrer oder dem Staat nie wieder was. Und deswegen fordern wir eine ehrliche, an wissenschaftlichen Erkenntnissen orientierte Aufklärung. Die Probleme und Risiken von Drogen, die müssen klar benannt werden, aber ohne jedoch alle Drogen komplett zu verteufeln. Denn wenn wir beim Thema Drogen sind, muss ich noch eine Sache ansprechen, mit der man sich hier in Bayern keine Freunde macht, nämlich die Droge Bier. Also Alkohol stellt mit seinen negativen Folgen sowohl auf individueller als auch gesellschaftlicher Ebene sämtliche illegalen Drogen in den Schatten. Und gerade hier fordern wir eben Prävention und Jugendschutz. Dafür haben wir eben auch schon beschlossen, die Position, dass wir deswegen ein Werbeverbot für Drogen wollen. Und das schließt eben auch Tabak wie Alkohol ein. Und zu guter Letzt, neben substanzbedingten Abhängigkeiten gibt es auch die sogenannten nicht-substanzgebundenen Süchte, wie zum Beispiel Spielsucht und Onlinesucht. Damit kennen wir uns aus. Und auch da haben wir die richtigen Konzepte in Lager. Deswegen braucht es für Neustart in der Drogenpolitik, braucht es die Piraten in die Parlamente. Und ich appelliere an uns alle, dass wir für die nächsten Tage, Wochen und Monate nicht nur der Onlinesucht, sondern auch der Arbeitssucht im Wahlkampf rönen. Und ich bin Florian und ich bin Pirat. Tschüss. Danke. Ja, vielen Dank. Jetzt sind wir alle noch motivierter als vorher. Jetzt wird es spannend. Jetzt geht es um die Erneuerung der Demokratie. Wir haben hierzu vier Anträge, von denen sind mindestens drei konkurrierend. Wir haben hier den WP01 von einfach Ben, der zurückgezogen wurde. Möchte diesen Antrag jemand übernehmen? Das ist egal, ob er blöd ist. Das will keiner. Das ist nicht der Fall. Damit ist der WP01 zurückgezogen. Dann haben wir noch den WP01, den Spinni uns gleich vorstellen wird. Und den PP01 vom Bezirksverband Oberbayern, der beim Bezirksparteitag beschlossen wurde. Wer möchte den vorstellen? Das macht BIM. Dann überlasse ich an die Redner. Okay. Na gut, da fange ich an. Also, Thema Demokratie und Bürgerbeteiligung, eins unserer Kernthemen. Da haben wir auch in Unterhaching noch einiges beschlossen. Ich sage noch einmal ganz kurz, bevor ich zum Inhalt komme, was zu den verschiedenen Anträgen. Also es gibt den Wahlprogrammantrag, den ich jetzt vorstelle. Das ist sozusagen die letzte überarbeitete Version. Da ist nochmal einiges geändert worden zum WP01. Deswegen ist der auch zurückgezogen worden. Jetzt gab es in Oberbayern relativ kurz vor der Antragsfrist eben noch dieses Positionspapier, was an den Landesparteitag eingereicht werden sollte. Und Thomas, also Entropie, hat dieses Positionspapier dann auch gleich nochmal als einen Ergänzungsantrag zu diesem Wahlprogrammantrag, den ihr gerade vorne seht, eingereicht, um das Ganze dann auch direkt im Wahlprogramm unterbringen zu können. Aber ich stelle jetzt erstmal den WP021 vor. Was steht da drin? Also Punkt eins, direkte Demokratie in Bayern. Wir möchten natürlich die direkte Demokratie stärken. Es gibt zwar hier in Bayern schon Volksbegehren, damit haben wir auch schon eigene Erfahrungen gemacht. Allerdings sind die Hürden relativ hoch. Das heißt, sie möchten die Hürden konkret senken. Da sind einige Punkte, zum Beispiel die Sammelfrist. Ihr könnt euch erinnern, wir haben vor nicht allzu langer Zeit bei äußerst kaltem Wetter in zwei Wochen und sehr viele Leute dazu bringen müssen, in die Rathäuser zu gehen, sich Listen einzutragen. Diese Sammelfrist möchten wir auf sechs Wochen ausweiten. Es gibt keinen Grund, das irgendwie in 14 Tagen runterreißen zu müssen. Wir möchten auch, dass die Regierung bereits zeitiger die Möglichkeit hat, über ihr Missfallen oder wenn sie sagt, okay, das ist nicht zulässig, so ein Volksbegehren das schon zu einem zeitigeren Zeitpunkt macht und nicht erst, wenn man irgendwie 25.000 Unterschriften gesammelt hat. Das würde nämlich den Initiatoren von solchen Volksbegehren das Leben erleichtern. Das Unterschriftenquorum möchten wir senken von zehn auf fünf Prozent. Das ist folgerichtig, weil wir auch fünf Prozent brauchen, um in den Landtag zu kommen. Warum plötzlich für ein Volksbegehren höhere Quoten gelten sollen, ist nicht nachzuvollziehen. Das sind auch Forderungen, die aus dem Verein zum Beispiel Demokratie e.V. kommen. Und wir möchten, was ich ganz wichtig finde, dass es obligatorisch wird, ein Infoblatt mit den Argumenten der Initiatoren von solchen Volksbegehren auszuteilen, das zum Beispiel im Internet und den Kommunen zur Verfügung gestellt wird. Denn das ist ja oft das Problem, dass das die Initiatoren selber machen müssen. Das kostet eine Menge Geld, wir mussten Flyer drucken, solche Sachen. Es ist in Zeiten des Internets nicht nachzuvollziehen, warum man das nicht einfach auch auf den offiziellen Informationsseiten mit bereitstellen kann. Nächster Punkt, das haben wir unter Haching beschlossen. Wir möchten gerne auch den Landesentwicklungsplänen eine Bürgerbeteiligung ermöglichen. Das soll auch im Rahmen der Bezirkstage möglich sein. Nächster Punkt, faire Wahlen in Bayern. Da geht es einmal um die Zulassung von der Partei zur Landtagswahl. Das kennen wir ja jetzt auch am eigenen Leib. Also die Hürden sind vergleichsweise hoch. Interessanterweise werden die Hürden immer höher, je niedriger das Parlament wird. Also bei den Kommunalwahlen wird es dann richtig lustig. Das möchten wir vereinfachen, um den Zugang überhaupt zum Wahlzettel zu erleichtern. Ebenso im Wahlverfahren möchten wir einige Änderungen schaffen. Also auch was Direkt- und Übermarkenmandate ausgeht. Wir möchten das aktive Wahlrecht auf 16 auf Landesebene absenken. Das haben wir, glaube ich, letztes Jahr beschlossen. Und ein großer Punkt ist das Thema Parlament und parlamentarischer Betrieb. Wer von euch in Haching dabei war, ist, dass wir dort einen relativ großen Antrag zu diesem Thema hatten. Das Parlament stärken. Das Parlament transparenter machen. Also einerseits die Abgeordneten müssen ihre Einkünfe zum Beispiel offenlegen. Es geht um Ausschüsse und Kommissionen, dass sie öffentlich erarbeiten. Das passiert ja momentan nur im Rahmen von irgendwelchen Ergebnisprotokollen. Das Thema Lobbyismus, also ein Lobbyistenregister. Und ebenso auch die Fraktionen müssen transparenter zum Beispiel mit ihren Geldern umgehen. Dann eins unserer zentralen Punkte. Digitalisierung auch im Parlament. Wir haben uns unter Haching über die zentrale Parlamentssoftware gesprochen. Also zum Beispiel sowas ähnliches wie unser Pilotfeedback, nur größer. Und eben damit auch die Bürgerbeteiligung im parlamentarischen Betrieb zu vereinfachen. Oder überhaupt teilweise vielleicht erst zu ermöglichen. Okay. Es war jetzt ziemlich viel, aber es waren noch ziemlich viele Positionspapiere, die da reingegangen sind. Also es ist tatsächlich eines unserer Kernthemen. Und ich denke, wir haben hier einen sehr ausführlichen und schönen Wahlprogrammantrag. Das Positionspapier 001 von Oberbayern stellt der Niederbayer BIM vor. Ja, hallo. Kurz zur Erläuterung. Entropie hat mich gefragt, ob ich diesen Antrag vorstelle. Und in Abstimmung mit dem Bezirksstaatsmeister von Oberbayern, der hier ist, wurde ich dann trotzdem gebeten, ihn aus Niederbayern vorzustellen. Der Antrag PP 001 ist weitgehend deckungsgleich mit dem von Spinni soeben vorgestellten Antrag. Allerdings, also er betrifft die Dinge, die uns Piraten wirklich interessieren. Es geht um Volksbegehren nicht nur auf Länderebene, sondern vor allem nach unten. Nicht zuletzt auf Bezirksebene. Ein Unterschied zu dem Antrag von Spinni ist, dass die Eintragungsfrist für Volksbegehren vier Wochen betragen soll und nicht sechs Wochen. Ansonsten haben wir Deckungsgleichheit, auch was das Ratsbegehren anbetrifft, dass also der Landtag analog zu Ratsbegehren beschließen kann, dass über Angelegenheit des eigenen Wirkungskreises ein Volksentscheid herbeigeführt werden kann. Auch sollen der Bezirkskreis und Gemeinderat durch Bürgerentscheide aufgelöst werden können. Gleiches gilt auch für die Zustimmungsquoren, insofern ist auch dieser Antrag deckungsgleich. Gleiches gilt ebenfalls bei konkurrierenden Anträgen bei Abstimmungen im Wege des Approval Voting, dass man nicht entweder oder sagen kann, sondern im Wege eines Akzeptanzwahlverfahrens auch gegebenenfalls zwei Begehren ablehnen oder zustimmen kann. Was in diesem Antrag fehlt, das sage ich auch in dieser Deutlichkeit, das ist der Aspekt, den Spinni angebracht hat, nämlich die Digitalisierung der Parlamentsarbeit. Das wäre es soweit. Da diese beiden Anträge konkurrierend abgestimmt werden sollen, werden wir jetzt die Pro- und Kontrareden auch zeitgleich führen. Bitte sagt also jeweils, wenn ihr Pro- oder Kontraredet, für oder gegen welchen der beiden Anträge ihr sprecht. Gibt es also hierzu Fragen, Anmerkungen und so weiter? Danke Will. Okay, ich habe eine zweigeteilte Frage, erstmal eine Verständnisfrage. Das eine ist offiziell als Positionspapier eingereicht worden. Inwieweit konkurriert das überhaupt mit dem Wahlprogramm? Also tendenziell können wir die ja eigentlich auch parallel abschließen, ohne dass das dagegen verstößt. Also erstmal nur zum Verständnis. Ist es tatsächlich konkurrierend deswegen? Also wir haben vorhin über die Frage diskutiert. Es ist recht intensiv und letztlich haben wir uns dann darauf verständigt, dass wir nicht formal sehen sollten, ob das die gleiche Antragsart ist. Weil es im Ergebnis wenig Sinn macht, wenn wir im Wahlprogramm eine Position A beschließen und in einem Positionspapier die Position B. Ergo ist ausschließlich zu schauen, ob es eine inhaltliche Konkurrenz gibt und deswegen konkurrieren diese Anträge. Gut, das würde aber im Umkehrschluss auch heißen, wenn wir für das Positionspapier stimmen, haben wir keinen Teil im Wahlprogramm. Das wäre dann die logische Konsequenz daraus, richtig? Ja, richtig. Also ich stelle ja den Antrag für den Bezirksverband Oberbayern vor, aber ich gehe jetzt mal davon aus, dass der Bezirksverband sich keinesfalls zurückgesetzt fühlt, wenn der andere Antrag angenommen wird, weil der andere Antrag ja noch weitergehend ist. Okay, gut, das waren jetzt nur Verständnisfragen, jetzt inhaltlich. Hätte ich noch eine Frage zu dem ersten, da gibt es unter Wahlverfahren, glaube ich, ist das Abschnitt 18 den Punkt, wo es darum geht, dass die Mandate für Parteien, die unter 5% landen, nicht an die anderen Parteien verteilt werden. Das hat auch Implikationen für uns, darüber sollten wir uns im Klaren sein, dass wir da im Prinzip uns allen schaden und da stelle ich mir nur die Frage, gut, wir können das jetzt nicht modular abstimmen, denke ich, weil das nicht vorgesehen ist, aber wäre es da nicht geschickter gewesen, eher die 5%-Hürde als solche infrage zu stellen? Das wäre sicher, aber hat nie einer gemacht. Also, weil die SG-Programm hat halt nicht das Recht, neue Inhalte zu generieren. Vielen Dank. Also, es gibt keinen weiteren, wenn wir den nicht nehmen, haben wir keinen. Achso, es gibt keine Alternative. Nein. Aber es ist nicht alternativlos. Keinen Redebedarf mehr? Ich sehe niemanden mehr, der sich irgendwie in Richtung Mikro bewegt? Gut, dann stimmen wir jetzt erstmal ab, welchen der beiden Anträge ihr abstimmen möchtet. Also, wer möchte, dass wir den Wahlprogrammantrag abstimmen? WP 021. Wir brauchen eine Zweidrittelmehrheit, wie immer. Ah, nein, Entschuldigung. Sorry, das ist erstmal die Konkurrenz. Sorry. Wer ist dafür, dass wir den PP 001 abstimmen? Nicht mal die Oberbayern? Okay. Gut, wir stimmen also jetzt ab über den WP 021. Dieser, es ist ein Wahlprogrammantrag, er benötigt also eine Zweidrittelmehrheit. Bitte hebt jetzt eure grünen Karten, wenn ihr dafür seid. Bitte hebt jetzt eure orangen Karten, wenn ihr dagegen seid. Orange, nicht grün. Dieser, der Antrag WP 021 ist also angenommen. Daraus, zu dem WP 021 gibt es einen Ergänzungsantrag, WP 018, auch von Thomas, den Spinni vorstellen wird. Also, das passt auch, ich habe mit Thomas darüber geredet, der hat mir auch gesagt, dass er nicht da ist. Wir hatten uns, als wir diesen Antrag WP 021 vorbereitet haben, haben wir halt darüber diskutiert, wie wir das jetzt mit diesem Positionspapier zum Beispiel machen, haben wir uns dann darauf geeinigt, dass Thomas einen Ergänzungsantrag schreibt zum Hauptantrag, den wir eben beschlossen haben, wo die ersten beiden Absätze ersetzt werden und dort die Forderungen aus Oberbayern noch mit reinkommen. Deswegen heißt er auch Ergänzungsantrag und es macht auch nur Sinn, wenn wir den anderen vorher angenommen haben. Aber ansonsten sind die wesentlichen, die anderen Forderungen bleiben gleich. Es ist nur eine, eben die Ergänzung aus Oberbayern eben auch auf Bezirksebene, diese Volksbegehren machen zu können und die sechs Wochen Eintragungsfrist natürlich drin geblieben, weil das ist die weitergehende Forderung ist. Gibt es hierzu Redebedarf? Irgendwas? Hey, das Mikro ist frei, ihr habt echt eine Chance. Gut, dann halt nicht. Wir stimmen also jetzt ab dem WP 018, Erweiterung zum WP 021. Es ist ein Wahlprogrammantrag, wir benötigen also eine Zweidrittelmehrheit. Bitte hebt jetzt eure grüne Karte, wenn ihr dafür seid. Danke, bitte hebt jetzt eure rote Karte, wenn ihr dagegen seid. Der WP 018 ist also angenommen. Als nächsten Punkt in unserer Tagesordnung haben wir das Thema Breitband und Infrastruktur in Bayern ein sehr spannendes Thema. Dazu haben wir den Wahlprogrammantrag 016, Digitale Gesellschaft, den uns Spinni vorstellt. Eigentlich hätte ich das lieber Walli machen lassen, aber der kann ja leider nicht heute. Also Ben hat ja vorhin was dazu erzählt, dass wir überhaupt erstmal Internetzugang für alle in Bayern brauchen. Genau das möchten wir in diesem Wahlprogrammantrag fordern. Das Positionspapier dazu ist schon ziemlich alt. Und das ist eigentlich schon lange eine unserer Forderungen und hier haben wir das Ganze dann eben aus dem Positionspapier in den Antrag geschrieben. Also wir möchten den Internetausbau und zwar bevorzugt leitungsgebunden, also bevorzugt gegenüber Mobilfunk, also zum Beispiel LTE-Lösungen, um eine bessere Qualität zu erreichen. Es geht eben darum, einerseits die Förderung auf finanzieller Ebene zu erleichtern, eben aber auch Planung, Genehmigung und Durchführung von solchen Maßnahmen. Und wir sagen auch ganz klar, unterversorgte Gebiete stehen im Vordergrund. Das heißt aber nicht, dass wir in den Städten dabei bleiben, wo wir jetzt sind. Die technische Entwicklung geht weiter, die müssen wir natürlich im Auge behalten. Anderer wichtiger Punkt ist auch, dass der Zugang, also wenn er technisch vorhanden ist, dann auch finanziell möglich sein muss. Das heißt, sozial schlechter gestellte Menschen müssen die Möglichkeit bekommen, dort Zugang zu bekommen, zum Beispiel durch Sozialtarifmodelle oder eben Kostenübernahme. Das ist sicherlich eine Forderung, die nicht ganz einfach umsetzbar ist, aber das sollte man im Auge behalten. Nächster Punkt geht es um das Thema Kabelanlagen, also nicht nur um Internet, sondern Verbreitung von Fernseh- und Rundfunkprogrammen. Hier möchten wir das Programmangebot fördern, um eben auf digitaler Ebene die Verbreitung zu fördern und damit auch eine höhere Vielfalt des Programmangebots zu bekommen, denn es ist natürlich viel billiger als über OKW-Frequenzen zum Beispiel. Dann, was das Thema digitale Dividende angeht, frei werdende Frequenzen möchten wir der Öffentlichkeit zur Verfügung stellen. Und wichtig, solche Sachen dürfen halt, also Umschaltung zum Beispiel von Analog auf digital oder auf andere Frequenzen, darf halt nicht immer plötzlich passieren, sondern muss auf eine sinnvolle Art und Weise passieren, dass erstens die Bürger eine Möglichkeit haben, sich daran zu gewöhnen, aber eben auch die Wirtschaft. Und ganz wichtiger Punkt, immer wieder freie Software und Datenformate. Also in der öffentlichen Verwaltung muss die Nutzung von freier Software und auch damit die Förderung des Ganzen einfach Standard werden in Bayern und das gilt auch für Datenformate. Das heißt, alle Daten, die zur Verfügung stehen, müssen in protokollierten Datenformaten, die frei sind, zur Verfügung stehen. Das hat auch was mit Open Data zu tun. Also eine unserer Kernforderungen ist jetzt auch nichts total Neues. Ja, das war eigentlich so das Wesentliche dazu. Gibt es hierzu Redebedarf, Fragen, Anregungen, irgendwelche Dinge, um euch aus dem Suppenkoma zu holen? Gut, dann stimmen wir den Antrag WP0. Oh, nein, Redebedarf, danke. Ich weiß jetzt bloß nicht, ob ich pro oder contra bin. Ich hätte nur eine Frage zu dem, wenn die letzte Meile quasi im Eigentum vom Hausbesitzer wird, wie soll das dann funktionieren? Wer wartet die Anschlüsse dann? Das ist im Antrag nicht festgelegt. Ich denke einmal an ein Mietshaus mit 20 Parteien, Internet fällt aus, Eigentümer sagt, interessiert mich nicht. Wie gesagt, ist im Antrag nicht festgelegt. Dann war es tatsächlich ein Kontrabeitrag. Ankreizen lassen, bitte. Wir hatten Reden, du hast also ein Abschlussstatement. Abschlussstatement. Abschlussstatement? Gut, kein Abschlussstatement. Möchtest du zu dem Antrag noch was sagen? Ja. Hey. Ich wollte nochmal kurz sagen, dass ich es gut finde, dass die Leitung zwischen dem Verteiler und dem Haus in Zukunft dem Hausinhaber gehören soll, weil derzeit wird, glaube ich, verlangt die Telekom für diese Leitung jahrelang, ohne irgendwas daran zu warten oder zu ändern, weil an den Leitungen sich nichts tut und sie die ganze Zeit lang funktioniert, monatlich 16 Euro oder noch mehr. Ja, insofern ist es wohl besser, weil da fließt viel Geld zur Telekom für eigentlich recht wenig Leistung, weil die Leitungen einfach recht selten kaputt gehen. Und ich glaube nicht, dass es da irgendwie zu Wartungsproblemen häufig kommen wird. Vielen Dank. Gibt es weiteren Redebedarf? Oh, die Familie Witte wird wach. Also ich muss ganz entschieden dafür sprechen, dass die Leitung die letzte Meile ins Haus hinein nicht mehr der Telekom gehört. Die Telekom hat dafür Geld bekommen vom Staat, damals als Bundespost, diese Leitungen zu bauen. Und was macht sie heute mit diesen Leitungen? Sie bremst ihre Konkurrenten aus und sie verkauft uns ein gedrosseltes Internet demnächst. Bitte, ja, also ich will wechseln können und ich will an einem Verteiler mich frei aufklemmen können, egal ob ich bei Telekom, also bei Drossel komm oder bei irgendeinem Konkurrenten bin. Das ist für mich ein wichtiger Punkt, um Netzneutralität im Internet aufrecht zu erhalten. Bitte stimmt diesem Antrag so zu. Natürlich ist es nicht geklärt in diesem Antrag, wer dann für den Ausfall dieser Leitung haftet oder sonst irgendwas. Aber ganz ehrlich gesagt, wer haftet bei einem Abwasseranschluss, der auch zum Haus gehört? Natürlich der Eigentümer und natürlich muss er es reparieren lassen. Natürlich sind das auch Risiken, die man sonst mit 16 Euro ganz wunderbar weggebügelt bekommt. Aber es ist ein Faktor, dass hier die Telekom auf den letzten Metern ganz massiv die Konkurrenten bremst und diese Position auch nutzt, um demnächst das Internet in die Steinzeit zurückzudrehen. Danke. Der andere Stelle hat das Abschlussstatement. Okay, also ich glaube, Andi hat den entscheidenden Punkt nochmal sehr deutlich klargemacht. Vielen Dank dafür. Das ist, glaube ich, auch immer die Intention dieses Antrags gewesen. Es ist natürlich nicht alle Kleinigkeiten geregelt, aber wir haben eh das Problem im Moment, dass wir überhaupt erstmal einen Landtag dazu kriegen müssen, politischen Willen zu zeigen, solche Dinge überhaupt tun zu wollen. Und deswegen müssen wir uns, glaube ich, dann über, ich sage mal, letztendlich so den Alltag im Moment noch nicht mal kümmern. Wir müssen erstmal dazu bringen, überhaupt solche politischen Forderungen durchzusetzen, denn selbstverständlich ist das ja nicht, was wir hier fordern, im Gegenteil. Wir stimmen also ab den Wahlprogrammantrag 016. Das ist ein Wahlprogrammantrag, er braucht eine Zweidrittelmehrheit. Bitte hebt jetzt eure grüne Karte, wenn ihr für diesen Antrag seid. Bitte hebt jetzt eure rote Karte, wenn ihr gegen diesen Antrag seid. Vielen Dank. Der Wahlprogrammantrag 016 ist damit angenommen. Wir kommen jetzt zu dem Block Menschenrechte. Spinni ist schon da, das ist ganz hervorragend. Der erste Antrag ist von ihr. Wir werden hier also über den WP 011 uns informieren. Es gibt hier gerade noch Probleme mit Konkurrenzen. Wo sind wir jetzt gerade? WP 011? Ich muss mal ganz kurz noch die richtige Seite von meinem Tablet suchen. Entschuldigung. Moderne Technik ist zwar toll, aber nicht schnell. Okay, Freiheit und Bürgerrechte, hier ja noch ein Kernthema. Ja, Thema Überwachung hier in Bayern immer wieder beliebt. Beinahe täglich bekommen wir irgendwo die Forderung nach mehr Videoüberwachung. Das ist auch so eigentlich einer der Hauptpunkte in diesem Antrag, dass es darum geht, Videoüberwachung erstens mal konkret einzuschränken und zwar massiv und zweitens mit wesentlich mehr Auflagen zu belegen. Das Positionspapier dazu ist schon echt alt. Also das haben wir schon sehr frühzeitig haben wir uns dazwischen positioniert. Nur ganz kurz nachdenken. Ich muss gestehen, so viele Anträge vermischen sich langsam in meinem Kopf ein bisschen. Ich habe das zwar alles nochmal gelesen gestern, aber Genau, also Aufzeichnungen grundsätzlich überhaupt nur, wenn es zum Beispiel durch gesetzliche Vorgaben, die jetzt nicht, die auch durchaus sinnvoll sind, zu ermöglichen. Ansonsten keine Aufzeichnungen mehr. Wichtig, Dokumentationspflicht und vor allen Dingen auch eine Haftung für Überwachungssysteme. Denn das Argument ist ja immer, Überwachung schränkt Straftaten ein. Macht es natürlich nicht. Es kann allerhöchstens dann vielleicht hinterher noch zur Aufklärung genutzt werden. Selbst das funktioniert in aller Regel nicht, weil keiner drauf geguckt hat oder was auch immer. Das heißt, wenn jemand überwachen will, dann muss er auch eine gewisse Verantwortung dafür übernehmen. Und der Betreiber muss eben auch dafür haften, wenn mit dieser Überwachung Dinge passieren, die eigentlich nicht vorgesehen sind. Also zum Beispiel, wenn er aufzeichnet, weil er aufzeichnen darf, die Daten kommen weg, dann muss er dafür haften. Das zweite ist, wichtiger Punkt, wir möchten neue Sanktionsmöglichkeiten, also dass die Datenschutzbehörden überhaupt mehr Möglichkeiten bekommen, auch direkt Bußgelder zu verhängen. Das ist nicht mehr immer nur über ein Verfahren gehen muss, aber gleichzeitig muss natürlich die zivilgerichtliche Klage durch Betroffene erhalten bleiben. Und zweiter wichtiger Punkt, hier in Bayern immer wieder keine heimliche Online-Durchsuchung. Und das schließt auch TKÜ mit ein, da wir das einfach Grundlehnen ablehnen. Da gibt es, glaube ich, auch keine Diskussion, hoffe ich, in dieser Partei. Das Thema haben wir auf Bundesebene auch oft schon noch gehabt. Hier in Bayern haben wir das Thema ja auch politisch zur Genüge durch, aber es ist immer noch nicht vorbei und deswegen müssen wir uns, denke ich, auch hier dazu im Wahlprogramm positionieren. Gibt es hierzu Redebedarf, Fragen, Anmerkungen? Wir kommen also zur Abstimmung des WP 011. Oh, Wiegbold hat Redebedarf, Entschuldigung, ich war zu schnell. Also ich finde es einfach sehr schlagwortmäßig, das Ganze, das ist Videoüberwachung. Ich will jetzt nicht dagegen sprechen oder dafür, ich habe bloß mit dem Lesen und dem Vermitteln solcher Inhalte ein großes Problem, weil letztendlich existiert durch Videoaufzeichnungen oder so keine Überwachung. Eine Überwachung ist immer durch Menschen, die sich bestimmter Medien bedienen. Die Frage ist jetzt, wie soll man das jetzt so argumentieren? Das ist einfach eine Frage, was ist denn jetzt eine Überwachung, die wir da jetzt in Haftung nehmen wollen? Wo beginnt die Haftung, wo endet sie, was für eine Haftung meint ihr überhaupt? Das wird überhaupt nicht irgendwie ausgeführt. Einfach mal Haftung, das ist halt ein Problem einfach für mich. Danke. Gut, Jens, du hast das Wort. Also zu Wiegbolds Einwand eben ganz kurz nochmal, allein durch die bloße Aufzeichnung von menschlichem Verhalten resultieren natürlich Effekte, weil Menschen, die eben beobachtet werden und sich beobachtet fühlen, die verhalten sich nachweislich anders. Und das ist eben genau das Problem an der Stelle. Das heißt, es ist vollkommen egal, erst einmal was mit diesen Daten überhaupt passiert. Die Tatsache, dass sie irgendwie gesammelt werden und dass man damit irgendetwas tun kann, beeinflusst menschliches Verhalten und führt dazu, dass Menschen sich nicht mehr so frei fühlen und so frei verhalten. Ich habe eine Frage zu dem Punkt, Betreiber von Überwachungsanlagen sollen für Straftaten und Schäden im überwachten Bereich haften. Heißt das so etwas wie, dass man sie zum Beispiel wegen unterlassener Hilfeleistung dann zur Rechenschaft ziehen kann? Also ja, so habe ich das Positionspapier damals verstanden. Also das war damals so gedacht. Wir haben damals schon recht starken Tobak beschlossen, muss ich ja mal sagen. Ich bin ein bisschen gegen diesen Antrag, weil, dass man einen weiteren Ausbau der Videoüberwachung, weil ich glaube, wir sind heute in einer Zeitalter, wo jeder, der ein Handy besitzt, eigentlich dauernd überwacht wird. Und weil jeder weiß, sobald das Handy angeschaltet ist, kann man letztendlich feststellen, wo jemand irgendwann gewesen ist. Deswegen, der größte Teil der Menschen, die sich bewegen, sind innerhalb eines gewissen Zeitraums, ich weiß jetzt nicht mehr genau, ich kenne mich da nicht so aus, von ein bis zwei Wochen wird da, glaube ich, die ganzen Daten gespeichert, kann man eigentlich feststellen, wo der sich aufgehalten hat. Also von der Seite ist eine gewisse Überwachung sowieso schon vorhanden. Deswegen, warum wir uns hier im Ausbau der Videoüberwachung hier dagegen stellen, ich glaube, ob wir nun jetzt mehr Polizeipräsenz in Bahnhöfen oder auf öffentlichen Plätzen hier machen oder es per Video machen, da bin ich der Meinung, dass wir mit der heutigen Zeit, ich sage, von Menschen eben auf die Elektronik, eigentlich mehr auf die Elektronik setzen sollten, anstatt immer mehr Menschen eigentlich einzusetzen. Und eine gewisse, sagen wir mal, Präsenz von Sicherheit muss eigentlich gewährleistet werden. Und ob die jetzt hier nicht besser über Videos gemacht werden als wir Menschen, halte ich wahrscheinlich zu sagen, ist wahrscheinlich die Video eine kostengünstige und wahrscheinlich auch bessere Möglichkeit. Deswegen, ich bin eigentlich gegen einen hier, mehr dafür, eine Videoüberwachung auszubauen. Danke. Deine Karte bitte abzeichnen lassen. Ich bin dann ganz deutlich für den Antrag im Gegensatz zum Vorredner, denn so die Handyüberwachung zeigt ja erstmal nur, wo ist mein Handy, nicht wo bin ich. Also ich habe mehrere Handys und die werden auch von verschiedenen Personen getragen. Also von daher ist es nicht identisch. Und die Videokameraüberwachung führt ja nur dazu, dass ich irgendwas aufzeichne. Ein anwesender Polizist, den es vielleicht an manchen Stellen braucht, um Sicherheit zu generieren, ist da wesentlich sinnvoller, weil der könnte zur Not eingreifen. Und wenn ich früher in der U-Bahn stehe und meinen Finger in der Nase habe und mich hinter eine Säule stellen muss, weil ich eine Kamera sehe, dann schränkt mich das im Verhalten ein, drum für den Antrag. Ich habe nur mal eine blöde Frage. Hier wird auch gesprochen von Videoüberwachung im privaten Raum. Ist damit jetzt eigentlich gemeint, ich sage jetzt mal Banken oder Geschäfte, oder ist damit auch gemeint, dass jetzt zum Beispiel der Besitzer eines Hauses seinen Vorgarten überwachen darf? Beides. Also es gibt ja durchaus gesetzliche Vorgaben, wo Videoüberwachung vorgeschrieben ist und wo es sicherlich auch sinnvoll sein kann. Aber zum Beispiel im Vorgarten, das Problem ist ja, dass die Leute in der Regel einen Raum überwachen, der eben nicht nur ihr Privatraum ist. Vorgarten ist das eine, aber wenn man im Vorgarten hinausgeht, halt nicht mehr. Okay, dann sagen wir einfach mal, der Hintergarten, wo halt kein öffentlicher Raum mit dabei ist. Also nur ein eigenes Privatraumstück. Das ist kein öffentlicher Raum. Okay. Also das ist... Also das darf der machen, wie er will, trotzdem noch. In seiner Wohnung kann er auch machen, was er will, klar. Das schreiben wir ja niemandem vor, können wir auch gar nicht, wollen wir auch gar nicht. Ja, ich möchte auch kurz was zur Videoüberwachung sagen. Und zwar wurde vorhin das Argument auf der Kontrasseite genannt, der Kosten. Wir haben in Bamberg einen Platz, an dem eine Videoüberwachung eingebaut werden sollte. Und zwar wurde dort eine Gedenktafel beschmutzt. Und da haben wir nämlich einen nach Informationsfreiheitssatzung, haben wir da angefragt. Und da kam heraus, dass allein die Installation der Kamera, leider ist das Internet hier ein bisschen langsam im Moment, ich glaube 13.000 Euro gekostet, nur die Anschaffung und eine jährliche Wartung von 750 Euro für die Kamera zu Buche geschlagen hätten. Für den Preis kann man einmal die Woche Polizisten dort vorbeischicken, die auch hinschauen. So viel mal zu den Kosten für so eine Anlage. Wir hatten jetzt fünf Pro-Beiträge. Laut unserer Geschäftsordnung war es das. Ihr könnt also noch gegenreden. Fragen auch als Pro. Ihr könnt erst mal noch gegenreden. Ansonsten müssen wir abstimmen über die Erweiterung der Redeliste. Wer möchte, dass weitere Argumente hören? Wer möchte das nicht? Wir reden also weiter. Du hast das Wort. Ich habe nur eine ganz kurze Frage und zwar, inwieweit zählt denn jetzt die Verkehrsüberwachung hierzu der in dem Antrag gesprochenen Überwachung? Beispiel Blitzer und sowas. Gute Frage. Ich glaube, darüber wurde nicht nachgedacht, als das Positionsbuch geschrieben wurde. Aber das ist, glaube ich, nicht klassische Videoüberwachung, weil die ja in dem Sinne nicht das Verhalten, also klar, strengst es ein, aber ich denke, Blitzer, darüber kann man diskutieren dann. Aber ja, das ist tatsächlich in diesem Antrag, also von der Begründung her und vom Positionspapier damals her, nicht intendiert. Aber tatsächlich ist es hier weder explizit erwähnt noch ausgenommen. Ich fände es jetzt trotzdem cool, wenn die ein neutrales Schild davor stellen würden, dass jetzt da Verkehrsüberwachung stattfindet, wie im Antrag angesprochen. Das könnte man ja dann mal überlegen, ja. Ich wollte zum Thema Videoüberwachung noch mal kurz anmerken. Also das ist basierend auf einem alten Positionspapier erstellt worden, dieser Wahlprogrammsantrag. Jetzt für Videoüberwachung zu reden, ich gucke jetzt ganz bewusst in eine bestimmte Richtung, ist irgendwie so weit weg von den zentralen, piratigen Positionen, dass ich mir schon an den Kopf fasse und frage, was bitte soll das? Also genau den Punkt anzugreifen, ist schon ziemlich verquer. Bitte stimmt für diesen Antrag. Gibt es noch weiteren Redebedarf? Ich sehe jetzt keinen, damit hat Spinni das Abschlussstatement. Okay, ich mache es kurz. Also das Thema Videoüberwachung ist tatsächlich eins der Urthemen der Piraten, das haben wir schon 2009, versucht auf die Straße zu tragen. Die Debatte haben wir immer wieder. Insbesondere Innenminister fordern bei sich jeder bietenden Gelegenheit mehr Videoüberwachung, weil das hilft ja gegen alles, außer vielleicht gegen schlechtes Wetter. Und ich denke, wir sollten einfach unsere Kernforderung ganz klar ins Wahlprogramm reinschreiben. Und deswegen bitte ich euch, diesem Antrag zuzustimmen, denn wir haben das Thema auch schon heute noch mal diskutiert und auch vorher schon sehr oft und ausführlich diskutiert. Vielen Dank. Wir stimmen jetzt ab, den WP 011. Es ist ein Wahlprogrammantrag, wir benötigen eine Zweidrittelmehrheit. Bitte hebt jetzt eure grünen Karten, wenn ihr dafür seid. Danke, bitte hebt jetzt eure roten Karten, wenn ihr dagegen seid. Der WP 011 ist angenommen. Wir hatten jetzt eine kurze Orga-Durchsage. Wir waren ja so verrückt und haben das Internet ja gestern schon zum Laufen gebracht. Wenn es sich noch nicht rumgesprochen hat, wir surfen ja heute über Satellit. Ihr habt mittlerweile 10 GB im Download runtergezogen und im Upload schon 2 GB. Also es sind mittlerweile schon 12 GB. Ich weiß nicht, was ihr gemacht habt, aber das ist nicht nur twittern. Nur das Modem hängt sich jetzt langsam auf und das würden wir jetzt einmal kurz neu starten. Das führt dazu, dass ihr mindestens 5 Minuten kein Internet habt. Also mittlerweile geht ja fast kein Tötter mehr durch. Danach gehen vielleicht die nächsten 12 GB weiter. Das war kein Antrag. Wir werden jetzt auf Antrag des Protokolls diese 5 Minuten als Pause nehmen, weil die sonst nicht protokollieren können. Flausch als Protokoll bei der Gelegenheit. Wir unterbrechen also hiermit die Versammlung für 5 Minuten, bis das Internet wieder läuft. Das haben wir jetzt zum Wolfgang getroffen. Und hier zum Landesmann. Und ganz lecker Wurst. Und das ist ein Wurst. Vielen Dank. Hallo, hallo. Vielen Dank. 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 wann eine Diskriminierung vorlegen würde oder womit man nicht diskriminiert werden dürfe. Der Begriff körperliche Merkmale kommt darin aber nicht vor. Des Weiteren liegen mir Gutachten des Bundesministeriums des Innern vor, wo ausdrücklich gesagt wird, die Diskriminierung von Personen und ihrer Körpergröße im Bereich Zugang zur Arbeit im öffentlichen Dienst sei ausdrücklich verträglich mit dem Grundgesetz. Es wird sogar die gegenwärtige Einstellungspraxis im öffentlichen Dienst verteidigt und als alternativlos dargestellt. Ich sehe das keinesfalls so. Ich sehe einen großen Handlungsbedarf, den wir sehr einfach realisieren können, indem wir ganz einfach das bestehende Antidiskriminierungsgesetz in § 1 um den Begriff der körperlichen Merkmale erweitern. Dadurch würde auch hier eine Diskriminierung in diesem Fall vorliegen und wir können diese Benachteilungen dadurch dann beseitigen. Zwei Worte in ein bestehendes Gesetz aufzunehmen, ist ein sehr kleiner Schritt im Arbeitsaufwand, aber es ist ein riesiger Fortschritt für die betroffenen Menschen. Nun stehe ich für eure Fragen zur Verfügung. Besteht zu diesem Antrag Redebedarf? In der Frage zur Klarheit ist unter körperlichen Merkmalen auch zu verstehen, sich sichtbar selbstständig zugefügte körperliche Merkmale. Ich überspitze mal ein kleines bisschen Gesichtstätowierungen zum Beispiel, großflächige. Das ist eine gute Frage. Der Begriff der körperlichen Merkmale ist noch nicht abschließend rechtlich geklärt, aber in der bisherigen Art und Weise, wie es interpretiert wird in der juristischen Literatur, zählt es nicht darunter. Was du genannt hattest, wäre eine körperliche Eigenschaft. Deshalb habe ich ausdrücklich auch in diesem Antrag den Begriff körperlichen Merkmal verwendet, obwohl körperliche Eigenschaften besser klingen würden. Es wurde mir auch vorgeschlagen, aber ich habe extra den Begriff körperliche Merkmale verwendet, damit es sich eben nur auf das bezieht, was einem gegeben ist durch Geburt oder was man nicht selber ändern kann. Selbstzugefügtes würde nicht darunter fallen. Auch da noch eine klare Fizierung, was selbst zugeführt wird. Ich halte das ein bisschen sehr grob formuliert. Wenn jemand sich also zum Beispiel hier durch Alkohol oder auch Fresssucht hier in eine gewisse körperliche Verfassung bringt, die eigentlich davon auszugehen ist, dass sie hier gesundheitlich für die Zukunft für den Arbeitgeber hier schädlich sein kann, ist das ein körperliches Merkmal oder nicht? Was du jetzt gesagt hast, das wäre dann eher in den Begriff einer Krankheit einzugliedern. Ich beziehe den Antrag eben darauf auf Personen, denen Merkmale vorgegeben sind und diese nicht ändern können und die sie sich nicht selber beigefügt haben. Ich bitte alle, für den Antrag zu stimmen, weil ich hatte aktuellen Fall im Kollegium, dass der Kollege, weil er übergewichtig ist, angeblich nicht verbeamtet wurde. Flo, stehst du zur Deko da? Das machst du hervorragend. Es gibt keinen Redebedarf mehr zu diesem Antrag. Wir kommen also zur Abstimmung. Das ist ein Antrag zum Bundesprogramm. Doch, Andi. Es gibt doch noch weitere. Ja, jetzt aber hurtig. So langsam bist du nicht. Wir kennen dich auch schneller. Stimmt nicht. Ich habe eine dumme Frage. Und zwar, diese körperlichen Merkmale sind ja soweit schön und gut. Wie will ich zum Beispiel, wenn ich Feuerwehrkräfte suche, als Arbeitgeber dann Feuerwehrkräfte suchen? Wird es weiterhin erlaubt sein, körperliche Merkmale festzulegen, wie zum Beispiel eine Mindestkörperverfassung oder irgendwas in der Art und Weise? Weil ich kann nicht komplett blind jemanden einstellen und nachher entpuppt sich. Das ist jetzt mal im ganz heftigen Härtefall ein blinder Rollstuhlfahrer. Den brauche ich nicht in den Brand schicken. Es steht im Antrag und der Begründung drin, also in Modul 2 steht, dass es sich nicht auf Tätigkeiten bezieht, wo zwingende Sachgründe vorliegen. Und in der Begründung steht dann auch im drittletzten Paragrafabsatz, steht auch, dass es eben sich nicht auf diese Tätigkeiten bezieht. Vielen Dank. Oliver, du hast das Abschlussstatement. Ja, ich würde mich freuen, wenn ihr dem zustimmt. Am wirkungsvollsten wäre der Antrag natürlich, wenn er insgesamt angenommen würde. Aber für Notfälle gäbe es auch die Möglichkeit, ihn modular abzustimmen. Vielen Dank. Also kommen wir zur Abstimmung. Es handelt sich hiermit um einen Antrag zum Bundesprogramm. Sprich, wir brauchen nur eine einfache Mehrheit. Bitte stimmt, ihr hebt jetzt eure grünen Karten, wenn ihr für diesen Antrag seid. Bitte hebt eure rote Karte, wenn ihr dagegen seid. Der Antrag BP001 ist angenommen. Danke, vielen Dank. Wir kommen jetzt zum Wahlprogrammantrag 028, Gesellschaft. Ben. So, okay. Ich wurde da jetzt etwas ins kalte Wasser geworfen. Ich habe gedacht, das macht alles spinni und ich habe einen freien Tag. Sie zeigt mir gerade den Vogel sehr nett. Die SG-Programm hat dort Positionspapiere zusammengefasst. Ich erzähle jetzt mal kurz, was wir da getan haben. Der erste Punkt ist Geschlechtergerechtigkeit. Das ist im Prinzip das Positionspapier, das wir im letzten Parteitag beschlossen haben, mit dem Titel Game Changer in den Duktus des Wahlprogramms gebracht. Wir wollen keine Frauenquote, aber wir wollen die Gesellschaft verändern dahin, dass alle gleichberechtigt leben können. Wir wollen anonyme Bewerbungen und so weiter und so fort, vor allem in öffentlichen Einrichtungen durchsetzen. Der zweite Antrag ist der von Flo mit der Stärkung der Rechte der Prostituierter. Der Hauptforderungspunkt ist, die Sperrbezirke abzuschaffen. Dann hätten wir mehrere Positionspapiere gehabt bei Familienpolitik. Da geht es um gleiches Sorgerecht für beide Elternteile. Vor allem, dass dort nicht nach Geschlecht unterschieden werden. Wir wollen, dass wenn Eltern sich trennen, die Verfahren beschleunigt werden, damit die Kindsinteressen gestärkt werden. Wir wollen das Ehegattensplitting abschaffen. Wir wollen frühkündliche Bildung kostenfrei. Wer hätte es gedacht, wir wollen kostenfreie Bildung. Und wir möchten, dass Jugendliche bis 16 Jahre in Museen kostenlos kommen. Also in geförderte Museen von der öffentlichen Hand, dass Jugendliche kostenlos reinkommen. Dann hätten wir die Asyl- und Flüchtlingspolitik. Ich glaube, die war auch von Flo. Da bin ich mir nicht mehr sicher. Wir wollen, dass sich Asylsuchende bei uns willkommen fühlen. Wir wollen ihnen die Bewegungsfreiheit erhöhen, denen wir die Residenzpflicht abschaffen. Wir halten fest, dass auch Asylsuchende ein Recht auf Gesundheit haben. Dass sie arbeiten sollen, wenn sie denn das möchten. Also dass wir ihnen die Möglichkeit geben, für Lebensunterhalt selbst zu sorgen. Und wir wollen, dass sie in der Gesellschaft inkludiert wird und nicht integriert und nicht in Lagern abgeschoben werden. Ach ja, und wir möchten, dass sie ihre Ausweisdokumente wieder beschaffen können, ohne dass ihnen die Ausweisung droht. Das ist so im Groben, was hier drin steht. Haben wir alles schon mal beschlossen. Einfach nur umformuliert, sodass es klingt wie ein Wahlprogramm. Haben wir fertig. Gibt es hierzu Fragen, Kommentare, für- und gegenreden, was auch immer? Lust am Mikro zu stehen? Wer hat noch nicht? Wer will noch mal? Na gut. Wir kommen zur Abstimmung. WP 028, Gesellschaft. Es handelt sich um einen Wahlprogrammantrag. Wir benötigen eine Zweidrittelmehrheit. Bitte hebt eure grüne Karte, wenn ihr dafür seid. Bitte hebt jetzt eure rote Karte, wenn ihr gegen diesen Antrag stimmen möchtet. Der Antrag WP 028 ist angenommen. Und da ihr so wenig redet, muss jetzt Klaus ran. Die Datei ist kaputt. Gut, Klaus kann ohne fremde Hilfe nicht reden. Dann übergebe ich die Versammlungsleitung an BIM und vielen Dank. Ja, hallo, wir machen gleich weiter mit dem Antrag WP 010, Rundfunk und Medien. Möchte der Antragsteller seinen Antrag vorstellen? Da ist er ja schon. Du wieder. So, das ist etwas aufwendiger gewesen. Ihr habt im vorletzten Parteitag zwei Positionspapiere beschlossen, die sich netterweise auf das öfteren Mal widersprochen haben. Ich habe bei der Zusammenarbeitung immer die maximale Forderung versucht herauszuarbeiten. Bei der Finanzierung fordern wir ein Steuermodell ähnlich der Kirchensteuer. Im Prinzip, wir möchten, dass die Ausgaben sinnvoll begrenzt werden. Also nicht nur auf Quote geschielt wird und vor allem nicht allzu viel Geld verschwendet werden. Wir wollen, das ist eine sehr schöne Forderung, die in Trennung von Produktion und Kommunikation. Das soll heißen, wir wollen, dass die öffentlichen rechtlichen Anstalten in zwei Teile zersplittert werden. Die eine kümmert sich unter Produktion von Inhalten, die unter die Creative Commons zu stellen sind und im Internet zu veröffentlichen sind. Und die andere betreibt die Radiostation, die Fernsehsender und sucht aus diesen Inhalten, aber nicht exklusiv aus diesen Inhalten außen. Darf sie senden, darf aber nur Inhalte senden, die unter der Creative Commons stehen oder unter offenen Lizenzen. Wir wollen die Zusammensetzung der Kontrollorgane ändern. Das habe ich vorhin in meiner Rede schon erwähnt. Wir fordern implizit, dass dort keine Pressesprecher mehr sitzen oder andere Beauftragte für Öffentlichkeitsarbeit der Parteien. Das war es im Groben und Ganzen. Ja, das war es. Dankeschön. Sind hierzu Redebeiträger erwünscht. Diese Welt, die du beschreibst, wäre so geil. Das war es schon. Dankeschön. Wenn beide konkurrierend waren, was wurde reingetan, was wurde rausgekippt? Hast du beides weggelassen? Nein, ich habe einfach immer versucht, die Maximalforderung rauszunehmen. Also ich habe immer aus den Positionspapieren die Maximalforderung genommen. Beim einen stand zum Beispiel, wir möchten, dass zwar das Einkommensteueramt, also das Steueramt das einzieht, aber der Betrag soll gleich sein. Und beim anderen haben wir gesagt, wir wollen ein Steuermodell nach Einkommen. Das war für mich dann weitergehend, also habe ich das genommen. Es gab halt einige Punkte bei Zusammensetzung der Kontrollorgane. Haben wir gesagt, wir wollen, dass das fairer ist. Beim anderen stand, aber wir wollen es fairer. Und es soll das und das nicht drin sein und das und das nicht drin sein. Ich habe also praktisch immer die Maximalforderung genommen, weil ich der Meinung bin, wir sollten die Maximalforderung stellen. Kompromisse können wir immer schließen. Besteht der Bedarf nach weiteren Rehebeiträgen? Scheint nicht der Fall zu sein. Dann bitte ich dich um dein Abschlussstatement. Diesen Parteitur verkehrs ich es nicht. Gut, kein Abschlussstatement, dann kommen wir zur Abstimmung. Es handelt sich auch hier um einen Wahlprogrammantrag. Also wir brauchen eine Zweidrittelmehrheit. Wer diesem Antrag zustimmen kann, bitte die grüne Stimmkarte jetzt heben. Dankeschön. Wer dagegen ist, bitte jetzt die rote. Damit ist der Antrag angenommen. Dann kommen wir jetzt zum Antrag WP 027, Änderungsantrag zu Rundfunk und Medien. Bist du Antragsteller? Jo. Kommst bitte rauf wie die anderen auch. Ja, wir haben ja gerade gehört, wir möchten den öffentlich-rechtlichen Rundfunk finanzieren, indem wir über das Finanzamt, über das Einkommen eine Abgabe oder eine zusätzliche Abgabe einziehen. Ich habe im Gedächtnis, dass es damals, als wir es beschlossen haben, Diskussionen gab. Die Diskussionen gingen in die Richtung, ob das verfassungsgemäß ist. Ich vermute, dass es in Richtung Unabhängigkeit des öffentlich-rechtlichen Rundfunks geht. Ich bin selber kein Jurist, also habe ich mir gedacht, stelle einen Änderungsantrag und las den Parteitag herausfinden, ob es verfassungswidrig ist und ob Sie das ändern möchten. Ja, wie gesagt, ich gehe davon aus, dass es in Richtung Unabhängigkeit des öffentlich-rechtlichen Rundfunks vom Staat selber geht. Ich kann es leider selber nicht final bewerten, ob das problematisch ist. Wenn es ein Problem sein sollte, nehmt den Antrag und beschließt ihn. Ja, bitteschön. Besteht dazu Redebedarf? Dann brauchst du auch nichts mehr zu sagen. Dann kommen wir gleich zur Abstimmung. Es ist ein Änderungsantrag zum Wahlprogramm, also auch hier brauchen wir eine Zweidrittelmehrheit. Könntest du bitte die Programmeinträge auf den Schirm legen, immer? Fürs Protokoll dann. Wer? Also ich möchte darauf hinweisen, dass das Inkasso einer Steuer direkt vom Finanzamt ausgeübt wird. Das bedeutet, es gibt keinerlei Mahnung. Also es gibt schon eine Mahnung, aber es wird dann direkt vom Finanzamt auch vollstreckt. Das sollte den Leuten dann auch klar sein, was hinsichtlich der Rundfunkgebühren da ist. Keine freundlichen Briefe mehr, nichts, sondern direkte Vollstreckung. Danke. Dankeschön. Gibt es noch weitere Beiträge? Für mich stellt sich gerade die Frage, wofür wir da eine extra Steuer brauchen, warum wir das den Rundfunk dann nicht gleich einfach aus dem Bundeshaushalt bezahlen. Ist das eine Frage an den Antragsteller? War das eine rhetorische Frage oder eine Frage an den Antragsteller? Eine Frage, okay, bitte. Also wie gesagt, ich bin kein Jurist, aber ich würde davon ausgehen, wenn du den Rundfunk direkt über den Staatshaushalt finanzierst, ist es ganz offensichtlich ein Staatsfernsehen. Und dann ist es definitiv kein öffentlicher Rundfunk mehr. Bitteschön. Danke, Bim. Okay, dann muss ich jetzt gleich mal einen Stimmzettel holen, um was sagen zu dürfen, aber ist okay. Die Verfassungswidrigkeit wird damit hergeleitet, dass eine Steuern oder Bund beschließen darf und nicht das Land. Vorhochdeutsch, wir können im Landtag das nicht beschließen, aber wir können ja zum Beispiel versuchen, das anzutriggern über den Bundesrat und so weiter und so fort. Hauptprinzipiell geht das also, das ist der Grund für diese Verfassungswidrigkeit in dem Pet. Das ist der Gedanke dahinter, deswegen wäre das verfassungswidrig, wir können das nicht einfach in Bayern beschließen oder die Länder können das beschließen über den Rundfunkstaatsvertrag, sondern das muss der Bundestag beschließen. Das Ganze ist trotzdem noch staatsfern finanziert, weil die Kirche ist ja auch staatsfern finanziert. Also wir können jetzt sagen, das ist überhaupt nicht staatsfern, ist aber nicht so. Staat, also es ist dann nicht staatsfern, wenn der Staat die Höhe bestimmen kann. Wenn die Höhe aber unabhängig bestimmt wird und der Staat das nur einzieht, wie es zum Beispiel der Kirchensteuer ist, der Staat kann nicht sagen, ich erniedrige die Kirchensteuer, das legt die Kirche fest, so mehr oder weniger. Das heißt, der Staat kann nicht einfach sagen, ich nehme der katholischen Kirche jetzt drei Milliarden von ihrer Steuer weg und ähnlich wäre das in so einem Modell auch. Das heißt, das Geld ist fest für die Öffentlich-Rechtlichen reserviert, es wird nur einkommensabhängig eingezogen und das Ganze ist deswegen sehr charmant. Also das Charmante daran ist, es ist sozial gerecht, weil nämlich nur die höhere Steuern zahlen, die mehr verdienen, so prinzipiell mal gesehen, wenn sie nicht unbedingt bescheißen. Und dementsprechend ist die Finanzierung des öffentlich-rechten Lundfunks dann sozial gerecht im Gegensatz zu jetzt, wo alle das Gleiche zahlen. Noch eine kleine Anmerkung, Steuern dürfen nicht zweckgebunden sein. Dankeschön. Gibt es weitere Beiträge? Der Antragsteller verzichtet auf sein Abschlussstatement. Dann kommen wir zur Abstimmung. Auch hier brauchen wir eine Zweidrittelmehrheit. Wer für den Antrag WP 027 ist, der hebe jetzt bitte die grüne Stimmkarte. Dankeschön. Wer dagegen ist, bitte die rote. Eine sehr deutliche Mehrheit dagegen. Der Antrag ist abgelehnt. Kommen wir zum nächsten Antrag, WP 002, Staat und Kirche. Immer die üblichen Verdächtigen. Ja, Stellung von Staat und Kirche. Großes Thema bei uns Piraten. Wir hatten das heute, glaube ich, schon mal wieder Positionspapiere umbearbeitet. Wir wollen die Staatsleistung an die Kirche beenden. Das heißt, wir wollen, dass die Kirche nicht mehr die Bischöfe vom Bayerischen Staat bezahlt bekommt. Und wir treten ein für eine Einschränkung des kirchlichen Arbeitsrechts. Da geht es darum, dass wir sagen, es ist okay, wenn die Kirche öffentliche Aufgaben wahrnimmt, zum Beispiel in einem Kindergarten. Das Problem ist, wenn sie das da tut, dann muss auch normales Arbeitsrecht gelten und nicht kirchliches Arbeitsrecht. Kirchliches Arbeitsrecht sollte auf den Kirchenbetrieb beschränkt sein, also auf den Glaubensbetrieb. Im Moment ist das nicht der Fall. Weiß jeder Kindergärtner, die sich nie neu heiraten, werden gefeuert, weil die sind ja untragbar für die katholische Kirche. Und wir wollen die stillen Tage gänzlich abschaffen. Das soll heißen, tanzen, wann wir wollen, solange da Respekt herrscht. Also wir wollen nicht auf dem Kirchturmsplatz tanzen, aber ich will in die Disco gehen können an Karfreitag. Das ist mein verfluchtes Recht. Dankeschön, Ben. Gehst du schon wieder? Du rechnest nicht mit kritischen Fragen. Gibt es hier etwa Aussprachebedarf? Nein? Doch, Wigbold, bitteschön. Außerhalb des Protokolls, wie viele Striche hast du denn schon? Also ich bin nur mal kurz anmerkt. Erstmal sind das Staatsverträge, die man auch mal diskutieren soll. Also immer solche Pauschalforderungen zu stellen, ohne irgendwelche argumentativen Hintergründe zu liefern, halte ich immer für sehr problematisch. Das bedeutet, man sagt einfach, dass der Staat irgendwie 140 Millionen zahlt, das ist aber aus bestimmten Verträgen heraus resultiert, wird eben nicht da letztendlich gesagt. Genauso gut wie diese stillen Feiertage. Ich weiß nicht, wo das Problem ist, wenn es mal vielleicht ein, zwei Tage still ist. Vielleicht ist das auch eine Form des Respekts bestimmter Menschen gegenüber, dass man auch einfach mal stille Feiertage ermöglicht. Genauso kann man umgekehrt sagen, dass nur laute Feiertage sozusagen, dass überall immer laut sein muss, dass es auch problematisch ist. Wieso ich hier überhaupt spreche, ist auch, dass ich bestimmte differenzierende Grundsätze halt auch für sehr wichtig halte, die leider nicht eingearbeitet sind. Es wird alles pauschalisiert, alles wird halt so runtergebrochen, gerade bei diesen überarbeiteten Sachen, wo einfach auch gewisse Positionspapiere anscheinend verloren gegangen sind. Ja, also von daher möchte ich darauf hinweisen, also man sollte das doch mal ein bisschen freiheitlich erfassen, das Ganze und mal überlegen, wie ist es überhaupt dazu gekommen. Da würde ich auch mal von den Antragstellern auch ein bisschen Aufklärung verlangen. Wieso bezahlen die 140 Millionen, woher kommen diese Zahlen und so weiter. Ich brauche mal ein bisschen Entscheidungsgrundlage. Ja, ich kann mir das ja nicht immer alles selber zusammensuchen. Ja, also da würde ich doch ein bisschen Aufklärung auch, oder verlange ich einfach ein bisschen Aufklärung. Danke. Dankeschön. Der nächste Probeitrag. Wie ist der letzte Satz in Absatz 3? Wir tolerieren, dass die Kirchen im kirchlichen Betrieb hohe glaubensmoralische Anforderungen an die Angestellten stellen. Im Zusammenhang zu verstehen mit dem zweiten Satz in Absatz 4, bla 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 bla, darf hier weder ein Entlassungsgrund noch ein Nicht-Einstellungsgrund sein. Ich verstehe das noch nicht ganz. Bevor diese Frage beantwortet wird, seid doch bitte auch ein bisschen ruhiger. Es ist inzwischen einiges an Grundmurmeln. Also TLDR, letzter, ich verstehe noch nicht den Zusammenhang vom letzten Satz in Absatz 3 und dem zweiten Satz in Absatz 4. Also darf man jetzt, wenn man kirchlicher Arbeitgeber ist, bei manchen Sachen Leute wegen ihres Glaubens nicht einstellen oder nicht? Ja, derzeit darfst du das. Das ist auch derzeit der Fall. Weil Altenpfleger, die zum Beispiel einen muslimischen Glauben haben, haben es in unserem Land sehr schwer, denn viele Altenpflegeheime sind kirchlich getragen und die stellen nur kirchliche ein. Das wäre dann nicht mehr der Fall. Wir sagen, dort, wo überwiegend öffentlich finanziert wird, das wäre zum Beispiel ein Altenpflegeheim der Fall, da muss normales Arbeitsrecht gelten und da gilt dann ganz klar, du darfst nicht aufgrund der Religion diskriminieren. Und wie geht das zusammen mit dem letzten Satz in Absatz 3? Kannst du ihn mir mal vorlesen? Wir tolerieren, dass die Kirchen im kirchlichen Betrieb hohe glaubensmoralische Anforderungen an die Angestellten stellen. Das ist der kirchliche Betrieb. Auf Hochdeutsch, die Kirche darf sagen, naja, als Pfarrer nehmen wir keinen Schwulen. Das akzeptieren wir. Wir akzeptieren, dass sie sagen, in dem kirchlichen Betrieb, das heißt da, wo der Pfarrer ist und seine Angestellte und die Messdiener und diesen engeren Betrieb, da, wo die Kirche passiert, da ist das in Ordnung. Alles klar, danke schön. Ich würde mal ganz scharf gegen Wiegbold argumentieren wollen an dieser Stelle hier. Wir sind für die Trennung von Staat und Kirche und jegliches Reinfuschen in diese Nummer ist nicht okay. Und dieser Antrag ist nichts anderes als die Umsetzung dessen. Wir wollen Staat und Kirche trennen und das heißt auch, dass wir keine Parallelgesellschaft haben, keine Parallelgesetzgebung haben, wo sie die Kirche rauspickt, was sie haben möchte, das Geld aber vom Staat bekommt. Das geht nicht. Also wenn sie das Geld von uns allen haben wollen und auch von den Leuten, die nicht in der Kirche sind, dann hat sie sich verdammt nochmal an die Gesetze zu halten und kann nicht ihr eigenes Ding machen. Und nichts anderes macht dieser Antrag da. Und da hat auch so etwas wie, ja, ein bisschen Finanzierung von der Kirche, das ist ein Feigenblatt, das geht nicht. Also wenn wir das öffentlich finanzieren, dann ist das Schluss mit lustig. Und die stillen Tage, ja, da kann man natürlich argumentieren mit, ja, ist ja dann doch ein bisschen Toleranzsache. Nein, wo ist denn die Toleranz der Kirche uns gegenüber? Also bitte, wenn die Kirche uns so eine Vorschrift macht, dass wir nicht mal feiern dürfen, wenn es uns passt. Es geht ja nicht darum, dass wir in den Kirchen an Feiertagen feiern wollen, sondern es geht darum, dass wir in eine Disco gehen können oder dass wir sonst wo irgendwo Partys feiern können, aber nicht in der Kirche. Und ich denke, das ist durchaus akzeptabel an der Stelle. Dankeschön. Ja, ich möchte sagen, grundgesetzlich sind Kirche und Staat auch in der Bundesrepublik Deutschland getrennt. Dann gibt es natürlich Bereiche, also wo Staat und Kirche zusammenarbeiten. Und bei dem Antrag, sage ich jetzt mal von der Tendenz her, selbst als kirchlicher Mitarbeiter, bin ich dafür für die Punkte 2 bis 5. Zu den stillen Tagen möchte ich sagen, es ist jedem unbenommen, also so im nicht öffentlichen Raum an diesen stillen Tagen eine Sause zu machen. Und es ist nur der Verzicht, im Grunde genommen, ich glaube, auf maximal 8 Tage im Jahr. Und ich möchte die Frage in den Raum stellen, sind wir nicht in einer Gesellschaft, die sich langsam zu Tode amüsiert? Dankeschön. Jetzt wäre der nächste Pro-Riedner dran. Das bin dann wohl ich. Also ich denke, zum Thema Finanzen und Kirche ist genug gesagt. Was das Thema stille Tage angeht, die Debatte hatten wir unter Haching schon, aber es ist ganz klar, also in Bayern ist das Ganze offensichtlich noch stiller als in anderen Bundesländern. Hier haben wir, ich glaube, mit Bavü zusammen die meisten stillen Tage. In Berlin sieht es wieder ein bisschen anders aus, vielleicht sind die Leute da nicht so christlich. Mir persönlich ist es auch vollkommen egal, was in den Kirchen passiert. Ich habe auch nicht vor, in Kirchen, auf Kirchenvorplätzen zu tanzen, aber ich sehe auch nicht ein, warum alle Leute, die nicht christlich sind, es geht ja hier noch nicht mal um stille religiöse Tage, sondern es geht hier krass tatsächlich um christliche religiöse Tage. Und keine Ahnung, Muslime, Juden, Pastafaris haben diese Rechte nicht allein. Deswegen ist die Trennung von Staat und Kirche, die hat sich gar nicht gegeben, weil hier eine ganz klare Bevorzugung stattfindet. Und aus einer liberalen Haltung, die wir Piraten haben, ist die Abschaffung, ich sage es jetzt mal, alternativlos. Danke schön, bevor wir mit dem nächsten Kontrabeitrag weitermachen, ein GO-Antrag. Ja, Meinungsbild. Gut, wir haben einen GO-Antrag auf Einhundung eines Meinungsbildes. Wer könnte sich zum jetzigen Zeitpunkt vorstellen, dem Antrag WP002 Staat und Kirche zuzustimmen? Der Hebe bitte die grüne Karte. Wer sich es im Moment nicht vorstellen kann, bitte die rote. Dann teile ich dem Anstragsteller mit, dass wir eine sehr deutlich positive Mehrheit haben. Das sind wir noch nicht. Jetzt kommt der nächste Kontrabeitrag. Ja, ich möchte da nochmal dafür sprechen. Wir haben zwar keinen Laizismus, aber wir haben eine klare Trennung von Staat und Kirche. Staat, also wie gesagt, die auch die Religionsfreiheit garantiert. Wir haben natürlich diese Trennung, auch gerade diese organisatorische Trennung, soll ja auch die weltanschauliche Neutralität des Staatswesens letztendlich garantieren. Das bedeutet, es gibt ja nicht nur die christliche Kirche, es gibt sehr viele anerkannte Religionsgemeinschaften. Und diese anerkannten Religionsgemeinschaften, die als Kirche anerkannt sind, unterliegen dem öffentlichen Recht, weil sie sich dementsprechend auch durch die Gesetzgebung, auch dieser Weimarer Vatergrafen, letztendlich ins Staatssystem eingefügt haben. Dadurch, ja, gibt es gemeinsame Angelegenheiten von Staat und Kirche, die sich zusammengetan haben und gesagt haben, also nicht zusammengetan haben, sondern sie haben gesagt, wir erkennen gemeinsame Schwerpunkte, Altenpflege und so weiter, was halt da reinfällt. Der Staat kann natürlich jetzt auch schon Altenpflege machen, ja, wenn er das möchte. Ja, es wurde aber als gemeinsame Angelegenheit, sag ich mal, zu den Kirchen herübergeschoben sozusagen und wurde da auch vertraglich, sag ich mal, entsprechend geregelt innerhalb der Fürsorge. Ja, der Staat kann ungenommen jetzt ebenfalls parallele Organisationen aufbauen, kann entsprechende parallele Organisationen stützen, ja, aber er kann doch nicht einfach losgehen und sagen, wir kündigen jetzt erstmal einseitig die Verträge, ohne entsprechende Schadensersatzforderungen letztendlich auch zu machen. Ich denke, das sind vertragliche Grundlagen, die auf bestimmten Gegebenheiten basieren, die hier einfach unter den Tisch gekehrt werden. Ja, es geht in erster Linie bei dem Konstrukt in der Bundesrepublik Deutschland um eine weltanschauliche Neutralität des Staatswesens. Ja, in einem klassischen Laizismus habe ich nämlich die Möglichkeit einer Staatsreligion. Das ist nämlich genau der Punkt. Man kann dann staatlich auch, also religiös Staatsaufgaben argumentieren. Das kann hier nicht geschehen, weil wir mehrere Kirchen haben, die dementsprechend entgegenstehen können. Auch in den gemeinsamen Angelegenheiten werden die pluralistisch geregelt durch die verschiedenen Kirchen. Dass der Staat sich daran nicht beteiligt, dass der Staat eben keine staatliche, sag ich mal, Fürsorge da aufbaut und alles den Kirchen und den entsprechenden Trägern überlässt, ist Sache des Staates. Ja, aber wenn diese Aufgaben praktisch da eingekauft werden, dann müssen sie auch bezahlt werden. Dankeschön. Bevor ich dir das Wort gebe, war das ein Antrag auf Begrenzung der Redezeit. Wie viel und für welchen Zeitraum? Eine Minute, prinzipiell. Für diesen Antrag oder prinzipiell? Prinzipiell für Pro oder Contra. Also nicht nur für diesen Antrag, sondern für... Prinzipiell. Gut, also wir haben... Wir haben so viel Zeit, komm. Das entscheidet die Versammlung. Wir haben einen Gehantrag auf Begrenzung der Redezeit auf eine Minute für sämtliche heute... Für sämtliche auf diesem Parteitag zu beschließenden Anträge. Pro und Contra. Wer gibt es dafür eine Für-Rede, Gegen-Rede? Formal mit Sicherheit. Seco will was sagen. Seco macht eine Gegen-Rede. Ich würde gerne die Zeit nutzen und eine begründete Gegen-Rede halten. Wir haben auf diesem Parteitag so unglaublich viel Zeit und nur wirklich eine Handvoll interessanter Beiträge und ich finde, wir sollten uns die Zeit nehmen, die auszudiskutieren. Das hättest du aber etwas ausführlicher begründen können. So, und jetzt in der Sache bitte der nächste Probeitrag, Spencer. Okay, also zum Thema... Ich habe ja einige Konterstimmen gehört, zwecks stille Tage und das wäre doch ganz wichtig und so. Entschuldigung, Entschuldigung, mein Fehler, mein Fehler, Spencer hat die Gegen-Rede gemacht, ich habe vergessen jetzt gerade abstimmen zu lassen, über den Gehohrentrag. Ich habe nur rot gesehen. Wer für eine Begrenzung der Redezeit ist, bitte die grüne Stimmkarte heben. Wer gegen eine Begrenzung der Redezeit ist, ja, das ist wohl eine Mehrheit. Gut, also jetzt aber, Spencer, bitteschön. Okay, ich habe hier einige Kommentare gehört, auch von, ja, wahrscheinlich kriege ich die Mitarbeiter zum Thema, stille Tage muss man doch behalten, die wären doch so gut, ich sage es jetzt mal ganz böse. Also aus religiöser Sicht, also aus biblischer Sicht steht jetzt einem Christen nicht an, seine Wertvorstellung einem Nicht-Christen aufzudrücken oder überzustülpen. Deswegen ist das Thema stille Tage mit dem Glauben zu begründen eigentlich ein Unding, also aus gläubiger Sicht. Ich sage jetzt mal nur so, derjenige kann ja gar nicht mehr nachlesen, so die Bibel und so. Das geht eigentlich gar nicht. Christliche Wertvorstellungen sind nicht einfach überzustülpen, wie man der nicht so glaubt. Das steht so in der Bibel. Bitte einfach mal nachlesen. Dankeschön. Dann kommen wir zum vorerst letzten Kontrabeitrag. Also ich habe zur Abwechslung mal mit etwas anderem Problemen und zwar mit Nummer drei. Wir tolerieren, dass die Kirche im kirchlichen Betrieb hohe glaubensmoralische Anforderungen an die Angestellten stellen. Wenn das bedeutet, dass Schwule keine Priester werden können, dass Frauen keine Priester werden können, dann kann ich das so nicht tolerieren. Auch nicht als Partei meiner Meinung nach. Dankeschön. Jetzt der vorerst letzte Pro-Beitrag. Wenn wir eine freiheitlich-demokratische Partei sein wollen, halte ich es zwingend für erforderlich, dass wir das machen, was eben der Weimarer Republik auch schon gegolten hat, diese strikte Trennung von Kirche und Staat und endlich das Reichskonkurat von 1933 zu begraben. Dankeschön. In Anlehnung von den Ausführungen von Martin gibt es weitere Redebeiträge, abgesehen von dem letzten Beitrag von Andreas. Dann müssen wir abstimmen lassen, wenn wir zwei Beiträge haben. Möchtet ihr denn weiter diskutieren? Wer weiter diskutieren möchte, für die nächsten jeweils zwei, bitte die grüne Stimmkarte heben. Wer jetzt hier beenden möchte, bitte die rote. Gut, wir reden weiter. Bitte, Andreas. Ich werde dem Antrag zustimmen, aber er geht mir nicht weit genug. Und zwar, was mir fehlt, ist, dass die gesellschaftliche Toleranz einen eigenen Punkt bekommt. Ja, wir tolerieren meinetwegen, dass irgendwelche Priester in ihren Kutten nur männlich sein können. Okay, wurscht. Aber ganz ehrlich, was mir fehlt, ist, dass jede Glaubensgemeinschaft in öffentlichen Bereichen ungehindert Feiertage und Umzüge und Prozessionen ausführen darf. Dass wir dazu stehen, dass wir dazu stehen, dass Kirchenglocken läuten dürfen und das Muezzine rufen dürfen. Wir müssen das aushalten. Verdammt nochmal, dass auch mein Muezzin kräht. Das muss eine tolerante Gesellschaft aushalten können. Wir halten es ja auch seit Jahren aus, dass die Kirchglocken bimmeln. Dieser Punkt fehlt mir ganz, ganz massiv an diesem Antrag. Und deswegen rede ich gegen den Antrag, werde aber trotzdem zustimmen. Dankeschön. Sekor. Ich bin fast versucht, einen Geohrentrag auf ein Meinungsbild zu stellen, um zu sehen, ob überhaupt jemand dagegen stimmen würde. Ich glaube, wir sind uns einig, dass wir als Piraten für die Trennung von Kirche und Staat sind. Und ich glaube, wir sind uns auch einig, dass wir hier ein Wahlprogramm beschließen und keine Gesetzestexte. Das heißt, wenn es tatsächlich in einem dieser Sätze irgendwo ein Komma an einer Stelle ist, das mir persönlich Bauchschmerzen bereiten würde, würde ich trotzdem für diesen Antrag stellen, weil er genau für unsere Haltung steht. Ich habe mich vor kurzem mit dem Vorsitzenden des Bundes für Geistesfreiheit unterhalten. Und der findet die Piratenforderungen zum Thema, den Einfluss der Kirche auf den Staat zurückzudrängen, sehr, sehr gut. Und alleine das ist ein Grund, dafür zu stimmen. Dankeschön. Gibt es noch weiteren Redebedarf? Ist der Fall? Wenn ich mich ein bisschen wiederhole, im Grunde genommen die essentiellen Dinge, die geregelt gehören, sind die Punkte 2 bis 5. An dem Punkt, stille Tage abschaffen, ich möchte es so bezeichnen, es ist auch ein Zeichen der Toleranz, also für Andersdenkende, Andersgläubige, dass man bestimmte Eigenheiten auch mal belässt. Was natürlich für den arbeitenden Menschen und so weiter essentiell ist, das sind die Dinge, die hier als Staatsleistungen an Kirchen bezeichnet werden und die Einschränkungen des kirchlichen Arbeitsrechts. Und zum kirchlichen Arbeitsrecht möchte ich sagen, da sind zumindest in der evangelisch-lutherischen Kirche einige Dinge in Bewegung gekommen, die darauf hinlaufen werden, hoffe ich in nächster Zukunft, deswegen stimme ich mit der Programmatik überein. Mein Vorschlag ist, diesen Antrag zu trennen, wenn das technisch möglich ist, satzungsmäßig okay. Wenn das nicht möglich ist, werde ich wegen des letzten Punktes dagegen stimmen. Dankeschön. Wir hätten vor einer weiteren Abstimmung noch Gelegenheit für einen Pro-Beitrag. Ist nicht gewünscht, dann hat der Antragsteller das Schlussstatement. Ja, Wigbold, man soll es kaum glauben, ich habe keinen verfassungsrechtlichen Aufsatz in ein Wahlprogramm geschrieben. Natürlich ist für Absatz 1 gewisse Dinge interessant. Die 140 Millionen sind schlicht Fakt, da muss ich nicht sagen, wo sie herkommen. Stehen zigtausendmal überall. Und klar, es gibt Verträge, aber es gibt zum Beispiel auch den verfassungs... Ich rede, Wigbold. Es gibt den verfassungsrechtlichen Auftrag, diesen Scheiß abzuschaffen. Steht nämlich in unserer Verfassung, da steht eine Übergangsregelung, wir müssten sie nur umsetzen. Macht halt keiner. Könnten wir aber tun. Wir sind eine Partei, wir sollten politische Forderungen stellen. Das heißt, wir wollen die Gesellschaft verändern, sich hinzustellen und sagen, ja, das sind ja Verträge. Das ist doch Blödsinn, wir schreiben ein Wahlprogramm, da schreiben wir rein, was werden wir tun, wenn wir an der Regierung sind. Und das ist das Fernziel dieser Partei. Was werden wir tun, womit werden wir die anderen nerven, wenn wir im Parlament sind. Das ist das Ziel der Partei. Dazu muss ich keine verfassungsrechtliche Bewertung da reinschreiben. Und zu den stillen Tagen. Ich habe größten Respekt vor der Kirche. Und von Wigbold, du bist nicht dran. Ich habe größten Respekt vor der Kirche. Echt. Von mir aus soll jeder glauben, was er will. Jeder soll nach seiner Fassung selig werden, bin ich voll überzeugt. Wenn meine Religion mir jetzt vorschreiben würde. Nehmen wir mal an, ich hätte eine. Ich bin Hedonist. Ja, bezeichnen wir das. Ich glaube an das Beckettimonster. Bezeichnen wir das mal als Religion. Die schreibt mir vor, am Karfreitag hast du zu tanzen. Habe ich nicht den Respekt verdient, tanzen zu dürfen? Ist der Respekt mir gegenüber weniger wert als der Respekt anderen? Ich möchte niemanden verpflichten zu tanzen. Jeder soll sich so schnell und so viel entschleunigen, wie er möchte. Das ist vollkommen in Ordnung. Und ich werde nicht in die Kirche gehen, in die christliche, und auf dem Altar tanzen. Aber ich möchte das im privaten Raum, da wo es keiner sieht, tun dürfen. So, fertig. Dankeschön. Dann kommen wir zur Abstimmung über den Antrag WP 002. Staat und Kirche. Wir brauchen auch hier eine Zweidrittelmehrheit, um ihn aufzunehmen. Wer diesem Antrag zustimmt, bitte jetzt die grüne Stimmkarte heben. Dankeschön. Wer dagegen ist, bitte die rote. Ja, der Antrag ist angenommen. Ist der Benni da? Ist der Benni im Raum? Benedikt Pirk? Ja, der kommt noch. Gut. Wir machen jetzt, nachdem es etwas lebendiger wurde, einen kleinen Einschub. Und Benni bringt uns alle wieder runter mit hochinteressanten Informationen. So, hallo zusammen. Wir leben in einem Bundesland, das seit Generationen die CSU regiert, wie eine Einheitspartei, die noch dazu geführt wird, wie eine Monarchie, die offenbar glaubt, dass man die gleichen Rechte wie Monarchen besitzt. Nicht wahr, Herr Schmidt? Oder orientieren wir, orientieren Sie sich eher an den Päpsten, die ebenfalls gerne Neffen, Enkel, Geschwister oder auch ihre unehelichen Kinder in hohem Terhüben. Die Opposition besteht zum Beispiel auch aus der SPD. Das heißt hier in Bayern übrigens Schleimen, Pennen und Ducken. Die glücklich ist, wenn sie als Steigbügelhalter der CSU anliegen darf, beispielsweise die Bevölkerung Bayerns zu überwachen. Und wer ist die Spitzenkandidat? Jemand, für den der Bürger der Feind ist. Dessen Bayern an der Gemeindegrenze Erding endet. Jemand, der sich einen Dreck um das Land schert. Jemand, dessen politisches Ziel es ist, die totale Sicherheit zu schaffen, die Bürger zu überwachen und alles so zu belassen, wie es ist. Da haben Udo und Seehofer ja so richtig was gemeinsam. Eines haben die CSU und die SPD auch noch gemeinsam. Den alter Stasen. Statt nach vorne zu blicken und Veränderungen zu akzeptieren, bleibt man stehen, fahrt in Denkmustern, zum Teil noch vor den 68ern. Man wünscht sich offenbar eine Zeit zurück, in der die Kommunikation zwischen Regierung und den Bürgern ein Monolog war. Aber das ist nicht mehr so. Wir wollen den Dialog starten. Hier, jetzt, in Bayern. Mit den Bürgerinnen und Bürgern und nicht gegen sie. Die Weichen stellt diese Regierung. Wo ist denn zum Beispiel der versprochene Netzausbau? Der Breitbandausbau ist der neue Berliner Flughafen Bayerns. Es gibt keinen Plan, keine Mängel. Keiner will politische Verantwortung übernehmen. Und wie beim BER ist zwar das Licht an, aber eben nur ein paar Leuchttürme. Dieses Vorgehen, diese Leuchttürme haben große Auswirkungen auf das, was die Damen und Herren vielleicht vorstellen. Dieser Ausbau, die Ungleichverteilung der Standortchancen in einem Wirtschaftszweig, der eigentlich die Chancen bietet, die Wirtschaftskraft besser zu verteilen, wird zunichtig gemacht. Wisst ihr, was diese Leuchttürme eigentlich aussagen? Dass dieser kommunalpolitische Spätzl am besten mit der Regierung kann. Mehr einfach nicht. Dass er in der Zeil die ländlichen Regionen abschreiben will, dass er zu kurzsichtig ist, das Potenzial für die vom demografischen Wandel besonders stark betroffenen Gebiete übersieht. Und dass er nicht sieht, dass die Standortstärkung und Ansiedelung der Wirtschaft in ländlichen Gebieten auch die zunehmenden Gentrifizierungsprobleme in den Städten entspannen kann. Dass die Menschen dort hingehen, wo es Arbeit gibt. Herr Zeil, Herr Seehofer, Sie haben keine Ideen. Sie sind verhaftet in verkrusteten Denkstrukturen, sehen die Chancen der neuen Technik nicht. Wenn wir Sie fragen, wo sehen Sie Bayern in zehn Jahren? Sie sehen Bayern noch genauso wie vor 20 Jahren. Und wie vor 20 Jahren ist es in manchen ländlichen Gebieten Bayerns heute noch mit dem Internet. Wo ist denn der rasche Breitbandausbau in Bayern, der versprochen wurde? Natürlich. Es werden insgesamt zwei Milliarden Euro locker gemacht. Naja, es wurde sogar noch ein Breitbandcenter in München, also da, wo es am meisten gebraucht wird, gebaut. Aber mehr kam dabei nicht rum. All das ist ein Riesending. Man muss es so sehen, es sind so dermaßen große bürokratische Hürden zu nehmen, dass es viele Gemeinden einfach abschreckt. Es braucht neunte Verwaltungsschritte und mindestens sechs Monate Bearbeitungszeit, um überhaupt den Breitbandausbau in seinem Gebiet zu beantragen. Dazu ist man ohne Berater praktisch auch noch verloren bei der ganzen Sache. Denn die kleinen Gemeinden können sich diesen riesigen Verwaltungsaufwand einfach nicht leisten. Da fragt man sich natürlich, wozu haben wir dann dieses Breitbandzentrum? Die kümmern sich nicht wirklich drum. Die prüfen nur und im Endeffekt, ja, lehnen sie es meistens wieder ab. Und man muss den ganzen Scheiß zu vorne anfangen. Naja, aber lassen wir das. Diese ganze Aktion mit dem Breitbandausbau ist reiner Populismus. Was bringt bitte theoretisch die zur Verfügung gestelltes Geld, wenn es kaum jemanden abrufen kann? Es bringt die Kritiker zum Schweigen. Ich dagegen sage, wer mit solchen leeren Versprechungen versucht, uns mundtot zu machen, der wird scheitern. Ich bin Pirat und ich lasse mich nicht verarschen. Aber kommen wir zu meinem eigentlichen Thema, was auch mein Hauptthema im Wahlkampf ist und sein wird und auch später dann hoffentlich im Landtag, wozu wir auch gerade einen tollen Antrag abgestimmt haben. Trennung von Staat und Kirche. Anfang des Jahres fegt er einen Sturm der Entrüstung über NRW, nachdem einer vergewaltigten Frau in zwei katholischen Kliniken die Behandlung versagt worden war. Mit der Begründung, man müsse sie auch über die Pläder nach aufklären. Dies vertrage sich aber nicht mit dem christlichen Glauben und der christlichen Lehre. Das Opfer hatte aber schon ein Rezept vom Notarzt ausgestellt bekommen. Es ging dabei lediglich um die Untersuchung für die Kriminalpolizei. Es kann doch nicht wahr sein, dass man in solch einem schweren Fall, wenn man vergewaltigt wurde, weitergeschickt wird, als wäre man nichts wert. Es gibt Gegenden in NRW, da muss man bis zu 70, 80 Kilometer fahren, um überhaupt eine Klinik zu finden, die am Wochenende einem die Pille danach verschreibt. Das kann nicht wahr sein. Da oben gibt es hauptsächlich nur christliche Einrichtungen, die dieses Recht untersagen. Allein Regensburg hat drei Kliniken, die vor der Bischofskonferenz gesagt haben, Nein, nicht mal im Vergewaltigungsfall geben wir diese Pille aus. Nicht mal dann. Es musste erst dieser Skandal von NRW sein, dass die Deutsche Bischofskonferenz vergangenen März in Trier über das Thema neu berät. Und siehe da, kaum wird man laut, es kommt in den Medien, ist ein Umdenken da. Jetzt ist der Fall so, dass im Vergewaltigungsfall in allen katholischen Einrichtungen zusammen mit der Kriminalpolizei die Pille danach verschrieben werden darf und die Untersuchung durchgeführt wird. Wenigstens etwas. Reicht uns nicht. Siehe auch unser Antrag. Da muss auch viel mehr gehen. Wir müssen von dieser Scheiße weg, dass die katholische Kirche uns da reinspielen darf. Die katholische Kirche hat letzten Monat zum Beispiel auch beschlossen, die laufenden Kosten des Regensburger Doms nicht zu übernehmen, weil es zu teuer ist. Das Land Bayern zahlt jährlich mindestens 1,5 Millionen Euro für den Erhalt und die Restaurierung des Domes. Das Haus geht weiter in die katholische Kirche. Und anders kommt er auch nicht rein. Naja, man munkelt. Die Gehälter der Bischöfe und der Domkapitulare sowie die Geistlichen, der Militär, Polizei und Gefängnisvilsorge werden in Bayern aus dem allgemeinen Steuerauskommen und nicht etwa aus der Kirchensteuer bezahlt. Zwar sollen die Gehälter jetzt dann der bayerischen Bischöfe und Diplomkapitulare nach einem neuen Gesetzesentwurf nicht mehr direkt vom bayerischen Staat bezahlt werden, sondern aus einem Fonds, der den Kirchen angesiedelt ist. Und, naja, sagen wir es so, angesiedelt ist, er wird 100% vom Staat getragen. Die Klosten belaufen sich, wie Ben vorher auch schon gesagt hat, auf 149 Millionen Euro pro Jahr nur in Bayern. In der ganzen Bundesrepublik 500 Millionen extra obendrauf, die nicht aus den 10 Milliarden an Kirchensteuer kommen, die die katholische und die evangelische Kirche bekommen. Christliche Einrichtungen werden bis zu fünfmal mehr gefördert als kommunale. Im Endeffekt bedeutet das, der Staat zahlt zwischen 85 und 100% der Einrichtungen. Diese wird aber von der katholischen Kirche verwaltet und der Staat hat nicht mehr ein Mitspracherecht, vielmehr noch. Die Einrichtung muss sich nicht mehr an geltendes Arbeitsrecht halten. Personen, die beispielsweise keine Konfession oder homosexuell sind, bekommen meistens nicht mal die Aussicht auf ein Vorstellungsgespräch. Ich frage mich, ist die Konfession ein Qualitätsmerkmal? Wie kann es sein, dass die Kirche einen Ein-Euro-Jobler gerne beschäftigt, aber ihn niemals einstellen würde, außer er ist bereits in der Kirche oder er würde eintreten? Diese scheinheilige Heuchlerei geht mir sowas von auf den Geist. Natürlich weiß jeder, dass pflegebedürftige Menschen von Homosexuellen schlechter bis gar nicht betreut werden, weswegen man da nur heterosexuelle Menschen nehmen kann. Zumindest denken das die katholischen Kirchen. Man kann fristlos gekündigt werden, wenn man sich zum Beispiel scheiden lässt und mit einem neuen Pater zusammenlebt. Das nennen sie dann WDE. Laut der katholischen Kirche ist man dann ein öffentliches Ärgernis. Wir haben allein in Bayern ungefähr 25% konfessionsfreie Bürger. Warum müssen sich diese immer wieder den Kirchen beugen? Nehmen wir beispielsweise das Tanzverbot an stillen Feiertagen. Wenn jemand aufgrund seiner Religion an diesem Tag nicht feiern gehen will, kann er es ja machen. Aber ich lasse mir nicht das Recht nehmen, an solchen Feiertagen nicht in eine Kneipe oder eine Disco zu gehen. Und ich habe keinen Bock, da allein daheim rumzusitzen. Das muss echt nicht sein. Okay, aber setzt sich irgendjemand für diese Ungerechtigkeit ein? Ich meine, na gut, man blabbert vielleicht ein bisschen rum. Aber wir sind die einzige Partei, die die Trennung von Staat und Religion wirklich fordert. Deswegen, wie wir auch mit dem BfG sehr gut zusammenarbeiten können. Ansonsten macht dagegen keiner was. Naja, außer wir halt. Ich kann jetzt auch ewig so weiterreden, aber Zeit ist auch kostbar. Ihr wisst, warum wir hier sind. Ihr wisst, warum sich etwas ändern muss in Bayerns politische Landschaft. Dass die Staatsregierung darauf steht, uns Bayern als Disneyland für Jesus, Wirtschaft und Touristen zu verkaufen, geht mir schon längst auf den Geist. Lasst uns aufhören. Aufhören damit, von gestern zu reden. Lasst uns anfangen, von morgen zu sprechen. Lasst uns wieder träumen. Das ist das, was Politik ausmacht. Neues gestalten. Die Weichen stellen, eine Vision und ein Ziel zu haben. Dieses Ziel ist nicht, dass gestern alles besser war. Lasst uns zusammen jetzt einfach mal einen richtig geilen Wahlkampf machen. Ich bin Benedikt Pürk und ich bin verdammt stolz darauf, Pirat zu sein. Dankeschön, Benni. Wir machen jetzt weiter mit zwei etwas umfangreicheren Anträgen. Wir behandeln jetzt die Anträge WP 009 Mindestlohn in Bayern bei öffentlichen Ausschreibungen. Der konkurriert mit dem Antrag Wirtschaft und Finanzen WP 019. Ich darf die Antragsteller bitten, ihre Anträge vorzustellen. Der Antrag WP 009 ist von Holger gestellt worden und der WP 019 von Ben. Ich habe einen GO-Antrag. Verfahrensfrage. Wäre es nicht sinnvoll, einfach den 19er allein zu behandeln, weil dann erübrigt sich der 9er, weil das steht so im Antrag des 9ers drin. Gut, wenn wir inhaltlich eine Konkurrenz haben, dann müssen wir darüber abstimmen, aber der Antragsteller kann das so empfehlen und dann wird der andere Antrag vorgezogen. Das steht im 9er so drin. Der Einfachheit halber könnte der Antragsteller vom 9er seinen Antrag zurückziehen. Holger. Gut, dann stellt jetzt zunächst mal der Ben den Antrag WP 019 vor. So, auch hier habe ich wieder versucht, Positionspapiere, beschlossene Positionspapiere in ein Wahlprogramm zu gießen, mit anderen zusammen. Also nicht, dass ihr denkt, ich habe das nur mal alleine gemacht. Was geht unter gemeinschaftliches Wirtschaften? Da geht es um diesen Commons-Antrag, den wir im letzten Parteitag haben. Das heißt, wir versuchen Gemeingüter, wir versuchen ein Wirtschaftssystem zu fördern, das auf Gemeingütern mit aufbaut. Zum Beispiel auch, Mist, Genossenschaften wären so ein Modell. Es gibt verschiedene andere Modelle. Da geht es dann zum Beispiel auch darum, ob man nicht die öffentliche Versorgung so organisieren möchte und dass man das prüfen sollte im Einzelfall. Die Stromversorgung privat organisiert, staatlich organisiert oder durch ein Gemeingütermodell organisiert wird. Gemeingüter sind Sozialaufgaben als Sozialaufgabe. Das heißt, mit Gemeingütern zum Beispiel seinem Fahrradverleih, ganz blind und einfach gesagt, kann man soziale Härtefälle abmindern, indem man zum Beispiel dort, bei einer Gemeingüterwirtschaft übernehmen Reiche automatisch mehr, weil sie einfach mehr tragen können. Das ist im Prinzip der Grundgedanke. Bei so einem Fahrradverleih wäre das dann so. Der wird finanziert über die, die es sich leisten können und die, die es sich nicht leisten können. Die können sich das Fahrrad so ausleihen. Was haben wir noch in Wirtschaft? Liberales Ladenschutzgesetz hatte ich vorhin in meiner Rede. Wir wollen den Ladenschutz liberalisieren auf 24 Stunden. Sechs Regelungen sollen heißen, 24 Stunden am Tag, sechs Tage die Woche gibt es keinen Ladenschluss. Am Sonntag gibt es prinzipiell einen Ladenschluss. Das Reisebedarf ist aber weiterhin erlaubt in kleinen Läden, Tankstellen, Busbahnhöfen. So ähnlich, wie das jetzt auch geregelt ist. Okay, den mittleren Teil kenne ich nicht. Wir wollen einen Mindestlustrund festschreiben bei öffentlichen Ausschreibungen. Das ist, glaube ich, Rechtsselbsterklärung. Der Satz, wir wollen den Meisterzwang abschaffen, die Zwangsmitgliedschaft in Kammern und Verbänden abschaffen. Wir sind dafür, dass die öffentliche Trinkwasserversorgung eben nicht privatisiert wird. Wir wollen einen Gründungszuschuss für Existenzgründer nicht an ihrem Arbeitsmarktstatus abhängig ist. Und wir wollen die Finanzverwaltung ändern, sodass sie im Moment ein anderes Rechnungswesen, eine doppelte Buchführung benutzt. Das ist der Inhalt dieses Antrags. Wie gesagt, alle schon mal beschlossen in verschiedenen Positionspapieren sind unten aufgelistet. Ich bin da mal ruhig. Danke schön. Der gute in Ordnung halber steht im Antrag WP-009 ausdrücklich drin, dass er zurückgezogen werden kann, wenn der WP-019 angenommen wird. Streng genommen kann nur der Antragsteller den Antrag zurückziehen, aber man erkennt den deutlichen Wunsch, gleichwohl würde ich aus formalen Gründen diese beiden Anträge zur Abstimmung stellen, als konkurrierende Anträge. und gehe, sofern es keine Gegenrede hier gibt, davon aus, dass der Antragsteller weder seinen Antrag vorstellen möchte, noch dass jemand anders den Antrag übernehmen möchte. Wenn dem nicht so sei, dann bitte jetzt eine Wortmeldung. Gut, dann bitte ich um die Klärung, ob wir WP-009 oder 019 abstimmen. Wer lieber dem WP-009 zustimmt, bitte jetzt die grüne Stimmkarte. Bitte um Entschuldigung? Klar, zu stark in Formal hier drin. Wer jetzt auch für oder gegen den Antrag WP-009 sprechen möchte, sich bitte beim Pro oder Contra Mikro anstellen und dann sagen, für welchen und für oder gegen welchen Antrag er spricht. Der erste Beitrag, bitte. Der erste Beitrag, bitte. Wir wollen noch was zu 19 sagen, zum Wahlbaustein. Du hast das Wort. Ich wollte hinweisen, das ist ein Wahlprogramm und ein Wahlprogramm über Wirtschaft und Finanzen müsste den Hinweis haben auf eine soziale Marktwirtschaft und das hat es nicht. Und das sind wichtige Einzelelemente, die hier drin sind, aber wir haben ein Bundeswirtschaftsprogramm, das ist ganz klar und deutlich und einheitlich. Und wenn wir mit so einem Programm, das nicht die soziale Marktwirtschaft enthält, in den Wahlkampf gehen, dann ist das einfach sehr problematisch und sehr kritisch zu sehen, weil wir dafür kritisiert werden. Commons sind wichtig und wir möchten Commons fördern, fördern, aber nicht als Alternative zur, nicht als Gegenstück zur sozialen Marktwirtschaft. Wir möchten beides nebeneinander her machen. Wir möchten die freie soziale Marktwirtschaft und nebenher kommens fördern. Und da das nicht komplett ist, ist es besser im Wahlkampf, das Bundeswirtschaftsprogramm zu nehmen. Danke. Dankeschön. Der nächste Probeitrag. Okay, das ist eigentlich kein Probeitrag. Ich hätte mal eine Frage, ob dem Ben und so weiter auch klar ist. Die meisten, allermeisten Positionspapiere, Positionspapiere, die wir beschlossen haben, sind deswegen Positionspapiere, weil sie als Antrag mit so einem nicht durchgegangen sind. Die meisten wurden, wenn der Antrag nicht durchging, als Positionspapier eingereicht. Vielleicht wäre mal ganz gut zu wissen, wenn wir auf Positionspapier verweisen, das ist schon angenommen, mal zu gucken, waren das originäre oder wurden die einfach nur genommen, weil wir kein Zweidrittel hatten, weil dann ist es kein Argument zu sagen, das ist ein Positionspapier, wir müssen es jetzt auch nehmen. Ja, wurde das berücksichtigt, wäre das möglich, das mal zu sagen, was für Positionspapier das waren, ob die wirklich echte sind oder nur so ein Antrag, der halt nicht durchgegangen ist, als Antrag mit Zweidrittel. Das wäre nämlich ganz wichtig zu wissen. Also bei manchen könnte ich dir das sagen, zum Beispiel bei Comments, das war definitiv ein Positionspapier, das war nicht ein Wahlprogramm, bei anderen weiß ich es nicht. Wir haben ein Programmentwicklungskonzept gehabt, hat ein Landesparteitag beschlossen. Ich habe nicht nachgeguckt, wie das Positionspapier Positionspapier geworden ist. Wir haben ein Entwicklungsprogramm da steht drin, wir beschließen Dinge als Positionspapier, da stehen unsere Forderungen drin und aus diesen Positionspapieren machen wir ein Wahlprogramm. Wenn Landesparteitag hergehen und Positionspapiere beschließen, für die sie nicht sind, weil sie fluschig sind oder so, kann ich nichts dafür. Also wenn man das dann sagt, es war ganz klar Ansage, die Aufgabe der SG-Programm, meine Aufgabe in dem Fall mit Spinni und anderen zusammen war, wir nehmen die Positionspapiere, schreiben die in den gleichen Duktus um, fügen nichts hinzu und versuchen auch nichts wegzustreichen, es sei denn, wir sprechen uns offenkundig. Und das haben wir versucht zu liefern. Ich hätte mir da mehr Beteiligung gewünscht und hätte man auch zum Beispiel da so einen Antrag noch dazuschreiben können und sagen können, wir machen einen Änderungsantrag danach, aber ich habe nicht darauf geachtet, ob das mal ein Wahlprogrammsantrag war, sondern wir haben die Positionspapiere, die da waren, genommen und umgeschrieben. Dankeschön. Bevor wir weitermachen, zwei Bitten von der Versammlungsleitung, zunächst mal etwas mehr Ruhe bitte und dann alle Redner mögen sich bitte etwas näher an die Pro- oder Kontra-Mikrofone anstellen, damit wir dann einen besseren Überblick haben. Gut, dann machen wir weiter mit dem nächsten Kontra-Beitrag. Ja, bin schön, dass du das nochmal erwähnst, dass du alle schönen Positionspapiere zusammengeschrieben hast. Ich vermisse immer noch mein Positionspapier, das ich damals eingebracht habe, das 009. Nein, ich frage mich, wo das geblieben ist. Boris freut sich sicherlich, danke. Okay, Spaß beiseite. Also ich möchte mir jetzt auf den wirtschaftspolitischen Antrag eingehen, ganz kurz. Ich will eigentlich nur zwei Punkte nennen. Ich denke, dass es eigentlich sehr mager ist. Ja, ich beschäftige mich jetzt schon sehr lange mit Wirtschaftspolitik. Leider scheinen auch da die Themen zu komplex zu sein, dass man sie entsprechend vereinfachen muss, damit man sie überhaupt, sage ich mal, an die Leute beibringt. Das Problem dabei ist bloß, dass sehr viele inhaltliche Sachen verloren gehen, die man auch argumentativ nicht untermauern kann. Wenn man vom Meisterzwang zum Beispiel spricht, muss man auch mal irgendwie klarstellen, was der Meisterzwang ist oder was er bezweckt. Oder ob man auch auf Zertifizierungen eingeht, die auch zwangsläufig notwendig sind, wenn man nur an Wärmeschutzverordnungen etc. denkt. Also von daher müsste man auch da mal vielleicht über die Zertifizierungen nachdenken, wenn man über Meisterzertifizierungen entsprechend nachdenkt. Und generell einfach mal so einen Meisterzwang für bestimmte Sachen abschaffen will, ohne es genauer zu erläutern. Genauso gut ist es sehr fragwürdig, die Mitgliedschaft in Kammern und Verbänden abzunihilieren, einfach aufgrund dessen, weil diese Körperschaften öffentlichen Rechts ja auch einen bestimmten Zweck haben. Wenn ich das so pauschal nenne, kann ich natürlich nachher irgendwelche Leute ausschließen, Rechtsanwälte, Zahnärzte und so weiter. Die will man ja weiter mit irgendwie bestimmen. Aber zum Beispiel die IHK, das möchte man dann doch nicht so gern. Oder wenn man da halt mal 128 Euro Mitgliedsbeitrag oder so im Jahr bezahlen muss. Ich weiß nicht, warum man da jetzt auch gerade hinsichtlich auf Berufsbildung etc. einfach mal so pauschal sagt, nee, wollen wir nicht mehr. Man sollte sich auch mal überlegen, dass andere Körperschaften auch noch notwendig sind. Wenn ich Kommunen sind auch Gebietskörperschaften, bin ich auch Zwangsmitglied. Ich habe auch, wenn ich Anlieger an einer Wasserstraße bin oder an einem Deich, bin ich auch Zwangsmitglied in einer Körperschaft, weil ich nämlich diesen Deich auch irgendwo pflegen muss. Also es gibt ganz klare Aufgaben. Einfach so pauschale Aussagen zu treffen, halte ich für sehr kritisch. Ja, weil ich sage, ich kann da draußen nicht argumentieren damit. Was soll ich den Leuten sagen, ja? Wir wollen einfach aus den Kammern raus. Warum, weiß ich nicht. Ich kriege hier keine Argumentationshilfen. Tut mir sehr leid, ist für mich kein Wahlprogramm. Danke. Danke, Wickbold. Boris ist der Nächste. Ja, also das ist jetzt formell eine Pro-Argumentation, weil ich dem Antrag auch zustimmen möchte. Aber das ist ein bisschen angelehnt an die Kritik von Wickbold und auch an die Frage von Spencer. Erstens, in Bayern war es bis auf, glaube ich, ein oder zwei Ausnahmen die Positionspapiere auch als Positionspapiere eingereicht, als Positionspapiere beschlossen. Im Bund ist es anders. Da gibt es diese unsitte, abgelehnte Programmenträge als Positionspapiere zu deklarieren. Und in Bayern waren die Positionspapiere, zumindest bei den letzten drei Parteitagen immer, beziehungsweise fast immer, auch Positionspapiere, die so gedacht wurden. Das Zweite, was die Umwandlung der Positionspapiere ins Wahlprogramm anbelangt, weil ich dann an dem Prozess auch etwas beteiligt war, es war nie so wirklich gedacht, dass man das eins zu eins ummünzt. Und es wurden auch die Antragsteller und die entsprechenden AGs, FGs, IGs und wie die alle heißen, darauf angesprochen, dass sie eben da mitwirken sollen und dass sie nicht nur diese sprachliche Überarbeitung, sondern auch inhaltlich da was einbringen konnten. Es konnten Änderungsanträge eingereicht werden. Es konnten auch zum Beispiel neue Positionspapiere, die auf irgendwelche Details eingehen, eingereicht werden. Das ist leider bis auf zwei, drei Ausnahmen nicht passiert. Die Anzahl der Anträge zu diesem Parteitag hat mich ehrlich gesagt entsetzt. Es war nie vorgesehen, dass die SG-Programm wirklich die komplette Arbeit macht, die sprachliche Überarbeitung durchführt, ohne irgendwelche Zusätze, mit relativ wenig Zuarbeit von den entsprechenden Fachgruppen. Deshalb, ja, ich hätte in einer idealen Welt mir auch gewünscht, dass die Positionspapiere nicht einfach so eins zu eins umgemünzt werden ins Wahlprogramm, sondern in intensiver Zusammenarbeit mit den Antragstellern und den Fachgruppen da auch inhaltlich überarbeitet und verbessert werden. Aber das ist nun mal nicht passiert und wir haben das Beste daraus getan, was wir hatten. Deshalb sehe ich das jetzt nicht mehr als einen validen Kritikpunkt, beziehungsweise es ist ein Kritikpunkt, wenn, dann nicht am Antrag und am Antragsteller jetzt, sondern an denjenigen, die da entsprechend zuarbeiten und Änderungsanträge hätten stellen können und das nicht getan hätten. Das heißt, ja, es ist nicht ideal geworden. Mit der Manpower, die wir hatten, war nichts Besseres zu tun. Und jetzt stehen wir eben vor der Frage, haben wir mit irgendeinem von diesen Wahlprogrammpunkten dermaßen Probleme oder dermaßen inhaltliche Differenzen, dass wir das tatsächlich ablehnen müssen oder nehmen wir das an, was wir haben, mit der Gewissheit, es könnte besser sein, aber mit dem Fakt, es ist nicht besser geworden. Dankeschön. Mangels Kontraredner machen wir weiter mit dem nächsten Probeitrag. Ja, ich wollte noch etwas zur Kammerzugehörigkeit sagen, die der Wigbold angesprochen hat. Ich bin auch da, dafür den Kammerzwang abzuschaffen. Es geht darum, nicht die Kammer abzuschaffen, sondern es geht darum, den Zwang abzuschaffen, zur Kammer zu gehören zu müssen. Und es ist nicht für jeden Unternehmer, auch im Handwerk sinnvoll, der Kammer anzugehören. Danke. Dankeschön. Ich wollte nochmal hinweisen, es geht nicht darum, dass einzelne Punkte jetzt kritisiert werden, sondern dass wir ein Gesamtkonzept haben, dass wir vor die Bürger treten und sagen, das ist unser Wirtschaftskonzept. Und wenn wir ein eigenes Programm machen in Bayern, dann können wir den Leuten ein bisschen nachklären und wenn wir sagen, wir steigen jetzt um auf Commons zum Beispiel, dann beginnen wir Diskussionen, dass die Leute nicht mehr wissen, ob sie denn in Zukunft so weiterleben können oder ob wir einen radikalen Wechsel in der Wirtschaft wollen. Aber das wollen wir nicht. Wir wollen eben nur eine Ergänzung und wir wollen weitere Möglichkeiten machen und das kommt hier nicht zugute. Und damit entziehen wir die Existenzgrundlage von vielen Menschen und das ist elementar. Und da geht es nicht darum, ob jetzt irgendein Punkt man dafür ist. Es gibt viele Punkte, für die man sein kann, aber die müssen eben eingebettet sein in einem Gesamtprogramm. Und das Gesamtprogramm gibt das Wirtschaftsprogramm des Bundes vor. Und da steht alles drin. Danke Matthias. Thoralf. Ich möchte nochmal auf Boris verweisen, der gesagt hat, wir haben unter den gegebenen Umständen das Maximum rausgeholt, was drin war. Wenn nicht mehr Leute mitarbeiten, kommt nicht mehr raus. Außerdem ist es ein bisschen müßig, über die inhaltlichen Sachen zu diskutieren. Das sind bereits beschlossene Positionspapiere. Also jetzt nochmal darauf einzugehen, ob der Ausstieg aus der Kammergeschichte gut oder schlecht ist, ist ziemlich egal, weil das haben wir längst beschlossen. Es geht nur darum, wollen wir, dass der Punkt in das Wahlprogramm kommt oder nicht. Das ist das einzig Relevante, was hier stattfindet. Und ja, ich bin sogar sehr wohl dafür, dass wir nur weniger beschließen als mehr, denn es macht eigentlich überhaupt keinen Sinn, das völlig zu überfrachten, wenn wir uns andererseits darauf konzentrieren, eher doch unsere Kernpunkte nach vorne zu bringen. Und da sind viele Sachen unsere Kernpunkte mit bearbeitet. Also so gesehen ist es schon gut. Und außerdem nochmal der Hinweis, wenn wir jetzt hier ein eigenes Wirtschaftsprogramm beschließen, setzt das ja nicht das Wirtschaftsprogramm des Bundes außer Kraft. Das gilt ja weiterhin. Also von daher überhaupt nicht das Problem. Ich weiß nicht, was hier gerade großartig hin und her gezaubert wird. Das ist ein relativ einfaches, überschaubares Wirtschaftsprogramm, das sogar unsere Kernpunkte betont. Also bitte, was ist das Problem bei der ganzen Geschichte? Konzentriert euch bitte aufs Wesentliche. Dankeschön. Ja, dann werde ich mich jetzt mal aufs Wesentliche konzentrieren. Ich gehe nochmal da über, es wird Commons gefordert, also ein sogenanntes Gemeingut. Es wird auch richtig gesagt vorhin, dass man da Genossenschaften bilden kann etc. Dieses Commons ist aber immer abhängig von einer Gemeinschaft, die einen gemeinschaftlichen Zweck hat. Das unterscheidet nämlich die Gemeinschaft von einer Gesellschaft, die durch äußere Parameter größtenteils bestimmt wird oder einfach bestimmt wird. Eine Gemeinschaft hat immer einen Zweck bzw. einen bestimmten Sinn. Dazu gehören natürlich auch Kammern. Zum Beispiel die Kammern haben den Zweck zum Beispiel der Ausbildung. Das hat man sich auch so exponiert. Das bedeutet, wenn ich jetzt keine Zwangsmitgliedschaft in Anführungsstrichen in Kammern, also die Personalkörperschaften sind, weil ich einfach einem bestimmten Berufsbereich angehöre, wer regelt dann die Ausbildung in meinem Berufsbereich? Wer fängt Lehrlinge auf, die aus insolventen Betrieben kommen und so weiter? Das sind alles Fragen, die werden hier nicht beantwortet. Ich frage mich, wie soll ich mich da stellen? Wir wollen das einfach auflösen, jeder bildet aus, wie er will. Und wenn Lehrlinge Arbeitslose werden, dann haben sie halt Pech gehabt, weil die Arbeitsverträge nicht von der Kammer gegen gezeichnet werden. Also ich frage mich, im Detail sind da einfach ein paar Sachen nicht bedacht, beziehungsweise ist es einfach alles zu oberflächlich. Und deshalb sollte man, wenn man an der Oberfläche bleibt, sollte man auch wirklich an der Oberfläche bleiben und nicht einfach pauschal irgendwelche Sachen abschließen, nur weil sie unbequem erscheinen. Danke. Dankeschön. Der vorerst letzte Probeitrag. Also ich möchte nochmal ganz klar hier dafür reden und auch definitives Kontra zu meinem Vorredner machen. Was hier grundsätzlich permanent verwechselt wird in der ganzen Diskussion, ist bei uns die Sache mit den Kammern als Anstalt des öffentlichen Rechts und die Ausbildungssache. Die Ausbildungssache bei Kammern sind ohnehin GmbHs, die Geld kosten, diese IHK-Akademien und die selber auch noch richtig gut Geld verdienen. Das hat mit der Zwangsmitgliedschaft in der Kammer als solches überhaupt nichts zu tun, genauso wenig wie irgendeine Berufsausbildung oder irgendwas anderes. Auch das hat mit Kammern überhaupt nichts zu tun. Die gesamten Berufsbilder der dualen Ausbildung sind geregelt über das Berufsbildungsinstitut, welches sich in Berlin befindet und welches die Berufsbilder definiert. Dass die Kammern gegen Entgelt, wofür gezahlt wird, diese Berufsabschlüsse abnehmen, hat mit der Kammer als öffentliches Recht und der Zwangsmitgliedschaft überhaupt nichts zu tun. Und das gilt es jetzt endlich mal auseinanderzuhalten. Und deswegen bitte ich darum, den Antrag anzunehmen, wie wir ihn schon öfters angenommen haben, und das auch so ins Wahlprogramm zu schreiben, weil das ist, was wir wollen. Danke. Dankeschön. Ein Kontrabeitrag ist noch möglich ohne Abstimmung. Also ich möchte kurz darauf eingehen. Klar werden Ausbildungssachen innerhalb des Arbeitsamtes oder innerhalb der Arbeitsagentur natürlich reguliert und auch entsprechend, sage ich mal, geordnet. Aber mir geht es darum, das Beispiel war ein anderes vorhin. Zum Beispiel ein Lehrling macht nicht nur einen Arbeitsvertrag mit dem Arbeitgeber, der ihn ausbildet, sondern gleichermaßen zum Beispiel mit der Kammer. Das hat natürlich für ihn den Vorteil, dass wenn der Arbeitgeber nicht mehr existiert, dass die Kammer für ihn zur Weiterführung seiner Lehrstelle oder seiner Lehre einen neuen Arbeitgeber sucht. Das sind alles so Kleinaufgaben, die da geordnet werden. Genauso Ausbildungsziele werden mit den Kammern diskutiert. Das wird ja nicht einfach mal so von der Politik entschieden. Und zu meinen, dass Politik Ausbildung bestimmen kann, das sehen wir zurzeit, was das für Kritikpunkte aufwirft. Genau wie die Bundesagentur für Arbeit mit ihren Berufsbildern ebenfalls bestimmte Kritikpunkte aufwirft. Aber gut, das sind Details. Details kann ich in dem Programmpunkt mich finden. Dankeschön. Es zeigen sich keine weiteren Redner. Da müssen wir auch nicht darüber abstimmen, ob wir weiterreden. Wie vorhin bereits angesprochen, müsste der Antragsteller seinen Antrag zurückziehen, was er nicht kann, weil er nicht da ist. Deswegen schlage ich vor, damit wir hier formal sauber sind, dass wir doch über die beiden Anträge als konkurrierend abstimmen. Wer könnte sich vorstellen über den Antrag WP 009, das ist der, über den wir jetzt nicht gesprochen haben die ganze Zeit. Wer möchte über diesen Antrag abstimmen? Ich erhebe jetzt bitte die grüne Stimmkarte. Dankeschön. Wer lieber über den Antrag WP 009 abstimmt, jetzt bitte die rote Stimmkarte. In der Geschäftsordnung steht nämlich rote Stimmkarte. Gut, das ist eine deutliche Mehrheit. Dann stimmen wir über den WP 009 ab. Von Ben, der übrigens, möchte ich noch für das Protokoll hinzufügen, auf sein Schlussstatement verzichtet hat. Wir brauchen eine Zweidrittelmehrheit für diesen Antrag. Wer diesem Antrag zustimmen möchte, hebe jetzt bitte die grüne Stimmkarte. Lasst es bitte oben, wir zählen. Dankeschön. Wer gegen den Antrag ist, bitte jetzt die rote Stimmkarte heben. Klare Zweidrittelmehrheit der Antrag ist angenommen. Gut, bevor wir mit dem nächsten Antrag weitermachen, das wäre der WP 024 Energiewende, möchte der Andreas Witte etwas zur Verkehrspolitik sagen. Hier oder oben? Ja, komm bitte rauf. Nach diesem Redeslot übernimmt wieder Martin. So, ich soll dann wohl was zur Verkehrspolitik sagen. Stell dir vor, die Verkehrspolitik ist ein Bereich, wo wir relativ viel Programm haben. Wenn man alles, was in Straubing, in Maxhütte, in Unterhaching beschlossen wurde, als Positionspapiere größtenteils, zusammen ausdruckt, braucht man 45 Seiten. Liebe Medien, sofern überhaupt anwesend, so viel zu kein Programm. Die schiere Anzahl an Seiten ist es aber auch gar nicht, was das ganze Ding ausmacht. Denn viel Text produzieren können andere Dampfplauderer besser. Die Inhalte zählen. Bei uns sind Inhalte drin, die in ihrer Ausarbeitung, in ihrer technischen Ausarbeitung, weit über das hinausgehen, was sich die etablierten Parteien überhaupt in Sachen und Punkto Technik und Technologie trauen. Nehmen wir das Beispiel in Stuttgart, Stuttgart 21. Der neue Hauptbahnhof soll unter die Erde gelegt werden. Nun schaut euch die Grünen an. Die weinen um ein paar Bäume. Die weinen, dass der Schlosspark umgegraben wird. Die weinen darum, dass das nicht schön aussieht, dass Fußwege abgeschnitten werden. Ja, ist alles schön und gut. Ist aber verdammt nochmal kein verkehrspolitisches Argument. Und Argumente sind zum Beispiel, naja, heute haben wir 16 Gleise, nachher haben wir 8 Gleise. Jeder kann sich mit zwei Fingern ausrechnen, dass die Halbierung der Gleiszahl betriebliche Auswirkungen haben muss. Und darüber wird in der Öffentlichkeit nichts diskutiert. Stattdessen, oh, die sägen schon wieder Bäume. Die bauen da eine Brücke. Der Biergarten hat zugemacht im Schlosspark. Oh mein Gott, ja, weltbewegende Themen. Jeder kann sich vorstellen, dass weniger Züge in diese 8 Gleise reinpassen. Die Bahn trägt es natürlich bei einer Politik, die das ihr durchgehen lässt, mit eigenen Gutachten und eigenen Gutachtern so aus, dass zwei Züge hintereinander gleichzeitig ins gleiche Gleis einfahren. Jetzt hat dieser Tiefbahnhof auch noch Gefälle. Das heißt, das Ganze ist sicherheitstechnisch sowieso eine ganze Besonderheit, die es in Deutschland nur einmal gibt. Und deren Genehmigungsfähigkeit, das EBA dann irgendwann zu befinden hat. Bei Talent 2 Triebzügen hat das EBA ja schon gesagt, dass die nicht zugelassen werden. Aber egal. Nun, mit eigenen Gutachten und eigenen Gutachten wird es natürlich auch abmahnfähig, dass man behauptet, dass der Stuttgarter Hauptbahnhof durch Stuttgart 21 zurückgebaut würde. Wo leben wir überhaupt? Keine Partei außer uns Piraten ist in der Politik in der Lage, über solche technischen und technologischen Zusammenhänge, die ein Stückchen Physik, ein Stückchen Mathematik benötigen, zu urteilen, und zwar in einem politischen Kontext. Keine andere Partei wagt sich über die triviale Ebene hinaus, oh, der Baum ist tot. Damit verkauft man nicht nur die Leute, die Wähler für dumm und traut denen nichts zu, sondern man offenbart auch die eigene Unaffinität, was jahrhundertealte Technologien angeht. Eisenbahn gibt es jetzt knapp 150 Jahre. Stellt euch mal vor, diese alten, abgeloderten Parteien müssten morgen im politischen Kontext über das rollende, runde Rad befinden. Oder stellt es euch besser nicht vor. Diese Nichtsahnung, selbst bei jahrhundertealten Technologien, kennzeichnet heute leider unsere Politik. Und ganz besonders auch die Verkehrspolitik. Nicht nur Internet, nicht nur Netzpolitik. Die Verkehrspolitik ist ganz massiv mit davon betroffen. Wir piraten, nerden Themen aus. Andere Parteien haben so ihre Gremien. Jetzt hat sich wieder eine neue Partei gegründet, die ihren wissenschaftlichen Beirat hat. Wir haben einen wissenschaftlichen Beirat, und der nennt sich Basis. In dieser Basis haben wir, engagierte Ingenieure, in dieser Basis haben wir so viel Know-how, so viel Potenzial, so viel Freiwilligkeit und so viel Engagement, das kann kein wissenschaftlicher Beirat je leisten, egal ob in der SPD, bei den Grünen, bei der AfD oder sonst wem. Wir sind dabei, Themen auszunörden. Deswegen, und nicht nur, weil wir irgendwas in irgendwelchen Gremien ausformulieren, sind wir gegen den dritten Startplan am Franz-Josef-Strauß-Flughafen. Vielleicht wegen dem Lärm für die Anwohner. Vielleicht auch wegen dem Flächenverbrauch. Vielleicht, weil irgendwo im Moor irgendein Piepmaps oder sonst was brütet. Aber ganz gewiss sind wir gegen die dritte Startbahn, weil die nur den innerdeutschen Flugverkehr stärkt und nicht die internationalen Flugverbindungen, auf denen aber selbst ein Kleinwagen emissionsstärker ist wie das Flugzeug. Um das natürlich zu erkennen, muss man sich natürlich ein bisschen ins Thema reinarbeiten. Man muss ein bisschen Berge vom Papier durchfressen, aber das turnt natürlich einen Verkehrsnörd mehr an, als es ihnen abschreckt. Weil wir Themen ausnerden, wissen wir, dass der zweite Stammstreckentunnel in München nicht nur ein Milliardengrab sein wird, sondern auch wie in einem schlechten Horrorfilm, wie ein Vampir aus allen möglichen sinnvollen Projekten die Finanzmittel-Vampir-ähnlich raussaugt, denen das Leben nimmt und damit auch den ÖPNV schwer beschädigt. Wir wissen, dass der zweite S-Bahn-Tunnel darüber hinaus betrieblich durch seine Bauweise in München und seine Ankopplung ans bestehende S-Bahn-Netz weitere unwiederbringbare Probleme bringt, die durch den Fahrplan geheilt werden müssen. Und dieser geheilte Fahrplan, in Anführungszeichen, der nennt sich Mitfall 6T und der wird eine Katastrophe. Der fällt weit hinter das zurück, was heute die Münchner S-Bahn leistet und fährt. Wenn man halt nur Positionen ausformuliert und diese halbherzig verdritt, wie es die Altparteien tun, dann ist man erst einmal für den Transrapid, hat sich den dann so stark in den Kopf gesetzt, dass man sein Gesicht wahren muss und hinter diesem Schwachsinn auch noch jahrelang hinterherrennen muss, bis entweder irgendjemand geht oder, in dem Fall war es Stoiber, der gegangen ist, oder die Sachzwänge das Ganze unausweichlich machen. Um diesen Gesichtsverlust zu vermeiden, kann man sich auch nicht mehr davon trennen, von diesem Projekt. Und dieser Generationenwechsel, der sich in der CSU vollzogen hat, war kein guter, denn die neue Generation der CSU, der Seehofer und Ähnliche, haben sich viel größere, viel krassere Projekte noch in den Kopf gesetzt wie in Transrapid. Nun, hoffen wir, dass Seehofer abgelöst wird, dann würde der zweite Tunnel endlich sterben. Aber man kann halt wieder nur das Gesicht verlieren mit dem zweiten Tunnel, man kann mit der dritten Startbahn wieder nur das Gesicht verlieren, man kann mit einer Neubaustrecke Nürnberg-Erfurt wieder nur das Gesicht verlieren, weil immer nur die Planung nicht stimmt, weil die Planung politisch vorgegeben wird und deswegen totaler Bullshit ist. Inzwischen herrscht jahrzehntelanger Stillstand durch diese Monsterprojekte an vielen kleineren, sinnvollen Stellen und das hat mehr als genug Schaden angerichtet. Wir haben einen Fahrplan oder unser täglicher Fahrplan, der tatsächlich gefahren wird, ist gekennzeichnet von Verspätungen und überfüllten Zügen. Eine Verlängerung der Züge ist nicht möglich, weil wir uns die Bahnsteige nicht verlängern. Eine Verdichtung der Takte ist nicht möglich, weil wir eingleisige Strecken haben wie sonst was. Insofern, diese Liste an Fails, der Transrapid, die dritte Startbahn, die Stammstrecke, die Neubaustrecke Nürnberg-Erfurt und so weiter, geht auf das Konto ahnungsfreier Politiker. Und genau deswegen fehlen uns Milliarden, um die tatsächlichen Engpässe endlich zu beseitigen. Nicht nur Stuttgarter Politiker wissen, wie man das eigene Schienennetz vandalisiert. Anscheinend haben Seehofer, Ude und Zahl von ihnen gelernt. Vandalismus ist bei uns strafbar. In unserem tollen Freistaat ist Vandalismus allerdings nur durch Farbspray strafbar. Nicht, wenn er aus politischer Gesichtswahrung heraus Milliardenschäden verursacht. Das würde dann unseren Pseudowirtschaftsminister Zeil dann vermutlich mal irgendwann betreffen. Zurück zur Verkehrspolitik. Was können wir Piraten Bayern bieten? Die Piraten haben als erste bayerische Partei ein Konzept entwickelt, das zusätzlichen ÖPNV und Schienenpersonennahverkehr durch die Einsparungen an den richtigen Stellen ermöglicht. Wir wollen den Abfluss von Landesmitteln und Fördermitteln des Bundes in die Dividenden der DB AG verhindern. Wenn der Freistaat Bayern für den Regionalverkehr schon zuständig ist, dank der Regionalisierung, dann soll auch der heimatfremde Chiemgauer Lkw-Lobbyistenfreund Ramsauer nicht noch dem Freistaat durch Dividendenentnahmen über die DB Netz AG und die DB AG Mittel aus dem ÖPNV entziehen. Deswegen fordern wir, das Schienennetz ohne Fernverkehr dringend in bayerische Hände zu legen. Wir Piraten haben bereits am Landesparteitag in Unterhaching eine Strategie verabschiedet, wie man das gesamte bayerische Schienennetz innerhalb von ein bis zwei Generationen elektrifiziert. Elektromobilität, oh, das ist das mit den Akkuautos, ja, blöd, nur das Patentblockaden, bei dem auch ein weiteres Thema, was uns sehr betrifft, natürlich jeglichen Fortschritt hier gerade dämpfen. Deswegen ist es endlich mal an der Zeit, die Leine über alle Gleise zu spannen. Nicht nur, weil Elektromobilität toll ist und CO2 gegebenenfalls einsparen könnte, nein, weil Elektromobilität einfach Betriebskostenvorteile hat. Betriebskostenvorteile finanzieren das Ganze, Betriebskostenvorteile ermöglichen einen weiteren Ausbau des SPNV, so gravierend sind die. Das haben wir im Übrigen auch schon vorgerechnet. Wir Piraten reden nicht nur darüber, dass in ganz Bayern gleiche Lebensbedingungen und somit gleiche Verfügbarkeit von Mobilität vorzufinden sein sollte, wie zum Beispiel ein gedächtnisloser Herr Seehofer. Dieser gedächtnislose Herr Seehofer hat zum Beispiel erst in seinem Landesentwicklungsplan groß darüber getönt, dass überall gleiche Lebensbedingungen sein sollten in Bayern, um dann sofort der nächsten Leuchtturmprojekt-Gigantonomie zu verfallen. Diesen Großprojekt-Götzen muss man nicht in dieser Form huldigen. Es gibt sinnvolle Großprojekte, aber fast alle Großprojekte, die wir derzeit in der aktuellen Planung sehen, sind eigentlich zum Sterben verurteilt. Was bringt bitte ein zweiter Tunnel, zum Beispiel der Münchner Innenstadt, auf dem Land? Was bringt eine Startbahn, die an einem nicht ausreichend angeschlossenen Flughafen Franken? Was bringt eine Neubaustrecke nach Erfurt für einen integralen Taktfahrplan, wenn diese nicht in diesen integralen Taktfahrplan integrierbar ist? Wir Piraten können über variable und feste Betriebskosten unterscheiden, wir Piraten können mit Passagierkapazitäten umgehen und wir Piraten wissen, wie man einen Taschenrechner bedient. Eigentlich ist für Verkehrspolitik nicht mehr nötig. Eigentlich. Sonst könnte man auch eine CSU feststellen, dass man gleiche Lebensbedingungen dadurch schafft, dass man zum Beispiel mal als Grundversorgungsangebot einen zentralen Anrufsammel-Taxidienst erstellt, den wir uns im Übrigen auch problemlos leisten könnten, der die gesamte Fläche bedient, zentral funktioniert, zentral gesteuert wird und dass die letzte Erschließungsfunktion im ÖPNV, also die kleingliedrigste Erschließungsfunktion im ÖPNV übernimmt. Dort, wo dann eine entsprechend hohe Auslastung ist, sind natürlich neue Buslinien zu schaffen. Das ist viel effizienter wie irgendwie das, was die CSU derzeit treibt. All diese Positionen, die wir bereits beschlossen haben, sind natürlich keine Neuerfindungen. All diese Positionen haben nichts mit komplizierter Politik oder Ingenieurswissenschaft zu tun. Diese Lösungen sind zu fucking trivial für Politik. Es braucht diese Position durch die Piraten im Landtag, weil die anderen Parteien nicht auf triviale Lösungen mit einem Taschenrechner kommen können. Jetzt ist Wahlkampf, deswegen führt die anderen Parteien aufs technologische Glatteis. Sie haben keine Ahnung von Verkehr, sie haben keine Ahnung von Energie, sie haben keine Ahnung von Internet, sie haben keine Ahnung vom runden und rollenden Rad. und sie haben insgesamt keine Ahnung von Technologie und Technik. Vielen Dank, Andi. So, wir gehen weiter. Und zwar kommen wir jetzt zum nächsten Punkt, das betrifft die Energiewende und den Antrag WP024, zukunftssichere Energiewirtschaft, Spinni, du bist mal wieder dran. Das Podium ist nicht dazu geeignet, sich anzulehnen. Zukunftssichere Energiewirtschaft, da gab es 2010 damals in Regensburg, vielleicht erinnert sich noch jemand, ein ziemlich langes Positionspapier und dann nochmal, ich glaube in Straubing war das, ein kürzeres Positionspapier zu einem einzelnen Punkt. Was wir hier im Wesentlichen gemacht haben, das lange Positionspapier von allen Redundanzen befreit, die da sehr reichlich drin waren und die wesentlichen Aussagen ohne Redundanzen zusammengefasst. Punkt Nachhaltigkeit. Andi, du hast doch gerade so viel geredet. Red mal draußen weiter. Genau, also Nachhaltigkeit, das heißt nachhaltige Energieerzeugung, das bedeutet letztlich auch Atomausstieg, das ist, glaube ich, in der Partei, ich glaube auf Bundesebene auch schon beschlossen worden. Zweiter Punkt, Versorgungssicherheit, also Dezentralisierung der Energiegewinnung, Netzausbau und Netzneutralität, das bringt eine Dezentralisierung natürlich auch mit sich, das heißt Netzneutralität gibt es nicht nur beim Internet, sondern auch beim Strom. Der Punkt, der hinzugekommen ist in Straubing, ist das Rekommunalisierung der Stromnetze, einfach da Stromversorgung ist Daseitsvorsorge, ist eine ganz klassische auch kommunale Aufgabe, war zum Teil auch früher so, dass die niedrigen Mittelspannungsnetze zumindest auf der Ebene der Bezirke zu rekommunalisieren. Und der letzte Punkt ist Förderprogramme. Hier ist es uns wichtig, dass Förderprogramme erstmal ein konkretes Ziel haben. dass transparent ist, was gefördert wird, wie gefördert wird, dass auch Forschung gefördert wird, insbesondere Forschungsprogramme und Förderprogramme, die sich auf Planungslicherheit beziehen, sollen gefördert werden letztlich. Und wichtig auch, wenn ein Förderprogramm sein Ziel erreicht hat, soll es auch beendet werden. Also das ist auch ein Sinn eines Förderprogramms, aber leider nicht selbstverständlich. Okay, so wahnsinnig viel Text ist das gar nicht. Ja, ist wackelig. Ja, so, gibt es hierzu Redebeiträgen. Ich möchte auch noch bitte noch mal betonen, bitte seid auch während der Vorstellung der Anträge ein wenig ruhiger. Wenn ihr längere Gespräche habt, könntet ihr die kurz draußen führen. Aber ich denke, das wäre fair gegenüber den Antragstellern oder gegenüber den Arbeitsgruppen, die diese Anträge auch verfasst haben. Dankeschön. So, gibt es zu diesem Antrag 024 Redebeiträge oder Fragen? Dann kommt bitte jetzt an die Mikrofone. Jürgen, gehst du zum Mikrofon oder gehst du einfach so nach vorne? Mikrofon, alles klar. Okay. Also der Antrag beinhaltet eigentlich die ureigensten Piratenziele. Da sind Bürgerbeteiligung, aber auch Abschaffung von Infrastrukturmonopolen, indem man die Infrastruktur wieder in kommunale Hand gibt und dadurch natürlich auch die Bürger weiter einbeziehen möchte und außerdem auch Dezentralisierung der Energieversorgung fordert und auch hier wieder mit einem Fokus auf Bürgerbeteiligung. Deshalb kann ich dem Antrag eigentlich nur zustimmen. Dankeschön. Ganz kurze Frage. Wir haben nämlich... Achso, war es eine Frage jetzt schon? Ja, ich habe nur eine relativ wichtige Zwischenmerkung. Du bist gleich dran, Andi. Ganz kurze Frage an die Protokollanten. Die haben nämlich gerade kein Netz seit dem Orga oder seit dem Public-Netz? Über Kabel. Okay. Kurzer Hinweis an die Technik. Unsere Protokollanten haben gerade kein Netz mehr. Das ist verdammt wichtig. Kann da eventuell jemand nachgucken? Dankeschön. Andi, dein Wort. Also grundsätzlich will ich und werde ich diesem Antrag auch wieder zustimmen. Mir ist da nur ein ganz kleiner Punkt, ein ganz kleiner Dorn im Auge. Und zwar ist dort ein Satz drin, der suggeriert, dass es eine Konkurrenz zwischen Biomasse und Lebensmittelproduktion gäbe. Punkt 1. 90% der Biomasse, die wir zur Energie verarbeiten, sind Holz. Holz und Lebensmittelproduktion beißt sich bekanntlich wenig. Der Rest, der in der Nassvergärung verarbeitet wird, also in Biogasanlagen, ist überwiegend oder ist zwar auch viel Mais dabei, aber das exponentielle Maisvermeisen der Landschaft ist nicht alleinig auf die Biogasanlagen zurückzuführen, denn die Fleischproduktion ist in den letzten zwei Dekaden um mehr als das Dreifache angestiegen in Bayern. Das heißt natürlich, wir brauchen viel mehr Futtermittel für viel mehr Vieh, damit wir viel mehr Steak fressen, anstatt irgendwas fleischfreies mal vielleicht zwischendurch. Und durch diese Suggerierung finde ich das jetzt mäßig gelungen. Das ist einfach etwas, was für Bayern nicht zutrifft. In Niedersachsen mag das anders sein, aber in Bayern halt eben nicht. Und das bedient halt eben, ich sag mal, gewisse Resentiments gegenüber der Energiewende, die ich nicht für unterstützenswert halte. Ich weiß nicht, wie man das fixen kann, dass man das irgendwie rausnimmt oder geht oder sonst was, aber das stört mich irgendwie ein bisschen. Okay, danke schön. Gibt es weitere Redebeiträge? Auch zum Kontra? Okay, auch zum Kontra, gut. Okay, bei dem Punkt Rekommunalisierung der Stromnetze, der erste Satz, da steht drin, wir Piraten stehen für eine genossenschaftlich organisierte dezentrale Energieerzeugung. Das ist eine Sache, die mir in den, vielleicht erinnere ich mich auch noch nicht richtig, in den Positionspapieren dazu so nicht aufgefallen ist. Ich möchte nur darauf hinweisen, das würde zu einer ziemlich massiven Umstrukturierung auch der kommunalen Betriebe, wie sie jetzt in Bayern schon bestehen, führen, weil es meistens GmbH sind und so, die den Städten gehören. Das sollte man dabei bedenken, wenn man hier abstimmt. Dankeschön. Wir haben am Pro-Mikro jemanden? Ja, zum Thema Maisanbau flächendeckend. Also Monokulturen sind grundsätzlich immer schädlich. Daraus gerechnet wird bei diesen Energiebilanzen meistens, dass Energiekosten entstehen und Energie verbraucht wird, um eben diese Biogasanlagen zu betreiben. Je weiter die Strecken sind, vom Feld bis zur Biogasanlage, umso unwirtschaftlicher wird es letztlich. Der Druck zur Erzeugung steigt auf die Bauern, die Großflächen nehmen zu und die kleinteiligere Bepflanzung lässt nach. Es ist letztlich langfristig Umweltschaden zu erwarten, darum muss das unbedingt drinbleiben. Und Biogas ist eine Brückentechnologie aus meiner Sicht, darum ist der Antrag zu befürworten. Dankeschön. Umrab am Kontra. Mal auf der anderen Seite ausnahmsweise. Also meiner Meinung nach ist Energiewirtschaft nicht ureigenes Piratenprogramm. Das ist eine Sache der Grünen. Wir können uns da natürlich gerne positionieren, aber wir sind dann eine Wir-Auch-Partei. Was anderes sind wir nicht. Entsprechend werden wir auch nicht wahrgenommen. Ich werde schon allein deswegen dagegen stimmen, weil ich denke, dass wir in unserem Wahlprogramm nur Sachen drin haben, die zumindest entfernt mit unseren Kernthemen zu tun haben sollten. Das tut das hier überhaupt nicht. Und außerdem gibt es genügend Kontrapunkte, die auch dafür stimmen, dagegen zu stimmen. Also in Summe halte ich das nicht für unterstützend, insbesondere wie gesagt, weil es nicht Kernprogramm der Piraten ist. Dankeschön. Gibt es weitere Redebeiträge dazu? Nicht? Ist das ein Redebeitrag? Alles klar, bitteschön. In zwei Fall erst reden, dann Karte abgeben. Also zu dem Punkt gerade möchte ich noch sagen, bei der letzten Bundestagswahl hat mir eine gesagt, sie wird die Piratenpartei nicht wählen, weil ihr zu wenig im Themenbereich Umwelt- und Energiepolitik drinsteht. Dankeschön. Volker, gehst du gerade vor? Nein? Okay. Gibt es noch weitere? Nein? Okay, dann hat die Spinita Schlusswort. Zu den Details, ja. Es gibt sicherlich noch Punkte, die noch nicht das Ende vom Lied sind, aber Programme können auch wieder geändert werden, was das Kernthema angeht oder nicht. Also das Internet funktioniert ja nur mit Strom und wir sollten ein Interesse daran haben, auch in Zukunft noch einigermaßen ordentlich Strom zu produzieren. Okay, dann kommen wir zur Abstimmung. Wer ist für diesen Antrag? Der hebt bitte jetzt seine Karte. Wer ist gegen diesen Antrag? Der hebt bitte jetzt seine Karte. Damit ist der Antrag 025 angenommen. Ich habe jetzt eine Frage ans Protokoll. Wie sieht es bei euch mit dem Netz aus? Entschuldigung, ich werde gerade darauf hingewiesen, es war 024. Der Punkt, danke für den Hinweis. Dann würde ich vorschlagen, eigentlich wollte ich nach dem nächsten Blog die Rede von Thomas Wagner zu seinem Thema machen. Wenn da jetzt das Protokoll gerade kein Netz hat und das natürlich ziemlich wichtig ist, dass die ein Netz bekommen. Ihr habt wieder, alles klar. Gut, dann kommen wir doch zum nächsten Punkt. Thomas, du kannst dich aber schon bereithalten, so lange dauert es nicht mehr. Kommen wir jetzt zum nächsten Punkt und zwar zum WP 025 Verkehrspolitik von der FG Verkehr. Ja, hallo, ich bin Jan Bühler. Ich habe da an dem Antrag ein bisschen mitgearbeitet und habe mit den Kollegen, insbesondere Andreas Witte und Frank Zimmermann und weiteren abgesprochen, dass ich das jetzt halt kurz vorstelle. Wir haben eine schöne Präambel, die der Lesbarkeit dient. Wir haben die Überschrift bayernweit immer mobil. Dabei geht es darum, dass wir das Angebot in Fläche und Zeit ausdehnen wollen. In Bad Brückenau zum Beispiel, das ist eine ehemalige Kreisstadt, fährt der letzte Bus um 7 Uhr. Dann haben wir das Thema Transparenz bei Ausschreibung. Da muss ich bei der Piratenpartei, glaube ich, nicht viel sagen. Dann, freie Daten machen ÖPNV sexy. Das ist nicht nur eine tolle Überschrift, sondern freie Daten, Open Data ist ja auch toll. Wurde auch in Unterhachig, glaube ich, beschlossen. Andreas hat es schon angesprochen, mit den Netzentgelten gibt es ein schönes linke Tasche-rechte Tasche-Spiel. Der Bund gibt dem Land Geld, das dann wieder an den Bund fließt. Das wollen wir nicht länger mitmachen. Wir wollen eine eigene Flotte für Bayern, damit der Wettbewerb gestärkt wird und die Kosten gesenkt werden. Wir wollen das Angebot in Nachtstunden verbessern. Wir wollen die Bürgerbeteiligung verbessern. Wir lehnen die zweite Stammstrecke an und die zweite Stammstrecke in München ab und sehen bessere Alternativen wie beispielsweise den Münchner Südring. Wir wollen, das freut mich hier in Unterfranken besonders, Franken mitnehmen, statt drüber hinweg zu fliegen. Das ist das einzige Mal, dass wir so etwas wie ein Großprojekt fordern, beziehungsweise wir fordern es nicht. Wir fordern eine Fahrzeit von Nürnberg nach Würzburg von 28 Minuten. Die bisherige Schienenstrecke ist 102 Kilometer lang, hat eine Höchstgeschwindigkeit von 200 Kilometern. Allerdings gibt es da so viele Engpässe, dass die schnellste Verbindung 56 Minuten sind, also 100 kmh Durchschnittsgeschwindigkeit etwa. Da müsste man auf 250 kmh aufrüsten und Störungskonfliktfälle beseitigen, dass die Kapazität da einfach erhöht wird. Wir wollen die Güterverladung in Bayern stärken. Wir wollen Elektromobilität und zwar am besten, wo sie funktioniert, auf der Schiene. Wir wollen Mobilität für alle mit dem fahrscheinlosen ÖPNV. Ich freue mich auf eure Fragen, auch wenn ich euch warnen muss, wenn ihr zu sehr den Antrag hinterfragt, dann wird sich der Andreas Witte ans Pro-Mikro stellen. Vielen Dank. Dankeschön. Gibt es mal ganz kurz, das ist kein Modular. Das ist nicht Modular. Genau. Dieser Antrag ist nicht Modular, das heißt, er wird auch im Gesamten besprochen. Gibt es zu diesem Antrag Fragen oder Anmerkungen? Gibt es keine? Ansonsten erlaube ich, es gibt eine. Ja, was in dem Antrag leider sehr fehlt, das ist gerade bei dem Thema Mobilität. Das sind die Ladestationen für Elektrofahrräder an Bahnhöfen zum Beispiel. Und ich denke, da sollten wir auch in Zukunft noch dran arbeiten. Und ja, deswegen, verkehrspolitisch gesehen, ist das ein noch nicht ganz durchdachtes Konzept. Gut, Dankeschön. Gibt es weitere Fragen dazu? Andi, du möchtest noch kurz reden? Ja, ich möchte ein bisschen darauf antworten. Also es hat durchaus Taktik, dass ich mich hier unten hinstelle. Und zwar, ja, das ist noch lange nicht fertig und das ist noch keine Roadmap zu irgendwas. Nur, ganz ehrlich, wenn wir das umgesetzt haben, dann ist schon ein so vielfaches an Verkehr möglich und ein so vielfaches an Zukunftsfähigkeit gewonnen, dass, ja, dass die, ich weiß nicht, wie ich es sagen soll, aber es wiegt halt die Unvollständigkeit definitiv auf und irgendwo mit muss man anfangen. Ich muss noch zwei Kleinigkeiten persönlich dazu sagen. Die Spinni hat mich irgendwann mal angetwittert. Du, wie schaut es aus? Muss ich nochmal irgendwas bei dir drüber lesen? Ja, das wird heute nichts mehr, war meine Antwort. Ja, das muss aber heute was werden, sonst wird es gar nichts mehr. Also insofern, das ist ein 23.58 Uhr Antrag. Ich danke deswegen auch relativ dem spontanen Einspringen, dass das so spontan und so schnell noch geklappt hat. Ja, das Thema ist an der Stelle, ich kann mich nur dafür entschuldigen, dass ich das verpatzt habe. Das geht voll auf meine Kappe. Tut mir leid. Okay, danke schön. Gibt es weitere Redebeiträge? Keine? Dann hast du das Schlusswort. Ja, wir sind noch nicht hundertprozentig fertig, aber ich meine, das ist ja auch nicht unser letzter Parteitag. Unsere Programmentwicklung ist ein kontinuierlicher Prozess. Und mit dem, was wir drinstehen haben, werden wir, glaube ich, schon wesentlich mehr Verkehrsprobleme beseitigen, mehr Verkehrsprobleme lösen, als mit der Realisierung der zweiten Stammstrecke, der dritten Stadtbahn Stuttgart 21 und so weiter zusammen. Also da müssen wir uns als junge Partei nicht verstecken. Und Jürgen hat natürlich recht. Es gibt funktionierende Elektromobilität momentan in zwei Bereichen. Mit Zügen, das ist seit 100 Jahren alt, funktioniert das etwa. Und eben mit Zweirädern, da ist die nötige Speicherkapazität so klein, dass das passt. Das sind die Bereiche, wo es schon funktioniert. Das mit Elektroautos funktioniert noch nicht so. Und wer das nicht verstanden hat, seine Bemerkung, das war ein Insider, weil ich das ins unterfränkische Programm gebracht habe. Und ja, ich freue mich, dass ihr diesen Antrag anscheinend annehmen wollt. Dankeschön. Danke vielmals. Dann kommen wir zur Abstimmung. Wer für den Antrag 025 ist, hebt bitte jetzt seine grüne Karte. Kann auch die Orangen heben, ist mir wurscht. Okay. Und jetzt, wer dagegen ist, bitte. Okay, damit ist der Antrag angenommen. Dankeschön. Dann kommen wir jetzt zum Antrag 026. Das ist ein Änderungsantrag zur Verkehrspolitik. Vom Antragsteller, Moment. Da kommt er schon. Bitteschön. Also in dem eben beschlossenen Antrag steht drin, wir möchten einen fahrscheinlosen ÖPNV für ganz Bayern, also überall, auch auf dem Land. Das haben wir auf dem letzten Landesparteitag beschlossen. Das dürfte sehr schwierig umzusetzen sein an manchen Punkten, und zwar insbesondere auf dem flachen Land. Das ist ganz einfach dadurch bedingt, es soll eine Grundversorgung sein, dieser fahrscheinlose ÖPNV. Und es gibt auf dem Land, und wir haben viel Land in Bayern, Dörfer, das sind Formalstraßen, weil da zehn Häuser stehen. Und es gibt wirklich große Flächen, in denen das der Zustand ist, wenn ihr dort mit Bussen oder mit Kleinbussen eine Grundversorgung garantieren wollt, und zwar auch am Samstagabend oder Samstag Nacht, dann wird das schwierig. Wir hatten vorher beschlossen, wir möchten Pilotprojekte, also genau das Gleiche, die gleiche Forderung, allerdings nur mit Pilotprojekten anstatt wirklich flächendeckend. Das wäre die sinnvollere Forderung, weil man hier auch Erfahrungen sammeln kann, wie gut es funktioniert. Und die Pilotprojekte macht man in Gegenden, wo diese Methode auch funktioniert. Wir haben genug andere Maßnahmen für das flache Land in dem Wahlprogrammantrag drinstehen, wie zum Beispiel Bedarfsverkehr. Und ich denke, daher sollte man das austauschen. Ja, vielen Dank. Okay, Dankeschön. Bitte die Redebeiträge dazu. Dein Mikro. Ich bitte, diesen Antrag abzulehnen, denn im Verkehrsprogramm haben wir im Augenblick die Maximalforderung des fahrscheinlosen EPNSVs zu drinnenstehen. Und das jetzt rauszunehmen und zu sagen, ach, wir wollen vielleicht doch lieber nur ein Pilotprojekt, das finde ich nicht gut. Ich meine, Pilotprojekte kann man immer noch fordern mit dem, was wir im Augenblick schon im Programm drinnenstehen haben, also unnötig. Maximalforderung bitte. Dann kommen wir jetzt zum Pro-Mikro. Ich bin nicht wirklich pro, ich bin neutral gegenüber dem Antrag. Wie man weiß, bin ich unter anderem auch an einigen Stellen ein Kritiker oder zumindest ein Skeptiker einer uneingeschränkten Forderung nach einem fahrscheinlosen EPNV. Deswegen haben wir bei dem gerade eben beschlossenen Wahlprogrammantrag 025 drinstehen, dass wir grundsätzlich dieses Fernziel Maximalforderung drin haben, aber auf dem Weg dorthin zwei Strategien anwenden wollen. Und zwar Strategie 1. Wir versuchen möglichst vielen Bürgern Monatsfahrkarten, die bayernweit gültig sind, unterzuschieben. Diese Monatsfahrkarten, wenn man die sowieso hat, wenn man die sowieso als tägliche Kosten sieht, dann ist man auch bereit, irgendwann mal eine Haushaltsabgabe vielleicht in gleicher Höhe zu bezahlen. Das heißt, da wäre eine Möglichkeit, ein Schritt, das irgendwann umzuswitchen. Und die zweite Strategie ist, dass man versucht, lokale Projekte zu initiieren, lokale Projekte zu fördern, die lokale Autonomie zu stärken, solche Dinge zu tun. Diese drei Punkte, grundsätzliches Fernziel, kurzfristig über Monatskarten und kommunale Stärkung der Autorität, steht im 026 drin. Natürlich stößt das grundsätzliche Fernziel ziemlich grundsätzlich irgendwo auf Kapazitätsengpässe. Es stößt ziemlich grundsätzlich irgendwann mal an irgendwelche Probleme im Berufsverkehr. Aber okay, wenn man den Berufsverkehr ausnimmt und sagt, nur zwischen 6 und 9 braucht man einen Fahrschein oder sonst was, dann hat man zwar keinen richtig fahrscheinlosen ÖPNV, aber halt zumindest einen zeitweisen fahrscheinlosen ÖPNV. Insofern, das grundsätzliche Fernziel ist richtig, wenn man es vom Standpunkt Maximalforderung aus betrachtet. Allerdings, wenn man es rein verkehrlich betrachtet, rein verkehrspolitisch, ohne Visionen, dann kann man da auch ziemlich stark dagegen reden. Insofern bitte ich einfach da ziemlich offen drüber zu entscheiden, ob man dieses visionäre, grundsätzliche Fernziel vertreten will im Wahlprogramm oder ob man sagen will, okay, wir nähern uns auf kleinen Pilotprojektschritten dem Ziel und damit bin ich fertig. Dankeschön, dann kommen wir jetzt wieder zum Kontramikrofon. Ja, richtig ist, dass wir im Bereich der Einführung des ÖPNVs... Entschuldigung, seid mal bitte ein bisschen leiser. Dankeschön. Bitte jetzt. ...dass wir im Bereich der Strategie der Einführung vielleicht noch etwas detailliertere Konzepte erarbeiten können. Aber das ist, denke ich, auch fast schwierig, wenn man noch nicht in entsprechenden Gremien vertreten ist. Ich plädiere auch ganz klar dafür, die Forderung nach dem fahrscheinlosen Nahverkehr beizubehalten, weil es ist ja auch eine gesellschaftliche Vision und die sollten wir nicht rausstreichen. Die örtlichen Pilotprojekte zur Evaluierung wird es trotzdem brauchen, aber die Vision muss drin stehen bleiben. Ich bitte euch daher, WP 926 abzulehnen. Vielen Dank. Nochmal Kontramikrofon bitte. Fast die gleichen Gründe. Alle Zwischenschritte, alle Zwischenlösungen generieren zusätzlichen Aufwand, zusätzliche Reibeflächen. Synergieeffekte und die ganzen Kostenersparnisse kriegen wir nur letztlich mit dem revolutionären Konzept. Das lässt sich ja relativ leicht erklären im Wahlkampf. Von daher gegen den Antrag. So, gibt es noch weitere Punkte? Nein? Okay, dann einen kurzen Hinweis. Ich bitte doch, dieses Real-Life-Mumble hinten in Richtung Akkreditierungsstelle ein wenig leiser durchzuführen. Dankeschön. Und ansonsten das letzte Wort für den Antragsteller. Also zum Thema Maximalforderungen. Die Pilotprojekte waren über Jahre unsere Forderung. Es ist nicht so, dass wir das nie beschlossen hätten oder dass das ein Rückschritt wäre, sondern das war mal Beschlusslage über längere Zeit und ist erst ausgeweitet worden. Zum Thema Geld, was wir gerade gehört haben, das wird natürlich auch Geld kosten und es wird auch die Bevölkerung vor Ort dann in irgendeiner Form Geld kosten und das fehlt dann wieder. Das heißt, der Bus, den ich nicht benutzen kann, wenn ich ihn brauche, kostet mich das Geld, das ich dann nicht mehr habe, um ein anderes Verkehrsmittel zu finanzieren, das ich mir dann nicht mehr leisten kann. Das ist blöd. Dankeschön. So kommen wir zur Abstimmung. Wer ist für diesen Antrag, der hebt bitte jetzt seine Karte. Wer ist gegen diesen Antrag, der hebt bitte jetzt seine Karte. Damit ist der Antrag abgelehnt. Wir kommen zum nächsten Punkt und zwar ist das innere Sicherheit, der Antrag 004, Einrichtung von Internetwachen von PINI, glaube ich, eingereicht. Aber ich glaube, SPINI stellt ihn vor, oder? Nee? Die konkurrieren, okay. Und zwar gibt es dann den Antrag 015, Inneres und Justiz und der wird jetzt vorgestellt von SPINI. Okay, Inneres und Justiz beinhaltet alle Punkte, die wir mal im Laufe der Zeit beschlossen haben aus diesem Bereich. Punkt 1 ist unabhängige Staatsanwaltschaften. Eigentlich hat heute Flo alles schon dazu gesagt. Das ist ganz wunderbar. Also Weisungsbefugnis abschaffen. Zweitens Versammlungsgesetz reformieren. Das ist ein relativ altes Positionspapier gewesen. Da gab es zwischendurch auch mal einen Beschluss vom Bundesverfassungsgericht. Aber da wurden unsere Forderungen, die wir damals aufgestellt haben, natürlich mit der entsprechenden Gesetzesänderung nicht erfüllt. Deswegen ist es nach wie vor notwendig, das zu fordern. Das ist konkret, dass die Versammlungsleitung Sache der Veranstalter ist und nicht Sache der Behörden. Wir haben uns damals gegen pauschale Demonstrationsverbote ausgesprochen. Also insbesondere schließt das auch so Bannmeilen um Regierungsbezirke oder Stadtviertel ein mit der Begründung, das geht ja gerade darum, gegen die Regierung zu protestieren. Warum dann nicht vor ihrer Haustür? Dann ebenso, wenn Teilnehmer einer Versammlung Mist bauen, dann sind sie da verantwortlich. Nicht der Versammlungsleiter, sondern jeder ist erstmal für sich selbst verantwortlich, was er tut. Und auch die immer wieder gern gemachten Videoaufnahmen der Polizei müssen eingeschränkt werden. Denn das wird ja von der Polizei sehr oft mit Prävention begründet. Und auch wenn nichts irgendwie Kritisches los ist, kein Stress los ist, wird er fleißig gefilmt. Das weiß jeder von uns, der sich regelmäßig auf irgendwelche Demos begibt. Nächster Punkt, eine Kontrollbehörde für den Verfassungsschutz, eine unabhängige. Und letzter Punkt, Polizeiarbeit bürgernah gestalten. Das sind drei Punkte. Punkt eins, Identifikation von Polizeikräften. Ist, glaube ich, klar, worum es geht. Das zweite ist, eine unabhängige Ermittlungskommission für den Fall, dass es zu Übergriffen durch die Polizei kommt, um zu verhindern, dass Polizisten gegen ihre Kollegen ermitteln müssen und damit Interessenskonflikte kommen. Und der Punkt, den PINI hier nochmal separat eingereicht hat, Einrichtung von Internetwachen, ist hier auch mit drin. Das ist auch der Grund, warum die Anträge konkurrieren. Dankeschön. So, dann kommen wir jetzt zu der Aussprache für die beiden Anträge. Wer hat hierzu Redebeiträge oder Fragen? Da geht bitte jetzt zum Mikrofon. Ich sehe, das ist nicht der Fall. Dann kommen wir jetzt zur Abstimmung, über welchen Antrag wir jetzt abstimmen. Wer für den Antrag Einrichtung von Internetwachen stimmen will, hebt bitte jetzt seine Karte. Wer für den Antrag Inneres und Justiz abstimmen will, hebt bitte jetzt seine Karte. Damit stimmen wir über den Antrag Inneres und Justiz, das ist die 015, ab. Wer ist für diesen Antrag Inneres und Justiz, Wahlprogramm 015, hebt bitte jetzt seine Karte. Wer ist dagegen? Damit ist der Antrag 015 abgelehnt. Äh, angenommen, Entschuldigung, natürlich angenommen. Nein, ich kriege ja jetzt auch eine Pause, denn der Thomas Wagner wird uns jetzt zu Familien- und Sozialpolitik einiges erzählen. Dankeschön. Hallo Piraten. Dass Frau Hadertauer für den 100.000. Kindertagesplatz in Bayern in ihrem Stimmkreis vorfindet, mag noch glücklicher Zufall sein. Dass man aber diese Tatsache im April 2013 als Grund zum Feiern sieht, finde ich unverschämt. Denn sobald ab August diesen Jahres ein Anspruch auf die Kindertagesplätze garantiert ist, sehe ich eine Klagewelle auf uns zurollen, da noch immer viel zu viele Plätze fehlen. Ja, die etablierten Parteien feiern sich, was sie alles für die Förderung der Familien erreicht haben. In der Tat haben sie schon über die Jahre viele Maßnahmen eingeführt. So viele, dass sie selbst zum Teil nicht mehr wissen, was sie schon alles beschlossen haben. 156 verschiedene Leistungen gibt es im Moment. Begonnen bei der umstrittenen Herdprämie, Verzeihung, das Betreuungsgeld, über die Prämien für das Einhalten von Vorsorgeuntersuchungen und BAföG-Leistungen. Doch was für eine Förderung ist zum Beispiel das Betreuungsgeld denn bitte? Eine Bezuschussung von reichen Familien, die es sich leisten können, ihre Kinder zu Hause zu erziehen oder, weil auch das wird finanziert und sie erhalten die Prämie, wenn sie ihre Kinder in einen privaten Kindergarten geben. Wieder einmal wurden hier Steuergelder für Maßnahmen locker gemacht, die die falschen erreichen. Selbst die Bevölkerung lehnt die Maßnahme ab, aber leider wird hier nicht auf die Bevölkerung gehört, sondern es werden Steuergeschenke für einzelne Gruppen der Bevölkerung beschlossen. Dass die Familien nicht mehr durchblicken, was sie überhaupt für Möglichkeiten haben und deswegen nach einer aktuellen Umfrage 89 Prozent finden, der Staat sollte mehr Wert darauf legen, benachteiligte Familien zu fördern, ist nur allzu verständlich. Und da nehme ich mich selbst nicht aus. Für fünf verschiedene Anmeldungen, für meine viereinhalb Monate alte Tochter, musste ich bisher fünf verschiedene Stellen anlaufen. Wie viele Anträge ich übersehen habe, weiß ich nicht. Und dass es Familien gibt, die mit unserem System weniger klarkommen und deswegen noch mehr Probleme damit haben, obwohl sie es wichtiger und mehr bräuchten, ist schlecht. Muss es sein? Ich finde, nein, man kann es zusammenlegen, man kann die Förderungen, die Maßnahmen alle bündeln, weil warum muss zum Beispiel für das Kindergeld ein Antrag an die Arbeitsagentur gestellt werden und das Elterngeld beim Zentrum Bayern Familie und Soziales? Hier braucht es uns als neue Kraft auch im Bereich der Familienpolitik. Doch wie sehen die anderen denn überhaupt die Familie? Für alle anderen, Ben hat es schon erwähnt, besteht die Familie immer noch aus Mann, Frau und Kind. Dass sich das aber in unserer Zeit gewandelt hat und nur noch zu teilen stimmt, wird übersehen. Für mich beginnt Familie da, wo sich zwei Menschen lieben, egal welchen Geschlechts. Und das müssen die anderen erst verstehen. Wir sind auch hier schon einen Schritt weiter. Mit unseren Beschlüssen zur Geschlechter- und Familienpolitik auf Bundes- und Landesebene zeigen wir, wie es funktioniert. Als Beispiele seien nur unsere Beschlüsse wie der Game-Changer-Antrag und die Regelung zum Ehegattensplitting in gleichgeschlechtlichen Partnerschaften aus Unterhaching angeführt. Wir brauchen ein Umdenken. Und nur wir haben bisher weiter gedacht und haben schon das in unserem Grundprogramm, dass eine freie Selbstbestimmung des Zusammenlebens und eine daraus resultierende Familienförderung die Grundlage bilden muss. Und da, wo Piraten schon in den Landesparlamenten sitzen, haben sie diese Ziele schon umsetzen können. Der Landtag des Saarlandes hat zum Beispiel den Antrag der Piraten zur Gleichstellung Homosexueller angenommen. Aber weiter. Der Bayerische Landtag schreibt auf seinen Seiten im Internet, zu den aktuellen Themen gehören unter anderem Beratungen über die Verbesserung der Pflegesituation von älteren Mitbürgern und Mitbürgerinnen sowie von Menschen mit Behinderungen in Bayern. Die Armutspolitik, die frühkindliche Bildung und Erziehung, die Betreuung von Kindern unter drei Jahren. Okay, das ist wohl der Grund, warum Krankenhäuser privatisiert und dann geschlossen werden. Warum im Armutsbericht die Zahlen geschönt werden müssen und das Betreuungsgeld dafür sorgt, dass Kinder eben nicht in Kindertagesstätten unterrichtet werden. Und wie sich die aktuellen Parteien die Verbesserung der Situation für Behinderte vorstellt, das zeigt auch sehr gut die Stadt Kempten, bei der ich Direktkandidat bin. Dort haben wir eine Schulsporthalle, vorbildlich eine behindertengerechte Toilette. Wobei ich mich frage, was das sein soll, da es verschiedene Arten von Einschränkungen gibt. In dem Fall geht es um den Fall für Rollstuhlfahrer. Allerdings wurde vergessen, dass die Rollstuhlfahrer nicht in die Halle kommen, da überhaupt kein Zugang zu der Halle möglich ist für sie. Und dass passende Duschen nicht eingebaut wurden, das ist gleich in allen Hallen vorgekommen. Vom Ministerium für Familie, Arbeit und Soziales wird eine Behinderten- und Integrationspolitik auf ihren Seiten angegeben, die mich schaudern lässt. Die Aussage des Ministeriums, die man dort findet, wer integriert ist, ist Teil der Gesellschaft. Nein, wer integriert ist, lebt in einer Gruppe unter sich, aber als Teil der Gesellschaft. Was wir wirklich brauchen, ist eine vollkommene Inklusion aller Menschen, sei es mit körperlicher oder geistiger Einschränkung. Das heißt, dass wir nicht abgetrennte Bereiche haben, sondern eine Barrierefreiheit in allen Bereichen brauchen. Für mich heißt das zum Beispiel, dass es auch bei Sportveranstaltungen keine separaten Bereiche geben sollte, sondern dass Fans alle gemeinsam feiern können und dabei aufeinander Rücksicht nehmen und miteinander sind. Bisher haben wir eine Aufsplittung, die hier schon nicht die Möglichkeit bietet, miteinander zu feiern. Aber es wird hier schon viel getan durch ehrenamtliche Helfer, die in dem Bereich arbeiten. Das bringt mich auch schon zum nächsten Punkt im Bereich Familien- und Sozialpolitik, dem Ehrenamt. Es gibt hier die verschiedensten Möglichkeiten, sich einzubringen. Kommunales, Feuerwehr, Rettungswesen, Katastrophenschutz, aber auch in sonstigen Organisationen und Vereinen kann man sich ehrenamtlich engagieren. Und um dies zu fördern, hat die bayerische Staatsregierung sich gedacht, wir müssen die Ehrenamtlichen belohnen und hat eine Ehrenamtskarte eingeführt. Nur leider gibt es da auch wieder einen Haken an der Sache. Wer nämlich in einem Landkreis oder in einer kreisfreien Stadt wohnt, die sich nicht an dem Projekt beteiligt, kann auch diese Karte nicht bekommen. Aktuell beteiligen sich immerhin 56 von 71 Landkreisen und Städten an diesem Projekt. In Schwaben sind es leider gerade nur 5 von 14. Dazu kommt aber, dass der Erwerb der Karte sich recht schwierig gestaltet. Man muss mindestens 5 Stunden pro Woche ehrenamtlich aktiv sein und dies nachweisen können. Aber es gibt auch Ausnahmen. Auf Wunsch erhalten Inhaber einer Juleika, aktive Feuerwehrdienstleistende oder Einsatzkräfte im Katastrophenschutz- und Rettungsdienst diese Karte ohne weitere Prüfung. Und was ist mit den anderen? Warum müssen die die Nachweise liefern? Hier müssen gleiche, einfache Regelungen für alle her. Auch ist der Geltungsbereich der Karte etwas, was den Nutzen wieder auf nur bestimmte Personengruppen einschränkt. Andere Kreise und Städte, wie zum Beispiel auch wieder Kempten, führen eine eigene regionale Karte ein, die aber dann auf 300 Stück begrenzt wird. Und diese werden dann verlost unter 300 Ehrenamtlichen, die sich anmelden können dafür. Was ist mit den ganzen anderen? Warum kriegen die da nicht diese Vergünstigungen, wenn sie ehrenamtlich tätig sind? Das sind zwar gute Ansätze, aber sie wurden nicht zu Ende gedacht. Man kann hier noch viel mehr umsetzen. Auch wird die Zahl der Ehrenamtlichen in Bayern durch die Staatsregierung gefeiert. So heißt es, aktuell engagieren sich in Bayern 36 Prozent der ab 14-Jährigen Ehrenamtlich. Das sind fast 3,8 Millionen Bürger. Damit nimmt Bayern im Ländervergleich einen Platz im oberen Mittelfeld ein. Die Zahl derer, die heute noch nicht engagiert sind, dazu aber grundsätzlich bereit wären, ist seit 1999 von 23 auf 39 Prozent deutlich gestiegen. Ja, anhand dieser Aussage zeigt sich aber schon wieder, dass nur das gezeigt wird, was man sehen will. Und was ist in ein schönes Bild richtig? Es wurden die ab 14-Jährigen erfasst. Die Ehrenamtskarte ist zum Beispiel wieder erst ab 16. Gut, als Voraussetzung muss man ja zwei Jahre aktiv sein, bevor man sie bekommt, dann kann man sie schon mit reinrechnen. Und außerdem wird hiervon grundsätzlich bereit gesprochen. Auch wenn diese Zahl gestiegen ist, so zeigt die Praxis aber andere Seiten. In meinem Umfeld sehe ich zum Beispiel, dass viele Bereitschaften des Roten Kreuzes, aber auch andere Vereine darunter leiden, dass die Bereitschaft, sich für die Gemeinschaft einzubringen, sinkt. Das liegt aber nicht daran, dass die Leute zu sehr auf sich bezogen agieren, sondern daran, dass wir die Tatsache haben, dass die Bevölkerung durch die Reformen auf dem Arbeitsmarkt zum Teil dazu gezwungen ist, mehrere Jobs auszuüben und dann noch die Zeit aufzubringen und herzugehen, um sich ehrenamtlich zu engagieren. Ich nehme es kein Übel, wenn er sagt, es tut mir leid, nach meinen zwei, drei Arbeitsjobs habe ich nicht mehr die Zeit und Lust, mich damit einzubringen. Es gäbe noch viele, viele weitere Punkte, die im Argen liegen, aber diese alle jetzt auch noch aufzuführen, würde den Rahmen so weit sprengen und dass ich mit der Situation, wie wir sie vorfinden, im Moment nicht zufrieden bin, ist, glaube ich, deutlich geworden. Wir müssen hier ran, wir müssen etwas verändern an der Situation, wie wir sie vorfinden. Dass wir schon viel erreicht haben, wo wir mitwirken können, habe ich ja erwähnt, dass wir auch außerhalb der Parlamente eine gute Arbeit leisten, sehen wir durch das Volksbegehren gegen Studiengebühren, wo wir den ersten Anstoß losgetreten haben. Dass wir noch mehr erreichen in Bayern, braucht es uns im Parlament und deswegen müssen wir im Herbst in den Landtag und in den Bundestag einziehen, dass wir noch mehr wirken können in Deutschland. Dankeschön. Vielen Dank, Thomas. Wir kommen jetzt zu den nächsten Anträgen, und zwar geht es jetzt um die Drogenpolitik. Da gibt es zum einen, es geht konkurrierend los, wir haben den Antrag Drug Checking ermöglichen von PINI, das ist Wahlprogramm 005, und wir haben die Drogen- und Suchtpolitik von der SG Programm, die Wahlprogramm 013, der von Fahrdessel vorgestellt wird. Fahrdessel. Beziehungsweise stopp, lass mich kurz fragen, ist irgendjemand hier, der den Antrag von PINI vorstellen will? Okay, ich sehe das nicht der Fall, dann Fahrrad bitte. Okay, ich kann da den Antrag von PINI kurz auch vorstellen, der geht nämlich darum, dass Drug Checking erlaubt werden soll, also Drug Checking ist, wer das nicht kennt, dass Konsumenten von zurzeit illegalen Substanzen, ohne selbst jetzt mit Verfolgung rechnen zu müssen oder mit Repressionen, diese Substanzen testen lassen können, was da drin ist. Das ist besonders relevant jetzt bei Cannabis zum Beispiel, weil da oft Verunreinigungen sind, sei das Glas, sei das Blei, und die Verunreinigungen gefährlicher sind als die Droge selber, und das aber auch bei anderen irgendwelchen Pillen, die man in der Disco angetreten bekommt, und eben auch nicht weiß, was drin ist. Ich muss jetzt sagen, ich bin persönlich sehr verwundert, dass dieser Antrag eingereicht wurde, weil dieser Absatz, den man in WP 05 lesen kann, wurde praktisch, also bis auf ein, zwei Wörter, eins zu eins in dem Antrag der SG-Programm übernommen. Daher stelle ich jetzt den Antrag WP 13 an, der von der SG-Programm gearbeitet wurde, und bitte diesem zuzustimmen. Da ist der Antrag WP 05 inhaltlich komplett enthalten. Ansonsten beruht der WP 13, deswegen konnte ich mich vorhin auch hinstellen und schon sagen, was wir beschlossen haben zur Drogenpolitik, weil der Antrag beruht fast größtenteils auf einem beschlossenen Wahlprogrammantrag von Straubing, der damals mit einer deutlichen Zweidrittelmehrheit angenommen wurde. Also wie das bei den meisten SG-Programmanträgen ist, ich stelle also nichts Neues mehr vor, sondern das sind alles Wahlprogramme oder Positionspapiere, die schon angenommen wurden. Trotzdem noch mal ein bisschen was steht drin, eben dass wir eine Aufklärung an Schulen wollen, die eben frühzeitig beginnt und durchaus vom Abstinenzdogma abrückt und eben sich an wissenschaftlichen Standards orientiert. Was auch drin steht, das ist auch wichtig, wenn man das Thema draußen an der Straße verkaufen will, dass wir die Mittel für Suchthilfe deutlich aufstocken wollen. Denn natürlich kann man Geld sparen, wenn man, sag mal, auch das steht drin, wenn man Polizei und Staatsanwälte ein bisschen von Verfahren lässt, befreit. Aber eins ist auch klar, Suchthilfe ist ein wichtiges Bereich und da wollen wir eher mehr Geld reinstecken, weil so der Hintergedanke ist, dass eben Abhängige eben krank sind und denen muss man in dem Sinne helfen, wenn eine wirklich gefährliche Abhängigkeit dahinter steckt. Im Punkto Prävention fehlt auch das Werbeverbot. Auch das sollte man wissen, das haben wir auch schon beschlossen, dass wir eben ein Werbeverbot für alle Drogen wollen. Das schließt auch Tabak und Alkohol ein, wo wir eben praktisch noch mehr wollen als die bisherigen Regelungen. Was wir auch beschlossen haben bereits, ist, dass wir die aktuellen Regelungen zum Nichtraucherschutz erstmal nicht ändern wollen. Dass wir aber in bezüglich der auch öfter auftretenden Debatte über Alkoholverbote auf öffentlichen Plätzen, dass wir das nicht für sinnvoll halten. Ansonsten, wenn wir ein bisschen zu den sogenannten harten Drogen kommen, steht in dem Antrag, dass wir uns für Drogenkonsumräume einsetzen. Sprich, da gehören so Sachen wie saubere Spritzen dazu. Einfach, weil solche Dinge in anderen Bundesländern gibt es die bereits und haben dort gezeigt, dass die da tatsächlich, ich sag mal, ein bisschen pathetisch Leben retten können. Zu diesem Punkt gehört auch, dass es ist leider so, dass auch in Gefängnissen Drogen genommen werden, dass man eben auch dort darauf achtet, dass es so etwas wie Spritzenautomaten gibt und dass auch dort Bedingungen sind, die jetzt nicht gerade Krankheiten weiter verbreiten. Ansonsten gibt es noch einen speziellen Punkt zu Cannabis. Da muss ich sagen, da kommt, wenn, falls ihr diesen Antrag beschließen wollt, kommt danach nochmal ein Änderungsantrag, den ich dann danach vorstellen würde. Aber man kann diesen Antrag auch jetzt beschließen. Da steht vor allem drin, dass die geringe Mengenregelung in Bayern umgesetzt werden soll. Wer das noch nicht kennt, 1994 gab es ein Bundesverfassungsgericht, dass eben eine geringe Menge von erwachsenen Menschen zum Eigengebrauch eben nicht unbedingt verfolgt werden muss. Und was auch drin steht als letztes, eine Idee, die auch andere Landesverbände der Piraten haben, als erster Schritt, dass die Idee, dass wenn man den Eigenbedarf legal macht, dass man diesen Eigenbedarf praktisch auch abgeben kann und dann sogenannte Cannabis Social Clubs als Modellversuch gründet, in denen dann für den Eigenbedarf Cannabis angebaut werden darf. Das wäre so der Inhalt dieses Antrags. Wie gesagt, haben wir alles schon beschlossen. Ich freue mich auf eure Fragen. Gut, danke für die Vorstellung. Gibt es hierzu Fragen, Anregungen, Wortbeiträge? Ich sehe, das ist nicht der Fall. Dann kommen wir zur Abstimmung darüber, welchen Antrag wir abstimmen. Wer ist dafür, den Drug-Checking-ermöglichen-Antrag vom PINI zu behandeln? Der hebt jetzt bitte seine Karte. Wer ist dafür, den Drogen- und Suchtpolitik zu beantragen? Der hebt jetzt seine Karte. Wir behandeln ihn in Drogen- und Suchtpolitik. Wer ist dafür, den Antrag, Wahlprogramm 013, Drogen- und Suchtpolitik, anzunehmen? Der hebt jetzt bitte seine Karte. Wer ist dagegen? Damit ist der Antrag angenommen. Wir kommen damit zum Änderungsantrag 023, der genau diesen Antrag noch mal verfeinert. Ist, glaube ich, auch von dir, ne? Also da geht es nur ganz konkret um einen Absatz. Weshalb ich das Änderungsantrag gestellt? Der bisherige Absatz wurde eben in Straubing mit Zweidrittelmehrheit auch schon beschlossen. Das Straubing ist auch schon ein bisschen länger her. Das war Frühjahr letzten Jahres. Und da war die Forderung, dass eben dieses geringe Mengenurteil endlich umgesetzt werden muss. Jetzt ist es aber so, dass sich die Innenminister der Bundesländer inzwischen mehrmals getroffen haben. Und je nachdem, wen man fragt, behaupten die, das sei geschehen. Also zumindest gibt es keine verbindliche, aber es gibt in Bayern an die Staatsanwälte ein Schreiben, in denen gesagt wird, dass drei Konsumeinheiten, was dann sechs Gramm sind, eingestellt werden können. Wenn man jetzt mit Aktivisten spricht, merkt man, dass das in der Praxis immer noch nicht so wirklich umgesetzt wird. Aber, wie gesagt, wenn man mit dieser Forderung rausgeht, wird die CSU sagen, das ist bereits umgesetzt. Deswegen habe ich einen Änderungsantrag geschrieben. Der lehnt sich an die Sofortforderungen auf Bundesebene an, also die ins Bundeswahlprogramm auch sollen. Und da steht eben drin, dass diese geringe Mengeregelung jetzt als Sofortmaßnahme auf einen duldbaren Besitz von 30 Gramm bei Cannabis umgesetzt werden soll. Wer sich jetzt fragt, warum 30 Gramm? Also in den USA, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, gibt es in zwei Bundesstaaten, in Colorado und den zweiten habe ich gerade vergessen, in zwei Bundesstaaten wurde Cannabis legalisiert zum Eigengebrauch von erwachsenen Menschen. Und da war die Maßgröße eine Unze, das sind 28 Gramm. Also diese 30 Gramm wird vermutlich auch die Forderung auf Bundesebene werden und ist so eine Größenordnung, die auch in Amerika legal ist und die auch in Schleswig-Holstein eine Zeit lang gefordert wurde. Daher bitte ich darum, diesen Änderungsantrag zu unterstützen, weil er das Ganze konkretisiert und weil er eine konkrete Sofortmaßnahme fordert, die in Absprache mit dem Bundeswahlprogramm ist und damit ein bisschen mehr Klarheit reinbringt in die Position. Danke für die Vorstellung. Gibt es hierzu Fragen oder Anregungen? Hast du einen Redebeitrag? Ich weiß nicht, oder gehst du einfach so nach vorne? Redebeitrag? Nein? Okay. Okay, dann kommen wir zur Abstimmung. Wer ist für diesen Antrag? Wer ist gegen diesen Antrag? Ja, wäre es so schnell genug gewesen, wäre er angenommen worden. Nein, er ist natürlich auch so angenommen worden. Okay. Vielen Dank, ihr seid spitze. Da es jetzt um Kulturpolitik geht und ich da nicht ganz neutral sein kann, übergebe ich jetzt die Leitung an die Manel. Danke. Jetzt geht es um Kulturpolitik. Wir werden diskutieren den Wahlprogrammantrag 014. Tina, das ist deiner. Hi. In dem Kulturprogramm, das ihr alle schon mit überwältigender Mehrheit in Maxhütte abgestimmt habt, ich würde euch ganz kurz, wo ihr jetzt alle so gespannt zuhört, nochmal erklären, warum Kulturpolitik wichtig ist. Weil es wird immer so runtergevotet und ich dachte, ich erzähle mal ganz kurz noch, warum ist das wichtig, warum ist unser Programm wichtig. Unsere Kulturpolitik in Bayern bietet uns eine Schnittstelle zur Urheberrechtspolitik. Es ist also konkret das Kernthema, auch in der bayerischen Politik, gerade weil Kultur ein Landesthema ist. Unsere Kulturpolitik basiert darauf, Bayern betrachtet sich selber als Kulturstaat. Dieser Kulturstaat wird definiert als, naja, irgendwie von den Wittelsbachern, König Ludwig und so. Das ist eine kulturpolitische Agenda, die wir nicht unterstützen können. Das ist die CSU-kulturpolitische Agenda. Unsere Kulturpolitik basiert auf mehreren Faktoren. Zum einen möchten wir die Transparenz der Kulturförderung erhöhen. Momentan ist die Kulturförderung in Bayern relativ undurchsichtig, beschränkt auf wenige Orte. Es ist sehr schwierig, für den Künstler da durchzublicken. Zum zweiten möchten wir die freie Szene stärken. Es kann nicht sein, dass die Hochkultur Millionen, Milliarden kriegt und die freie Szene tatsächlich darbt. Die Institutionen der Hochkultur sehen wir vor allen Dingen als Infrastrukturmaßnahme. Kulturelle Bildungsinstitutionen haben einen Auftrag, einen gesellschaftlichen Auftrag, in der Mitte der Gesellschaft zu wirken. Diesem Auftrag werden sie momentan nicht gerecht. Unser Antrag möchte gerne die Verzahnung von hochkulturellen Institutionen mit freier Szene, mit Laienkultur, mit Soziokultur vernetzen. Dann, wir sehen die Digitalisierung, das heißt also die digitale Verfügbarmachung des menschlichen Kulturguts als momentan größte Aufgabe an, die die Kulturpolitik leisten kann. Das ist eine Jahrhundertaufgabe. Diese Aufgabe müssen wir aber jetzt anstoßen. Jetzt geht uns das Filmmaterial kaputt. Jetzt gehen uns die ersten Tonaufnahmen kaputt. Jetzt gehen uns die Bücher kaputt. Das heißt, wir müssen jetzt reagieren. Die Staatsregierung unternimmt momentan viel zu wenig. Die lassen einfach Zeug kaputt gehen und kümmern sich da nicht drum, weil es sie einfach nicht interessiert. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Den müssen wir angehen und den gehen wir als Piraten auch entschieden an. Dann fördern wir freie Lizenzen und Modelle zum Crowdfunding. Dann möchten wir eine lebendige Museumskultur, die nicht nur das Vergangene bewahrt, sondern auch Neues erschaffen kann. Dann als letztes möchten wir die kulturelle Bildung hervorheben. Es kann nicht sein, dass Kultur und Kunstproduktion in Schulen immer unter ferner Liefen läuft. Und kulturelles Engagement muss auch in der Bildungsinstitution gewürdigt werden. Das ganz kurz von mir. Ich möchte euch bitten, diesen Antrag anzunehmen und erwarte jetzt eure Fragen. Gibt es Fragen pro Kontraargumente? Irgendwas zu diesem Antrag? Gut, dann stimmen wir jetzt über diesen Antrag ab. Es ist ein Wahlprogramm am Tag. Wir brauchen eine Zweidrittelmehrheit. Bitte hebt eure grünen Karten, wenn ihr dafür seid. Hochkultur abschaffen. Danke. Bitte hebt eure roten Karten, wenn ihr dagegen seid. Der Antrag WP 014 ist hiermit angenommen. Da Kulturpolitik ein wichtiges Thema ist, übergebe ich jetzt das Wort an Martin, der dazu jetzt noch eine kurze Rede halten möchte. Ja, was habt ihr nun davon? Erstmal lasst ihr dazu, dass ich die Versammlungsleitung mache. Dann gibt er mir unlimitierten Zugang zu Koffein. Und dann beschließt er auch noch Kulturpolitik. Da müsst ihr jetzt mir noch ein bisschen zuhören. Ich möchte euch ein bisschen Futter geben, nämlich ein wenig Futter für Infostände. Die wenigsten wissen eigentlich, welche Auswirkungen Kulturpolitik hat. Und dass Kulturpolitik eigentlich mit was vom Wichtigsten ist, was in der Landespolitik überhaupt abläuft. Denn Kultur ist nichts anderes als der Kitt, der die unterschiedlichen Gebiete zusammenhält. Wenn es Probleme gibt zwischen unterschiedlichen Kulturen, wenn es Probleme gibt zwischen unterschiedlichen Gesellschaftsschichten, zwischen unterschiedlichen Einkommensschichten, dann liegt das daran, dass keine gemeinsame Kultur vorhanden sind, dass dort Grenzen vorhanden sind, die nicht überwunden werden können bisher. Und dass wir hier in Bayern in dieser Hinsicht so vielfältige Probleme haben, liegt genau daran, dass bei uns in Bayern die Kulturpolitik hemmungslos veraltet ist. Wenn ich sehe, wie viele unterschiedliche Kulturbetriebe nicht miteinander zusammenarbeiten, weil es überhaupt keine Möglichkeiten gibt, hier gemeinsame Brücken zu schlagen, dann dreht sich es mir wirklich, dann kriege ich einen Hals und dann drehe ich mich im Grab um, wenn ich da mal tot bin wahrscheinlich. Aber trotzdem, es ist so, wir haben hier in Bayern keinerlei Verzahnung, die wirklich wirkt. Wir haben in Bayern ein Kulturfinanzierungssystem, das komplett aus dem Ruder gelaufen ist. Aus dem Ruder gelaufen deswegen, weil es überhaupt nicht absehbar ist, aus welchen Mitteln diese, oder aus welchen Töpfen diese Mittel kommen. Es gibt durchaus Bezirke, in denen Kultur vielfältig gefördert wird. Oberbayern ist hierfür tatsächlich so, auch ein Beispiel, da funktioniert das ganz gut, Mittelfranken auch. Das riesige Problem dabei ist, dass es keine wirklich festgelegten Regeln gibt, sondern es hängt in erster Linie von den Politikern ab, die dort das Sagen haben im Bereich Kulturpolitik. Wenn die engagiert sind, wenn die wirklich gute Nachwuchsforderungen haben wollen, dann funktioniert das dort. Wenn das aber nicht der Fall ist, dann funktioniert das nicht. Wenn ich jetzt gerade hier beispielsweise an Unterfranken denke, in einer der Kulturausschusssitzungen im Landtag, die ich im letzten Jahr besucht habe, ging es darum, wo denn besonders Kultur gefördert werden muss. Da fiel der Name Unterfranken. Warum? Weil dort kaum Anträge kommen. Warum kommen keine Anträge aus Unterfranken? Weil die entsprechenden Politiker hier überhaupt kein Interesse haben. Theoretisch wäre Geld da, es muss noch viel mehr Geld da sein, aber vor allem, es muss möglich werden, als Person, die Kultur tätig ist. Sei es im Laienverein und vor allem, jetzt für uns an Infoständen, vor allem im Laienbereich. Und zwar nicht nur im Theater- und im Musikbereich, sondern auch im Sport und in anderen Dingen. Hier müssen tatsächlich die Förderungsmöglichkeiten transparenter gemacht werden. Hier muss ganz klar werden, wie diese Förderungen abgehen, wie man gefördert wird. Und solange wie bisher das so ist, dass man tatsächlich auch, um wirklich gut gefördert zu werden, ein halbes Buchhaltungsstudium braucht, um da wirklich das Geld zu bekommen, das man dann kriegt, aber das ist einfach nicht die Art und Weise, wie Kultur funktioniert. Kultur muss einfach sein. Die Arbeit, Kultur zu schaffen, muss einfach sein. Wir hatten vor zwei Wochen in München ein Treffen mit ein paar Sportvereinen türkischer Herkunft, die diese Barrieren unglaublich stark gespürt haben. Und das war für mich eigentlich auch ziemlich klar, dass man in diesen Dingen diese Grenzen aufbrechen muss. Dort war beispielsweise so, diese türkischen Vereine wollen Mädchenmannschaften gründen. Sie können es aber nicht. Warum nicht? Weil ihnen einfach die Sportplätze fehlen, weil niemand mit ihnen redet. Weil sie nicht gehört werden. Das sind Grenzen, die dort einfach aufgebaut werden, die es nicht wert sind. Es ist von der CSU in ihrem Denken, ganz klar, Muslime, die wollen doch keine Mädchenmannschaften. Das ist doch sowieso mit den Frauen und den Muslimen. Das ist doch ein Problem. In dem Fall ist es so, die würden das gerne machen, können es aber nicht und sie werden nicht mal gefragt, warum. Es wird ihnen keine Hilfe angeboten. Das sind die Grenzen, die wir da aufsprengen müssen. Und hier müssen wir im kulturellen Bereich wirklich einen vollkommen bedingungslosen Zugang schaffen, dass jeder, der Kultur machen kann und Kultur machen will, auch Kultur machen darf und hierzu auch Förderungen bekommt, sofern er Kultur schafft. Und das ist zurzeit nicht möglich. Und deswegen ist dieser Antrag, den wir gemacht haben, auch sehr wichtig, weil wir eben diese Vereinfachung der Förderungen fordern. Es ist so, wenn euch am Infostand jemand fragen sollte, Kulturpolitik, was ist denn das und wie soll man das fördern, dann stehen wir dafür ein, dass jeder, der Kultur rezipieren möchte, das auch machen können darf. Es kann nicht sein, dass eine Familie, die Hartz IV bezieht, nicht regelmäßig ins Museum gehen kann, obwohl beispielsweise einige unglaublich Kunstinteressierte dort sind, die gerne in die Pinakotheken gehen würden, aber das nicht können, weil sie nicht regelmäßig das Geld dafür haben. Das geht nicht. Das muss möglich sein, dass sie das machen. Es geht nicht, dass Schüler nicht regelmäßig in die Oper gehen können, wenn sie es denn doch wollen. Aber genau das wird eben gemacht. Es wird nicht wirklich gefördert. Und es wird an den falschen Stellen das Geld hingeschoben und zwar nur da, wo jetzt gerade irgendein Politiker denkt, das ist jetzt ein schönes Prestigemodell, das ist jetzt ein toller Leuchtturm, den möchte ich jetzt verstärken. Da wird Geld hingepumpt, der Rest wird vergessen und deswegen müssen wir da ganz genau daran arbeiten. Das ist ein sehr piratisches Thema. Ganz kurz noch zum Schluss. Die Staatsregierung hat jetzt gerade vor kurzem, am 14. April war das, glaube ich, oder vorletzte Woche, die hat das sogenannte Bavaricon eröffnet. Das ist ein Museum im Internet. Ein Museum, in dem unglaublich viele Stücke aus in bayernweiten Museen digitalisiert dargestellt werden. Das Ganze ist tatsächlich optisch ganz famos gestaltet, muss man ohne jedes Wenn und Aber zugestehen. Es geht aber dadurch, findet jetzt die CSU, wir sind doch digital, wir haben das mit dem Internet kapiert, jetzt klappt das alles, wir haben unsere Hausaufgaben gemacht. Nichts da ist es, denn es ist zwar, jetzt kann man das Ganze angucken, aber nutzen kann man es nicht wirklich. Wenn man jetzt nämlich da mal wirklich forschen will oder mal das weiter nutzen will, dann muss man erst mal gucken, diese Bilder, die darf ich ja gar nicht weiterverwenden. Ich darf ja dieses Bild von der tollen Vase, ich darf ja dieses Bild von der tollen Statue gar nicht weiter benutzen. Ich darf das auch in meiner Forschungsarbeit nicht weiter benutzen, ohne dass ich mich erst mal durch x Seiten Textwüste mit den unterschiedlichsten Lizenzabkommen durchwühlen muss. Es steht tatsächlich dort in diesem Bavaricon beispielsweise auch auf der Seite zu dem Datenschutz, zu den Zugangsrechten, dass je nachdem in welchem Museum diese Stücke im Original stehen, tatsächlich auch unterschiedliche Nutzungsrechte vorhanden sind. Dass man also für jedes Stück auch noch unterschiedliche Rechte hat, da blickt kein Mensch mehr durch. Und das ist dann wiederum überhaupt nicht bedingungslos. Und deswegen ist das zwar ein netter Ansatz, aber kann nur der Anfang sein. Und hier müssen wir reinhalten, dass hier tatsächlich auch noch mehr geschieht. Und deswegen ist Kulturpolitik für uns Piraten so wichtig. Vielen Dank. Wir danken dir. Jetzt geht es weiter mit einem Thema, das recht spannend ist, das Thema Landwirtschaft. Wir haben den WP020 von Einfach Ben, den allerdings Mase vorstellen wird. Dieser Wahlprogrammsantrag ist grob zusammengefasst aus den Positionspapieren der AG Landwirtschaft, dann die Positionspapiere, die ich noch eingebracht hatte, zum nachhaltigen Konsum und dann noch einem etwas älteren Positionspapier zur Tierhaltung in Zirkussen. Ich gehe mal ein bisschen genauer darauf ein, was da eigentlich drinnen steht. Aber zuvor möchte ich euch nochmal darauf hinweisen, warum eigentlich das Thema Landwirtschaft für uns wichtig ist. Und zwar braucht man sich einfach nochmal ein bisschen Bayern anschauen und sieht, dass wir einfach ein wunderschöner Flächenstaat sind mit sehr vielen tollen Gegenden, die auch entsprechend von den Menschen, die dort leben, genutzt werden, eben um landwirtschaftliche Erzeugnisse zu produzieren. Und derzeit ist es einfach so, dass ein Großteil dieser Leute CSU-Wähler ist, weil sie sich einfach denken, ah, die machen eh das Beste. Und genau diesen Leuten müssen wir eigentlich sagen, nein, die machen nicht das Beste für euch. Die zwingen euch, eine agraffabrikartige Sache dort aufzubauen. Die lassen euch nicht weiter so leben, wie es irgendwie sinnvoll ist und gut tut. Und genau von dieser Politik müssen wir wegkommen und genau das können wir gut verkaufen, denke ich, eben über unsere Kernthemen, die da sind, Transparenz und Bildung des Konsumenten und Mitbestimmung. Und genau das, angewandt auf die Landwirtschaft, haben wir in diesen wunderschönen Wahlprogramm-Antrag reingepackt. Gehen wir ein bisschen einzelnen Punkte durch, um sie ein bisschen zu beschreiben und freue mich dann auch später auf ein paar Fragen zu dem ganzen Thema. Und zwar ist eigentlich die Prämpel so ein bisschen in die Richtung, okay, wir wollen gerne eine verantwortungsbewusste und ressourcenschonende Landwirtschaft. Ich glaube, dazu muss ich nichts weiter sagen. Die Neubewertung von den Subventionen ist ein wichtigeres Thema und zwar wollen wir von denen generell weg oder sie anders auslegen. Denn im Augenblick ist es so, dass man auf Fläche Subventionen erhält, was einfach nicht rechtens ist. Also wenn ein großes Landwirt ein Einzelner viel Gebiet hat und dieses bewirtschaftet, mehr Fläche hat und es aber für eine biologische Anbauart benutzt, also das heißt, er hat viel mehr Investitionen an Zeit dort rein und deswegen ist es einfach nicht in Ordnung, dass jemand, der einfach mehr Fläche hat, deswegen mehr bekommt. Also das heißt, diese Kriterien müssen dringend neu bewertet werden, auch unter dem Gesichtspunkt, dass ich glaube, es waren irgendwelche Exporte, die auch mit Subventionen von der EU befürwortet werden. Das ist zwar jetzt nicht ein Landesthema, aber trotzdem eine wichtige Position, die zerstören in Afrika die Erzeugung der Struktur, weil wir unsere subventionierte Milchprodukte nach dorthin überführen und ja, auch nicht sehr schön. Das heißt, dieses landwirtschaftliche Thema tangiert eigentlich in vielen Punkten andere Punkte wie Menschenrechte, gerade was diese Exporte betrifft. Deswegen ist es auch für mich persönlich ein sehr piratiges Thema. Der nachhaltige Konsum reampelt tatsächlich zu dem Bereich Lebensmittelkennzeichnung, also es geht in die Richtung, dass man dem Verbraucher es ermöglichen muss, herauszufinden, was tatsächlich er da kauft. Denn auf vielen Sachen wie Milch steht nicht konkret drauf, wie diese Milch hergestellt wurde. Also Dinge wie mit welchem genmanipulierten Futter möglicherweise die Kuh gefüttert wurde und so ein Kram. Also da könnte man tiefer gehen. Und wir legen uns aber mit diesem Wahlprogramm nicht fest, wie genau das passieren soll, sondern sagen bloß, dass man da eine Möglichkeit finden muss. Und mir ist klar, dass man eine absolut überbeschriftete Packung nicht wirklich aufnehmen und verarbeiten kann. Also das heißt, man braucht da einfach ein gutes Mittel und genau das wollen wir finden. Und auch einen regionalen Konsum möchten wir fördern. Das ist hier mit drinnen. Denn gerade Transportwege bei Tieren vermindern sehr viel Tierleid und außerdem sind sie für die Umwelt besser und kurbeln den Kreislauf, also den Wirtschaftskreislauf in der Region an. Also es hat eigentlich bloß Vorteile. Dann der Bereich Tierversuche weitgehend vermeiden geht hauptsächlich darum, dass in gewissen Bereichen Tierversuche Pflicht sind. Und es gibt aber mittlerweile sehr viele Versuche für Produkte, die ohne Tierversuche, also die nicht Tierversuche sind. Also das heißt, man kann diese Produkte genauso gut testen und auch die Gesundheitsschädlichkeit für den Menschen überprüfen, ohne damit oder ohne während dieser Testphase einem Tier Leid zuzufügen. Und genau bei diesen Stellen, wo es nicht nötig ist, soll diese Verpflichtung einfach entfallen. Wozu braucht man das überhaupt? Dann der letzte Punkt. Die Überschrift ist ein bisschen missverständlich. Keine Tiere im Zirkus heißt nicht überhaupt keine Tiere im Zirkus, sondern tatsächlich bezieht es sich auf die Wildtiere. Denn es soll in diesem Wahlprogramm nach eine Liste, also eine Positivliste, also die Tiere, die erlaubt sind, im Zirkus geben, welche domestiziert sind und die in diesen Zirkusbetrieben artgerecht gehalten werden können. Dazu vielleicht eine kleine Hintergrundinformation. Die Zirkustiere, die Wildtiere, die üblicherweise in den Zoos gehalten werden und in diesen Zirkus mit herumreißen, verbringen durch diese Haltung im Zoo vielleicht 90 Prozent ihrer Zeit damit, in einem Käfig eingesperrt zu sein, der nicht mal einem Viertel dessen entspricht, was für Zoos gilt. Also das heißt, im Zoo sagt man, okay, du hast Wildtiere, du hältst die, damit die artgerecht gehalten werden, gib ihnen die Fläche und im Zoo haben die halt dann vielleicht ein Viertel davon. Und das ist auch einfach nicht richtig. Und deswegen bitte ich euch, diesen Programmen zuzustimmen, der uns ein schönes Landwirtschaftsprogramm bietet, mit dem wir super an den Infoständen punkten können. Da wette ich drauf und auch in deinen Tierschutzgesichtspunkten sehr vorbildlich ist. Gibt es Fragen, Anmerkungen, Kommentare zu diesem Antrag? Ich sehe, das ist nicht der Fall. Dann kommen wir zur Abstimmung. Oder willst du? Hey, wir haben tatsächlich einen Redebeitrag. Hey! Dieser Antrag enthält einige Punkte, hinter denen ich voll und ganz stehen kann. Leider sind zu viele Punkte drin, die aus meiner Sicht völlig wischiwaschi sind. Es fängt schon damit an, dass schon in Punkt 2, also Paragraph 2, gesunde Produkte genannt werden. Ein gesundes Produkt, was ist das? Ich kenne Leute, die sagen, Fleisch ist ungesund. Wollen wir jetzt sagen, jeder Tierhalter, jeder Bauer, der Schweine hält, der Kühe hält, ist da irgendwo nicht dabei. Das ist für mich einfach viel zu weit gefasst, viel zu wenig Substanz drin, um zu sagen, das gehört bei uns ins Wahlprogramm rein. Das müsste man in meinem Antrag weit mehr ausformulieren, viel mehr Inhalt reinbringen. Aus dem Grund würde ich sagen, bitte diesen Antrag nicht annehmen. Ich plädiere für die Annahme dieses Antrags. Ich glaube, es ist nicht sinnvoll, dass wir wirklich bei jedem Antrag darauf achten, dass jedes kleinste Detail geregelt wird. Wichtig ist die grundsätzliche Aussage, was wir erreichen wollen. Und ich glaube, gerade in der Landwirtschaft und auch in der Ernährung, da ist ziemlich klar, dass die meisten darauf achten, dass es ein gesund ist, dass man weiß, wo es herkommt und dass man auf jeden einzelnen Detail jetzt achtet. Das ist, glaube ich, gar nicht möglich. Wir werden bestimmt auch nicht alles durchkriegen. Aber deswegen bin ich dafür, dass die grundsätzliche Richtung ist richtig und dafür sollten wir deswegen dafür stimmen. Danke. Ja, ich stehe schon wieder am Kontramikrofon, aber nicht, weil ich den Antrag per se ablehne, sondern weil er mir wieder mal nicht weit genug geht. Und zwar die Neubewertung von Subventionen sehe ich, wie ich schon vorhin angesprochen habe, so ein bisschen als Problem, weil letztendlich zum Beispiel die EU hat im Haushalt über 60 Prozent für Landwirtschaft drin und davon ist über ein Drittel für Brachen, Stilllegungen und Exporthilfen. Das heißt de facto, wir subventionieren eine Landwirtschaft, damit wir sie nicht nutzen und damit wir das, was wir dann nicht an Nutzung vermeiden können, auch noch dorthin verschiffen, wo es eventuell Schaden anrichtet, wie zum Beispiel, wenn man Hühner nach Afrika exportiert oder ja, das, was halt vom Huhn übrig bleibt nach der Legeperiode, dann dampft das letztendlich die lokalen Erzeuger. Mir fehlt hier ganz klar, europäische Agrarprodukte verlassen Europa nicht. Das ist eine Aussage, die mir ganz klar fehlt. Alles andere schädigt Afrika in Form von Milchpulver, in Form von Fleischexporten, in Form von sonst was oder ja, also insofern, das fehlt mir einfach. Einfach aus Verantwortung gegenüber anderen, bei denen wir hier letztendlich, weil wir hier mit einem massiven Geld deren Existenzen gefährden. Die grundlegende Richtung stimmt und darum geht es eigentlich im Wahlprogramm. Zum Thema Gesund, ich glaube, gesund ist auch immer der aktuelle Wissensstand an der Gesellschaft. Ich weiß noch, dass man mir gesagt hat, Kaugummi-Kauen ist schädlich. Und von daher, bis wir das alles umsetzen dürfen, vergeht noch ein bisschen Zeit. Deshalb kann ich. Ein Abschlussstatement, falls es keine Redebeiträge mehr gibt. Okay, ein kleines Abschlussstatement. Und ich wünsche mir, dass ihr diesen Antrag annehmt und auch, um dieses Programm insgesamt ein bisschen unter die Leute zu bringen, haben wir schon auf Grundlage des Bundesprogramms an einem Flyer gearbeitet und sind auch schon dabei, zwei Veranstaltungen vorzubereiten. Und die Arge Landwirtschaft in Bayern freut sich über jeden Neuzugang. Also gerade so etwas, was der Andi Witte gerade gesagt hat, ja, du hast da absolut recht, das sehe ich auch so, aber man kann Piraten nicht einfach mit solchen Sachen überfallen und lass es uns innerhalb der Arbeit in der Arge Landwirtschaft mit ins Programm vom Nächsten oder Positionspapier oder wo auch immer hinbringen. Das ist definitiv ein wichtiges Thema und ich freue mich auf jeden Fall, wenn sich jemand bei uns noch anschließt und an dem Thema weiter mitarbeitet. Danke für eure Aufmerksamkeit. Kommen wir zur Abstimmung. Es geht um den Wahlprogrammantrag 020. Es ist ein Wahlprogrammantrag, wir brauchen eine Zweidrittelmehrheit. Bitte hebt jetzt eure grünen Karten, wenn ihr ihnen zustimmen möchtet. Danke, bitte hebt jetzt eure roten Karten, wenn ihr diesen Antrag ablehnen möchtet. Der Antrag ist angenommen. Kommen wir jetzt zum Positionspapier zum Thema Forderungen Intersexualität. Ben Stöcker. Positionspapier 002. Nein, der wächst leider nicht. Mein Tablet hat kein Internet, ich prangere das an. Liebe Freunde, liebe Freundinnen, werte Zwitter, liebe Piraten, liebe Piratinnen, verehrte Eichhörnchen. Bim lacht wenigstens einen, habe ich zum Lachen gebracht, das finde ich schön. Warum stehe ich heute hier? Also dieses Positionspapier hatte ich zum letzten Landesparteitag schon eingereicht, da hatten wir leider nicht mehr die Zeit, das zu behandeln. In unserem Land passiert Unrecht. Es passiert Unrecht an Menschen, die gerne übersehen werden. Es gibt Zwitter. Die gibt es. Das ist normal. Für unsere Gesellschaft ist es aber nicht normal, weil es gibt nur Mann und Frau. Und da sie nicht passend wird, versucht sie passend zu machen. Und da passiert Leid und da passieren schlimme Dinge. Diesen Menschen wird teilweise nicht gesagt, was mit ihnen los ist. Diese Menschen werden mit Hormonen behandelt, die Nebenwirkungen haben. Diese Menschen werden im Kleinkindhalter operiert. Und da wird teilweise den Eltern noch nicht mal gesagt, was los ist. Das ist eine Riesensauerei. Es gab im Bundestag, also beziehungsweise im Bundestag ist das jetzt schon die ganze Zeit Thema. Und da stellt sich die CDU und in Bayern vor allem die CSU mal wieder quer. Es gibt nämlich andere Länder, da passiert schon was. Ich bin der Meinung, wir Piraten sollten da, wenn wir im Landtag sind, auf jeden Fall angreifen. Es kann nicht sein, dass ein Mensch am Genital operiert wird, nur weil es 10% außerhalb der Norm ist oder 20% außerhalb der Norm. Wenn es keine notwendigen medizinische Integration gibt und notwendig heißt da gefährlich, da passiert irgendwas, wenn wir nichts tun. Das kann nicht sein. Wenn jemand das möchte, ist das in Ordnung. Aber dass das irgendwie einfach so passiert, das kann nicht sein. Es kann nicht sein, dass Menschen angelogen werden und ihnen die Eierstöcke oder die Gonaden oder den Hoden entfernt wird, ohne dass sie überhaupt informiert werden und danach mit Hormonen zugebombt werden. Das darf in diesem Land nicht mehr passieren, nur weil wir der Meinung sind, es muss irgendjemand Mann oder Frau sein. Es gibt kein Dazwischen und es darf kein Dazwischen sein. Dieses Positionspapier ist zu guten Teilen von einem intersexuellen Verein übernommen. Es steht im Prinzip genau das, was ich gerade gesagt habe, drin. Die Eltern müssen informiert werden, also die Betroffenen müssen informiert werden. Die Krankenakten sollen lange aufgehoben werden. Wir möchten, dass das Thema Intersexualität im Biologieunterricht in den Schulen vorkommt. Denn wir können natürlich durch Bildung hier ganz viel tun. Denn das binäre Geschlechtermodell, das wir sehen, das ist vor allem kulturell bedingt. Das ist nicht natürlich. Das ist eine Wertvorstellung, die wir haben, die uns anerzogen wird. Das gehört zu unserer Bildung dazu. Das ist eine Riesenladbeforderung, die das drinsteht. Und ich hoffe und bete, dass ihr das annimmt, weil ich der Meinung bin, jeder Mensch verdient Menschenrechte, auch intersexuelle. Gibt es zu diesem Antrag Fragen, Kommentare, was auch immer? Ich stehe mal beim Kontraargument, sage aber, ich stimme dafür, weil der Antrag ist gut, der Antrag spricht viele wichtige Punkte auf. Deswegen kann man ihm dafür stimmen, auch weil der Punkt chirurgische Eingriffe durchaus schwieriger macht und sagt, natürlich müssen alle einverstanden sein, müssen entsprechend aufgeklärt sein. Aber es macht sie nicht unmöglich. Ich möchte trotzdem Kontraargumente nennen, dass man die einfach auch im Hinterkopf hat, weil die sind auch da. Es gibt diese Vereine von Betroffenen. Und man muss auch wirklich sagen, diesen ist Unrecht geschehen. Das sind aber oft, die sind jetzt erwachsene Menschen. Die Eingriffe waren oft vor 30 Jahren oder noch länger. Ich muss ein bisschen jetzt für eine Lanze brechen, für Ärzte, die in diesem Bereich arbeiten. Die Operationstechniken haben sich entwickelt und auch die Geisteshaltung. Inzwischen wird eben sehr wohl darauf geachtet, dass Menschen Spaß beim Sexualverkehr haben und so weiter, auch bei solchen Operationen. Ein zweiter Punkt, das Eichhörnchen hört sich so nett an. Dieses Feld Intersexualität ist ein großes Feld. Und da fallen auch schwierige, sehr schwere, ernsthafte genetische Erkrankungen drunter. Und da muss, die Menschen sind jetzt krank. Und nicht, weil per se das Sexualorgan nicht definiert ist, sondern weil da noch wesentlich andere Organfehlbildungen sind. Und da muss operiert werden. Das heißt, nicht jede Operation bei Intersexuellen ist per se was Böses. Und einen dritten Punkt, den man im Hinterkopf haben muss, Ich finde es völlig okay, dass wir sagen, das benähere Geschlechtersystem ist veraltet. Aber auch die Möglichkeit, nicht einzugreifen, ist eine Entscheidung. Und noch sind nicht alle in Bayern und in Deutschland so weit, wie wir Piraten. Und momentan werden Menschen nach zwei Geschlechtern aufgeteilt. Und wenn ich ein Kind nicht operiere, dann hat das auch Konsequenzen im sozialen Umfeld des Kindes. Und dessen muss man sich einfach bewusst sein. Und dass eine OP mit Aufklärung und mit Absprache der Eltern und mit einer sorgfältigen Evaluierung aller Nebenwirkungen ist aus meiner Sicht in vielen Fällen die bessere Lösung inzwischen. Aber weil das Thema wichtig ist und weil das durchaus möglich ist, trotzdem dafür stimmen. Also ich bin von diesem Thema selbst betroffen. Es ist, wenn das Kind Pipi machen kann, alles andere ist ein Menschenrechtsverbrechen und kann nicht begangen werden. Und Ärzte machen jetzt erstmal Untersuchungen, was das überhaupt für Auswirkungen hat. Dabei wenden sie wieder unfaire Mittel an, indem sie uns versuchen auszublenden in diesen Forschungsversuchen, was das für Auswirkungen hat, weil sie das genau wissen, dass es katastrophale Auswirkungen hat. Intersexualität ist keine Krankheit. Das hat der Deutsche Ethikrat so festgestellt. Und was nicht krank ist, das muss man nicht behandeln. Und damit bitte ich euch, dem Antrag zuzustimmen. Grundsätzlich bin ich auch für den Antrag, nur ich habe da einen letzten Satz von dir, Ben, gehört, dass du das auch hier als Information auf Schulen und sowas haben möchtest. Ist das im Antrag drinnen oder ist das eine persönliche Meinung? Weil ich bin dagegen, dass sowas im Antrag drinnen ist. Alles, was da stand, fand ich in Ordnung. Nur, dass man sagt, das muss in der Aufklärung stattfinden, das finde ich nicht in Ordnung momentan. Das ist eine Frage an mich, darauf darf ich antworten. Es gibt die Überschrift Toleranz durch Bildung. Dort steht, das Thema Geschlechterdifferenzierung und Varianten wird an allen Schulen Bestandteil der Lehrpläne in Biologie, Sexualkunde und in den sozialen Fächern. Es steht da. Ich möchte zunächst auf das eingehen, was der Florian gesagt hat. Selbstverständlich mag es sein, dass bei neugeborenen Kindern eine medizinische Situation da ist, die das Leben oder zumindest die Gesundheit schwerwiegend gefährdet und dass deswegen eine Operation erforderlich ist und man deswegen auch eine Abwägung vornehmen muss. Ich glaube aber, dass dieser Antrag nicht die Mehrheit der Betroffenen trifft, sondern dieser Antrag, der betrifft diejenigen, die ohne ein eindeutig zuordnenbares Geschlecht zu Mann oder Frau oder Junge oder Mädchen geboren werden und wo über ihren Kopf hinweg entweder von Ärzten oder von Eltern oder von beiden gemeinsamen Entscheidungen getroffen werden, die sehr schwerwiegende Auswirkungen auf diese Kinder haben und dann später natürlich auch als Erwachsene. Dazu sollten wir uns eigentlich klar machen, wir Piraten, wir stehen weder für Männer noch für Frauen noch für Eichhörnchen, sondern wir stehen für Menschen. Und wir stehen für Menschen, die selbstbestimmt leben können, die frei entscheiden können, was sie selbst sein wollen. Ich verkenne nicht, dass es soziale Probleme geben mag bei Kindern, die ein nicht eindeutig zuordnenbares Geschlecht haben, aber wenn man sieht, was es für langfristig schwere psychische Schäden gibt, dann ist es für mich ziemlich eindeutig, dass wir dem Recht auf Selbstbestimmung hier eindeutigen Vorrang einräumen sollten. Vorbehalte ich natürlich diesen medizinischen Integrationen in Notfällen, die ich bereits angesprochen habe. Man muss sich vor Augen führen, das Geschlecht eines Menschen oder seine geschlechtliche Identität ist ein Kernbereich der Persönlichkeit. Und wenn ohne eine entsprechende Einbindung und eine freie Entscheidung dieses Menschen ein Eingriff vorgenommen wird, dann ist der von seinen Folgen her vergleichbar mit Zwangskastrationen und Sterilisierungen in politischen Diktaturen, von den psychischen Folgen für die Menschen. Und aus diesem Grund stimme ich dem Antrag auf jeden Fall zu. Ich würde auch empfehlen, den Antrag auf jeden Fall anzunehmen, weil es richtungsweisend ist, weil wir die erste Partei wären, die das wirklich tut, die sich dazu positioniert, und die das auch nach außen hin trägt und auch diesen Menschen einfach eine Hilfestellung gibt. Und das sollten wir auf jeden Fall bedenken. Dankeschön. Gut, ich habe auch noch was zu sagen. Und zwar, wir haben diesen Game-Changer-Antrag bereits beschlossen und das ist ein erster Schritt, um zu sagen, wir wollen wirklich grundlegend was ändern. Das war das eine. Zweitens, zu diesem Argument von wegen, ja, die haben ja dann Probleme im sozialen Umfeld, deshalb muss man die normalisieren. Wenn Menschen Probleme mit dem sozialen Umfeld haben, für die sie nichts können, dann muss man meiner Meinung nach nicht die Menschen ändern, sondern dann muss sich das soziale Umfeld ändern. Gibt es noch Redebedarf zu diesem Antrag? Das ist ganz schön schräg. Gut, damit hat Ben das Abschlussstatement. So, da möchte ich mal kurz Flo antworten, der mir wahrscheinlich gar nicht zuhört. Doch, ich kriege Aufmerksamkeit, das freut mich. Natürlich geht es nicht darum, Flo, dass alle Menschen und alle Ärzte, die das behandeln, böse sind. Das habe ich auch nicht gesagt. Es gab in der Vergangenheit ganz Schlimmes, und es gibt immer noch ganz Schlimmes. Ich weiß, dass es Institute gibt, die daran arbeiten und die da auch eine Veränderung wollen. Das ist aber in keinster Weise in der breiten Fläche angekommen. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass es immer noch 50-jährige, 60-jährige Arzte gibt irgendwo im Land, die das so behandeln, wie sie es vorher auch behandelt haben, weil das stand ja in den Büchern drin. Also es ändert ja nichts, dass man sagt, nur weil ein Teil jetzt erkannt hat, es ist Unrecht und sich ändert, muss man den Rest trotzdem noch dazu überzeugen oder gegebenenfalls zwingen und bestrafen, wenn sie es weiterhin tun. Denn das ist ja eigentlich der Punkt, dass es eben aufhört. Wir stimmen also ab. Das Positionspapier 002 zu Intersexualität. Dies ist ein Positionspapier. Wir benötigen also nur eine einfache Mehrheit. Bitte hebt jetzt eure grünen Karten, wenn ihr mit diesem Antrag anverstanden seid. Bitte hebt jetzt eure orange Karte, wenn ihr diesen Antrag ablehnen möchtet. Vielen Dank. Dieses Positionspapier ist damit angenommen. Und jetzt übergebe ich das Wort an Klaus Jaroslawski für Pirate Starter, beziehungsweise jetzt den Film abspielen, bitte. Flo Breik bitte dringend zur Technik. Flo Breik bitte. Nein, ich möchte jetzt das. Ich werde ihn nicht nochmal verschieben. Jetzt reicht's. Ach nee, ist dreimal verschoben. Ich will jetzt Flo Breik hier haben. So, sofort. Flo Breik bitte dringend zur Technik. Flo Breik bitte jetzt. Und ich mach jetzt hier nicht weiter, bevor der hier nicht auftaucht. Es sei denn, Volker hat natürlich die Lösung. Ich nehm auch. Flo hat gesagt, es geht. Ich bin Pirate. Einer unter vielen Piraten. Ich bin Pirate. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 20, 22, 23, 25, 24, 25, 26 26, 26, 26, 27, 29, 29, 29, 30, 31, somethin' 2 3 4 4 7 7 7 4 3 1 Wir haben uns für dieses Jahr unglaublich viel vorgenommen, obwohl eigentlich nur eines. Wir wollen das politische System, die Demokratie und damit diese Welt positiv verändern. Dazu müssen wir in den Landtag und wir müssen in den Bundestag und wir sind bereit dafür, bis auf eines. Leider brauchen wir Geld, sehr viel Geld, mindestens eine Million Euro. Eine Eins mit 6 Nullen. Dafür haben wir Pirate Starter ins Leben gerufen. Unsere Spendenplattform für den Wahlkampf. Sie baut auf Crowdfunding, dem neuen Tool für Zusammenarbeit und für das gemeinsame Finanzieren. Ich bin Pirate Starter, weil sich die Welt nicht von alleine verändert. Schließ dich an und sei auch du ein Pirate Starter. Werde Teil von etwas Großem und Einzigartigen. Ich bin Pirate Starter, weil die Piratenpartei die einzige Hoffnung ist, endlich wieder Ehrlichkeit und Bürgernähe in die Politik zu bekommen. Aber bringt das überhaupt etwas? Ja, denn nur dadurch, dass es uns gibt, haben wir schon viel erreicht. Und wenn wir in den Parlamenten sitzen, erreichen wir noch mehr. Piraten wirken bereits durch die nackte Anwesenheit in Sachen Transparenz und gegen verdeckten Klünger. Wir haben bereits vier Parlamente geändert. Wir haben unsere Themen gesetzt. Seit es uns gibt, spricht jeder von Transparenz, Netzpolitik, Basisdemokratie, Urheberrecht, bedingungslosen Grundeinkommen, Geschlechterpolitik, Neustart und allen Politikfeldern. Wir wollen gesellschaftliche Teilhabe für alle und ein faires Miteinander statt Egoismus und Ausgrenzung. Wir setzen dabei auf unser positives Menschenbild von Teilhabe, Freiheit und dem Wandel zur Wissensgesellschaft von morgen. Übrigens dort, wo wir hier in den Parlamenten sitzen, wirken Piraten in Sachen Transparenz, wie zum Beispiel in Sachen Berliner Flughafen. Und wir sind sehr viele. Wir sind längst eine weltweite Bewegung geworden. Ich bin Pirate Starter, weil wir alle Piraten sind. Schaffen wir es in dem Bayerischen Landtag, sind wir auch ziemlich sicher im Bundestag. Doch dafür brauchen wir mindestens eine Million Euro. Was machen wir mit dem Geld? Wir werden so transparent und effektiv, aber auch kostensparend einen großartigen Wahlkampf hinlegen. Wir werden Plakate drucken, die Innenstädte beflyern, Radio- und Fernsehwerbung machen, Videospots produzieren und viele virale Aktionen starten. Vor allem aber werden wir mit unseren Themen punkten. Und deshalb brauchen wir dich. Denn nur gemeinsam sind wir stark und können die chancengleiche, basisdemokratische und solidarische Gesellschaft wahr werden lassen. Für jeden Einzelnen. Ich bin Pirate Starter, weil ohne Geld wenig geht. Auch kein Wahlkampf. Sei ein Teil davon. Werde auch du ein Pirate Starter. Ich bin Pirate Starter, weil ich den Wandel in der Politik auch mit meinem Euro unterstützen möchte. Ich bin Pirate Starter, weil Bürgerrechte wie das Geld wert sind. Ich bin Pirate Starter, weil ich mehr gesunde Politik haben will. Ich bin Pirate Starter, weil wir nicht mehr in einer digitalen Revolution sind und die Piratenpartei die Antwort dafür ist. Ich bin Pirate Starter, weil ich finde, dass jede Form der Familie zählt. Ich bin Pirate Starter, weil wir der Arzt sind, der Division sammelt. Ich bin Pirate Starter, weil Freiheit keine Randnotiz ist. Ich bin Pirate Starter, weil ich möchte, dass Menschen sich in unserer Gesellschaft unabhängig von vorgeschriebenen Rollen entfalten können. Ich bin Pirate Starter, weil ich möchte, dass meine Kinder in einer besseren Welt leben. Ich bin Pirate Starter, weil Lester von Widerhosen noch keine digitale Revolution macht. Ich bin Pirate Starter, weil ich mit der momentanen Politik nicht zufrieden bin und ich denke, dass die Piraten es schaffen können. Ich bin Pirate Starter, weil ich viel Kleinkiemacht aufmessen. Ich bin Pirate Starter, weil ich's kann. Ich bin Pirate Starter, weil auch mein Enkel noch freie Bildung haben soll. Ich bin Pirate Starter, weil die Antworten auf die Herausforderungen der Zukunft nur bei den Piraten geboren werden. Ich bin Pirate Starter. Ich bin Pirate Starter. Nochmal. Ich bin Pirate Starter. No. Weil sich in dem Land endlich was ändern muss. Weil das Internet die realere Welt ist. Damit die Piraten mit dem Bürger Politik machen können. Ich bin Pirate Starter, weil Piraten schon immer den größten Wahlkampf machen. Ich bin Pirate Starter, weil die sind jung und brauchen das Geld. Ich bin Pirate Starter, weil Politik viel, viel bunter werden muss. Ich bin Pirate Starter, da ich mit meinen Themen die Piratenpartei aktiv mitgestalten kann. Ich bin Pirate Starter, weil die Piraten die Utopiepartei sind. Ich bin Pirate Starter, weil ich den piratigen Themen mal so richtig Gewicht verleihen will. Ich bin Pirate Starter, weil die Menschen eine neue Politik haben. Ich bin Pirate Starter, weil es Zeit wird, dass sich was ändert. Und wo ist die Münze? Wo ist die Münze? Die wollen es doch glauben! Ich bin Pirate Starter, weil die anderen Parteien mir auf den Sack gehen. Ich bin Pirate Starter, weil die Piraten die einzige Partei sind, die für die Zukunft bittet. Ich bin Pirate Starter, weil es Zeit wird, die Politik zu verändern. Ich bin Pirate Starter, weil was anderes kommt mir eigentlich in die Tüte. Ich bin Pirate Starter, weil auch die jungen Menschen eine Chance brauchen, mitzumachen. Ich bin Pirate Starter, weil jeder Mensch ein Grundrecht auf Privat geht. Ich bin Pirate Starter, weil ich an eine Zukunft für Deutschland glaube. Ich bin Pirate Starter, damit wieder mehr Politik im Sinne der Bürger gemacht wird. Ich bin Pirate Starter, weil mir die Freiheit und eigene Freude unserer nachfolgenden Generation genauso wichtig ist wie meine eigene. Ich bin Pirate Starter, bevor es die GZ bekommt. Wir sind Pirate Starter! Wir sind Piraten! Wir sind Piraten! Wir sind Piraten! Wir sind Piraten! Wollt ihr einen geilen Wahlkampf? Wollt ihr einen erfolgreichen Wahlkampf? Glaubt ihr, dass man für einen Wahlkampf Geld braucht? Wollen wir Spenden sammeln? Wollt ihr Pirate Starter? Ja! Okay, könnt ihr haben. Allerdings leider doch nicht ab heute. Eigentlich wollten wir heute den offiziellen Startschuss dafür feiern. Und wir haben leider noch ein bisschen technische Schwierigkeiten. Wir können euch aber die Website schon mal vorab zeigen. Wer hat denn? Du bist auf dem Knopfdruck? Ah, da ist sie schon zu sehen, genau. Wir werden mit dieser Plattform hoffentlich, naja, ob wir eine Million Euro einsammeln, wird sich zeigen, aber wir werden hoffentlich sehr viel Geld damit einsammeln. Und dieses Geld soll im Wahlkampf ausgegeben werden. So, diese ganze Aktion hat zwei Seiten. Das eine ist die Seite, wie das Geld reinkommt, wie die Spenden eingesammelt werden. Das andere ist, wie das Geld wieder ausgegeben wird. Das soll ja nicht nur gehortet werden, das soll ja auch ausgegeben werden. Das Spendensammeln wird über diese Website passieren. Die Leute werden dort einen Spendenzweck sich auswählen können. Das kann auch der allgemeine Zweck sein, bayernweit ungebunden, nicht lokal gebunden. Das kann aber auch lokal gebunden sein für einen bestimmten Stimmkreis oder für eine bestimmte Aktion. Und Pirate Starter wird diese Gelder verwalten, um sie dann, das ist dann die andere Seite, um dann sie ausgeben zu können für alle Aktionen, für die Leute das Geld brauchen. Das heißt, speziell bei landesweiten, bei bayernweiten Aktionen soll man sich bei diesem Pirate Starter Mission Control Center, das wir dafür extra gegründet haben, es ist ein Zusammenschluss der sieben Bezirke, denn die sieben Bezirke veranstalten diese Aktionen, man wird bei diesem Gremium Gelder beantragen können und bekommen können. Das heißt, insbesondere für bezirksübergreifende Aktionen wird also nicht der Landesvorstand der Ansprechpartner sein, sondern dieses Pirate Starter Gremium, das sich hoffentlich nächste Woche dann auch konstituieren wird. Wir hatten da ein bisschen Anlaufschwierigkeiten, aber die kriegen wir jetzt in den Griff. Die Website wird dann auch ab spätestens nächste Woche online gehen unter der Adresse www.piratestarter.de. Und nochmal zurück zu der ersten Seite, wie kommt das Geld rein? Es ist nicht unbedingt notwendig, dass alle Gelder, die über Pirate Starter verwaltet werden, über dieses Konto, das hier eingeblendet wurde, eingesammelt werden. Es muss nicht unbedingt auf dieses Konto überwiesen werden oder per Einzugsermächtigung oder auch per PayPal auf diesem Konto landen. Es soll auch funktionieren, diese Gelder tatsächlich in seinem KV, in seinem Bezirk zu spenden. Und die KV-Schatzmeister, die Bezirksschatzmeister sollten dann, sollten, müssen nicht, sollten aber diese Gelder dann Pirate Starter melden. Das heißt nicht, dass sie dieses Geld weggeben müssen. Das Geld kann in den KVs bleiben. Es muss nicht überwiesen werden auf das Konto, aber es wird verwaltet. Der Sinn und Zweck ist, wir wollen über diese Kampagne möglichst alle Gelder erfassen. Und wir wollen dadurch eine möglichst große Summe ausweisen können. Und wir wollen darstellen können, wie viel Geld reingekommen ist, wofür Geld ausgegeben wurde. Das heißt, wir wollen unseren Grundsatz der Transparenz damit auch allen vorführen und ihn leben. Wir wollen zeigen, dass wir diese Gelder verwalten können. Wir wollen den Spendern zeigen, wofür sie ausgegeben werden und werden sollen, damit auch der Anreiz zum Spenden so groß wie möglich ist. Ja, das ist es im Wesentlichen. Ich hoffe, nächste Woche werden wir damit online gehen können. Das Konto ist aber schon aktiv. Es gibt eine vorläufige Webseite www.piratestarter.de. Dort ist diese Kontonummer auch zu sehen. Man kann dadurch durchaus auch schon Geld überweisen. Und wie gesagt, macht in euren KVs, in euren Bezirken, eure Schatzmeister darauf aufmerksam. Diese Website wird ein Backend bekommen, über das alle Schatzmeister Daten auch eingeben können, sodass wir informiert sind, wo welche Spenden reingekommen sind. Wir wollen tatsächlich das Ganze nach außen hin als einen einzigen großen Spendentopf darstellen können. Es soll auch noch auf dieser Webseite die Möglichkeit geben, im Sinne eines Pledges einzelne Aktionen zu bewerben, sodass manche Aktionen auch nur mit der Ansage durchgeführt werden, wenn so und so viel gespendet worden ist. Denn das kann durchaus dem einzelnen Spender nochmal ein zusätzlicher Anreiz sein. Das heißt, wir werden hier sehr vielschichtig auf verschiedene Weise für verschiedene Aktionen Geld sammeln und dieses Geld relativ unbürokratisch, zumindest nach außen, im Inneren haben wir ein bisschen Bürokratie aufbauen müssen dafür, aber das soll nicht nach außen durchschlagen, relativ unbürokratisch für Piraten, die Wahlkampfaktionen machen wollen, zur Verfügung stellen. Ja, helft mit, macht es bekannt, erzählt es rum. Vielen Dank. Und für weitere Informationen schaut auf eure Bezirks-Mailingslisten. Sobald das Zeug aktiv geht, werden eure Bezirks-Statzi das sicherlich dort veröffentlichen. Wir kommen jetzt zum letzten Punkt des Wahlprogramms, die Gesundheitspolitik. Wir haben dort einen Wahlprogrammantrag, den Wahlprogrammantrag 006, Verfügbarkeit externer Defibrillatoren. Dieser Antrag ist zurückgezogen worden von PINI. Möchte diesen Antrag jemand übernehmen? Nicht alle gleichzeitig? Gut, damit ist der Antrag zurückgezogen und wir haben unsere Wahlprogrammanträge durch. Ganz kurz mal möchte ich euch mal die Dimension, die wir jetzt gerade eben beschlossen haben, in den Kopf rufen. Wir haben 2009, als wir zum ersten Mal in die Medien so größer kamen, wurde uns vor den Kopf geworfen, ihr habt doch kein Programm und wenn, dann habt ihr ja nur einen Punkt. Damals haben einige von uns noch nicht wirklich widersprochen, aber haben gesagt, wenn wir uns erweitern, dann erweitern wir uns langsam und überlegt und Schritt für Schritt. Und keiner hat uns geglaubt. Und dann sind einige hingegangen und haben angefangen, Programme zu schreiben, haben Programmpunkte zu schreiben. Und zwar auf unsere Art und Weise in offenen Gruppen, über offene Mailinglisten, in offenen Zimmern, im Dialog mit anderen. Wir haben es geschafft, gemeinsam ein Wahlprogramm ohne Klingelei zu schreiben. Wir haben es gemeinsam geschafft, ein Wahlprogramm zu schreiben, das im offenen Dialog entstanden ist mit uns allen. Das heißt, wir haben unsere Werte direkt vorgelebt. Ich finde das klasse. Dankeschön. Da wir euch heute alber bis 20 Uhr eingeladen haben, werden wir diese Zeit natürlich nutzen, sinnvoll und weitermachen. Wir haben jetzt noch ein Positionspapier zum Thema Gesundheitspolitik von Fadesl. Einrichtung einer Pflegekammer PP003. Fadesl, du hast das Wort. So, ich finde es auch ganz geil, dass wir jetzt ein Wahlprogramm haben. Und das ganze Wahlprogramm, alle Wahlprogrammbeschlüsse basieren ja auf bisherigen Positionspapieren. Und weil wir bei den Positionspapieren ja schon Beschlüsse hatten, lief das alles ganz harmonisch ab. Das war ein bisschen langweilig. Jetzt kann es losgehen. Jetzt stelle ich nämlich gleich mal ein Positionspapier, das dem aktuellen Wahlprogramm widerspricht und dem aktuellen Programm auf Bundesebene. Aber weil wir Piraten sind, mache ich es trotzdem. Und zwar geht es um die Einrichtung einer Pflegekammer. Zur Geschichte dieses Antrages. Dieser Antrag ist auf dem Landesparteitag in Baden-Württemberg im letzten von den Piraten verabschiedet worden. Also man sieht schon, wir stehen durchaus vor Pluralismus und wir streiten uns gerne. Und unsere Positionen sind nicht in Stein gemeißelt. Das heißt, die Piraten in Baden-Württemberg haben sich hier für eine Einrichtung einer Pflegekammer ausgesprochen. Und meiner Meinung nach aus guten Gründen. Das Für und Wider einer Pflegekammer wird auch in Bayern in den kommenden Monaten und Jahren, schauen wir mal, sicherlich ein großes Thema sein. Und man sollte sich hier durchaus als Pirat überlegen, welche Meinung man dafür hat. Denn Pflegekräfte werden dringend gebraucht in der Ausbildung und in Pflegeheimen und an sonstigen Orten, wo gepflegt wird, herrschen aber teilweise katastrophale Zustände. Sodass gerade Pflegekräfte selbst es sehr viele Verbände gibt, die die Einrichtung einer Pflegekammer fordern. Dann sagt man, warum braucht man das? Und vielleicht, wer es noch nicht durchgelesen hat, kann das auch noch tun. Es gibt nämlich durchaus da eine recht gute Begründung und eine gute Erläuterung. Es geht eben darum, dass eine Pflegekammer eben eine Instanz ist, die durchaus auch eine Qualität von Pflege sichern kann. Nämlich die ist nämlich bei Leuten, die ist nämlich oft in der Realität nicht gesichert. Um diese Qualität zu sichern, kann man hat eben eine Pflegekammer so eine Berufsaussicht, die kann eine Berufserlaubnis dann erteilen. Die hat eben die Übersicht über die Ausbildung und ist deswegen von vielen Pflegekräften auch gefordert. Ich würde es jetzt einfach mal in dieser Kürze lassen. Lest es euch noch schnell durch und dann kommt ans Mikrofon und macht mich fertig. Dieses Angebot gibt es nicht oft, also bitte nutzt es. Genau, ich habe eigentlich nur eine Frage. Also wir fordern ja die Abschaffung des Kammerenzwangs. Ist das jetzt eine Kammer, wo man als Pflegeeinrichtung oder als Pflege sein muss? Oder ist das wirklich eine optionale Kammer für die Leute? Also spricht das wirklich gegen unser Programm? Ja, der Antrag sagt schon klar, dass alle Angehörigen des entsprechenden Berufes Mitglied dieser Kammer sind. Und dass diese, weil der Sinn der Kammer ist, die Qualitätssicherung. Und wenn man jetzt sagt, ja du kannst dir auswählen, wenn du pflegen willst und nicht, dann ist da keine Kontrolle mehr gegeben. Also ja, dieses Positionspapier widerspricht unserem Programm. Aber es kann ja die Ausnahme sein, wie wir bei Ärzten. Genau, also wir haben insofern, guter Hinweis, wenn ich das noch kurz erwähnen darf. Genau, wir haben eben auch gesagt, bei Ärzten gibt es eine Ausnahme, weil wir sagen, das ist durchaus ein Bereich, wo es Sinn macht, auf die Qualität, auf Fortbildung zu achten. Und man könnte durchaus argumentieren, das haben wir halt damals nicht gesagt. Aber man könnte durchaus sagen, naja, auch bei Pflege ist ein wichtiger Bereich, der mit Menschen zu tun hat. Und auch da wollen wir nicht nur dem freien Markt das überlassen, sondern auch da sagen wir halt, okay, bei allen Problemen, die Kammer-Systeme haben, da stufen wir eben die, es geht ja um Menschen, wie die gepflegt werden, stufen wir höher ein als den Zwang. Also ich denke, man kann es als Berat schon vertreten, sonst wäre ich auch nicht hier. Also ich bin ein bisschen zwiegespalten, einerseits, das ist ja gut und schön, andererseits, wenn man nichts daran ändert, zu sagen, an der Zahl der Beschäftigten, dann wird sich auch an der Qualität nicht viel ändern, weil ich, weiß ich, wie kommt es bei meinen Eltern mit, beide als Pfleger im Krankenhaus tätig, beziehungsweise im Moment nur noch mein Vater, aber, weiß ich, die haben mittlerweile so wenig Leute und dauernd fallen noch mal welche aus, weil sie krank sind, es kommen keine Jungen nach, das Krankenhaus stellt niemanden mehr ein, aber dauernd gehen welche in Ruhestand und die rennen den ganzen Tag, teilweise fallen die ganzen Pausen aus, weil es zeitlich gar nicht mehr zu machen ist. Klar würden die gerne dann tolle Pflege und sowas leisten, aber irgendwann sind halt auch die am Ende. Da hilft dann auch nicht mehr Kontrollen oder sowas, wie sie noch dauernd nebenbei machen sollen und da noch ein Protokal dazu, wie sie das gemacht haben. Es funktioniert einfach nicht bei dem jetzigen Stand der Pflegekräfte. Also ich möchte klipp und klar dafür plädieren, den Antrag am besten einstimmig abzulehnen und noch besser ihn zurückzuziehen. Er widerspricht so ziemlich allem, was wir überhaupt beschlossen haben, was unsere Grundsätze sind und welche Folgerungen wir davon ableiten. Im Kern ist er aber absolut ungeeignet, irgendein Ziel, das er benennt, hier überhaupt zu erreichen. Also im Endeffekt schaffen wir nur wieder eine Lobbyistenfunktion, wir schaffen Funktionäre, die sich wichtig machen. Wir schaffen keinerlei Qualität, wir lösen überhaupt das Problem nicht, sondern im Endeffekt wir schaffen eine Verwaltung, die wir an allen anderen Stellen sonst immer abschaffen wollen. Also ich fühle mich durch den Antrag schlichtweg verarscht, sage ich ganz offen. Und er passt überhaupt nicht zu dem, was wir als solches überhaupt als Programm haben und wie wir Dinge lösen wollen und angehen. Und wenn man sich die Pflegemisere anschaut, dann ist das relativ einfach. Also wenn Leute sieben Tag die Woche drei Schichten am Tag, 24 Stunden irgendwo für 7,30 Euro brutto arbeiten müssen und sollen, dann kommt halt dabei nichts raus. Und es ist die gute alte Debatte, dass eben Dinge auch nur dann was wert sind, wenn man sie bezahlt. Und wenn man das einfach nicht löst und die Leute meint, für ein Butterbrot Qualitätsarbeit leisten zu lassen, dann wird das eben nie aufgehen. Und das wird sich nicht dadurch lösen, dass sie dann zusätzlich noch einen Kammerbeitrag zahlen. Und im Übrigen geht es ja auch um Abschluss von Krankenschwestern und sonst irgendwas. Also ich meine, das sind jetzt staatliche Abschlüsse, die abgenommen werden. Also das heißt im Klartext, wir transferieren die Qualität runter. Das ist genau das, was dabei rauskommt zum Status Quo. Also von daher eindeutig ablehnen, zerreißen und schreddern. Ich muss auch sagen, das ist schon problematisch. Ich komme aus einer Krankenhaushamilie, da über die Hälfte meiner Familie arbeite im Krankenhaus. Also wenn wir mir da noch mehrer Leute, wenn wir mir dann auch noch Beiträge zahlen müssen für irgendwelche Kammern, die Buben und Mädchen, die rödeln ohne Ende kriegen, eh schon zwingen. Und wenn man dann auch noch Beiträge zahlen muss, ist es einfach nicht machbar. Eher muss man denen mehr Geld geben. Und wir werden auch über kurz oder lang nicht außen rumkommen, dass wir mir auch Ungleiche dann in der Pflege kriegen, weil die Kirchen-Olli einfach nicht mehr. Ich glaube, die Grundproblematik liegt ja darin, dass wir Fachkräftemangel haben, dass wir Pflegepersonal brauchen. Und ob das dann mit einer Einrichtung einer Pflegekammer dann beiseite geschaffen wird, das weiß ich nicht. Aber das kann man vielleicht mal umformulieren, ein bisschen anders ergänzen und dann eventuell nicht auf eine Pflegekammer pochen. Also grundsätzlich ist es ja so, dass im sozialen Bereich einfach schlecht bezahlt wird. Das ist ja nicht nur bei Pflegern so, Erziehern, Pädagogen etc. Daher ein bisschen umformulieren und vielleicht eventuell ohne eine Pflegekammer das fördern. Ich wollte was generell dazu anmachen. Es gibt einen Geo-Antrag auf Meinungsbild. Ich gehe davon aus, dass du wissen möchtest, wer sich derzeit vorstellen könnte, diesem Antrag zuzustimmen. Bitte hebt jetzt seine grüne Karte. Doch so viele. Bitte überlege sich die Contra-Seite, ob sie wirklich in Anbetracht dieses Meinungsbild noch reden möchte. Ich wollte nur hinweisen, das ist Bezirksthema und dazu gibt es im Bezirksprogramm auch einen extra Punkt, nur zur Info. Das weiß der wahrscheinlich, das ist wahrscheinlich übersehen worden. Das ist Bezirksprogramm-Thema. Es gibt ja auch ein Bezirksprogramm Oberbayern. Jedes Meinungsbild hat gewirkt. Die Redelisten sind leer. Danke, Spencer. Wir kommen also zur Abstimmung. Ja, Schlussstatement. Also, Entschuldigung. Genau. Also, zum Schlussstatement. Ich sehe schon, wie die Meinung eher ausgeht. Ich sage mal, man kann sich durchaus mal anschauen, wie die das in Baden-Württemberg diskutiert haben. Da stand ja jemand, der sich im Thema besser auskannte als ich. Was man noch bedenken sollte, es geht hier um eine neue Kammer, die jetzt gerade gegründet wird, unter Beteiligung sehr, sehr vieler aktiver Pflegenden. Und ich denke, wir beraten, sind durchaus auch für Mitbestimmung und eine Pflegekammer. Und aktuell werden alle Gesetze, alle Regelungen meistens über die Köpfe der Pflegenden hinweg getroffen. Und eine solche Pflegekammer, die man jetzt aufbaut, die man sich so gestalten kann, wie man das im Sinne der Transparenz und im Sinne der größtmöglichsten innerkammerlichen Demokratie gestalten kann, kann Pflegenden auch eine Mitbestimmung geben, was durchaus auch ein beratiger Wert wäre. Und wie gesagt, die Qualität ist eben beim Pflegen, halte ich durchaus für wichtig, dass man sich das überlegen kann. Aber das war's. Vielen Dank. Wir kommen jetzt also wirklich zur Abstimmung. Es geht um das Positionspapier 003. Dies ist ein Positionspapier, wir benötigen also nur eine einfache Mehrheit, um es anzunehmen. Bitte hebt jetzt eure grüne Karte, wenn ihr diesem Antrag zustimmen möchtet. Der war leider, ne? Vergiss es. Bitte hebt jetzt eure rote Karte, wenn ihr diesen Antrag ablehnen möchtet. Der Antrag ist abgelehnt. Kommen wir jetzt zu einem Bundesprogrammantrag. Also wir sind jetzt aus den offiziellen Blöcken raus, wir sind durch. Wir haben jetzt die ersten Wildcards. Der erste Wildcard-Antrag ist der BP 002 gegen Antisemitismus und Antizionismus von Boris. Ja, Ahoi, ihr werdet mich jetzt etwas öfter hier beobachten können, weil die meisten Wildcards von mir auch stammen. Ich finde es super cool, dass wir so schnell fertig geworden sind und dass wir uns jetzt den etwas kontroverseren Themen zuwenden können. Und der erste Antrag ist der Antrag gegen Antisemitismus und Antizionismus, sowohl als Positionierung für den Landesverband als auch für einen Antrag an den Bundesverband. Jetzt ist die Frage, wir haben ja schon auf Bundesebene mehrere Positionen zu dem Thema beschlossen. Wir haben in der Satzung die Ablehnung von faschistischem Gedankengut. Wir haben im Programm einen Programmpunkt gegen Rassismus. Wir haben dann nochmal einen Neumünster-Beschluss gegen die Holocaust-Leugnung. Warum müssen wir denn das Thema und das Fass schon wieder aufmachen? Und dafür gibt es neben einfach dem historischen Grund und der Rolle, die der Antisemitismus gerade in Deutschland gespielt hat, auch einen zweiten Grund, dass nämlich Antisemitismus im Gegensatz zu vielen anderen fremdenfeindlichen und rassistischen Ideologien eine sehr lange Geschichte hat. Und im Verlauf dieser langen Geschichte auch sehr viele Taktiken und Manöver entwickelt hat, wie er sich gesellschaftsfähig und salonfähig zu machen versucht. Und die Gefahr, die heutzutage vom Antisemitismus ausgeht, ist, dass es nicht nur von den glasköpfigen Rechtsradikalen mit kruden Parolen verbreitet wird, sondern, dass sich der Antisemitismus auch in der sogenannten Mitte der Gesellschaft und, was noch gefährlicher ist, auch in den Gruppen, die sich selber als links verstehen, verbreitet. Das kann man eigentlich nicht glauben, aber auch sogar Gruppen, die sich antifaschistisch nennen, bedienen sich oftmals auch unbewusst antisemitischer Klischees. Und dem muss man entschieden entgegentreten. Und in dem Antrag wird eben die Ablehnung von Antisemitismus mit zwei konkreten Beispielen, zwei konkreten Formen des Antisemitismus, wie er heute existiert, belegt. Und diese zwei Formen sind eben oftmals auch in Kreisen salonfähig, in denen man jetzt keinen Rassismus oder plumpen Fremdenhass erwarten würde. Die eine Richtung sind alle möglichen Verschwörungstheorien. Verschwörungstheorien hatten in der Geschichte des Antisemitismus immer eine prominente Rolle gespielt. Man hat den Juden immer wieder vorgeworfen, sie würden die Weltherrschaft an sich reißen wollen, die würden die Politik kontrollieren, die würden die Medien kontrollieren, die würden die Banken kontrollieren, die würden den kleinen Mann aussaugen. Das sind alles Ressentiments gegen die Juden, die seit dem Mittelalter bestehen und seitdem auch immer wieder von Antisemiten ausgenutzt wurden. Und leider ist es so, dass auch heute und besonders heute in den Zeiten der Wirtschaftskrise, in den Zeiten der Finanzkrise entsprechende Kräfte und entsprechende Meinungen oftmals ungehindert zirkulieren. Dabei werden die Juden nicht beim Namen genannt. Aber wenn man ein bisschen unter der Oberfläche kratzt, ein bisschen anschaut, was ist denn dahinter einer erneuten Behauptung, dass jetzt die Hochfinanz sich gegen das Volk stelle oder das Volk manipuliere oder die Politik in der Tasche hätte, dann wird man sehr oft feststellen, dass dahinter dieselben alten antisemitischen Klischees stecken, die es schon vor 200 Jahren gab, die es vor 100 Jahren gab, die es in der Mitte des 20. Jahrhunderts in Deutschland sehr extrem gab. Und das bedeutet nicht, dass jede Bankenkritik oder Systemkritik oder Zinskritik in ihrem Herzen antisemitisch ist. Es gibt auch durchaus da begründete und auch rationale Argumentationen, denen man folgen kann. Aber man muss, gerade wenn es da um Verschwörungstheorien geht, also um Behauptungen, die weder so richtig widerlegt noch bewiesen werden können und die mit abstrakten Bedrohungsszenarien operieren, wobei nicht näher genannte Strippenzieher hinter allen Unheilen der Welt vermutet werden, muss man sehr genau hinschauen und in den meisten Fällen wird man feststellen, dass da irgendwo irgendein antisemitisches Klischee dahinter steckt. Das beste Beispiel ist ein YouTube-Video, das seit Jahren im Internet die Runden macht und immer wieder als so eine seriöse Quelle und seriöses Video zum Funktionieren des Geldsystems verbreitet wird, wobei man da eigentlich schon in den ersten fünf Minuten merkt, wohin da der Wind weht. Und auch die höchst unsympathische Hauptfigur, also der Banker, der trägt auch die typischen Karikaturzüge von einem Juden. Das heißt, das wird, wenn man auch auf die Entstehungsgeschichte anschaut, werden da Verbindungen in rechte Kreise deutlich, aber trotzdem wird dieses Video sehr oft unkritisch verbreitet von Menschen, die von sich meinen, sie hätten mit dem Antisemitismus nichts am Hut und da muss man wirklich sehr aufpassen. Ein zweites Thema, das vielleicht noch brisanter ist, ist das Verhältnis zum Staat Israel. Denn es ist Mode geworden, beziehungsweise es war eigentlich schon in den letzten Jahrzehnten, gerade in Europa, sehr modisch, Israel zu kritisieren. Nun, das ist auch von Haus aus legitim, es ist auch möglich und notwendig, eine demokratische Regierung zu kritisieren, wenn man meint, dass sie falsch liegt. Was aber in dieser europäischen und meistens europäisch-linken Israel-Kritik untergeht, ist, dass, obwohl wiederum in der offiziellen Wortwahl wird ja nur gegen Israel, nur gegen Israels Regierung oder Israels Politik geschossen, Aber indem man das wirklich, indem man undifferenziert dagegen schießt, indem man regelmäßig zum Beispiel die Politik Israels im Naus-Konflikt im Gazastreifen im Westjordanland mit Nazi-Vergleichen unterlegt, indem man immer und immer und immer wieder die kleinsten Verfehlungen Israels thematisiert und dabei die weitaus größeren Verfehlungen von Seiten der Hamas und der anderen Terroristen unter den Tisch kehrt, indem man die Sache schwarz-weiß darstellt, mit Israel als Täter und den Palästinensern als Opfer. Damit untergräbt man letztendlich die Existenzberechtigung Israels und es kann auch ein Lippenbekenntnis zur Existenzberechtigung, kann jeder abgeben. Aber wenn man systematisch das Existenzrecht und auch das Selbstverteidigungsrecht, das zu einem Existenzrecht gehört, wenn man es systematisch untergräbt, wenn man es systematisch verneint, dann sieht es nicht nur aus wie Antisemitismus, sondern das ist Antisemitismus, weil was am Ende herauskommt ist, dass Verbrechen an Juden, dass Diskriminierung gegen Juden in ihrem eigenen Staat verharmlost wird, relativiert wird und zum Teil auch gut geheißen wird und das ist etwas, was nicht geschehen darf und das ist etwas, was ganz klar antisemitisch ist, auch wenn die Menschen, die das verbreiten, sich selber niemals als Antisemiten sehen würden. Auch da muss man differenzieren, wie gesagt, sachliche Kritik an der Politik eines Staates, auch wenn dieser Staat Israel heißt, ist möglich und nötig, aber sehr oft driftet das in eine sehr einseitige Betrachtung, die eben in ihrem Kern antisemitisch ist, weil sie sich gegen Juden richtet, beziehungsweise weil sie Verbrechen gegen Juden gutheißt und verharmlost. Und das sind diese zwei Aspekte des modernen Antisemitismus, die auf jeden Fall angegangen werden müssen, die von uns eine klare Absage bekommen müssen und die durch unsere anderen Beschlüsse zu dem Thema keineswegs abgedeckt sind. Im Gegenteil, es gibt auch bei den Piraten immer wieder Vorfälle, dass da ein KV-Vorsitzender oder dort eine Piratenaktivistin ungestört mit Nazi-Vergleichen, die in Israel ins Feld zieht, ungestört am Holocaust-Gedenktag sagt, ja, also ist ja alles schön und gut, aber die Israelis bomben und morden weiter. Das sind alles Sachen, das sind, ich bin es immer noch überzeugt, Einzelfälle, aber es sind Einzelfälle mit System, und zwar mit einem System, nicht bei den Piraten per se, sondern es hat System in der Tradition des europäischen linken Antisemitismus und wir müssen das als Antisemitismus erkennen und in der Form auch eine klare Absage daran erteilen. Deshalb bitte ich, diesen Antrag anzunehmen. Wie gesagt, es wird eine klare Positionierung des LVs sein und hoffentlich werden wir es irgendwann auch ins Bundesprogramm bringen. Danke. Gibt es zu diesem Antrag Redebedarf? Also, ich traue mich, gar mal ins Kontramikrofon zu stellen, weil alles, was du gesagt hast zu Antisemitismus, ist absolut richtig, kann ich 100% unterstützen. Womit ich Schwierigkeiten habe, ist der Begriff Antizionismus, weil er meiner Meinung nach unheimlich schwammig ist. Und da wäre halt jetzt die Frage, wie würdest du das definieren? Und dann geht es, ist ja im Absatz 3, wir schließen die Zusammenarbeit mit allen antizionistischen Gruppierungen aus, kannst du da Beispiele nennen? Weil, wenn du im Internet irgendwie Antizionismus suchst, dann findest du tausend Gruppierungen, die sich gegenseitig als antizionistisch beschimpfen. Und ich finde es dort, also so Antisemitismus kann ich, gerade in der Beschreibung kann ich so klarer identifizieren, Antizionismus ist mir ein schwieriger Begriff, wo ich dann ein bisschen Schwierigkeiten habe, in der Abgrenzung von antizionistischen Gruppierungen und sowas. Deswegen eine Frage, wie würdest du das definieren und ob du ein paar Beispiele hast? Danke. Also interessanterweise, der Begriff Antizionismus ist eigentlich viel enger eingeschränkt als Antisemitismus. Antizionismus beschreibt sich selber oftmals auch mit einem großen Stolz als eben eine einseitige, auf Israel-Kritik ausgerichtete Bewegung. Das heißt, man kann da auch noch von außen Differenzierungen vornehmen. Es gibt zum Beispiel diesen 3D-Test von Nathan Scharansky, der sagt, es muss eine Dämonisierung stattfinden, es müssen doppelte Standards angewendet werden, und es muss genau die Dehumanisierung stattfinden. Das heißt, man spricht Israel quasi alles Böse zu, im Gegenzug dazu spricht man den Palästinensern alles Gute. Man betrachtet die Situation schwarz-weiß eben als Opfertäter und dabei wird Israel stets als Täter an den Pranger gestellt. Letztendlich muss man wirklich von Einzelfall zu Einzelfall entscheiden, wobei ich sagen muss, also alle Organisationen, die sich primär der Unterstützung der Palästinenser im Gazastreifen verschrieben haben, alle Organisationen, die die Hamas und die Methoden der Hamas und allgemein die Methoden von palästinensischen Terrororganisationen gutheißen, können ganz klar als antizyonistisch mit einem klaren antisemitischen Hintergrund bezeichnet werden. Ansonsten, wie gesagt, man muss Einzelfallabwägungen machen, das ist ein sehr komplexes Feld. Ich will mit diesem Antrag jetzt auch nicht eine Blacklist erstellen, wo dann alle, die auf der Blacklist stehen, sind böse und alle anderen sind gut, sondern der Antrag sagt jetzt erstmal unsere Haltung. Wir lehnen eine einseitige Dämonisierung Israels ab. Wir lehnen eine solche Opfertäterzuordnung im Naus-Konflikt ab. Und ausgehend von dieser, unserer Position, können wir dann im Einzelfall entscheiden, können wir mit dieser Gruppe kooperieren, können wir uns diesen Ausführungen irgendwie anschließen oder sind die schon über diese Grenze weg. Das heißt, ohne diesen Antrag haben wir keine Handhabung dagegen, weil das, wie gesagt, sehr oft sich eben nicht als offener Antisemitismus outet, aber das eben im Kern darauf basiert. Ich möchte auf zwei Aspekte eingehen. Zum einen zum Staat Israel. Meines Wissens gibt es auf der Welt keinen einzigen Staat, der von Nachbarstaaten umgeben ist, die ihm schlicht die Existenzberechtigung absprechen und einen Staat, der fast täglich mit Raketen beschossen wird und dann möglicherweise auch mal falsch reagiert. Das sind Informationen, die sind völlig frei zugänglich, aber in der Tat, in der öffentlichen Wahrnehmung, ist es etwas untergegangen, dass Israel von Feinden umgeben ist und ständig auch angegriffen wird. Das muss man einfach mal sehen, dass diese chronische oder diese ständige Bedrohungslage in der Wahrnehmung, in der öffentlichen Wahrnehmung ein bisschen untergeht. Der entscheidende Punkt, und deswegen finde ich den Antrag auch sehr gut, ist jedoch ein anderer. Es geht hier, mit diesem Antrag geht es nicht um eine Frage, eine Haltung oder, ich möchte es sogar fast sagen, Nichthaltung zu Juden. Und ich sage auch ganz ausdrücklich Juden, weil es gibt ja durchaus auch Kreise, die sagen, wenn man bestimmte Wörter verwendet, dann lässt es Rückschlüsse auf eine bestimmte Ideologie oder Einstellung oder Ähnlichem zu. Also politisch korrekt wäre ja dann für diese Kreise in diesem Fall Menschen jüdischen Glaubens oder Ähnliches. Nein, es geht mit diesem Antrag darum, dass nicht bestimmte Wörter verwendet werden, worauf geschlossen werden kann, sondern um eine ganz klare Ablehnung des Antisemitismus, egal in welcher Form und insbesondere der subtilen Form. Und deswegen unterstütze ich den Antrag und bitte euch um eure Zustimmung. Danke. Ich glaube, wir als Deutsche haben schon eine sehr starke Verpflichtung auch gegen Israel gegenüber. Und ich glaube, was der Vorredner gesagt hat, dass Israel in einem bedrohten Zustand ist, das ist absolut richtig. Trotzdem möchte ich ganz klar zum Ausdruck bringen, dass ich glaube, dass die Piraten in keinster Weise irgendwie die Nähe von Antisemitismus auch bisher hier in der Presse oder sonst wo genannt worden sind. Und ich glaube allerdings auch, dass wir inzwischen auch so weit sein müssen, dass wir sagen können, dass wenn hier Unrecht geschieht, auch auf der Seite von Israel das auch nennen können. Und ich glaube, das geschieht wie überall sonst auch. Und deswegen geht mir dieser Vorschlag ein bisschen zu weit. Und deswegen würde ich Ihnen gerne, dass er abgelehnt wird. Danke. So, ich bin kurz ans Pro-Mikrofon gewechselt, weil, ja, ich bin ein bisschen troll. Nein, aber weil deine Erklärung fand ich super und mit dieser Definition von Antizionismus kann ich diesen Antrag nur vollstens unterstützen. Was mich an deiner Begründung ein wenig stört, ist, dass es natürlich gibt viele Berichterstattungen über Israel, in denen doppelte Standards gesetzt werden. Und es ist auch nicht gut, aber das gibt es auch bei anderen Ländern, vielleicht nicht in der Form und nicht mit dem Hintergedanken, wie es bei vielen Antizionisten vielleicht der Fall ist, aber bei einigen vielleicht auch nicht. Und auch wenn man die Regierung des Iran kritisiert, ist man deswegen nicht antimuslimisch eingestellt. Und, ja, ja. Danke. Also prinzipiell, von dem, was du gesagt hast, stimme ich dir auch komplett zu. Du hast sehr lange gesprochen. Du hast auf Nachfragen noch mal sehr lange gesprochen. Der Text, den wir da sehen, ist vergleichsweise dazu sehr kurz. Und da kommt im Prinzip mein Problem rein. Weil wir haben hier sehr viele Begriffe drin. Diese Begriffe, wie du schon gesagt hast, und wie wir auch gemerkt haben, brauchen wieder Erklärungen. Wir haben hier Verweise auf die Ostpolitik drin. Das ist ein extrem problematisches Feld, wo du in beiden Seiten, ja, sag ich mal so, wirklich eine weiße Weste hat da niemand. Und von daher ist mir dieser Text, wie gesagt, da geht es hierbei rein um diesen Text, nicht um die Idee, die du dahinter haben willst, aber rein dieser Text ist einfach voll drin im Minenfeld. Voll drin im Minenfeld der Diskussion mit eben Antizionismus und gegen Israel, pro Israel und sonst was. Und ich würde Ihnen wirklich deshalb sagen, stimmen lassen wir das lieber sein. Halten wir uns aus diesem Minenfeld so raus. Und mach, wenn du in die Richtung gehen willst, auch mit Richtung Doppelstandards und so weiter, völlig richtig, aber mach bitte einen Antragstext in diese Richtung, wo du das ganz klar machst, und geh aus dem Minenfeld raus. Das war's eigentlich. Ich persönlich glaube, wir können in diesem Bereich, wenn wir dort tätig sein wollen, nur etwas erreichen, wenn wir von der Konfrontation weggehen und die Verständigung suchen. Wir müssen auf beiden Seiten Verständigungsinteresse wecken und müssen dahin hinarbeiten, dass diese zwei verschiedenen Gruppen miteinander reden und miteinander normal zusammenleben können. Danke. Wir hatten jetzt fünf Contra-Beiträge. Wir hatten nur zwei Pro-Beiträge. Möchte hier noch jemand am Pro-Mikro reden? Ja, wunderbar. Ich möchte diese Angsthase nicht alleine stehen lassen. Wir sind Piraten. Das heißt, wir hängen uns manchmal auch ein bisschen weiter aus dem Fenster als alle anderen. Und Angst sollte nicht das sein, was uns davon abhält, einen Beschluss zu fassen. Also wir können gerne irgendwelche Beschlüsse ablehnen, weil sie schlecht sind, weil sie falsch sind, weil sie einfach nicht zu uns passen. Das ist okay. Aber aus Angst sollten wir keine Anträge ablehnen. Ich kann meinen Vorredner unterstützen. Angst kann kein Kriterium sein. Und ja, das Thema ist ein Minenfeld. Und nein, es ist keine Außenpolitik, es ist eine Szenenpolitik. Es sind unsere Nachbarn, gegen die wir uns hier positionieren, wo wir klar Farbe bekennen, wo es mit uns hingehen soll. Und ich bitte, den Antrag anzunehmen. Gibt es noch Redebedarf? Ich sehe keinen mehr. Dann hat Boris das kurze Abschluss. Moment, dann lassen wir uns mal abstimmen. Wir hatten schon fünf Gegenreden. Entschuldigung, wir hatten schon fünf Gegenreden. Wer möchte die Redeliste verlängern? Wunderbar, du darfst. Ja, grundsätzlich ist die Haltung natürlich von dir richtig. Aber dein Vortrag war mir ein bisschen zu, persönlich mir ein bisschen zu sehr in die andere Richtung, schon wieder extrem. Also ich würde an dem Punkt noch sagen, mir geht es nicht um Angst, weil es bei den Dingen danach kam. Ich habe nicht im Prinzip, sage ich, aus Angst will ich das nicht. Ich finde ihn eben tatsächlich schlecht, der Text, weil er einfach der Komplexität nicht Rechnung trägt. Es gibt einen GO-Antrag auf dem Meinungsbild. Wer könnte dem Antrag derzeit zustimmen? Wer würde diesen Antrag derzeit ablehnen? Ich teile dem Antragsteller mit, dass dieser Antrag mehrheitlich positiv derzeit ist. Da es keinen Redebedarf mehr zu geben scheint, haben wir jetzt wirklich das Abschlussstatement? Ja, ich möchte mich eigentlich nur bei den Pro-Rednern bedanken. So wurde das meiste gesagt, die Debatte ist sehr lang, die wird auch noch sehr lang andauern. Ich bin gerne bereit, das auch in die Tiefe, die Debatte zu führen. Aber wir brauchen jetzt erstmal eine klare Positionierung, von der wir ausgehen können. Und ich finde, dass dieser Antrag diese klare Positionierung in die richtige Richtung gibt und bitte nochmal den anzunehmen. Kommen wir nun bitte zur Abstimmung. Es ist ein sonstiger, ein Bundesprogrammantrag. Das heißt, wir benötigen hier eine einfache Mehrheit. Bitte hebt jetzt eure grüne Karte, wenn ihr für diesen Antrag stimmt. Bitte hebt jetzt eure rote Karte, wenn ihr dagegen stimmt. Der Antrag ist angenommen. Vielen, vielen Dank. Kommen wir jetzt zum sonstigen Antrag 002, Ratifizierung der Paris-Deklaration und Gründung der PPEU. Jens? Jens wird noch gesucht. Und zwar sehr schnell. Ja, ja. Ja, ja. Ich hoffe, ihr habt noch die paar Sekunden. In der Zwischenzeit haben wir einen Antrag, einen GO-Antrag auf Meinungsbild. Wir von der Versammlungsleitung haben einen GO-Antrag auf Meinungsbild. Wir haben insgesamt 44 Anträge für den LPT zu behandeln gehabt und haben jetzt, wenn ich richtig gezählt habe, noch 12 zu bearbeiten. Unser Vorschlag wäre, dass wir heute diese Anträge abarbeiten. Morgen finden ja die ganzen Workshops statt. Wahrscheinlich werden morgen auch deutlich weniger Piraten da sein. Es geht um einige sehr grundsätzliche und wichtige Themen. Deswegen würden wir befürworten, dass wir das heute, die Anträge abschließend behandeln. Aber natürlich liegt die Entscheidung bei euch. Deswegen der Antrag auf Meinungsbild, ob ihr den Parteitag schätzungsweise bis 19.30 Uhr, 19.45 Uhr oder bis 20 Uhr eingeladen. In der Planung steht 18.30 Uhr, ob ihr sämtliche Anträge heute abarbeiten wollt, dann wären wir komplett durch. Bitte schön. Wenn ihr den Antrag positiv gegenübersteht, hebt bitte die Gegenrede. Ja, also Gegenrede, Entschuldigung. Das ist ein Meinungsbild. Meinungsbild. Sorry. Also wer ist dafür? Wer ist dagegen? Gut, dann müsst ihr jetzt leider noch ein bisschen bleiben. Jens, jetzt bist du dran. Ja, hallo. Ich möchte euch gerne einen Antrag vorstellen, den die internationale Koordination auf den Bundesparteitag in Neumarkt stellen möchte. Da geht es darum, dass wir seit über einem Jahr mit anderen Piratenparteien in Europa darüber verhandeln, eine europäische Dachorganisation zu gründen, die sich PPEU nennen soll. Und das ist ein sogenannter European Political Party. Das heißt, es ist ein Konstrukt, wo wir mit anderen Piratenparteien aus europäischen Ländern zusammen Themen bearbeiten und insbesondere halt auch die Gründung von Piratenparteien in anderen Ländern unterstützen. Und diese Verhandlungen ziehen sich halt länger schon hin. Die gestalten sich auch bisweilen als ein bisschen holperig, einfach weil der Stand in den unterschiedlichen Ländern wie zum Beispiel Holland oder Italien ganz anders ist als in Deutschland. Die anderen Parteien sind von ihren Strukturen und auch von ihren ganzen Inhalten teilweise noch gar nicht so weit wie wir. Und dementsprechend schwierig ist das Ganze. Jetzt haben wir uns überlegt, dass wir in diesem Prozess die Basis irgendwann einbinden müssen und dass wir das schrittweise machen wollen. Das heißt, wir haben uns überlegt, dass wir auf den Konferenzen, es finden also drei, viermal im Jahr solche Konferenzen statt, jeweils schrittweise bestimmte Dinge dort aushandeln und die dann dort beschließen und die Ergebnisse dann jeweils schrittweise in Deutschland auch ratifizieren. Und das würde jetzt halt im ersten Schritt mal bedeuten, diesen Antragstext zu ratifizieren, sich damit beschäftigt, was denn eigentlich der Sinn und Zweck einer europäischen Piratenpartei ist. Und ich möchte diese Punkte eben ganz einfach hier mal vorstellen. Es geht eben ganz einfach darum, dass der Zweck der Organisation ist, die Piratenbewegung gegenüber den europäischen Institutionen zu repräsentieren und die Interessen ihrer Mitglieder zu vertreten, indem sie unter anderem die Koordination und Kooperation zwischen den Mitgliedern ermöglicht, ihre Mitglieder unterstützt, die Piratenbewegung in Europa zu fördern, sich in einem eigenen Manifest piratige Prinzipien setzt, die auch Eingang in die Satzung finden und als Bindeglied zwischen den europäischen Piratenparteien und den Piraten, die Mitglieder des Europaparlamentes sind, fungiert und ihre Mitglieder ermutigt und dabei unterstützt, Veranstaltungen zu europäischen Themen zu organisieren. Das sind in dem Sinne, sage ich mal, die Inhalte, die wir im ersten Schritt dort halt ausgearbeitet haben und das möchten wir in dem Sinne auf dem Parteitag in Neumarkt dann so beschließen als sonstigen Antrag. Jetzt würde ich euch darum bitten, wenn ihr dazu Fragen habt, also die Idee ist gewissermaßen, das Thema hier auch abzustimmen, um zu schauen, inwiefern das hier jetzt, sage ich mal, mehrheitsfähig ist. Ich gehe davon aus, dass das halt kein Problem ist. Wichtig ist das gerade deswegen, weil wenn wir im Juli nach Polen fahren und die nächste Konferenz machen, dann können wir dort nur dann aktiv mitverhandeln und mitstimmen, wenn wir das in Deutschland ratifiziert haben. Gibt es hierzu Redebedarf? Ja, hervorragend. Ich habe eine Frage. Ja, klar. Man muss das ja ratifiziert haben, um dann weiter mitreden zu dürfen, so wie ich das sehe. Ganz genau, das ist der Hintergrund. Wie viele andere Länder haben das schon ratifiziert? Weißt du das zufällig? Also ich, das weiß ich jetzt, das weiß ich jetzt nicht genau. Es müssen aber im Grunde genommen alle Länder, die dort mitverhandeln wollen, also zum Beispiel die Niederlande, zum Beispiel Frankreich, zum Beispiel Italien, zum Beispiel Polen, die müssen das in dem Sinne alles ratifizieren. Was ich jetzt nicht genau weiß, ist, wie dieser Prozess in einzelnen Ländern läuft. Wir haben gesagt, es wäre zum Beispiel auch denkbar, dass der Vorstand einfach sagt, das passt so. Wir haben in dem Sinne gesagt, wir wollen es eben als Antrag auf den Bundesparteitag abstimmen. Das wäre in unserem Sinne eine Ratifizierung, sieht auch unser Bundesvorstand so. Wie die anderen Länder das machen, das weiß ich nicht genau. Teilweise sind die Parteien ja auch kleiner und haben auch kleinere Versammlungen. Gibt es weiteren Redebedarf? Fragen, Anregungen, Kommentare, irgendwas? Gut, dann schreiten wir zur Abstimmung. Es handelt sich um einen sonstigen Antrag. Es reicht also eine einfache Mehrheit. Wer stimmt diesem Antrag zu, hebt bitte jetzt die grüne Karte. Wer lehnt diesen Antrag ab, hebt bitte jetzt die rote Karte. Damit ist der Antrag SA002 angenommen. Ich danke euch ganz herzlich. Jetzt bräuchten wir mal wieder den Boris. Der nächste Antrag ist der sonstige Antrag 003. Freie Gewissensentscheidung von Abgeordneten der Piratenpartei. Boris? Ja, noch so ein Lieblingsantrag von mir. Wir haben ja bereits in vier Landesparlamenten und in ziemlich vielen Kommunalparlamenten Abgeordnete. Und momentan wird es, sobald mir bekannt ist, zumindest in allen Landesparlamenten so gehandhabt, dass wir keinen Fraktionsdisziplin oder Fraktionszwang haben, dass die Abgeordneten der Piratenpartei frei abstimmen. Allerdings gibt es dazu auch Kontroversen, denn eine klassische Fraktionsdisziplin, also sozusagen der Parteichef oder der Fraktionsleiter, legt fest und alle anderen halten sich daran. Da, denke ich mal, sind wir uns zu 100 Prozent einig, dass wir das nicht wollen. Allerdings beißt sich eine solche Auslegung des freien Mandats in gewisser Weise mit unserem Verständnis von Basisdemokratie, weil wir rühmen uns ja auch damit, dass bei uns die Basis die Entscheidungen fällt. Und das steht in einem gewissen Widerspruch dazu, dass wir den Abgeordneten quasi freie Hand geben. Und dieses Spannungsfeld kann man auf verschiedene Arten und Weisen auflösen. Ich schlage mit diesem Antrag, die Sicherheit für die Mandatsträger zu schaffen, dass sie tatsächlich freie Hand haben. Das ist ein ziemlich radikaler Vorschlag, der bedeutet, dass, wenn es tatsächlich hart auf hart kommt, entscheidend ist, wer für uns in den Parlamenten sitzt und nicht was in unserem Programm oder in Positionspapieren oder sonst wo drinsteht. Das heißt, bevor wir diesen Antrag abstimmen, möchte ich, dass das wirklich auch bewusst wird. Das bedeutet, wir entbinden unsere Abgeordneten offiziell und pauschal davon, dass sie an irgendwelche Beschlüsse der Partei gebunden sind. Was für diesen Antrag stimmt? Zwei Sachen. Zum einen das Rechtliche. Es ist im Grundgesetz verankert, dass es kein imperatives Mandat gibt, dass der Abgeordnete nur seinem Gewissen verpflichtet ist. Wir waren mal angetreten mit dem Thema Grundgesetz bewahren. Insofern fände ich es schade, wenn wir eine Regelung treffen, die dem Grundgesetz widerspricht oder zumindest einen Umweg schafft, um so einen Widerspruch herzustellen. Zum anderen einfach persönlich Menschen, die bei uns sich engagieren, die bei uns sich auch aufstellen lassen. Ich erwarte von diesen Menschen, dass sie einen eigenen Kopf und eine eigene Meinung haben. Also ich würde mich niemals von jemandem vertreten fühlen, der wirklich bereit ist, mit einem Parteiteitsbeschluss seine Meinung 180 Grad zu drehen, weil es sich die Beschlusslage geändert hat. Und ich fühle, dass wir das auch so niederschreiben müssen. Es ist ein gewisser Pendant, ein gewisses Checks and Balances ist dabei, neben in den beiden letzten Sätzen, dass Kandidaten, die sich für eine Wahl aufstellen, angehalten sind, mögliche Widersprüche auch von sich aus anzusprechen. Das passiert normalerweise sowieso, weil die Kandidaten gegrillt werden. Aber das wird nochmal allen nahegelegt, so ehrlich zu sein, wenn man mit irgendwelchen Beschlüssen Probleme hat, dass man das auch von sich aus anspricht und die Basis entscheiden lässt, ob die Basis damit leben kann. Und das Zweite ist, die Angehörigen werden angehalten, wenn sie Abstimmungsverhalten oder Aussagen an den Tag legen, die unserer Beschlusslage widersprechen. Das ist bitteschön auch begründen und erklären. Aber dennoch, der Grundthema oder Grundvektor von diesem Antrag geht wirklich knallhart in Richtung Abgeordnete sind in ihren Entscheidungen frei. Wir respektieren das, wir leben das und wir akzeptieren auch die Folgen. Danke. Ach, ist das schön. Mit Redebedarf. Ich bin begeistert. Damit wir aber auch alle Argumente hören, wäre es schön, wenn ihr eure Privatgespräche bitte nach draußen verlegen könntet. Ruhe. Danke. Dann fangen wir beim Kontramikrofon an. Andi. Ja, ist es schön und gut, dass Sie angehalten sind, abweichende Entscheidungen zu begründen. Nur, ich möchte, also ich lebe eher so nach der Philosophie, wen ich wähle, ist eigentlich scheißegal. Ich muss ihn bloß schnell genug wieder loswerden, wenn er Scheiße baut. Das ist bei Abgeordneten leider aufgrund der Gesetze nicht möglich. Insofern möchte ich, wenn ein Abgeordneter sich grob und gegen alle Parteiprinzipien und alles, was jemals irgendwie von uns als Grundkonsens beschlossen wurde, gegen anstellt, dann möchte ich eine verdammt gute Begründung hören. Und ich möchte nicht nur, dass wir die Abgeordneten dazu anhalten, so auf unverbindlichem Niveau, sondern ich möchte, dass wir die Abgeordneten dazu auffordern. Das ist eine kleine Formulierungsänderung, aber das ist ein entscheidender Unterschied. Das ist meine Meinung. Danke. Und das ist nicht meine Vorstellung davon. Ich denke mal aus meiner Sicht heraus, dass wir die Piraten, die gewählt worden sind und die auf diesen, die so hoch auch entsprechend gewählt worden sind, dass sie Chancen haben, in die Parlamente zu kommen, dass die ein solches Vertrauen haben. Die werden sich darum kümmern, weil wir kennen unsere Kanäle und wir wissen haargenau, wenn die nicht so entscheiden, ohne dass sie es begründen können, dann kriegen die dermaßen viel Feuer unterm Hintern, dass sie das freiwillig machen werden. Ansonsten haben sie die nächste Zeit in ihrem parlamentarischen Job auch überhaupt keinen Spaß. Also ich halte diesen Antrag für wirklich gut, dass wir nicht irgendwelche Zwänge den Parlamentariern auferlegen, denn sie sollen da zwanglos die richtigen Entscheidungen treffen können. Dankeschön. Also ich halte diesen Antrag, der macht eine Lösung für ein Problem, das nicht existiert und schießt dabei über das Ziel hinaus. Denn niemand, also zumindest niemand mit fünf Gramm Hirn im Kopf in der Piratenpartei will das imperative Mandat einführen und will die Gewissensfreiheit für Abgeordnete abschaffen. Und es ist völlig klar, ich bin jetzt auch Kandidat und wenn für die Piratenpartei die Abtreibung verbieten will, dann wäre das eine Entscheidung, wo ich sage, das kann ich mit meinem Gewissen nicht vereinbaren, da stimme ich dagegen. Und ich denke, es ist völlig klar, dass wir keinen Fraktionszwang haben und das Abgeordnete ihrem Gewissen folgen können. Womit ich schon ein Problem habe, ist dieser völlige Freibrief, der hier steht. Das sagt, es ist völlig okay, du hast es ja auch fairerweise völlig ehrlich gesagt, es ist ein völliger Freibrief und da geht es eben um Themen, jetzt haut mich an die Witte, die zweite Stammstrecke, ob die gebaut wurde oder nicht, das ist mir persönlich jetzt relativ wurscht. Und da halte ich mich aber einfach an den Parteibeschluss, weil ich bin gewählt von Piraten und ich halte mich an das Piratenprogramm. Und mit diesem Beschluss hätte ich praktisch einen Freibrief, ach, ich stimme halt ab, wie ich will, weil das ist gut so. Und das finde ich in der Art, wie es formuliert ist, zu krass, vor allem, weil meiner Meinung nach die Gewissensfreiheit weiter bestehen will, die niemand angreifen will. Ich möchte gleich auf das kurz eingehen, weil in die Richtung wollte ich auch argumentieren, aber in die andere Richtung. Ich halte es nämlich für wichtig, dass ein Beschluss in dieser Richtung gefasst wird, weil die Diskussion immer und immer wieder aufkommt. Es ist auch bei den Aufstellungsversammlungen hier eine Standardfrage gewesen, wie verhältst du dich dort? Das ist auch wichtig und richtig, aber es muss trotzdem eine gewisse Sicherheit für die Kandidaten oder dann Abgeordneten existieren, wie sie sich denn tatsächlich verhalten können. Und wenn wir einen Beschluss fassen, der da sagt, du bist in allererster Linie deinem Gewissen verantwortlich und eigentlich nur deinem Gewissen verantwortlich, natürlich hast du einen gewissen Druck, dich doch bitte daran zu halten, was wir hier beschlossen haben. Aber letztendlich ist das Gewissen das Entscheidende. Dann ist das wichtig und notwendig und ich finde das auch gut so. Und ehrlich gesagt, man kann auch ein bisschen anders denken, denn kein einziger Beschluss, oder fast kein einziger Beschluss, den wir hier heute oder in der Vergangenheit gefasst haben, ist einstimmig gefasst worden. Es gab immer mal eine bestimmte Anzahl von Leuten, die abweichend abgestimmt haben. Die sollten doch eigentlich bei unserem Verständnis, und genau deswegen haben wir auch keinen Fraktionszwang, eigentlich auch eine Stimme bekommen. Wenn wir immer sagen, wir stimmen nur so ab, wie unsere Beschlusslage ist, und zwar 100 Prozent nimmer, heißt das aber auch, dass die Minderheit überhaupt keine Stimme hat im Parlament. Und das sollten wir auch bedenken. Ja, ich finde den Antrag etwas nicht zielführend, beziehungsweise unnötig. De facto schreiben wir rein, wir bekennen uns zum Grundgesetz. Und das sollte eigentlich selbstverständlich sein als Pirat. Und einfach Paragrafen aus dem Grundgesetz umzuformulieren, noch mal niederzuschreiben und sagen, ja, wenn ich jetzt mal die Pro-Seite anschaue, wir stehen für die freie Gewissensentscheidung, steht im Grundgesetz drin. Wir sind für die zwangslose richtige Entscheidung von Abgeordneten, sprich freie Mandate, steht so im Grundgesetz drin. Für was brauchen wir? Einen Text nochmal umformuliert vom Grundgesetz, da steht schon drin, dazu sollten wir, müssen wir uns eigentlich bekennen, wie so nochmal. Und das in schlechterer Form, als es im Grundgesetz schon drin steht. Ich möchte gleich darauf antworten, wieso nochmal, weil wir andere Parteien kennen, die bekennen sich auch zum Grundgesetz, müssen sie, aber es gibt in Deutschland de facto einen Fraktionszwang. Und ich denke, dieser Antrag ist auch gerade deswegen gut, weil wir haben unsere Grundsätze festgeschrieben. Das ist unser Parteiprogramm, warum wir alle hier sind. Wir sind alle Piraten, aber wir müssen auch festschreiben, wie wir das regeln wollen. Manchmal muss man Selbstverständlichkeiten aufschreiben. Die Abgeordneten sind völlig frei in ihren Entscheidungen, sie müssen sich an gar nichts halten. Und ich wüsste beim besten Willen nicht, warum man jetzt nochmal zusätzlich was draufsetzen sollte. Es ist klar und eindeutig, dass wir frei sind. Und dieser zusätzliche Anreiz nochmal, den man jetzt setzen will, entscheidet völlig unabhängig von der Partei, den halte ich für unnötig. Diese Aufforderung ist für mich zu viel. Ja, ich bin es nochmal. Meines Erachtens werden Abgeordnete aus einem einzigen Grund gewählt, nämlich Entscheidungen zu treffen. Deswegen finde ich Enthaltungen im Parlament immer blöd, aber die müssen Entscheidungen treffen. Wenn man jetzt sagt, dass auch Abgeordnete durch Liquid Feedback etc. pw. gebunden werden. Liquid Feedback oder Abstimmungen im Internet bei uns haben keine Verantwortung, können keine Verantwortung übernehmen, die dort abstimmen. Die Verantwortung müssen die Abgeordneten übernehmen. Das ist so eben in unserem System bisher. Das können wir vielleicht noch ändern, aber bisher ist es so. Und deswegen brauchen wir da drin auch die Möglichkeit oder sollten wir auch tatsächlich bei uns, wo wir sehr viel über Abstimmungen in anderen Bereichen diskutieren und da auch neue Lösungen vorschlagen. Deswegen müssen wir aber zurzeit auch noch diesen Paragrafen bei uns explizit drin haben, damit klar ist, dass zurzeit noch die Abgeordneten darüber entscheiden. Sollten wir mal tatsächlich ein wirklich toll funktionierendes Liquid Democracy Verfahren haben, das richtig gut funktioniert, können wir das gerne umschreiben, da bin ich sofort mit dabei. Aber zurzeit halte ich tatsächlich diese Konkretisierung dieser Verantwortung für sehr wichtig. Ich habe eine Frage an den Antragsteller. Und zwar, nachdem das sowieso schon gesetzlich geregelt ist und das Gesetz ausschlaggebend ist, würde ich gerne mal wissen, was dieser Antrag, wenn wir ihn annehmen würden, verändern würde. Also darauf wurde schon hingewiesen, alle Parteien in Deutschland sind dem Grundgesetz verpflichtet und sollten es eigentlich beachten. Es gibt aber formelle und informelle Möglichkeiten, diese Gewissensfreiheit auszuhebeln. Das sieht man am besten daran, wenn über irgendeine kontroverse Entscheidung dann gefordert wird, man möge doch die Entscheidung freigeben. Ja, wenn es schon eh im Grundgesetz steht, warum muss man dann extra einen Riesenaufwand machen und eine Abstimmung freigeben, wenn die Abgeordneten ohnehin frei sind? Antwort, nein, sind sie de facto nicht. Und es gibt Möglichkeiten, das zu umgehen, ohne das Grundgesetz zumindest de jure zu brechen. Und was ich mit diesem Antrag bewirken möchte, ist eine klare Ansage von uns als Piratenpartei, Nein, wir werden keine formellen und juristischen Möglichkeiten ausschöpfen, das Grundgesetz doch zu umgehen, auch wenn sie formell haltbar wären. Aber wir werden das nicht tun, wir wollen das nicht tun. Und das ist auch das, was uns klar von allen anderen Parteien unterscheidet. Das ist die letzte Rede. Es ist die fünfte Rede. Also, wenn du es möchtest, gut. Geo-Antrag auf Meinungsbild. Wer könnte dem Antrag derzeit zustimmen? Wer würde diesen Antrag derzeit ablehnen? Stell dem Antragsteller mit, dass das Bild leicht positiv ausfällt. Mir geht es gar nicht so sehr bei meinem Redebeitrag darum, zu sagen, wo unsere parlamentarischen Abgeordneten gegen das Programm sprechen, sondern mir geht es eigentlich um die parlamentarische Arbeit an sich. Weil es gibt natürlich auch sehr viele Sachen, wo wir keine Beschlüsse haben, wo wir sehr schwammige Beschlüsse haben und teilweise auch Beschlüsse haben, die ein bisschen sich gegenläufig sind. Und wir selbst stellen ja nicht die meisten Anträge in den Parlaments und die meisten Sachen, die im Parlament verhandelt werden, werden von anderen Fraktionen uns vorgesetzt. Und da ist es ganz schwierig, als Abgeordneter zu sagen, okay, wie würden wir dort abstimmen, also als Partei. Und dadurch, dass wir kein wirklich funktionierendes Liquid Democracy Tool haben, müssen wir ganz viel frei entscheiden, selbst entscheiden. Und dass wir ihnen unseren Abgeordneten dadurch die Möglichkeit geben, da auch kein schlechtes Gewissen zu haben, weil wir sagen, wir trauen euch, wir glauben, ihr werdet diese Freiheit nicht missbrauchen, finde ich extrem wichtig. Und deswegen bin ich für diesen Antrag und werde auch für diesen Antrag stimmen. Wir haben jetzt fünf Pro- und fünf Gegenreden gehört. Wenn ihr weitere Argumente hören wollt, müssen wir jetzt darüber abstimmen. Wir haben noch eine Person auf der Redeliste derzeit. Möchtet ihr die Argumente von BIM auch hören? BIM, du darfst. Dankeschön. Ich möchte noch auf einen anderen Aspekt eingehen, bei der Frage, warum wir etwas beschließen müssen, was ohnehin im Grundgesetz steht. Also bitteschön, mit Verlaub, wir haben einige Aufstellungsversammlungen hinter uns gebracht und eine Standardfrage an die Kandidaten ist, was ist, wenn wir zu einem Beschluss kommen und du bist einer Meinung und die Parteilinie ist eine andere, wie entscheidest du dich? Und da hat sich mittlerweile eine Standardantwort herausgebildet, dass nämlich die meisten sagen, sofern mein Gewissen in seinem Kern dann nicht betroffen ist, kann ich die Parteimeinung problemlos vertreten, nur wenn es in den Kernbereich geht, dann folge ich meinem Gewissen. Das ist eine Standardantwort und die gibt eigentlich überhaupt nichts mehr her. Ich bin zu den Piraten gegangen, aus einem, unter anderem, aus einem Leitsatz oder Zielsatz, der lautet Freiheit statt Angst. Und wir sollten auch keine Angst vor unseren Abgeordneten haben, sondern wir sollten darauf vertrauen, dass es Piraten sind, die nach ihrer Überzeugung abstimmen und selbstverständlich auch die Parteimeinung berücksichtigen. Und deswegen ist es wichtig, dass wir das tun, weil wir selbst schon diese Strukturen haben und unseren eigenen Abgeordneten-Kandidaten nicht trauen. Deswegen bitte ich dem Antrag zuzustimmen. Vielen Dank. Ich sehe niemanden mehr auf der Redeliste. Damit hat Boris das Abschlusswort. Zwei kurze Anmerkungen, also erst mal zu der Frage, dass der ganze Antrag unnötig ist. Wir haben jetzt ein gutes Dutzend sehr intensive Redebeiträge pro und kontra gehört. Das wäre bei einem unnötigen Antrag, glaube ich, nicht der Fall. Und das Zweite ist, also der Antrag ist sehr weit gefasst. Wie gesagt, ich nehme das in Kauf. Aber bedenkt bitte, die Kandidaten, die Abgeordneten, die werden nicht irgendwie per Losverfahren bestimmt oder von einer himmlischen Eingebung, sondern die werden gewählt. Gerade bei uns ist die Wahl und die Kandidaten-Grillkultur sehr weit entwickelt. Das heißt, wenn man tatsächlich jetzt einen Abgeordneten wählen, der massiv Scheiße baut, dann ist im System irgendwas dermaßen schief gegangen, dass das eigentlich ohnehin wir viel größere Probleme haben als einen Abgeordneten, der jetzt irgendwas falsch bestimmt. Also, bitte vertraut es den Kandidaten und vertraut es vor allem dem System, wie wir die Kandidaten bestimmen. Kommen wir nun zur Abstimmung. Es handelt sich hier um einen sonstigen Antrag. Wir benötigen also eine einfache Mehrheit. Bitte hebt jetzt eure grüne Karte, wenn ihr diesem Antrag zustimmen möchtet. Bitte hebt jetzt eure rote Karte, wenn ihr diesen Antrag ablehnen möchtet. Der Antrag ist angenommen. Nochmal danke. Kommen wir jetzt zum nächsten Antrag. Sonstiger Antrag 004. Freigabe von Wahlkampfmitteln für Landtag und Bezirkswahl von Christian Steinle. Ist Christian da? Ja, dann aber hoch dich. Wir haben nicht so viel Zeit. Jetzt aber, das habe ich schon mal schneller gesehen. Gut, nicht bei dir, aber... Ich würde gleich noch ein bisschen langsamer, wenn das so ist. Ihr kennt es mehr, ich bin der Ronny Riegel. Ich habe dem Christian versprochen, dass ich den Antrag hier vorstelle. Es geht schlichtweg darum, wir merken ja, die Unterschriften kommen sehr schleppend rein für die Landtagswahl und Bezirkstagswahl. Deswegen war die Idee von Christian, dass er sagt, okay, bis wir nicht sicher sind, dass die Unterschriften auch zusammenkommen, solange keine Mittel freigeben für meinetwegen Plakate etc. zum Drucken, damit wir eben die Mittel frei haben, falls das wirklich jetzt in die Hosen gehen sollte, dass wir die Mittel anderweitig halt dann nutzen können. Ich muss auch dazu sagen, ich bin natürlich Bundestagskandidat, also von dem her könnt ihr jetzt sagen, das ist ja bloß zu deinem Vorteil. Der Ehrlichkeit halber sage ich das aber jetzt auch. Wie gesagt, das wäre es eigentlich, schlichtweg mit den Geldern sparsam umgehen und dann losschießen die Gelder, wenn wir wirklich wissen, wir haben den Erdensack zu eigentlich. Geo-Antrag. Antrag auf Meinungsbild, wer diesem Antrag zustimmen könnte. Geo-Antrag auf Meinungsbild, wer könnte, Stand jetzt, diesem Antrag zustimmen. Zustimmen wäre grün. Wer könnte diesem Antrag nicht zustimmen? Ich teile dem Antragsteller mit, dass das Meinungsbild stark negativ ist. Gibt es Redebedarf zu diesem Antrag? Ja. Ich mache es kurz. Wir befinden uns bereits jetzt im Wahlkampf. Die anderen Parteien haben schon längst eingeläutet. Wir übrigens auch. In München stehen schon seit über einem Monat die ersten Plakate draußen. Also Wahlkampf ist jetzt. Und ich bin mir sicher, wir schaffen die Unterschriften und wir werden antreten. Da brauchen wir nicht künftig verzögern. Es gibt kein Pro. Mache ich also weiter. Der Antrag ist auf so vielen Ebenen falsch, dass es man, also erstens ist der Landesparteitag der völlig falsche Adressat, weil der Landesparteitag, also beziehungsweise das Land, hat gar keine Mittel rauszugeben. Das machen die Bezirke. Das heißt, du müsstest den Antrag an die Bezirke stellen oder wenn die das weitergereicht haben, dann an die Kreise oder wen auch immer. Aber der Landesparteitag ist dafür gar nicht zuständig. Das ist also schon an der Stelle falsch. Außerdem, wenn wir wirklich das Geld zurückhalten bis zu dem Zeitpunkt, wenn wirklich alle Unterschriften da sind und sichergestellt ist. Also wir müssen ja dann sogar warten, bis die bestätigten Unterschriften da sind. Dann ist es so weit zu spät, dass wir überhaupt nicht mehr mal anfangen brauchen, Plakate hinzustellen, weil sämtliche guten Plakatplätze in München oder Regensburg oder sonst wo längst besetzt sind. Was willst du da hinstellen? Die leeren Plakatstände, die manche vielleicht nicht mal haben, weil sie ja kaufen müssen und nicht dürfen. Nee, also der geht gar nicht. Bitte überlegt euch, bevor ihr euch einreiht, ob die euren Argumente schon gefallen sind. Nee, meins noch nicht. Ich sage auch gar nicht zu den sachlichen Gründen, ich wollte nur darauf hinweisen, der beste Bezirk kriegt ein goldenes Pony. Das ist so viel besser als alles andere. Ja, aber Mittelfranken darf nicht mitmachen. Ja, Mittelfranken hat halt Pech, aber die anderen, ne? Also der Christian wohnt ja in unserer Region und der hat diesen selben Antrag schon dem Kreisvorstand und dem Bezirksvorstand zur Entscheidung vorgelegt. Das ist beides mal abgelehnt worden. Das besucht es halt nochmal. Das war alles. Gibt es weiteren Redebedarf zu diesem Antrag? Ich sehe nicht, du hast das Abschlussstatement. Ich finde euch super. Jetzt habe ich euch richtig motiviert. Also dann schaut, dass diese blöden Unterschriften rankommen. Wir stimmen jetzt ab, den sonstigen Antrag 004, Freigabe von Wahlkampfmitteln für Landtag und Bezirkswahl. Bitte hebt jetzt eure grünen Karten, wenn ihr für diesen Antrag stimmt. Doch, so viele. Bitte hebt jetzt eure roten Karten, wenn ihr gegen diesen Antrag stimmt. Der Antrag ist abgelehnt. Der letzte Antrag in diesem Block ist ein Satzungsänderungsantrag. Wir haben den Satzungsänderungsantrag 001, Konten, äh, Gott, wie heißt das? Kosten für die Kontenrahmenprüfung von unter anderem Beate. Wer möchte diesen Antrag vorstellen? Satzungsänderungsantrag 001, Kontenrahmen. Jetzt aber huchtig. So, bei dem Antrag geht es eigentlich nichts darum, was Neues aufzunehmen, sondern was aus der Satzung zu streichen. Und zwar aus Abschnitt B der Finanzordnung, Paragraph 3, Absatz 5, in dem geht es darum, ich lese den aktuellen Text mal vor, war ich dann Gebietsverband vom Bundesverband oder nachrangigen Landesverband vorgegebenen Kontenplan ohne dessen Einwilligung ab, hat der Gebietsverband die dadurch entstehenden Kosten und Schäden zu ersetzen. Warum ich das gerne gestrichen haben möchte, ist zum einen, dass das Parteiengesetz keinen bestimmten Kontenplan vorschreibt und ein Rechenschaftsbericht sowie der Kontenplan eine reine Sache der Untergliederung sein sollte und des dort tätigen Vorstandes beziehungsweise insbesondere des Schatzmeisters. Ein zu verwendender Kontenplan ist innerparteilich nicht irgendwie demokratisch beschlossen, sondern einfach irgendwie willkürlich festgelegt. Untergliederungen können Arbeit und Geld einsparen, unter Umständen, wenn sie sich nicht daran halten und die Höhe der genannten Kosten, die hier übernommen werden sollen, ist einfach unspezifiziert. Es geht hier darum, dass irgendwelche Kosten in beliebiger Höhe auf die Untergliederung abgewälzt werden sollen, der Rechenschaftsbericht und die Kosten dafür, also der Rechenschaftsbericht des Landesverbandes, ist einzig und allein Sache des Landesverbandes an sich. Ein weiterer Punkt ist, dass die Kontenpläne, wie gesagt, die vorgebenden Kontenpläne unter Umständen den Schatzmeistern in Untergliederung Probleme bereiten und die meisten Schatzmeister sind eigentlich nicht in die Partei gekommen, um hier sich um Geld zu kümmern, sondern um Politik zu machen. Deswegen sollte man gerade denen das möglichst leicht machen und so machen, wie sie damit am besten zurechtkommen. Und der Landesverband, der hier entsprechende Leute hat, die sich besser damit auskennen, die sollen sich dann auch darum kümmern, das einzuarbeiten. Ich sehe schon, der Antrag ist nicht sehr beliebt, wenn ich die Schlange da sehe. insbesondere bei einigen Verwaltungsleuten aus dem Landesverband natürlich. Ich möchte euch trotzdem bitten, darüber nachzudenken, ob der Landesverband nicht für seinen Rechenschaftsbericht selber bezahlen sollte. Dankeschön. Wir haben einen GO-Antrag auf Meinungsbild. Wer könnte Stand jetzt diesem Antrag zustimmen? Wer würde Stand jetzt diesen Antrag ablehnen? Ich teile dem Antragsteller mit, dass das Meinungsbild leicht negativ ausfällt. Wir haben Redebedarf. So, ich fasse mal kurz zusammen. Der jetzige Plan sieht vor, jeder darf machen, was er will, solange es keine Mehrkosten verursacht. Wir haben nicht so viel Geld. Wir sollten unser Geld lieber auf die Straße in Form von Plakaten stellen, geben einzelne Gliederungen mehr Geld für die Verwaltung aus als notwendiges. Und wir haben halt nun mal ein einheitliches System im Bund und Land geschaffen. dann soll bitte diese Gliederung dafür aufkommen. Ist es günstiger? So what? Das ist geil. Dann mach das bitteschön. Das sagt hier ja nichts dagegen aus. Wenn es günstiger ist, mach es. Wenn es teurer ist, deine eigene Verantwortung oder die Verantwortung von dem entsprechenden Gebietsverband. Und dann sollen die auch dafür aufkommen, finanziell in Form von Spenden durch die eigenen Mitglieder. Wir haben wenig Mitgliedsbeiträge, geht verantwortungsvoll damit um und damit meine ich alle Verwaltungsleute. Ich bin Kaufmannsgehilfe seit 1981. Ich habe Belege gebucht in meinem Leben, ich weiß nicht wie viele. Wir haben einen Kundenplan seit 2010 gemeinsam, seit den Zeiten, als Herr Schlömer unser Schatzmeister auf Bundesebene war. Den verwenden alle. Ich verwende ihn genauso wie jeden anderen auch. Wenn ihr irgendwo anders hingeht, habt ihr halt irgendwo einen Kundenplan, SKR 03, 04, whatever, irgendwas. Wir haben in Bayern theoretisch 99 mögliche Untergliederungen. Wenn wir das hier machen und jeder tut das, was er möchte, haben wir 99 verschiedene Kontenpläne, die dann aggregiert werden müssen auf bayerischem Niveau. Das kostet Aufwand, weil da muss im Zweifel umgebucht werden. Das muss irgendeiner bezahlen. Ich sehe es nicht ein. Wir haben uns 2010 auf den Kontenplan geeinigt. Wir leben seit drei Jahren verdammt gut damit. Ich sehe nicht ein, dass man das ändern muss. Wenn einer das wirklich partout haben will, soll die notwendigen Umbuchungsmaßnahmen dann auch bezahlen. Danke. Ich möchte mich den Ausführungen von Daniel anschließen und noch vielleicht zur Erklärung mit anführen, um den Gesamtrechenschaftsbericht zu erstellen. Mit den Gesamten, mit den Gesamtrechenschaftsbericht zu erstellen, ist einfach eine Konsolidierung sämtlicher Erklärungen erforderlich. Wer meint, er müsste eine Extrawurst haben und dann einen extra Kontenrahmen sich ausdenkt, er soll die Kosten dafür tragen. Ja, in Ergänzung zu dem, was jetzt eh schon gesagt worden ist, der Antrag entspringt einem grundlegenden Irrtum. Ein Schatzmeister einer Untergliederung ist nicht vollkommen selbstständig in der Wahl seines Kontenrahmens. Er kann nicht einfach komplett selbstständig darüber entscheiden, wie verbucht werden soll, denn wir hängen miteinander zusammen. Insbesondere sind es die Mitgliedsbeiträge, die satzungsgemäß umgelegt werden müssen über alle Ebenen der Partei. daraus alleine schon entsteht der Zwang, dass auch in Untergliederungen, die eigentlich nach dem Parteiengesetz nicht abgrenzen müssen, notgedrungen bei den Mitgliedsbeiträgen trotzdem Abgrenzungen geschehen müssen, weil sonst nämlich die Konsolidierung nicht funktioniert. Auf Landesebene müssen Beiträge abgegrenzt werden, also Beiträge, die zum Beispiel für das Folgejahr bereits bezahlt werden oder Beiträge, die zwar schon bezahlt worden sind, aber die Abrechnung mit den anderen Gliederungen ist noch nicht erfolgt. Hier muss auf Landesebene abgegrenzt werden, da die Buchungen in den anderen Gliederungen, auch in den Untergliederungen spiegelbildlich dazu erfolgen müssen, weil sonst die Konsolidierung nicht funktioniert, entsteht automatisch der Zwang auch dort abgrenzen zu müssen und dementsprechend auch dort denselben Kontenrahmen zu benutzen. Wir sind nicht unabhängig voneinander. Andere Kontenrahmen in Untergliederungen zu benutzen, bedeutet Mehraufwände, zwar nicht in der einzelnen Gliederung, die macht es sich damit einfacher, aber sie produziert Mehraufwände in den höheren Gliederungen und zwar überproportionale Mehraufwände. In Summe wird der Aufwand größer und deswegen ist es vollkommen gerechtfertigt, dafür dann auch die entsprechenden Kosten zu verlangen. Ein kurzer Punkt noch zu dem Argument, das sei dann willkürlich. Ja, das ist richtig, das ist eigentlich auch der einzige Punkt, der in der Begründung dieses Antrags korrekt ist, nur die Antwort ist falsch. Die Antwort muss lauten, darf nicht lauten, deswegen auf solche Kosten zu verzichten, die Antwort muss lauten, es muss eine Regelung gefunden werden, wie diese Kosten besser benannt werden, damit diese Willkür nicht mehr da ist. Am besten, dass man zum Beispiel in einer Satzung sagt, welche Kosten das sind, wie hoch dieser Betrag ist oder dass man einen Mechanismus über die Satzung festlegt, wie hoch dieser Betrag oder wie dieser Betrag ermittelt werden sollte. Das sollte auf einem der nächsten Parteitage gemacht werden. Bis dahin muss aber auf jeden Fall dieser Weg, der jetzt in der Satzung steht, beibehalten werden und Gottes Willen nicht abgeschafft werden. Das Problem ist eigentlich, dass nicht alle Untergliederungen Zugang zu Sage bekommen und das ist die andere Seite der Kostensituation. Was hier nämlich vermeintlich gespart wird, ist einfach die Schulung von Leuten in Sage und wir müssen anschauen, welche Zusatzkosten entstehen, wenn Untergliederungen andere Buchungssysteme wie Einnahmen und Ausgaberechnung machen. Das ist zweitaus günstiger, als eventuell alle Personen in Sage zu schulen und wenn man den Weg geht, dass man nicht allen KVs den Zugang gewährleistet und ihnen ermöglicht, dann muss man eben auch in Kauf nehmen, dass Untergliederungen Einnahme- und Ausgabe- Rechnungen führen. Und das eigentliche Grundproblem, das da entstanden ist, war ja mit dem Fall von Unterfranken, weil da hat man auch die Konfrontation gesucht, keiner hat die Gliederung genommen, es war fast keiner da, keiner hat das eigentliche Problem erkannt und man hat einfach auf Konfrontation gefahren und im Prinzip ist jetzt die Kostenweitergabe nur eine Fortsetzung der Konfrontation, aber wir haben ein grundsätzliches Problem, das darin besteht, wir müssen allen Untergliederungen die Möglichkeit geben, dass sie ihre Buchführung machen können und entweder es werden alle Schulungen bezahlt und es werden genügend Leute fit gemacht, damit jeder seine Untergliederung und seine Buchungen vornehmen kann oder man muss eben als Gegenmaßnahme in Kauf nehmen, dass Einnahmeausgabe Buchführung betrieben wird. Danke. Ich wundere mich gerade, wie viele Schatzmeister hier sind und für so einen Antrag abstimmen würden. Zunächst einmal, ein Kontenrahmenplan ist etwas anderes als eine Buchungssoftware. Mit Sage hat das Ganze vorrangig mal überhaupt gar nichts zu tun. Wir haben die Möglichkeit mit einem Programm oder Zusatzprogramm, was der Klaus geschaffen hat, eben nicht jedem einen Sage-Zugang geben zu müssen, sondern das über eine Vorstufe abzuwickeln, die einen sehr geringen Aufwand hat und wo wir alle das gleiche System nutzen können. Das ist eine Schulung von halbe Stunde. Es braucht längst nicht jede Untergliederung diese Sage-Schulungen, sondern nur dieses kleine Extra-Programm, was der Klaus auch auf Bundesebene vorgestellt hat. Also grundsätzlich eine Vereinheitlichung macht es einfach auf allen Ebenen leichter. Wie gesagt, Kontenrahmenplan, Buchungssoftware ist vollkommen unterschiedlich und ich bitte einfach darum, den Antrag abzulehnen. Ich möchte nochmal darauf hinweisen, es ist keineswegs ohne sein Problem von Sage und persönlich bin ich Kassenprüfer vom Bund, kenne mich also einigermaßen aus und weiß, welcher Aufwand da getrieben werden muss und es ist definitiv so, dass Sage einfach verhindert, weil es so kompliziert ist, einfach sehr hohe Kosten verursacht in den unteren Gliederungen und das sind eben die Gegenkosten und die beiden Sachen muss ich miteinander vergleichen und es ist Aufgabe vom Schatzmeister allen den Zugang zu Sage zu ermöglichen und solange das nicht so ist, sind auch keine Kosten weiter zu berechnen. Danke. Kann Klaus jetzt leider nicht reden lassen, wir sind bei 5 angekommen. Ja, also durch die Buchungserleichterung hat also unser betreffender Bezirksverband Kosten in Höhe von circa 500 Euro gespart dieser Partei und wenn also alle Kreisverbände und Bezirksverbände dieses Vorgehen anwenden würden, dann würden hier mehrere tausend Euro gespart werden und im Gegenzug stehen dafür Anpassungen, von denen wir bis heute noch nicht mal beziffern können, wie hoch das sie sind und wahrscheinlich oder vermutlich, weil die Rechnung immer noch gedruckt wird, so lang ist sie, aber wir gehen davon aus, dass es also 50 Euro sind, die das wirklich diese Anpassung gekostet hat und die sind natürlich dann ein Bruchteil dessen, was wir auch wirklich dadurch gespart haben. Also wer sagt, wir brauchen Geld für Wahlkampf, der muss also wirklich den Untergliederungen überlassen, wie sie ihre Buchhaltung führen und wenn es da gewiffte Leute gibt, dann kann man da auch noch mächtig Geld sparen. Wir haben jetzt auf der Gegenargument Seite fünf Argumente gehört, auf der Pro-Argument Seite drei möchtet ihr weitere Gegenargumente gehören. Dafür Gott sei Dank ein Drittel reicht, ist das ein Ja, klar, dass du darfst. Ich muss ja auch gar nicht viel sagen, ist ja eben schon angesprochen worden. Also das Ganze, die ganze Argumentation um Sage herum greift hier schlicht und ergreifend überhaupt nicht, gerade speziell unter Franken, braucht keinen Sage Zugang, es ist kein Problem mit BeSager, das Ganze zu handhaben. Ich habe auch überhaupt keinen, oder ich werde auch gerne anbieten, hier eine Schulung zu geben. Das ganze Ding ist vor kurzer Zeit in Berlin allen Landesstaatsmeistern vorgeführt worden, die waren super begeistert davon, wir werden es wahrscheinlich eh bundesweit einsetzen. Das heißt, gerade eine Untergliederung wie unter Franken braucht sich um Sage dann nicht mehr ärgern. Es ist überhaupt kein Argument. Ihr könnt damit die Buchungssätze vorbereiten, der Landessstaatsmeister bringt es dann in Sage hinein. Alle sind glücklich, es ist wenig Aufwand und es kostet nichts. Ich bin also selber auch Kreissstaatsmeister und ich muss euch sagen, aus meiner Sicht macht das überhaupt gar keinen Sinn, dass jede Gliederung eigene Kontenrahmen verwendet. Das macht überhaupt gar keinen Sinn, wenn jemand beispielsweise Kreissstaatsmeister ist und wird ein Bezirksstaatsmeister, dann muss der ja in dem Sinne sich total umstellen. Es macht ja eher Sinn, dass der von vornherein eigentlich das Schema lernt. Und es ist eben einfach auch so, wir haben ein Riesenproblem mit Schatzmeistern, weil viele Schatzmeister hinwerfen oder ihren Job dann doch nicht richtig machen. Und wenn wir hier von den Datenstrukturen auseinanderlaufen, dann haben wir überall einen individuellen Anpassungsaufwand. Das macht das Ganze total intransparent, ja. Und ich kann es von Oberbayern nur sagen, der Klaus hat ja dieses B-Sager halt jetzt entwickelt und damit haben wir die Buchhaltung für 2012 auch gemacht. Und es ist tatsächlich relativ einfach, wenn man damit erstmal ein paar Buchungssätze gemacht hat, es dann zusammenzuklickern. Und ich denke mir, das ist einfach der Weg, den wir halt gehen müssen. und deswegen bitte stimmt gegen diesen Antrag. Ja, es ist das Argument gekommen, man müsste dann umlernen, wenn der Kreisverband dann aufsteigt zum Bezirksverband etc. Das ist falsch. Momentan muss man umlernen, man muss sich auf den neuen Kontenrahmen einstellen, wenn man zum Beispiel oft mit einem anderen gearbeitet hat. Und hier muss ich mich ehrlich fragen, sind wir eine Partei, die politische Arbeit machen will oder sind wir eine Schulungseinrichtung für Schatzmeister? Wir haben circa 150 Gliederungen, die alle einen Schatzmeister haben und die alle zwei Wochen wird ein neuer Schatzmeister gewählt. Statistisch gesehen sogar drei. Und hier muss man sich fragen, muss ich jetzt jede Woche Schulungen anbieten und sind wir eine Einrichtung für Buchungsschulungen oder sind wir eine Partei? Wir haben jetzt die zwei weiteren Redebeiträge auf der Kontra-Seite gehört. Möchtet ihr weitere Redeanträge auf der Kontra-Seite hören? Erstmal nur die Ja's, jetzt kann ich das alles nicht auseinanderhalten. Jetzt bitte die Neins. Ich glaube, das ist eine klare Mehrheit für Nein. Damit wird die Rede nicht wieder verlängert. Hier, du hast das Abschlussstatement. Ja. Ich möchte hier zuerst nochmal sagen, dass einige Argumentationen leider am Thema vorbeigegangen sind. Und zwar zum einen die Diskussion über Sage, die ich hier überhaupt nicht angesprochen habe. Ich habe in keinem Wort Sage erwähnt bei dem ganzen Thema. Wir wissen alle, was der hersteckt. Das zweite ist, ist, es geht hier auch nicht um einen einzigen Bezirksverband, der angesprochen wurde. Es geht hier allein um nicht benannte Kosten. Angeblich hat es ja ein Problem gemacht, einen einzigen Rechenschaftsbericht in den Einzuarbeiten und es sind dafür Kosten entstanden. Sollte es nicht bekannt, wie schon erwähnt wurde, um was für ein Betrag es sich hierbei handelt. Wir wissen nicht, ob der Landesverband jetzt dafür 5, 10, 500, 5.000 Euro ausgeben musste und es sind hier Kosten, die nicht beziffert sind und die Bezirke tragen sollen. Bezirke, die was anderes machen, was sie dürfen gemäß der Satzung, es ist ja erlaubt, dass sie ihren Kontenrahmenplan so wählen, wie sie wollen, steht da explizit drin, aber die werden mit unbezifferten Kosten überschüttet unter Umständen und das finde ich nicht richtig. Geldpirat hat selber gesagt, dass das ein Angriffspunkt ist und meiner Ansicht nach darf dieser Punkt aber so lange nicht drin bleiben, bis es was anderes gibt, sondern im Gegenteil, er muss rauskommen und zwar deswegen, um in diesem Fall den Landesverband zur Sparsamkeit anzuhalten, dass er nicht beliebige Kosten auf die Bezirksverbände umlegt, sondern das möglichst kostenspaß übernimmt. Dankeschön. Wir stimmen jetzt ab, den Satzungsänderungsantrag 001. Es ist ein Satzungsänderungsantrag. Dieser Satzungsänderungsantrag benötigt eine Zweidrittelmehrheit. Ich würde mich freuen, wenn unser Wahlleiter mal kurz dazukommen könnte. Ich befürchte, das ist relativ danke, sonst wird es stressig. Bitte hebt jetzt eure grünen Karten, wenn ihr diesem Antrag zustimmen wollt. Dankeschön. Bitte hebt jetzt eure roten Karten, wenn ihr diesen Antrag ablehnen wollt. Es ist keine Zweidrittelmehrheit erreicht. Dieser Antrag ist abgelehnt. Damit haben wir auch wieder den nächsten Block dieser Antragsreihe geschafft. Hurra, hurra. Und wir dürfen uns wieder eine tolle Rede anhören. Wolfgang, jetzt. Hinterher gibt es nichts mehr. Jetzt oder nie. Aber schnell. Wir brauchen ein Hilfsmusikus! Ich bin dafür. Es geht leider nicht um eine Hüpfburg, aber ähnlich. Es wäre tatsächlich eine coole Idee. Es geht um den Wahlkampfauftakt. Da möchte ich erst mal ein Meinungsbild einholen. Hat von euch überhaupt jemand Bock auf einen Wahlkampfauftakt? Hebt mal die grüne Karte für Ja oder lasst es sein. Es geht um einen gemeinsamen Wahlkampfauftakt aller Bezirke in einer gemeinsamen Aktion. Ja oder Nein? Okay, nochmal die Nein-Stimmen. Das mit der Versammlungszeit übernimmt die jetzt nicht auf eins. So nicht. Gut, also das war irgendwie schon ein Jahr. Es geht also um Folgendes, es gab verschiedene Ideen, dieses Punkrock Konzert und diese Dampferfahrt am Chiemsee. Jetzt haben wir uns gedacht, die Dampferfahrt ist irgendwie zu weit weg am Chiemsee für viel zu viele von euch. und es ist Dampferfahren. Gleichzeitig fand ich es ein bisschen skurril, dort das Grundgesetz oder sich zum Grundgesetz zu bekennen, weil um das durchzuführen müsste man ja irgendwie ein Problem mit dem Grundgesetz haben und ich denke, das hat keiner von uns. Gut, jetzt ist halt die Frage, was machen wir als Alternative? Fahren wir mit einem Schiff über einen anderen See in Bayern, der zentraler liegt? oder gibt es andere Vorschläge von euch? Gut. Mikrofon, wer Vorschläge hat ans Mikrofon. Genau, ans Mikrofon, bitte. Ich habe da einen sehr, sehr konkreten Vorschlag und sozusagen, das ist nicht die Veranstaltung, diese Frage zu stellen und das ist nicht das Publikum, diese Frage zu stellen, das ist nicht der Moment, diese Frage zu stellen, wenn wir einen Wahlkampfauftakt machen wollen, der bayernweit ist, dann sollten das, sagen wir, 10 bis 15 Kandidaten machen, die ganz vorne stehen, weil die werden da sein, die sollen ja mit der Presse reden, unser Programm verkaufen und es wäre richtig, diese 15 Leute anzuschreiben und diese 15 Leute, sag jetzt mal 15, zu koordinieren, zu sagen, was macht ihr? Und nicht hier auf dem Landesparteitag irgend so was abzuziehen, auf die schnelle, real mit Gewalt irgendwo ein Meinungsbild hinzukriegen, was man denn tun könnte, weil dann hat das ja der Landesparteitag beschlossen. Das sagt einer, der sich denkt, ihr habt mit ihm noch nie geredet, hättet er aber vielleicht. Okay, es tut mir leid, dass ich den großen Ben Stöcker nicht involviert hatte davor. Es tut mir wirklich leid. Okay, gut, wir werden wir machen, Ben, danke für den Einwand. Wenn sonst irgendwer noch Ideen hat, bitte kommt zu uns rein, weil wir wissen nicht, wie wir weitermachen sollen. Danke. Also wir wissen es schon, aber wir hätten schon gern Input, weil es ist ja unsere gemeinsame Wahlkampfauftaktveranstaltung und es wäre super, wenn wir was machen, wo alle dahinterstehen. Es wäre auch cool, wenn wir was hinkriegen, was so ein bisschen Pfeffer hat, weil wir sind in Bayern die Partei, die so ein bisschen die Einzigen sind mit dem Pfeffer und wenn euch was einfällt, wir sind voll dafür. Ein Redebeitrag. Yay! Ich hätte einen Vorschlag, um dieses Thema vielleicht doch irgendwie beim Landesparteitag zu klären und zwar kam mir gerade der Einwurf, man sollte mit gewissen Leuten, die irgendwie vorne stehen und wahrscheinlich in den Landtag einziehen, mit denen sollte man mal sprechen, vielleicht sollte man morgen eben einen Workshop, How-to-Auftaktversammlung oder sowas machen und jetzt einfach mal darüber sprechen, was wir eigentlich wollen. Also ich meine, wir haben alle so ein bisschen so im Hinterkopf, okay, dieser Wahlkampf hat schon längst angefangen, wir sollten jetzt so langsam mal irgendwie den Leuten mitteilen, dass es uns gibt, dass wir ein Programm haben, dass wir irgendwie toll sind, dass wir die Piraten sind, dass wir uns unbedingt wählen sollten, um die Politik besser zu machen und jetzt sind wir da, jetzt sehen wir uns und ich denke, wir bekommen das morgen bestimmt zwischen unseren unzähligen Programmen, nein, gibt es ja gar nicht mehr. Also ich glaube, wir bekommen das unter. Wir haben einen GO-Antrag auf Meinungsbild. Flo? Komm erst mal nach vorne, halt deinen GO-Antrag, wenn ich ihn dir gebe und nicht, wann du gerade meinst. Okay, ich hatte da mal einen GO-Antrag. Nee, nicht gut. Okay, dann stelle ich ihn jetzt einfach. Wir haben heute echt viel geleistet, wir waren richtig, richtig produktiv und haben echt geile Sachen beschlossen. Wir haben das komplette Wahlprogramm durchgehauen. Erstmal Respekt an alle dafür. Dann jetzt aber mein GO-Antrag, ja, lange Vorrede. Wir haben jetzt noch acht Anträge, da sind einige durchaus kontrovers, sieben nur noch, habe ich mir verzählt, Entschuldigung, sieben Anträge, davon sind einige kontrovers. Wenn wir die jetzt alle noch durcharbeiten wollen, hat entweder keiner mehr Lust und es findet keine Debatte statt, was sehr, sehr schade ist. Und wir sitzen hier bis neun, halb zehn, zehn. Wir haben aber nur bis acht eigentlich gebucht. Fände ich beides suboptimal, wir haben morgen theoretisch noch den ganzen Tag, auch wenn Workshops sind, deshalb mein GO-Antrag, Vertagung nach diesem Punkt der letzten Wildcard-Gruppe auf morgen. Also, das ist ein GO-Antrag auf Vertagung. Gibt es jetzt so eine Gegenrede? Begründet? Entschuldigung, dass ich hier begründete Gegenrede, gerade weil einige Anträge davon kontrovers sind, sollten wir das heute noch dann, zumindest soweit es geht, besprechen, weil wenn wir morgen weniger sind, entscheiden noch weniger über kontroverse Anträge und das fände ich nicht so gut. Das heißt, wir sollten gerade deswegen jetzt so lange weitermachen, solange wir wirklich können. Danke. So, wir kommen zur Abstimmung. Wer möchte die restlichen Programmpunkte heute vertagen? Wer möchte weitermachen? Sorry, Flo, wir machen weiter. Gut, dann übergebe ich jetzt die Versammlungsleitung am Glück. So, mir obliegt die Aufgabe, den letzten Block mit euch gemeinsam abzuarbeiten. Wir machen jetzt zunächst weiter mit dem Antrag BP003. Ich werde jetzt hier ziemlich viel gemeinsam mit Boris unterwegs sein, der mir angekündigt hat, natürlich unaufgefordert, dass er seine Vorstellungen recht kurz hält. Boris, stell mir bitte deinen Antrag vor. So, Endspurt. Also, erster Antrag, Grundgesetz, konforme Gestaltung internationaler Abkommen, hört sich ein bisschen irgendwie so an, geht allerdings um eine relativ einfache, aber auch sehr wichtige Sache. Und zwar, wir haben jetzt den Prozess des Zusammenwachsens in der Europäischen Union, in Europa, im Euro-Raum, die UNO will da auch noch mitreden. Das ist ein Prozess, der von Haus aus gerade von Piraten durchaus befürwortet werden sollte, weil wir sind eine internationale, man kann sagen, weltweite Bewegung. Das heißt, so ein politisches Zusammenwachsen ist richtig und es ist auch die einzige Möglichkeit, auf viele Herausforderungen, auf die wir heute treffen, eine Antwort zu finden. Es gibt allerdings zwei Tendenzen, die ziemlich besorgniserregend sind und die wir auch so auszeigen sollten. Genau, zur Klärung, der Antrag ist ein reines Antrags, also es ist ein Positionspapier für Bayern, aber es ist eigentlich ein Antragspapier für den Bundesparteitag, für eine Grundsatzprogramm Änderung. Das heißt, der Punkt sollte im Endeffekt im Grundsatzprogramm landen, wahrscheinlich unter Außen- oder unter Europapolitik. Genau, die zwei Tendenzen sind erstens, es werden in der EU immer mehr Gremien geschaffen, die keine wirkliche demokratische Legitimierung haben, die werden aus den Vertretern der Exekutive von den einzelnen Ländern gebildet, die werden auf eine intransparente Weise irgendwie entsandt, die unterliegen gar keiner Kontrolle, wie ist das neu gegründete ESM. Das ist der falsche Weg, weil je weniger demokratische Legitimierung ein Organ hat, desto weniger Akzeptanz hat es und so wichtig es ist, ein politisches Zusammenwachsen auch in Europa zu befeuern, so wichtig ist es auch, dass da eine Akzeptanz besteht und dass eine demokratische Legitimation besteht. Und der erste Punkt des Antrags besteht eben darin, wenn besonders wichtige Aspekte der nationalen Souveränität auf die supranationale Ebene übertragen werden, dann soll das bitte schön mit der ausreichenden demokratischen Legitimation geschehen. Der zweite Teil des Antrags beschäftigt sich mit der Judikative und zwar wir haben in Deutschland ein Grundgesetz, das bei allen Machen relativ gut hält. Wir haben in Deutschland ein Bundesverfassungsgericht, das nicht umsonst die höchste Akzeptanz und Anerkennung und Respekt in der Gesellschaft genießt von allen politischen Akteuren. Wir haben auch gerade in den letzten Jahren immer wieder gesehen, dass das Verfassungsgericht gerade wenn es um Grundrechte und Bürgerrechte geht, da auch der Regierung immer wieder mal einen Korb verpasst hat. Nun gibt es zum Beispiel den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte, der quasi so eine Stufe über dem Bundesverfassungsgericht einnehmen soll und da muss ich sagen, das Grundgesetz ist dermaßen fundamental und das Bundesverfassungsgericht ist dermaßen fundamental, dass ich tatsächlich meine, man sollte wirklich, egal wie stark man zusammenwächst, keine Gerichtbarkeit über dem Bundesverfassungsgericht erschaffen und tolerieren. Und der zweite Teil des Anteils beschäftigt sich damit, dass eben zumindest auf dem Gebiet der Bundesrepublik Deutschland auch das deutsche Grundgesetz und das deutsche Bundesverfassungsgericht immer das letzte Wort haben und das auch nicht weiter delegiert werden kann, weil, wie gesagt, das Grundgesetz hat sich bewährt, das Bundesverfassungsgericht hat sich bewährt, das kann ich über die europäischen Institutionen nicht sagen, die haben sich entweder noch nicht bewähren können oder noch schlimmer, die haben versagt, deshalb sollte das Bundesverfassungsgericht immer als das endgültige Korrektiv übrig bleiben. Genau. Dankeschön, Boris. Gibt es hierzu Redebedarf? Ich möchte mehr oder weniger Verständnisfrage stellen, wenn ich Legislativkompetenzen und Judikativkompetenzen per Mehrheitsbeschluss praktisch an einen Supernationalstaat delegiere, wie ich damit ja irgendwie auch schaffe, wie will ich es halten, dass die Kompetenz des Bundesverfassungsgerichts noch überhaupt greifen kann. In dem Moment, wo ich diese supernationale Ebene mit einem nationalstaatlichen Charakter schaffe, überschreibe ich ja praktisch den kleineren Nationalstaat sozusagen. Also das Bundesverfassungsgericht ist ja nicht ein gewöhnliches Gericht, also das ist ja auch nicht in das gewöhnliche System der Judikative eingebunden, sondern das ist wirklich die letzte Instanz, wenn eine Verfassungsklage oder der Verdacht eines Verhaussungsbruchs besteht. Und das kann als Kontrollinstanz durchaus bestehen bleiben, genauso wie jetzt die nationale Legislative vom Bundesverfassungsgericht überprüft werden kann. Was hier gefordert wird, ist, dass auch die supranationale Legislative im Endeffekt vor dem Bundesverfassungsgericht überprüft werden kann. Und das muss dann, also die Gestaltung sollte so sein, dass jede Übertragung, jeder internationale Vertrag so gestaltet sind, dass da eine verfassungsrechtliche Prüfung durch das Bundesverfassungsgericht als Vorbehalt gelistet ist. Und wenn das Bundesverfassungsgericht sagt, nein, dann ist es nichtig. Der nächste Beitrag, Kontra. Ja, ich habe da eine Frage, was ist dann mit dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte? Ist dir dann egal, wenn das Bundesverfassungsgericht sagt, nein, das ist in Ordnung? Lassen wir jetzt mal, was weiß ich, das ist, ja, also, das sollte doch schon eine Wirkung haben, wenn einer von Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte gewinnt, das sollte doch in Deutschland auch Wirkung haben. Danke. Also der Antrag ist explizit gegen das Europäische Gerichtshof für Menschenrechte gerichtet. Ich sehe das Verfassungsgericht von der Geschichte und auch von der Legitimierung her als wesentlich vertrauenswürdiger an als das EGMR. Das mag sich in der Zeit ändern, aber momentan ist das auch eine klare Ansage, dass in diesem Tauziehen zwischen den beiden das Bundesverfassungsgericht die Oberhand haben sollte. Also ich plädiere dafür, den Antrag auf jeden Fall abzulehnen und nicht anzunehmen und was mich ganz besonders daran stört, ist, dass er mal wieder mit völlig falschen Behauptungen und falschen Titeln agiert. Also er täuscht schon mal vor sozusagen, er wäre grundgesetzkonform und würde grundgesetzkonformes Handeln herbeistreben. Also ich mache jetzt einfach nur mal einen Satz, ich nehme mal einen Satz aus dem Grundgesetz, Artikel 24, Absatz 1, der Bund kann durch Gesetz Hoheitsrechte auf zwischenstaatliche Einrichtungen übertragen, Punkt und Ende. Ja, also das ist das gültige heutige Grundgesetz. Also genau das, was ja passiert im Rahmen der europäischen Einigung und die wir ja zigfach sozusagen unterstützen und beschlossen haben, ist grundgesetzkonform und der Antrag ist es genau so rum nicht. Von daher auf jeden Fall ablehnen und als Beraten alles, was ich von Beraten kenne, ist, dass wir die europäische Einigung unterstützen und den Antrag anzunehmen ist, dass er ein Ende gefunden hat und dass wir im Endeffekt sozusagen die EU boykottieren und im Endeffekt ist es der Einstieg in den Ausstieg. Von daher den Antrag auf jeden Fall streittern. Ich möchte nochmal anschließen, ganz kurz, also wenn du das so artikulierst, habe ich halt mit dem ersten Teil das Problem, der alt Mehrheitsbeschluss, sage ich mal, legislative Einrichtungen auf ein supranationales Gefüge letztendlich bringt, was natürlich Teile des stehenden Nationalstaates sozusagen auf den Supranationalstaat erweitert. Ich weiß nicht, was es bringen soll, wenn man jetzt eine supranationale legislatives Konstrukt macht. Der jetzige Status ist ja, dass wir Staatsverträge machen, die eine rechtliche Angleitung beabsichtigen und was dann natürlich auch durchs Verfassungsgericht geprüft werden kann, wobei es dann auch legitim die letzte Entscheidungsgewalt hat, weil die gesetzgebende Kraft bleibt auch, sage ich mal, im Parlament in der Bundesrepublik Deutschland. Aber dieser erste Teil, dass ich Kompetenzen delegieren kann auf eine supernationale Ebene, damit habe ich persönlich ein Problem. Ich bin auch gegen diesen Antrag aus zwei Gründen. Zum einen hat Deutschland Verträge geschlossen, was auch die EU anbetrifft und diese Verträge sind, glaube ich, einzuhalten. Der zweite Punkt ist der, wir können hier nicht hier behaupten, dass Deutschland hier ein Mitglied irgendwo ist und dann auf der anderen Seite fordern, dass das, was wir hier in Deutschland hier halten, das auch das ganz Richtige ist, sondern wir sind hier in einem europäischen Verbund und da müssen wir auch die europäischen Normen und europäischen hier Gemeinsamkeiten eben suchen. Das ist manchmal mit Kompromissen verbunden, aber letztlich die deutsche Oberhoheit irgendwo reinzubringen, ist nicht der europäische Gedanke. Danke. Dankeschön. Wir haben jetzt fünf Kontrabeiträge gehabt. Gibt es jemanden, der noch einen Pro-Beitrag bringen möchte? Ja, bitteschön. Ich finde, das ist in der Diskussion nicht so richtig rausgekommen, dass es hier gar nicht mal so sehr um legislative Vertragsformen gehen soll, sondern um exekutive. Wir brauchen, hat sich herausgestellt, eine Bremse gegen Geschichten wie ACTA oder TAFTA. Das ist es, worum es geht. Und da brauchen wir, wenn wir schon ein Verfassungsgericht haben, nehmen wir halt das. Wenn wir was Besseres hätten, müssen wir was anderes nehmen. Also ich bin für diesen Antrag und ich bitte euch alle dafür zu stimmen. Dankeschön. Besteht Bedarf nach weiteren Redebeiträgen? Scheint nicht der Fall zu sein, dann bitte ich dich um Schlusswort. Danke, Herr Fritz, dass du es betont hast. Wir müssen uns erinnern, zum Beispiel die Vorratsdatenspeicherung wurde über die europäische Ebene von der Regierung eingeschleust, nachdem das Bundesverfassungsgericht das kassiert hat. ACTA wäre ein beinahe Desaster. Wir haben eine ganze Reihe von Sachen, die in Deutschland vom Bundesverfassungsgericht wegen Datenschutz, wegen Persönlichkeitsrechte kassiert werden und die dann über den Umweg von Europa ausnutzen, dass da manchmal laschere Regeln gelten, wieder eingeschleust werden. Und das ist das, was verhindert werden muss und das ist das, warum ich auch dem Bundesverfassungsgericht in Sachen Bürgerrechte wirklich mehr vertraue als allen europäischen Institutionen. Dankeschön. Dann kommen wir zur Abstimmung über diesen Antrag. Er bedarf einer einfachen Mehrheit. Wer dem Antrag BP003 zustimmen kann, der hebe jetzt bitte die grüne Stimmkarte. Dankeschön. Wer dem Antrag ablehnt, bitte jetzt die rote Stimmkarte heben. Ja, der Antrag ist abgelehnt. Gut, dann kommen wir zum nächsten Antrag. BP004, Beschneidungsdebatte. Okay, ich halte mich kürzer oder rede schneller. Also, die Beschneidungsdebatte hat jetzt ihren Höhepunkt überwunden. Trotzdem sollten wir da eine Position haben. Die Position, die in diesem Antrag vorgeschlagen ist, ist folgende, dass wir grundsätzlich keine Ausnahmen machen für irgendwelche Operationen, die jetzt nicht medizinisch, sondern ideologisch, religiös oder wie auch immer begründet werden. Dass es da eben keine Sonderstellung für zum Beispiel religiös begründete Prozeduren gibt. Dass wir aber gleichzeitig auch nicht pauschal das verbieten, sondern sagen, wir delegieren diese Aufgabe an die Wissenschaft, genau genommen an die Medizin. Wenn es medizinisch unbedenklich ist, einen Eingriff an einem Kind durchzuführen, dann soll es den Eltern überlassen sein. Wenn es medizinisch nicht unbedenklich ist, wenn Risiken bestehen, dann soll es verboten werden. Aber diese Entscheidung soll im letzten Ende der Medizin obliegen. Und die Politik sagt, okay, wir machen keine Boni dafür, dass es jetzt eine 2000 Jahre oder 5000 Jahre alte Tradition ist. Wir machen aber dafür auch keinen Malus, sondern das soll aus rein objektiven wissenschaftlichen Gründen entschieden werden. was der Antrag sagt. Dankeschön. Besteht hierzu Aussprache Bedarf? Scheint nicht der Fall zu sein. Dann kommen wir zur Abstimmung. Meinungsbild, wenn wir jetzt gleich zur Abstimmung kommen. Okay. Ich habe einen Geo-Antrag auf Meinungsbild. Wer könnte dem Antrag zum jetzigen Zeitpunkt zustimmen? Bitte die grüne Stimmkarte halten. Dankeschön. Wer lehnt den Antrag ab? Der Antrag ist angenommen. Entschuldigung, das Meinungsbild. Ich bitte um Verzeihung. Jetzt komme ich nämlich an die Kontraposition. Gut. Also du willst die Mehrheit nochmal kippen. Genau. Das ist jetzt der Anspruch. Also zum einen ist es ein bisschen wird gesagt jetzt sollen es nach wissenschaftlichem Standard entscheiden. Also jeder Eingriff hat Risiken. Die sind bei der Beschneidung, wenn man die richtig durchführt, sehr, sehr gering. Aber die existieren. Und die sind im Vergleich, wenn man nichts macht, sind diese Risiken nicht da. Damit wäre die Aussage, wenn man das so eng sieht, die Beschneidung kannst du nicht machen. Und jetzt frage ich mich, vorhin haben wir einen Antrag behandelt, der sich irgendwie klar zu Israel bekennt. Und jetzt ist es ein Antrag, der praktisch jüdischen Mitmenschen es unmöglich macht, ihre Religion in Deutschland zu leben. Es passt für mich überhaupt nicht zusammen. Dankeschön. Ich habe es richtig aufgefasst. Du hast dich gefragt und nicht den Antragsteller. Okay. Bitte schön. Ja, ich frage den Antragsteller, wenn wir immer gegen Kriminalisierung von Leuten sind, glaubst du nicht, dass letztendlich wirklich Gläubige tatsächlich nach Tschechien reisen würden, also nicht nach Tschechien reisen würden, um ihre Kinder zu beschneiden? Wollen wir diese Leute tatsächlich irgendwie in den illegalen Bereich schieben, dass es lieber der Onkel macht, anstatt geschulter Mediziner? Also ich verrate mal, was der Hintergrund von dem Antrag ist. Der Antrag reihte sich in, glaube ich, zehn andere Anträge ein, die alle auf verschiedene Weise schrien, verbieten, 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 Menschenrechtsverletzungen, bla, bla, bla. Der Antrag war, glaube ich, von den allen der moderateste, wovon ich ausgehe, also erstens, das ist ein Antrag und kein Gesetz, wovon ich ausgehe, ist, dass nach allen medizinischen Richtlinien und Gedanken eine richtig durchgeführte Beschneidung eben kein so hohes Risiko darstellt. Gleichzeitig aber das Problem ist, wenn wir wirklich pauschal solche Operationen erlauben, dann wird es sehr schwierig, zum Beispiel gegen die sogenannte weibliche Beschneidung zu argumentieren. Und mit diesem Antrag schlagen wir zwei Fliegen mit einer Klappe. Wir ermöglichen, und das ist es de facto, wir ermöglichen eine medizinisch korrekte durchgeführte Beschneidung und wir unterbinden gleichzeitig offenkundig verbrecherische und nicht mit der Menschenwürde vereinbare Sachen wie die weibliche Beschneidung. Das heißt, es soll so ein bisschen in beide Richtungen schlagen, das soll die radikalen alles verbieten Anträge ausstechen und das soll dennoch einen gewissen Leverage bieten, was wir mit keiner Position oder mit einem wir erlauben jetzt mal alles, was religiös motiviert ist Position dann durchsickern würde. Dankeschön. Bevor wir mit dem nächsten Pro-Beitrag weitermachen, eine Bitte an den Antragsteller, auf Fragen bitte nur unmittelbar zu antworten und dann thematisch das Fragengebiet nicht zu verlassen. Der nächste Beitrag, Pro bitte. Ich würde dem Ganzen zustimmen, ich denke durchaus nicht, dass man rein religiös motiviert zur Beschneidung in irgendeiner Form tolerieren muss, das muss nicht sein und zu der Formulierung, die der Fadissel kritisiert hat, wegen Zulassung der Beschneidung, die medizinisch notwendig ist, das kann natürlich schon vorkommen, also es ist nicht überflüssig. Dankeschön, der nächste Kontrabeitrag. Ich würde dich gerne fragen, wie du sicherstellen willst, dass diese medizinischen Behandlungen nicht doch durchgeführt werden, zum Beispiel durch Mediziner, die eben aus einem anderen Kulturbereich kommen und ihren Landsleuten dann entsprechend Unterstützung geben, obwohl sie vielleicht einen Eid geschworen haben, aber trotzdem möglicherweise das dann unterstützen. Wie willst du das verhindern? Einen alten Spruch, hundertprozentige Sicherheit gibt es nicht, damit muss man leben. Dankeschön. Daniel. Ich finde den Antrag von Boris gut, weil er löst ein Problem, er löst das Problem auf eine sachliche, nachvollziehbare Art und Weise, es ist nüchtern, es ist klar, es ist rational, es wird niemand bevorteilt, niemand benachteiligt, es werden alle gleich behandelt, egal ob sie jetzt nun jüdisch, muslimisch, was der Himmel irgendwas für Leute sind, man zielt auf das Wohl der Kinder ab, indem man sagt einfach, medizinische Beurteilung hat Vorrang, ich muss sagen, das ist eine runde Sache, deswegen bin ich dafür, danke. Dankeschön, bevor wir mit dem nächsten Kontrabeitrag weitermachen, würde ich Manfred, Wolfgang, Tina und Konsorten bitten, ihre Gespräche draußen fortzusetzen, Dankeschön. Das war kein Antrag auf Meinungsbild oder sowas, gell? So, der nächste Kontrabeitrag, bitte. Also, das Thema hatten wir schon mal, glaube ich, oft genug und ich finde es überflüssig, auf jeden Fall und ich finde es auch unfair, immer, auch für beide Seiten, immer mit der weiblichen Beschneidung zu argumentieren, weil das ist nicht Thema und das wird auch in Deutschland nicht zugelassen, daher tut es überhaupt nicht zur Sache, daher bitte, es ist überflüssig. Dankeschön, Thoralf. Ganz und gar nicht überflüssig. Wir reden hier von Menschenrechtsverletzungen. Ich halte Körperverletzungen, die nicht zwingend notwendig sind, für Menschenrechtsverletzungen und da gibt es keine Abwägung und da stehen religiöse Rechte ganz hinten an, zumindest in meiner Perspektive. Es gibt überhaupt keinen sachlichen Grund, hier Nein zu sagen. Das Ding ist wichtig, wir sollten zustimmen. Wichtig, Menschenrechte. Dankeschön. Der vorerst letzte Kontrabeitrag. Ich habe kurz eine Frage an den Antragsteller, weil der Antrag überzeugt mich noch nicht. Ich wollte kurz fragen, ob dieser Antrag ausschließt, dass mit Erreichen der religiösen Selbstbestimmung mit dem Alter von 14 Jahre, ob dann diese Beschneidung oder irgendwelche religiösen Rituale mit Einverständnis des dann Jugendlichen durchgeführt werden können, nachträglich. Also das beschränkt sich jetzt wirklich auf die Situation, wo der Betroffene noch in keiner Hinsicht Mündigkeit erreicht hat. Sobald er dann, er oder sie dann selber Entscheidungen treffen kann, trifft der Antrag nicht zu. Also dann ist es bereits ausreichend geregelt. Alles klar. Dankeschön. Bevor wir jetzt weitermachen, gibt es noch weiteren Redebedarf? Wenn das nicht der Fall wäre, dann würde ich den letzten Kontrabeitrag noch zulassen, wie heute Vormittag von Martin schon gesagt. Möchte jemand noch reden? Gut, dann bitteschön und danach ist die Rednerliste geschlossen. Also wie gesagt, an alle Pro-Redner, ich bin auch gegen Beschneidung. Natürlich gilt das Recht auf Unversehrtheit des Kindes weitaus mehr, als die des religiösen Fanatismus irgendwelche traditionell verankerten Schwachsinnigkeiten vorzuführen, meines Erachtens. Allerdings, wenn wir tatsächlich konsequent auf unserer Linie bleiben wollen, ist es einfach so, dass man durch Verbote nichts erreicht letztendlich und auch diese Regelung halte ich nicht für perfekt. Meine Meinung. Dankeschön. Gibt es noch weitere Beiträge? Dann müssen wir jetzt abstimmen. Ja, jetzt müssen wir abstimmen. Das war jetzt gerade diese Toleranzregel, die wir heute gesagt haben. Einer wird noch zugelassen, aber wenn du einen Beitrag leisten möchtest, dann frage ich es ab. Gut, wer möchte, dass wir, ja ja klar, wer möchte, dass wir weiterreden? Bitte die grüne Stimmkarte. Dankeschön. Wer möchte beenden? Gut, wir machen weiter. Also, ich habe aus den Kontraargumenten häufig rausgehört, dass Leute denken, da steht ein Verbot drin. Ich habe in dem Antrag überhaupt nichts von einem Beschneidungsverbot gelesen. Es steht nur drin, dass wir die Entscheidung nicht aufgrund der Religionsgehörigkeit eines Menschen treffen sollen. Dankeschön. Gibt es weitere Beiträge? Wie sagte Manelle, das habe ich schon schneller gesehen. Also, ich werde für den Antrag stimmen. Ich möchte noch mal darauf hinweisen, dass wir vorhin zum Beispiel auch beschlossen haben, dass man intersexuellen Babys nicht an den Geschlechtsorganen rumschnippeln sollte, wenn sie auf die Welt kommen. Und ich finde, dass diese körperliche Unversehrtheit sollte, da sollte man nicht nur auf diese Beschneidung sehen, sondern ich finde, Kinder haben ein Recht darauf, so zu sein, wie sie geboren werden, wenn es keine medizinische Indikation dagegen gibt. Und das gilt für mich für intersexuelle Babys, das gilt für mich für alle Babys jeglicher Religion, das gilt für mich für Ohrlochstechen und alles andere, für was diese Kinder keine Zustimmung irgendwie ausdrücken können. Dankeschön. Frau Präsidentin, so wie es aussieht, haben wir keinen weiteren Redebedarf, dann bitte ich den Antragsteller um sein Abschlusswort. Zwei kurze Sachen. Erstens, es gibt keine ideale Lösung dieses Problems, wir wollen bloß die bestmögliche erreichen. Zweitens, nehmt bitte alle eure ideologischen Brillen ab. Der Antrag zielt genau darauf ab, dass wir eben keine von der politischen Ebene diktierte Lösung favorisieren, sondern dass wir sagen, das soll bitteschön, das gehört im Bereich der Medizin und es soll bitteschön im Bereich der Medizin bleiben. Das heißt, sowohl die aktiven Verbotsgegner als auch die aktiven Verbotsbefürworter ein bisschen runterkommen. Der Antrag ist ein Kompromissantrag. Ich hoffe, dass damit die größtmögliche Menge an Menschen leben kann und bitte es deshalb anzunehmen. Dankeschön. Dann kommen wir zur Abstimmung über den Antrag PP04. Wer diesem Antrag zustimmt, hebe jetzt bitte die grüne Stimmkarte. Dankeschön. Wer den Antrag ablehnt, bitte die rote. Ja, der Antrag ist eindeutig angenommen. Gut. Wir sind im Endspurt. Wir haben noch ganz wenige Anträge an dieser Stelle von der Versammlungsleitung. Ein Kompliment an euch. Das macht heute richtig Spaß und läuft. Dankeschön. Wir kommen zum PP05, Fördern von Selbstständigkeit für Wachstum durch Kreativität und für ein eigenverantwortliches Leben und Arbeiten. Ja, das ist wieder ein Antrag, der eigentlich auf Bundesebene gehört. Der paart sich aber hervorragend mit den Anträgen, die wir heute für das Wahlprogramm angenommen haben. Da war nämlich zum einen der Punkt, dass der Gründungszuschuss ohne die Hürden ausgezahlt werden soll, wie sie heute bestehen. Da war der zweite Punkt, dass auch die Genehmigungsverfahren, die eben besonders selbstständigen und Kleingewerbetreibenden zu schaffen machen, gelockert werden, abgeschafft werden. Und dieser Antrag sagt nichts anderes, als genau solche kleineren Veränderungen in ein Gesamtpaket zu schüren. Was da drin steht, also da ist jetzt nichts Spielentscheidendes drin. Es ist definitiv als so ein Antrag gedacht, auf den man aufbauen kann, also so ein Positions- oder sogar Absichtspapier im besten Sinne des Wortes, das Wichtigste, was wir mit der Annahme dieses Antrags sagen, ist Folgendes, die Selbstständigkeit muss, also die Wahrnehmung der Selbstständigkeit muss der Realität angepasst werden. Und die Realität ist, dass die Selbstständigkeit heutzutage nicht mehr wie noch vor vielleicht 40, 50 Jahren etwas extrem Seltenes und extrem Extravagantes ist, sondern dass die Selbstständigkeit sich in immer mehr Bereichen ausbreitet. Also gerade wir sollten das wissen, viele sind IT-Dienstleister, selbstständige Unternehmer im IT-Bereich, auch Kleinunternehmer. Und das ist eine allgemeine Entwicklung, die wird durch das Internet, durch die digitale Revolution beschleunigt, weil man sich eben einfacher auch als einzelner Marktteilnehmer vernetzen kann, weil man einfacher an die Ressourcen rankommt. Und leider wird das von der Politik nur zu einem sehr unzureichenden Maß berücksichtigt. Die klassische Wirtschaftspolitik ist immer noch von dieser Trennlinie getrieben. Arbeitgeber auf der einen Seite, Arbeitnehmer auf der anderen, der Arbeitgeber, die Unternehmen, die Wirtschaft, das sind halt für die FDP sind es die Guten, für die Linken sind es die Bösen, die Arbeitnehmer, die Belegschaft, das ist dann umgekehrt. Aber das Problem, was alle Parteien, die aktuell da sind, komplett aus den Augen lassen, ist, dass diese Trennlinie eigentlich gar nicht mehr gibt. Sondern, dass wir einen immer mehr, einen immer größer werdenden Bereich haben von Selbstständigen, von Kleinunternehmern, von Kleinunternehmen, die sich dann vielleicht auch in der Kooperation zusammenschließen, mit Coworking, mit all diesen Sachen. Und die sind in der Politik noch nicht angekommen. Und von allen politischen Kräften sind die Piraten diejenigen, die sich am ehesten mit dieser Gruppe assoziieren können und die am ehesten in der Politik sich dafür einsetzen können, dass diese Gruppe auch nicht mehr weiter unter den Tisch gekehrt wird und nicht mehr weiter instrumentalisiert wird, sondern dass die eben auch als Normalität anerkannt wird, was es real schon ist. Deshalb bitte ich den Antrag als, sage ich mal, Position slash Absichtspapier anzunehmen. Dankeschön. Besteht dazu Aussprachebedarf? Ich habe einen Geo-Antrag auf Einholung eines Meinungsbildes. Wer könnte dem Antrag derzeit zustimmen? Bitte die grüne Stimmkarte heben. Dankeschön. Wer würde den Antrag derzeit ablehnen? Dann teile ich dem Antragsteller mit, dass das Meinungsbild bei schwacher Beteiligung eher positiv ist. Der erste Kontrabeitrag, bitte. Im großen Ganzen kann ich damit eigentlich gut leben, außer mit dem letzten Punkt, dass ein Selbstständiger hier nicht zu unwürdigen Konditionen hier seine Leistung anbieten kann. Das wissen Sie, ich glaube, wir haben bisher noch nicht mal hier den Mindestlohn, glaube ich, irgendwie beschlossen. Und jetzt soll ein Selbstständiger, hier sollen wir darüber bestimmen, zu welchen Konditionen er was anbietet. Das ist doch seine eigene Angelegenheit. Aber diesen Punkt würde ich bitte rausnehmen. Wenn das draus genommen ist, kann ich den gerne annehmen. Danke. Dankeschön. Wigbold. Also ich stehe jetzt hier am Pro-Mikrofon, ich möchte das mal betonen. Also ich bin, Boris, ich bin sehr überrascht. Ich freue mich über den Antrag von dir. Aber ich muss mich mal im Vorrede anstellen. Also ein Selbstständiger bestimmt seine Würde auch selbst. Das bedeutet, also ich würde auch diesen Begriff Würdelosigkeit, wer soll das beurteilen, als der Selbstständige selbst. Das ist halt für mich auch ein Punkt, den ich da kritisieren möchte. Ja, ich möchte da zum letzten Punkt was sagen. Wir haben das Problem der Scheinselbstständigkeit auch. Sprich, da wird Lohndumping mit polnischen Mitarbeitern getrieben, die angeblich selbstständig sind. Und da ist der letzte Punkt ziemlich treffend, dass man so etwas verhindert. Danke. Dankeschön. Besteht weitere Redebedarf? 3, 2, 1 Keiner mehr. Dankeschön. Der Antragsteller hatte Schlusswort. Das ist mindestens gleichrangig mit dem Umstand, dass wir ein Wahlprogramm haben. Wo ist der weiße Raum? Okay. Kommen wir wieder zum Spaß der Sache. Der Antragsteller hatte Schlusswort. Ja, also nur kurz. Wie gesagt, der Antrag ist so eher ein Frühstadium als ein fertiges Papier. Und da steht auch, wir treten dafür ein. Darunter kann man verstehen, was man gerade verstehen möchte. Also bitte nicht an diesem technischen Element aufhängen. Das ist ein Grundstein, mit dem wir die Intention bekunden, wir wollen uns diesen Thema annehmen und wir wollen uns diesem Thema annehmen in Richtung eben für die Selbstständigkeit. Und die genaue Ausgestaltung kann von diesem Grundstein aus dann gestaltet werden. Dankeschön. Dann kommen wir zur Abstimmung über den Antrag PP05. Wer dem Antrag zustimmt, bitte die grüne Stimmkarte heben. Dankeschön. Wer dagegen ist, jetzt bitte die rote heben. Der Antrag ist angenommen. Kommen wir weiter zum Antrag PP006, Fusionsforschung in Bayern fortführen. Wen überrascht es? Boris, bitteschön. Okay, da ganz kurz. Der Antrag besagt, wir finden Kernfusion cool. Wir finden, dass die Forschung daran sinnvoll ist, weil daraus was noch Cooleres rauskommen könnte. Und wir wollen, dass diese Forschung, wenn die auch öffentlich fortgeführt wird, auch dann in die Öffentlichkeit zurückfließt unter Open Access. Und allgemein wollen wir, dass das eben aus öffentlicher Hand gefördert wird. Ganz einfach. Dankeschön. Es gibt einen Geo-Antrag auf Meinungsbild. Wer könnte diesem Antrag derzeit zustimmen? Bitte die grüne Stimmkarte heben. Dankeschön. Wer würde ihn derzeit ablehnen? Dann teile ich dem Antragsteller mit, dass das Meinungsbild ganz leicht positiv ist. Binni. Also ich persönlich finde Kernfusion ja auch toll, so allein wegen der Sonne. Aber das steht in dem ersten Ansatz, vor dem Antrag steht, die Piratenpartei Bayern sieht in der Fusionstechnologie das Potenzial, eine saubere, nachhaltige, sichere Energieversorgung zu gewährleisten. Wie viele hier im Raum können das einschätzen, ob wir dieses Potenzial sehen? Also ich habe kein Problem damit, Kernfusionsforschung zu fördern, weil ich sehe darin eine wichtige Grundlagenforschung. Andererseits sehe ich gerade nicht so richtig die Notwendigkeit, auf Kernfusion irgendwie zu setzen und das besonders zu betonen. Da sind andere Energieformen auch nachhaltige, wesentlich greifbarer, wesentlich sinnvoller, da ein bisschen mehr Geld reinzustecken. Also ich würde diesen Antrag ablehnen. Das ist also aus wissenschaftlicher Sichtspunkt finde ich das alles ganz toll. Ich wünsche es sich auch ganzes Ende Physiker, aber aus politischer Sicht finde ich das ein bisschen Blödsinn. Dankeschön. Mangels pro Redner der nächste Konterbeitrag. Ja, also ich könnte dem Antrag auch zustimmen, wenn dann nicht eben stehen, das würde, dass wir Potenzial darin sehen für die Energieversorgung. Ich glaube, die Roadmap sieht irgendwie vor, dass im Antrag steht, irgendwas von 2020 soll ITER fertig werden. 2030 bis 2050 ist dann die kommerzielle Nutzung geplant. Es gibt irgendwie den Gag über Fusionsforschung, dass immer es seit 50 Jahren heißt oder so ähnlich, in 20 Jahren sind wir soweit. Also ich sehe nicht, dass der irgendwie in naher Zukunft was dazu beiträgt, unsere Energieprobleme zu lösen. Und wir haben momentan die Energiewende, wir haben momentan den Wechsel auf Photovoltaik und Windenergie. Das sind Technologien, die sich nur noch in Kostenhinsicht verbessern können und sollen. Und bei Fusion ist die Frage, ob da überhaupt grundsätzlich was dabei raus wird. Wenn wir jetzt einen Antrag haben, wir wollen Planeten besiedeln, die fern von der Sonne liegen zum Beispiel. Also wenn wir sagen, wir als Gesellschaft, als Erdbevölkerung finden, dass es sinnvoll ist, eine bemannte Station auf dem Mars zu finden. Und wir stellen dann fest, dass diese bemannte Station auf dem Mars nur mit Fusion möglich ist, dann können wir da nochmal drüber reden. Aber bis dahin denke ich, ist es doch so, dass wir sagen, wir haben begrenzte Mittel. Und wenn ich begrenzte Mittel habe, dann schaue ich erst mal, wo die den größten Effekt bringen. Und da ist bei Photovoltaik und Windenergie und eventuell noch weiteren regenerativen Energieformen sich da großes Potenzial, die zeitnahe zu Verbesserungen führen. Bei der Fusionsforschung, da sind es halt noch 20 Jahre, glaube ich, die die Wissenschaftler sagen, die an den Projekten beteiligt sind. Und ja, es sind seit 50 Jahren irgendwie immer 20 Jahren. Also man kann diese Aussage irgendwie anzweifeln. Deswegen bitte ich euch, den Antrag abzulehnen, auch wenn Fusion was Geiles ist eventuell. Dankeschön. Dankeschön. Der nächste Pro-Redner. Also bei mir... Ach ja, sorry. Also ganz richtig, wie der Vorredner sagte, Photovoltaik, Windkraft, Bioenergie ist alles erforscht, das können wir bauen, es wird immer billiger, es ist eine Technologie, an der müssen wir nichts weitermachen. Aber wir brauchen eine Perspektive für in 50 Jahren. Wir brauchen jetzt das Bewusstsein dafür, dass wir Utopien, dass wir Visionen schaffen. Und dafür sollten wir ein bisschen Geld in die Hand nehmen. Das wird im Verhältnis zu dem, was wir sonst ausgeben, immer noch verschwindend wenig sein. Aber wir sollten uns als Piraten dafür aussprechen, für die Zukunft. Danke. Dankeschön. Der nächste Konterbeitrag. Ja, ich bin ja eigentlich ein totaler Technikfreak und Physik finde ich alles toll und Fusion wäre super, wenn wir es hätten. Aber ich bin da aus ganz anderen Überlegungen dagegen. Wir sind für eine, oder ich zumindest, dezentrale Energieversorgung. Ich hätte gerne, dass jeder möglichst seinen Strom selber machen kann. Und mit Fusion ist das nicht möglich. Da geben wir wieder wenigen Großunternehmen eine Technologie in die Hand, die vorher noch großstaatlich gefördert wurde und womit die dann einen Reibach machen und die Monopol weiter ausbauen können. Und deshalb gegen Fusion. Dankeschön. Wigbold, möchtest du wieder mal pro reden? Ich möchte dazu auch was sagen und zwar die Überlegung. Es gibt natürlich auch sehr Industrien, die sehr hohe Energiedichten benötigen, sage ich mal, schmelzen etc. Und wenn ich das sehe, dann wird man mit dezentraler Energieversorgung da auch nicht weiterkommen. Also man braucht da sehr große Trassenspeicher etc. Und im Hinblick dessen denke ich mir, es ist ein Invest, wenn man das, man muss sich überlegen, ob man da investieren möchte, eben diese Energiedichten erzeugen zu können in der Zukunft mittels Fusion. Wenn man das will, dann wird man auch Geld in die Hand nehmen müssen. Da muss ich meinem Vorredner zustimmen. Und damit war ich gerade überlegen, ob ich darüber noch was zu sagen muss. Dankeschön. Der nächste Konterbeitrag. Ja, bei mir offenbart sich das so im Rückblick, Kernfusionsforschung, also gibt es ja nicht erst seit gestern, im Grunde genommen schon seit Jahrzehnten. Da sind riesige Forschungsmittel reingeflossen und ich vermisse überhaupt bei dieser Technologie im Moment irgendeinen Ansatz, wo in absehbarer Zeit etwas Verwertbares rauskommen könnte. Sprich, dass die ganzen Grundlagenforschungen auch mal in die Richtung der praktischen Umsetzung gehen könnten. Also von daher, das Geld an anderer Stelle anders angewendet, die Forschungsgelder halte ich für effektiver. Deswegen bin ich dagegen. Dankeschön. Der nächste Probeitrag. Ja, Kernfusion hat das Potenzial eine richtig coole Zukunft. Ja, du sagst das. Kernfusion hat das Potenzial eine richtig coole zukunftsträchtige Energieform zu werden. Und ich denke, das muss auf jeden Fall erforscht werden und ich sehe keinen Grund, warum wir es da hinten anstellen sollten. Dankeschön. Der vorerst letzte Kontrabeitrag. Ja, prinzipiell bin ich auch der Meinung, dass die Kernfusion zwar ein hohes Potenzial hat, aber im Moment hilft sie uns nichts, weil sie noch lange braucht, wie auch meine Vorredner schon gesagt haben. Wir haben das Problem, dass eben die einzige Konstante bei der Kernfusion ist, dass sie immer noch 20 Jahre braucht und das schon seit 50 Jahren. Das andere ist mir noch aufgefallen, in dem Beitrag war ein Fehler, also was heißt es meiner Sicht, ein Fehler. Und zwar geht es darum, es wurde gesagt gehabt, dass kaum Probleme entstehen mit dem Atommüll. Und das stimmt an der Stelle nicht ganz, nämlich durch die Kernfusion entsteht auch Atommüll, den wir genauso entlagern müssen und entsorgen müssen, auch wenn es nur 1000 Jahre sind. Aber wir haben ihn. Also er ist nicht ganz frei davon. Das war mal das eine da dran. Und dann noch wollte ich noch was sagen, zu allem zu den Technologien und dieser dezentralen Aufbau der Energieversorgung. An der Stelle muss ich sagen, gerade Aluminiumhütten brauchen Spitzenstrom in Zeiten, die ich mit einer Kernfusion nicht machen kann. Und zwar ein Kernfusionsreaktor wäre ein Grundlastkraftwerk. Das heißt, ich würde an dieser Stelle eine Grundlast fahren. Wenn ich jäge und habe Aluminiumhütten, brauche ich Spitzenströme, Spitzenleistungen und die kann ich mit einem Kernfusionsreaktor nicht abfangen. Dankeschön. Möchte jemand noch proreden? Gut, wenn das nicht der Fall ist, dann müssen wir jetzt zunächst mal schauen, ob ihr weiter diskutieren wollt. Wer weiterreden möchte, bitte jetzt die grüne Stimmkarte heben. Dankeschön. Wer die Diskussion hier beenden möchte, bitte die rote Stimmkarte heben. Das ist uneinheitlich. Wir machen weiter. Ich wollte kurz meine Bedenken mitteilen. Immer wenn irgendwas aus öffentlichen Geldern erforscht wird, landen die Patente, die aus dieser Forschung resultieren, dann meistens irgendwie im Privatbesitz von irgendwelchen Firmen. Das finde ich nicht gut und deswegen sollte man, wenn sowas, egal was, wenn es öffentlich erforscht wird, sollten die Patente dann auch irgendwie in der öffentlichen Hand bleiben, die daraus resultieren. Dankeschön. Florian, bitte. Ich will dich mit deinen eigenen Mitteln schlagen. Und zwar hast du einen Antrag, auch einen Lieblingsantrag, der Freiheit und Wissenschaft von Forschung. Der wurde vom letzten Bundesparteitag angenommen. Und da steht ganz dick und fett drin, Ideologiefreiheit der Wissenschaft. Und dazu ist eben politische Bewertungen, sich aus der Wissenschaft raushalten zu haben. Und jetzt schreibst du einen Antrag, die Piratenbörder Bayern sieht in der Forschungstechnologie ein Potenzial. Also ich nicht, weil ich keine Ahnung habe und ich bin der Meinung, entweder die wissenschaftliche Gemeinde von Physikern, von Experten sieht darin ein Potenzial oder der wissenschaftliche Review-Prozess, wie auch immer, sieht darin kein Potenzial. Aber wir als Partei sollten zu einem laufenden Forschungsprojekt jetzt schon so eindeutig Stellung beziehen. Und vielleicht kannst du in deinem Abschlussstatement auch darauf eingehen, ob du da, wieso du da keinen Konflikt siehst. Danke. Dankeschön. Ich darf das von Florian aufgreifen. Steht noch ein Beitrag dem Abschlussstatement entgegen? Das ist nicht der Fall, dann bitte dein Abschlussstatement. Danke für die Vorlage. Ich wollte ohnehin auf den angenommenen Wissenschaftsantrag zurückgreifen. Und zwar zuerst mal an einer anderen Stelle. Da steht nämlich, dass die Grundlagenforschung eben auch für zukünftige Projekte eine wichtige Bedeutung hat und nicht aus kurzfristigen Profitperspektiven ausgewählt werden sollte. Das bedeutet, auch wenn uns die Fusion in den nächsten 10 Jahren, 20 Jahren oder auch 30 Jahren ökonomisch nicht voranbringt, so ist es dennoch eine sehr zukunftsträchtige Technologie. Einige Anwendungen wurden schon genannt. Sachen, die eine hohe Energiedichte brauchen, brauchen eine solche Energiequelle. Raumschiffe brauchen eine solche oder ähnliche Energiequelle. dann Kolonisierung von Planeten braucht etwas, was eben nicht von der Außenwelt abhängig ist. Das heißt, das hat eben Potenzial. Und Sachen, die sich innerhalb von 10 Jahren amortisieren, das kann eigentlich auch die Privatwirtschaft leisten. Aber Sachen, die eine Perspektive bieten, bei denen man absehen kann, da kann was Großes rauskommen. Die aber nicht jetzt den Shareholder-Value von irgendeinem Unternehmen groß in die Höhe schrauben. Das ist das, wo die öffentliche Hand eingreifen soll. Und um zu dem letzten Einwand nochmal zurückzukehren. Die Ideologiefreiheit, die ich postuliert habe, die schließt aus, dass aus ideologischen Gründen irgendwelche Forschungszweige abgeschnitten werden. Ideologische Gründe sind, wir finden es, ja, also, das Einfachste ist, unsere Religion verbietet es uns, Forschung XY vorzunehmen, weil Gott das nicht so will. Das ist so ein plumper Beispiel von ideologischer Beeinflussung. Aber grundsätzlich, das Argument, das hier verwendet wird, ist kein ideologischer, sondern es ist ein pragmatisches Argument. Das ist ein Argument, das eben auf der Erfahrung basiert. Es gibt ein Potenzial, da sind sich die entsprechenden Experten und Wissenschaftler weitgehend einig. Es gibt große Uneinigkeit darüber, wann das tatsächlich wie in was umgemünzt werden kann. Aber es besteht in Einigkeit die Fusionstechnologie an sich. Das ist, muss man sich bloß mal vor Augen führen, das ist die Technik, mit der die Sterne Milliarden von Jahren am Leben halten werden. Und da ist Potenzial. Fact. Dankeschön. Dann kommen wir zur Abstimmung über den Antrag PP006. Wer diesem Antrag zustimmt, bitte die grüne Stimmkarte heben. Da müsstest du erst einen Geoantrag auf Änderung der Tagesordnung stellen. Dankeschön. Wer den Antrag ablehnt, bitte die rote Stimmkarte heben. Ja, ich denke, das ist die Mehrheit. Dann wird es der Antrag abgelehnt. Gut. Ich möchte euch jetzt ein bisschen motivieren. Wir haben jetzt noch exakt vier Anträge, sowie einen angekündigten Geoantrag auf Änderung der Tagesordnung. Also maximal fünf Anträge sind zu bearbeiten. Er ist allerdings noch nicht gestellt worden. Kommen wir zum Antrag PP008. Evidenzbasierte Haltung zum gesetzlichen Umgang mit der E-Zigarette. Also die E-Zigarette ist eine relativ neue Erfindung, die jetzt auch in Deutschland immer mehr Verbreitung findet. Und die Reaktion der Politik darauf ist, erst mal wie immer Angst, Schrecken, Verbieten, Kontrollieren. Das haben wir seit 100 Jahren nicht so gemacht. Deshalb muss es schlecht sein. Und der Antrag zielt halt darauf ab, auch unsere Prinzipien, die wir in der Drogen- und Suchtpolitik festgelegt haben, eben auch in einem Praxistest zu unterziehen. Wir haben ein Objekt, eine E-Zigarette, die halt einen gewissen Wirkstoff hat, die eine gewisse Wirkung hat. Dabei sind bestimmte Wirkungen bekannt. Bestimmte Wirkungen sind noch nicht ganz bekannt. Und wir sollten eben entsprechend unseren Vorstellungen, wie eine Suchtpolitik aussehen muss, nämlich evidenzbasiert, möglichst objektiv nicht von einer einseitigen Angst und einer einseitigen Prohibition getrieben. Das sollten wir auch auf die E-Zigaretten anwenden. Auch die Folgen unserer Drogen- und Suchtpolitik können so ganz klar erreicht werden. Anstatt dass jeder tschechische Billighersteller da irgendwas Hochgiftiges reinknallen kann, haben wir dadurch Qualitätskontrollen, wenn es in der Legalität stattfindet. Wir können von staatlicher Seite zum Beispiel Einschränkungen unternehmen, wie ist die Höchstkonzentration von bestimmten Stoffen, wie das jetzt auch bei Zigaretten passiert. Der Jugendschutz wird geachtet, weil es eben ein staatlich kontrolliertes Vertriebsnetz ist und nicht die Unterwelt. Und ein Punkt, der eben die E-Zigarette von den anderen absondert, das ist, es wird überlegt, ob man die E-Zigarette nicht in die ganzen Nichtraucherschutzgesetze schreiben sollte. Das ist technisch und chemisch gesehen ein absoluter Bullshit, weil all die Schadstoffe, die in einer normalen Zigarette anfallen, das ist nicht das Nikotin und auch nicht das Propylenglykol aus der E-Zigarette, sondern das sind die Verbrennungsstoffe von der Tabakpflanze. Und da in der E-Zigarette nichts verbrannt wird, entstehen da eben auch keine Schadstoffe. Das heißt, man kann bei einer E-Zigarette kein Passivrauchen betreiben. Und deshalb ist noch die Einbeziehung in das Nichtraucherschutzgesetz abzulehnen. Man kann sich überlegen, ob da nicht irgendwelche Sonderregelungen getroffen werden sollen, aber grundsätzlich sollte man die E-Zigarette jetzt unabhängig von der Tabakpflanze, von dem Tabakkonsum ansehen und eben vor allem das im legalen Bereich machen und evidenzbasiert machen, ist, glaube ich, ganz piratisch. Dankeschön. Es gibt schon einen ersten Kontraredner. Ich kann dir bis auf den Punkt 4 zustimmen. Nur widersprichst du dir gerade im Punkt 4 wieder selbst. Oben sagst du, die Auswirkungen sind noch nicht komplett erforscht. Unten sagst du, es gibt keinen Grund, das in das Nichtraucherschutzgesetz einzubauen. Also entweder das eine oder das andere. Also wenn ich noch nicht weiß, welche Wirkungen sind, dann weiß ich auch noch nicht, ob diese Dämpfe doch vielleicht irgendwelche Wirkungen haben. Und dann kann ich eben nicht sagen, es hat keine Nebenwirkungen. Das geht nicht. Also ich würde dringend vorschlagen, diesen Antrag abzulehnen oder so zu ändern, dass nur Punkt 1 bis 3 drin ist und den vierten Punkt separat zu stellen, weil das ist eine Vermengung, die so nicht gut ist. Dankeschön. Der nächste Probeitrag. Oder der erste besser gesagt. Ja, ich finde erstmal die Intention ganz gut, dass man das überhaupt regeln will, aber ich muss dem erstmal widersprechen. Nikotin an sich ist erstmal schädlich, weil es einfach die Gefäße verengt. Das kann sich auf Zahnfleisch sogar auswirken, etc., wenn man entsprechende Sachen kaut. Aber die Sache ist auch die, es gibt auch andere Produkte, die werden jetzt hier nicht gesehen. Es gibt andere Verdampfungsmöglichkeiten. Ich denke da zum Beispiel an das Wasserpfeiferrauchen, was jetzt auch gerade bei Jugendlichen sehr stark um sich greift natürlich. Jetzt auch E-Wasserpfeife, die halt bestimmte Kristalle oder was da verdampfen oder auch bestimmte Substanzen verdampfen. Ich finde, sowas sollte man dann auch entsprechend da gleich mit regeln und aufnehmen. Da gibt es auch entsprechende Risikobewertungen beim Risikoamt irgendwie in Berlin. Entsprechend schon, dass das eben auch schädlich sein soll. Deshalb wird auch da ein entsprechender Jugendschutz gefordert. Ich denke, dass also diese anderen Produkte, so andersartigen Verdampferprodukte, sollte man dann ebenfalls mit dieser Position erfassen. Dankeschön. Bevor wir weitermachen, habe ich einen Antrag auf Änderung der Tagesordnung. Der Antrag PP001 soll wieder zur Abstimmung gestellt werden mit einer Änderung statt Anführungsstriche mindestens vier Wochen, Klammer auf, wie vor 1968, Anführungsstriche in Anführungsstriche mindestens sechs Wochen, Anführungsstriche. Es handelt sich um den Antrag PP001 direkte Demokratie. Vier Wochen heißt das? Ja, mindestens vier Wochen. Mindestens sechs Wochen. Genau. Also, das war der Antrag, der vorhin vom Bezirksverband Oberbayern gestellt wurde, der dann nicht abgestimmt wurde. Der sah damals die vier Wochen vor und soll jetzt in der Form von mindestens sechs Wochen gestellt werden. Die Frage an die Versammlung, soll die Tagesordnung dahingehend geändert werden, dass wir über diesen Antrag nochmals abstimmen, nachdem es nicht genannt wurde, wo würde er am Ende abgestimmt werden. Dann hätten wir eben nicht mehr vier, sondern fünf Anträge. Wer diesem Antrag auf Änderung der Tagesordnung zustimmt, bitte die grüne Stimmkarte heben. Dankeschön. Wer die Tagesordnung unverändert lassen möchte, die rote Stimmkarte heben. Das ist eine sehr deutliche Mehrheit. Die Tagesordnung bleibt nicht geändert. Wir machen weiter mit der Aussprache und kommen mit dem nächsten Kontraargument, wenn ich es richtig sehe. Ich habe noch einen kurzen Punkt. Ich wollte noch fragen, wir sind seit zehn Stunden hier unterwegs und da sollte man sich schon überlegen, eigentlich, welche Themen wir wirklich hier reinbringen, die uns in der Wahl hier wirklich wichtig sind. Und die Frage, ob die E-Zigarette wirklich etwas ist, was hier wahltechnisch irgendwie eine Wichtigkeit hat, wage ich zu bezweifeln. Danke. Der nächste Probeitrag. Also ich widerspreche direkt. Es gibt sehr viele, meistens Raucher, die zur E-Zigarette gewechselt sind oder das teilweise nutzen. Und es gibt gerade Beschreibungen, das eben zu verbieten oder ins Nichtraucherschutzgesetz aufzunehmen. Und das wird definitiv auch ein Thema im Wahlkampf werden, zumindest bei einer nicht allzu kleinen Gruppe. Aber jetzt zu meinem eigentlichen Statement. Also ich werbe dafür, das unbedingt dazu zu stimmen. Und ich ärgere mich sehr, dass ich es vergessen habe, in den Drogenantrag mit aufzunehmen. Weil ich muss Boris recht geben, das geht da schon in die richtige Richtung. Und ich möchte hier noch ganz klar, dort wo steht, mögliche Schäden sind nicht absehbar, möchte ich noch ganz klar unterscheiden zwischen Eigenschäden und Fremdgefährdung. Weil auch wenn man mit jetzt schon sagen kann, das ist ungefährlicher als Rauchen. Es stimmt, man inhaliert Stoffe, die im Diskonebel drin sind. Man inhaliert Aromastoffen. Und ob das jetzt wirklich gesund ist in der eigenen Lunge, das ist noch nicht absehbar. Aber es gibt momentan noch überhaupt keinen Hinweis für Fremdgefährdung. Weil das, was man da ausdampft, hat keinerlei, hat die ganzen vielen, vielen Stoffe, die beim Verbrennungsprozess entstehen, Formaldehyd, Benzo, steht auf allen den Tabakpackungen drauf, die sind da nicht drin. Und es gibt momentan noch keinen Hinweis auf Fremdgefährdung. Und da muss ich so ein bisschen sagen, Freiheit statt Angst. Wir können nicht alles, was eventuell irgendwie, irgendwann jemand gefährden könnte, erst mal verbieten. Sondern da will ich schon zumindest konkrete Anhalte für Fremdgefährdung sehen. Und die gibt es momentan meines Kenntnisstandes noch nicht. Daher nicht verbieten und nicht ins Nichtraucherschutzgesetz aufnehmen. Dankeschön. Möchtest du einen Kontrabeitrag bringen? Offenbar nicht. Dann machen wir weiter mit dem nächsten Probeitrag. Gut, das war jetzt ein bisschen unfair von Flo, weil man schon eine ganze Menge Argumente weggenommen hat. Ich bitte dem Antrag zuzustimmen, eine Fremdgefährdung ist, die ausgelobten Menge ist deutlich unter der von Diskonebel oder vergleichbaren Stoffen. Das ist erforscht, dass das nicht weiter gefährlich ist. Die ausgewalteten Menge im Nikotin ist irgendwo bei unter 5%. Auch das ist kein Drama. Insofern, es liegt manchmal eine Eigengefährdung vor. Was will man das groß regeln? Gesünder wie eine Zigarette ist oder nicht so schädlich wie eine Zigarette ist allemal. Dankeschön. Gibt es weitere Wortbeiträge? Ist nicht der Fall, dann bitte ich den Antragsteller um Schlusswort. Navset abstimmen. Dankeschön. Dann kommen wir zur Abstimmung über den Antrag PP 008. Wer dem Antrag zustimmt, bitte die grüne Stimmkarte heben. Dankeschön. Wer ihn ablehnt, bitte die rote. Ja, das ist ja eindeutig. Der Antrag ist angenommen. Gut, dann kommen wir zum drittletzten Antrag, BP 004, Patentrecht. Okay, also ich habe einen Tipp bekommen, als erstes mal zu sagen, dass der Antrag von Andi Popp und Alex Bock stammt und damit aufzuhören. Ja, also wir haben zum Patentrecht noch bei weitem nicht so eine detaillierte Position wie zum Urheberrecht. Das ist trotzdem etwas, was sich definitiv im Dunstkreis unserer Kernthemen bewegt. Und was in diesem Antrag drinsteht, das sind halt alles Sachen, die sinnvoll sind, die eigentlich selbstverständlich sein müssten, die aber durch entweder Lobbyismus oder einfach Unfähigkeit so nicht drinstehen. Genau, also der Antrag ist von Haus aus ein Antragspapier. Das heißt, wir beschließen das als Landesverband und wollen, dass der Bundesverband das übernimmt. Die grundlegenden Sachen, also wir wollen diesen Patentwahn beschränken. Man soll nur wirklich Sachen patentieren können, die tatsächlich auch Erfindungen sind. Man soll keine Geschäftsmodelle patentieren können, was sich in den USA jetzt ausbreitet. Man soll keine Software patentieren können, weil Software ist durch das Urheberrecht geschützt. Und ein Software patent würde bedeuten, dass eigentlich auch Sachen, die ähnlich funktionieren, aber komplett anders geschrieben sind, ausgeschlossen wären. Also ein Beispiel, wenn Apple oder Microsoft sich ein Software patent auf das Betriebssystem geschnappt haben, dann dürfte kein anderes Betriebssystem mit den Kacheln oder mit dem Doppelklick arbeiten. Das würde dann diese Möglichkeit, die Open Source Software bietet, komplett untergraben. Also das ist etwas, was wir definitiv ablehnen müssen. Auch Patente auf Gensequenzen, die über die Hintertür eingeführt werden, sind abzulehnen, weil eine Gensequenz entdeckt man und erschafft man nicht. Und dann soll man auch bitte schön kein Patent auf Entdeckungen haben. Ansonsten, was gibt es denn da noch Schönes? Genau, Gerichtskosten sollten gedeckelt werden. Das ist ein optionales Modul. Wenn ihr das nicht wollt, können wir das rausschneiden. Aber ich sehe jetzt keinen Grund, das zu tun. Der Sinn davon ist, momentan ist es so, wenn der Streitwert extrem hoch ist, dann sind die Gerichtskosten teilweise so hoch, dass kleinere Firmen sich gar nicht darauf einlassen, einfach aus dem Risiko, dass sie da Unmengen nachzahlen müssen. Deshalb muss jetzt ein Gerichtskosten beim Patentverfahren vom Streitwert weitgehend entkoppelt werden. Die Nutzungsbindung muss gegeben sein. Patentrolle, alle sei es bekannt, nehmen den Patent, nutzen es nicht, verbieten es aber jedem anderen oder nötigen von jedem anderen, der das benutzen will, Geld ab. Wollen wir auch nicht. Patentmissbrauch sollte unterbunden werden. Das kommt besonders vor, wenn man einen Markt hat, der von wenigen großen Unternehmen beherrscht wird. und die bilden so quasi einen Patentpool und umgehen dadurch das Kartellamt, weil die sind eigenständig, aber bedienen sich derselben Patente und kein kleineres Unternehmen kann ran sein. Das sollte auch unterbunden werden und das Patentvergabeprozess soll auch mehr Experten einbeziehen und weniger Rechtsanwälte. Das ist glaube ich auch ganz sinnvoll. Ja, bitte zustimmen. Dankeschön. Bevor wir in eine mögliche Aussprache gehen, würde ich dich bitten, zu dem Modul Streitwert bei Patentstreitigkeit noch kurz Stellung zu nehmen. Ja, aber das habe ich ja schon mitbekommen. Also, das sind noch mal von diesem optionalen Modul. Momentan ist es so, die Gerichtskosten bei Patentstreitigkeiten hängen vom Streitwert ab. Das heißt, wenn das Patent extrem hoch dotiert ist, dann kann es sein, dass die Gerichtskosten enorm hoch sind. Ein kleines Unternehmen legt sich gar nicht mit einem Big Player an, weil die wissen, wenn die das verlieren, sind sie ruiniert und das können sie nicht riskieren. Ja, und das sollte halt nicht so sein. Also, es sollte halt immer möglich sein, die Gerichtskosten im Rahmen zu halten. Wenn tatsächlich der Schaden entstanden ist oder so, dann ist es was ganz anderes, aber so grundlegende Patentstreitigkeiten sollten, eben mit einer Deckelung versehen sein, genauso wie wir Deckelungen für Abmahnungen verlangen. Dankeschön. Nachdem dieses optionale Modul nicht im Antragstext, sondern in der Antragsbegründung steht, in der Antragsbegründung, nicht im Antragstext, dass es modular abzustimmen ist. Frage an dich, können wir es einheitlich abstimmen? Gut, dann hat sich das erübrigt. Dann stimmen wir nur über einen Antrag, aber nicht modular. Kommen wir zur Aussprache. Bitte, Andreas. Ja, was mir so ein bisschen fehlt, ist, dass es hier zwar Ansätze von keine Patente auf Leben, Gentechnik, sonst was, Erfindungshöhe, alles wunderbar und schön. es reicht mir wiederum nicht. Sorry, wenn ich das mal so knackerhart sage, es gibt Patente, die sind fucking unethisch. Es ist unethisch zu patentieren, dass man Sollbruchstellen an Fahrzeugen patentiert, wo die Feuerwehr das Fahrzeug aufschneiden kann. Das ist patentiert, meines Wissens nach. Es ist fucking unethisch, gewisse Technologien in der Trinkwasseraufbereitung zu patentieren. Es ist fucking unethisch, technische Verfahren, die Menschen helfen, zu überleben, wie zum Beispiel in der Prothesenfertigung zu patentieren. Ich will, dass diese unethischen Patente, wie ich sie jetzt mal einfach zusammenfasse, die durchaus eine Erfindungshöhe haben, die durchaus eine nach derzeit geltendem Patentrecht ihre Berechtigung haben, definitiv mal diskutiert werden. Ich möchte, das in diese Diskussion jetzt hier mal einführen, dass es diese unethischen Patente gibt, obwohl sie rechtmäßig sind und dieser Antrag geht darauf meines Erachtens nicht ein. Dankeschön. Wegwald, möchtest du was sagen? Zu meinem Vorredner ganz kurz, also ethische Ansätze können zwar politisch argumentiert werden, aber dürfen nicht aus dem ethischen Zweck heraus letztendlich die weltanscheidliche Neutralität des Staates gefährden. Was mich aber jetzt noch weiter interessiert, ist jetzt dahingehend, dass diese Durchsetzbarkeit von Patenten gegenüber bereits am Markt existierenden Produkten durchsetzbar ist. Ist es nicht heutzutage schon so, dass Patente auch wieder eine Neuigkeit sein müssen und dass bestehende Produkte als Veröffentlichung letztendlich eine Patentierbarkeit ausschließen? Also ganz ehrlich, ich bin als Proxy nicht so tief in der Materie drin, aber auch zu beiden Fragen, das ist ein Papier, das ist erstmal beschlossen, dann können wir es wieder ergänzen oder wenn dann Kleinigkeit falsch ist, dann auch verbessern. Also das ist jetzt nicht das große Thema. Dankeschön. Bevor wir weitermachen, ich habe einen GO-Antrag auf Einholung eines Meinungsbildes. Wer dem Antrag derzeit zustimmen könnte, bitte die grüne Stimmkarte heben. Dankeschön. Wer würde ihn derzeit ablehnen? Dann teile ich dem Antragsteller mit, das Meinungsbild ist deutlich positiv. Machen wir weiter. Bitteschön. Ich würde nur sagen, ich glaube, das ist einer der zentralen Punkte, die wir auch als Piratenpartei, als Urheberrecht und auch Patentschutz, deswegen halte ich das für einen sehr wichtigen Punkt und das jetzt nicht vielleicht in jeder Einzelheit wir alles haben, das ist meiner Sache nicht so wichtig, sondern wir gehen hier in einen Bereich hinein, in den wir uns einfach positionieren müssen und ich glaube, da ist schon ziemlich gut abgedeckt, also bin ich stark dafür und bitte den anzunehmen. Dankeschön. Ich hoffe einfach mal, wir nehmen das eh an, zu den Argumenten von Andi Witte vorhin noch mal, ja, wir müssen nicht alles an Patenten, was wir schlecht finden, jetzt da reinschreiben, tun wir an anderer Stelle schon. Dankeschön. Gibt es weitere Beiträge? Nicht der Fall, dann bitte ich den Antrag Stellungsschlusswort. Gut, dieses Schlusswort war kurz, dann kommen wir zur Abstimmung. Wer dem Antrag BP004 zustimmt, jetzt bitte die grüne Stimmkarte heben. Dankeschön. Wer ihn ablehnt, bitte jetzt die rote heben. Der Antrag ist angenommen. kommen wir zum vorletzten Antrag. Ein besonderes Schmankerl zum Schluss, die Frauenquote. Das war keine Absicht, ich bitte um Entschuldigung. Es heißt übrigens nicht Frauenquote, sondern Geschlechterquote. gut. Also ich möchte mich auch bei euch bedanken, dass ihr noch so lange aushaltet und dann vielleicht noch mal ein bisschen Schwung hier reinbringen mit meinem Antrag. Und zwar, ich habe mich sehr gefreut, dass wir ins Wahlprogramm aufgenommen haben, den Punkt 28, Geschlechtergerechtigkeit. Ich möchte auch mit meinem Positionspapier überhaupt nicht dagegen wettern. Ich finde den so wie er ist gut, also den Wahlprogrammspunkt, nur ich muss einfach sagen, es dauert mir zu lang. Mir als etwas, eine ältere Frau dauert es einfach zu lang. Wir werden die Gesellschaft, die Kultur nicht in den nächsten 20 Jahren so ändern, wie wir wollen. Leider. Ich denke, dass es einfach schon vor 30 Jahren so war, dass wir gedacht haben, naja, es kommt irgendwann mal. Das war vor 30 Jahren, jetzt sagen wir wieder, es sind die nächsten 30 Jahre. Es tut mir in der Seele weh, dass im Grund genommen sich ständig nichts ändert. Deswegen habe ich eben dieses Positionspapier oder diese Position für uns als Argumentationshilfe gerade bei den Wahlen eben möchte ich die gerne vorschlagen, weil ich auch vorhin gesehen habe, wir sind zur Geschlechtergerechtigkeit, aber es wird getwittert, wir sind gegen die Frauenquote. Ich glaube, das ist so nicht richtig, es ist einfach nicht richtig. Deswegen möchte ich einfach einen Vorschlag machen, bei dem ich sehe, dass er vielleicht das Ganze etwas beschleunigen würde, als Katalysator wirken würde und vielleicht einfach die Chancen erhöhen würde, dass wir tatsächlich eine Kulturrevolution haben könnten, irgendwann. Im Grund genommen, was daran piratisch ist, ist eben, dass er freiwillig ist, erst mal. Firmen haben die Möglichkeit, sich freiwillig daran zu beteiligen, haben sie aber einmal ja gesagt, müssen sie sich an die Regeln halten. Das heißt also, jede Firma sagt, ich kann mir sehr gut vorstellen, es ist möglich, diesen oder jenen Prozentsatz an Frauen einzustellen, weil sie kennen den Markt. Jede Branche weiß ganz genau, wie viele Absolventinnen es gibt, wie viele Frauen es gibt. Jede kann das beurteilen und jede Firma, die etwas auf sich hält, wird es auch tun, denke ich oder ich bin mir fast sicher, dass sie das tun wird. Ist das dann einmal getan, würde ich einfach als Vorschlag, wie sagt es ja am Positionspapier, einfach vorschlagen, wir probieren das aus, 15 Jahre oder 10, ob es klappt, ob die Quote erreicht wird und können dann immer noch sagen, nee, war keine so gute Idee beziehungsweise die Strafen, die dann gezahlt werden, wie auch immer sie sind oder wie sie auch aussehen, werden in diesem Zeitraum hier anfallen. Und vor allen Dingen diese Quote richtet sich ja nicht nur an Frauen, sondern auch eben an Männern. Es ist tatsächlich Geschlechtergerechtigkeit. Es gibt ja nun auch Berufe oder Branchen, in denen es eben mehr Frauen gibt. Und auch da sollte es einen Ausgleich geben. Ich erinnere nur eben an Grundschulen oder da gibt es nur Frauen. Da hat ein Kind, bis es die Grundschule verlassen hat, meistens einfach keinen Mann gesehen. Das würde ich auch ändern wollen. Das steht jetzt zwar nicht explizit dort, aber es ist letztendlich die Idee dahinter, dass wir einfach alles durchmischen, dass dadurch die Familienfreundlichkeit der Betriebe einfach hereingetragen wird. Wenn Frauen in Fügungspositionen sind, kommt eben die Familienverträglichkeit automatisch. Da bin ich mir ganz sicher. Es wird einfach mehr durchmischt. Ja. Moment. Ich denke, der Rest, so wie er da steht, ist wahrscheinlich klar und jetzt bitte ich um die Diskussion. Dankeschön. Ich vermute stark, dass es dazu Aussprachebedarf gibt. Ein Antrag, Geo-Antrag auf Meinungsbild. Gut. Wer könnte diesem Antrag derzeit zustimmen? Bitte die grüne Stimmkarte heben. Dankeschön. Wer würde ihn derzeit ablehnen? Ich halte dem Antragsteller mit. Das Meinungsbild ist überwiegend negativ. Gut. Tina, bitte. Erstmal danke für den Antrag. Ich sehe die zentrale These, so wie ihr, das geht nicht schnell genug mit dem Game Changer. Das sehe ich auch so. Auf der anderen Seite, das, was ihr vorschlagt, ist die Flexi-Quote. Die Flexi-Quote wird derzeit vor allen Dingen von der CDU vorgeschlagen und eine freiwillige Verpflichtung, vor allen Dingen der DAX-Unternehmen, ist quasi das, was die CDU gerade propagiert. Ich finde, dass die Quote an sich, wenn man die schon als Brückentechnologie verwenden möchte, dann muss man das aber so machen, dass man sagt, verpflichtend für alle 50 Prozent. Das heißt also, es müsste noch viel, viel weiter gehen als das, was ihr vorschlagt. Es müsste viel, viel radikaler sein. Das, was ihr vorschlagt, ist sehr, sehr, es ist sehr sinnlos, weil es einfach nicht so viel bringt. Also, du willst, dass es schneller geht. Wenn es schneller gehen soll, dann müssen wir sagen, bam, 50 Prozent für alle sofort. Das geht schneller. Das ist eine Brückentechnologie für zehn Jahre, da sage ich sofort, okay. Funktioniert aber bei dem, was ihr habt, glaube ich, nicht schnell genug. Das heißt also, ich würde diesen Antrag auch vorschlagen abzulehnen. Deshalb. Dankeschön. Der nächste Redner, bitte. die wollen alle nicht vor, obwohl sie es durften. Das geht daneben. Ihr schneidet euch ins eigene Fleisch, weil das ist das, was ich in der Diskussion bei Pirate TV, weiß ich nicht mal wie, YouTube-Video über eine Stunde ist verfügbar, da ist Manel auch dabei, erklärt habe. Ihr doktert an den Symptomen rum und werdet damit nichts an der Ursache ändern. Ganz im Gegenteil, ihr werdet es dadurch zementieren. dadurch wird der Unterschied, Frauen schaffen es nicht alleine, noch viel, viel härter. Es wird viel klarer werden, was falsch ist, dass Frauen nicht alleine schaffen, allein durch die Quote. Ach, du bist ja nur die Quotenfrau. Das ist genau das, was ihr nicht wollt und genau das werdet ihr erreichen. Deswegen bin strengstens dagegen, es ist genau der Fehler. Dankeschön. Der nächste Kontrabeitrag mangels pro Rednern. Ich halte Quoten für nicht lösungsorientiert, da die Quoten, egal wie sie ermittelt werden, ob sie nun ermittelt werden aufgrund von Anteil in Studiengängen, ob sie ermittelt werden beim Anteil in der Bevölkerung oder wie auch immer, immer den aktuellen Zustand widerspiegeln und nicht zukunftsorientiert sind. Wenn ich mir heute anschaue, wir haben keine Ahnung, fünf Prozent Informatikstudentinnen, deswegen müssen wir fünf Prozent Informatiker einstellen, Informatikerinnen einstellen, dann zementiere ich damit eigentlich nur genau den Zustand, den ich heute schon habe. Ich bin nicht zukunftsorientiert damit. Ich gehe nur auf die Situation ein, so wie sie heute schon ist. Das halte ich für sehr, sehr rückwärts orientiert und eigentlich ziemlich konservativ. Dankeschön. Der nächste Kontrabeitrag. Also ich denke, das Problem bei den Frauen liegt in der Familienpolitik grundsätzlich. Frau muss sich nach wie vor entscheiden, Kind, Familie. Das sollte man doch lieber in der Familienpolitik ansetzen, dass man wirklich einmal ein Postkind in der Familienpolitik fordert, dass man auch mal sagt, okay, der Mann kann daheim bleiben oder was weiß ich. Das sind die Ansatzpunkte. Wir müssen auf die Ursache angehen. Warum gibt es so wenig Frauen in Führungspositionen? Das liegt doch an der Familienpolitik. Da müssen wir ansetzen. Dankeschön. Mikbold, möchtest du Pro reden? Schon wieder? Ja, ich bleibe jetzt bei Pro stehen. Also ich finde es generell erstmal sehr strebenswert, das sage ich mal die, sage ich mal weichere Einflüsse, wie man es auch nennen will, vielleicht auch in Vorstandsetagen Einzug erhalten und da auch die Kultur ändern im Sinne einer kulturellen Revolution innerhalb der Unternehmen. Ich frage mich bloß die ganze Zeit, wieso hat sich das so eingestellt? Werden die Leute jetzt andersgeschlechtlich rausgebissen oder ist es tatsächlich, also mal ganz einfach, es ist so, es werden DAX-Unternehmen herangeführt, es wird generalisiert bei dieser Sache, das halte ich halt für ein bisschen kritisch. Ich denke, eine gewisse individuelle Betrachtung auch der Unternehmen muss erfolgen, damit man, sage ich mal, da vielleicht wirklich das durchsetzen kann letztendlich. Es gibt halt auch Unternehmungen und vielleicht gehören da auch bestimmte Führungspositionen dazu oder auch eine gewisse Führungslandschaft, auch die Führungsart, die dazu jetzt gehört, also wie geführt wird, wie Unternehmen verstanden werden, dass sie sehr patriarchisch geführt werden, mit sehr viel Autorität und sehr viel Gewalt vielleicht auch, dass sich einfach schwächere, also einfach physisch schwächere Menschen da nicht so sehr wiederfinden. Und ich denke, da sollte man dann es individueller betrachten und diesen Antrag in eine individuellere Schiene tun, damit eben die Möglichkeit besteht, dass mehr weichere Menschen oder wie man es halt auch bezeichnen will, in sehr harten Umgebungen auch dann überleben können. Also das ist eine Frage einfach, ob es da wirklich eine Ursache gibt oder ob es einfach von den Bedingungen abhängig ist, die das Ganze umgibt. Dankeschön. Hier vorerst, letzter Kontrabeitrag. Andi. Ja, Schweden ist ein Land, dem kann man wirklich nicht vorwerfen, dass es in irgendeiner Art und Weise das mit der Gleichberechtigung der Geschlechter nicht ernst genommen hätte. Das lustige Resultat ist, je mehr sich Schweden damit auseinandergesetzt hat, wie es Gleichberechtigung schafft, wie es verhindert, dass es einen Karriereknick bei Frauen mit Kindern gibt, dass es verhindert, dass Frauen daheim bleiben müssen aus irgendwelchen alten tradierten Rollenbildern, desto mehr hat sich im Berufsleben die Männerwelt in die harten physikalischen, technischen und Baustellenberufe zurückgezogen und die Frauenwelt in die sozialen, in die Krankenhäuser und sonst was. Dieses schwedische Paradoxon zeigt, eine Quote widerstrebt dem, dass Frauen und Männer anscheinend unterschiedliche Interessen haben und zwar, wie man durch Geburtstests zeigen kann am ersten Tag mit Säuglingen, ob sie sich jetzt einer technischen, eher technischen Zeichnung von einem skizzenhaften Auto zu drehen oder einem lustig lachenden Gesicht, ob sie eher weiblich oder männlich orientiert sind und das kann man wiederum mit dem Testosteronspiegel in der pränatalen Phase korrelieren. Das ist, den kann man messen. Das ist, das ist Stand der Wissenschaft, dazu gibt es relativ große, dazu gibt es relativ große, dazu gab es einen relativ großen innenpolitischen Aufschrei in Schweden, der ein, der einigen Instituten wohl das Leben gekostet hat, weil danach kein Geld mehr für irgendwelche Quotenforschung da war. Das Thema ist, wie will man darauf hinausgehen, wenn in freien Gesellschaften, wo die Frau und der Mann jeweils das Recht hat, den Beruf so frei zu wählen, dass eine interessensbasierte Entmischung passiert, will man dann mit Quoten und mit Gewalt beides wieder zueinander würfeln, damit beides wieder in, weiß nicht, Gleichgewicht ist? Ich denke nicht, jeder muss natürlich die Möglichkeit haben, DAX-Manager zu werden und jeder, jede muss die mögliche, die gleiche Möglichkeit auch haben und jeder muss die Möglichkeit haben, Pfleger zu werden, genauso selbstverständlich, wie es heute für jede ist. Deswegen, wie gesagt, macht das Ganze im Sinne einer Netz-Plattform-Neutralität, aber bitte nicht mit zwanghaften Quoten, weil irgendwie mit Zwang die Gesellschaft zusammen zu mischen, was wie eine Emulsion sich permanent versucht zu entmischen, das kann nicht lange gut gehen. Danke. Dankeschön. Der nächste Probeitrag. Ich halte dieses Quotenthema für elementar wichtig für uns hier, für die Wahlen. Mir geht das im Grunde nicht weit genug. Ich glaube, man sollte weitergehen. Ich bin der Meinung, dass wir hier ganz klar sehen, dass die Frauen in der Schule und in Universitäten hier mindestens genauso gute Ergebnisse erzielen wie die Männer. Warum das in den Berufen nicht genauso sein soll, entzieht sich mir. Deswegen bin ich der Meinung, hier muss ein ganz klarer Kulturwandel stattfinden und ich glaube vollkommen richtig, dass eine Zwang, die einzige Möglichkeit ist, dort hinzuführen. Deswegen bin ich ganz klar für eine Quote, denn nur über eine Quote wird man hier ein Umdenken erzeugen. Danke. Dankeschön. Steht ihr beide bei Contra an? Gut, dann müssen wir darüber abstimmen, ob wir weiter diskutieren wollen. Wer weiter reden möchte, für die nächsten jeweils zwei Redner, bitte die grüne Stimmkarte heben. Dankeschön. Wer die Diskussion beenden möchte, bitte die rote Stimmkarte heben. Das ist vielleicht leicht überwiegend. Im Zweifel machen wir weiter. Bitteschön. Also ich bitte gegen diesen Antrag zu Stimmen. Es macht keinen Sinn, mit Gewalt gewissermaßen Unternehmen dazu zu zwingen, Frauen in irgendwelche Positionen zu befördern, wenn sie dann dort nicht die Akzeptanz finden. Das gilt gerade für Führungskräfte. Also der Punkt ist halt, wenn jemand nicht die Akzeptanz hat und die hat er ja nicht, wenn er über eine gesetzliche Regelung dorthin kommt, dann bringt es eigentlich den Betreffenden auch nichts. Ich glaube, dass wir hier Ursachen und Wirkungen halt verwechseln. Wir wollen etwas erreichen. Da müssen wir mal den Ursachen ansetzen. Und die Ursachen sind eben ein traditionelles Rollenverständnis, was schon im Kindergarten oder in irgendwelchen Ausbildungen halt stattfindet. Das heißt, da muss man ansetzen. Es gibt nur Selbstverständnis, wenn Frauen sich genauso entwickeln können wie Männer und auch die gleichen Fächer studieren, dann können sie sicherlich auch die gleichen Positionen haben. So ist das nun mal. Gesetzlich, das irgendwie zu verändern, glaube ich, wird nicht gelingen. Dankeschön. Wiegbold. Also ich möchte mal vorsichtig sein, von Ursachen zu sprechen. Das bedarf nämlich einer gewissen Kausalität. Das bedeutet, dass etwas anderes bewirkt, was wiederum sehr schnell bei notwendigen Tatsachen landet, die man einfach aufgrund eines bestehenden Modells immer wieder empirisch also auch feststellen wird. Ja, weil einfach dieses Modell so funktioniert. Jetzt mal einfach nur eine Frage, um das, was ich vorhin gesagt habe, mal in eine Frage zu formulieren. Glaubt ihr denn, dass eine Quotenregelung, eine Geschlechterquote die Bedingungen, also die Bedingungen der Arbeitsweisen in den Betrieben ändert? Das wäre jetzt die Frage, die jetzt daraus resultiert. Da würde ich doch gerne mal auch den Ball ans Podium spielen. Ich glaube schon, dass es das ändert. Ich hatte ja vorhin erwähnt, ich glaube, dass auf jeden Fall die Familienverträglichkeit insgesamt so wäre. Eine Quotenregelung eben, wenn sie nur Frauen beträfe. Ich glaube, dass die Bedingungen sich ändern würden durch die Vermischung der Geschlechter, die jetzt unterrepräsentiert sind. Darum geht es ja. Ich sprach ja schon von Schulen. Einfach, es geht darum, auch einfach eine Signalwirkung zu haben. Es geht nicht nur darum, jetzt mal schnell alles zu vermischen, sondern wirklich auf die nächsten Jahre und einfach das Ganze zu beschleunigen. Ich glaube schon, wenn Frauen führen, hat das nichts mit Weichheit zu tun. Ich glaube, ihr könnt euch nicht vorstellen, wie hart ich sein kann. Danke. Das hat damit nicht viel zu tun. Es geht einfach nur darum, ich habe zwei Kinder. Ich habe einfach Schwierigkeiten, einen Führungsstopp komplett auszufüllen. Ich hätte schon die Möglichkeiten. Ich würde dann einfach dafür sorgen, dass ich diese Möglichkeit habe und diese Möglichkeit würde ich nach unten weitergeben für die anderen Frauen, die momentan eben Schwierigkeiten haben. Und ich sehe es auch genauso, dass momentan ein Mann, der zu Hause bleibt, mit den Kindern und die Frau geht arbeiten, vor den gleichen Schwierigkeiten steht wie die Frau. Er ist dann einfach in der Rolle vertauscht. Und ich glaube, wenn das einfach komplett homogener wäre, würden wir tatsächlich eine bessere Welt haben. Ich glaube schon daran. Auch der Führungsstil würde sich einfach ändern durch das Gemischte. Aber ob er jetzt weicher wird, kann ich nicht sagen. Er würde definitiv anders sein. Und wir können es momentan nicht beurteilen, weil wir sind nicht in dieser Situation. Wir kennen sie doch gar nicht, wie es wäre, wenn. Dankeschön. David, bitte. Ja, also ich gebe dir da vollkommen recht. Aber wir haben heute verabschiedet, beziehungsweise nicht heute, sondern auch im letzten Parteitag, dass wir die Geschlechterquote als Top-Down-Instrument ablehnen, weil wir an viel weiterreichenden Veränderungen interessiert sind. Ich sehe hier also keinen Sinn, jetzt nachträglich zu sagen, wir lehnen sie ab, aber jetzt wollen wir sie irgendwie doch. Dankeschön. Der vorerst letzte Probeitrag. Ja. Es wurde jetzt öfters als Argument genannt, dass das Problem ist, das Rollenbild in der Gesellschaft. Und das ist leider falsch. In unserer Gesellschaft sind emanzipierte Frauen schon längst akzeptiert. Die eigentliche Problematik, und das belegen auch sehr viele Studien, ist einfach, dass es Netzwerke gibt, und die sind sehr unbewusst. Und diese Netzwerke bilden Männer, und Männer sind in Führungspositionen. Und die Problematik ist einfach, dass es keine Frauennetzwerke gibt, weil es ist relativ unwichtig, mich mit einer Sekretärin zum Beispiel zu befreunden, mich privat zu treffen. Das bringt mir nichts mehr, wenn ich später nochmal wieder in den Beruf einsteigen möchte. Und diesen Kreislauf kann man eigentlich nur durchbrechen, indem man eine Initialzündung setzt, und das ist eine Frauenquote. Dankeschön. Dankeschön. Wir haben weitere Redner, die reden wollen, aber wir müssen erneut darüber abstimmen, ob wieder jeweils zwei reden sollen. Wer die Diskussion fortführen möchte, bitte die grüne Stimmkarte heben. Dankeschön. Wer sie beenden möchte, bitte jetzt die rote. Gut, diesmal ist es eindeutiger. Damit ist die Diskussion beendet. Dann bitte ich die Antragsteller, einen von den Antragstellern, um das Schlusswort. Können wir uns das Schlusswort teilen? Ich bin ganz kurz. Also gut, wir teilen uns das Schlusswort noch einmal kurz. Ich würde ganz gerne noch dazu sagen, zu der harten Frauenquote, 50 Prozent, habe ich mich einfach nicht getraut, das hier vorzutragen. Ja, aber hättet ihr mal gemacht, dann doch keine. Nein, ja. Es ist im Grunde, aber es ist, es ist, nein, man kann sie ja wählen zu 50 Prozent. Jeder kann sie ja wählen. Und es ist, wie gesagt, es ist keine aufdoktrinierte, es ist tatsächlich eine freiwillige Quote für alle. Und es ist keine Flexi-Quote wie von der CDU, weil es für alle Unternehmen ist und nicht nur für die DAX-Unternehmen und nicht nur für die Vorstands-, für die, ja, sondern für alle, für alle Führungsebenen. Dafür ist es gedacht. Ich bin da nicht so erfahren mit dem Ganzen, aber ich war vor kurzem auf dem Vortrag, sind die Jungs, die bilden in unseren Bildungsbetrieben die Verlierer. Die neuen Abiturabgänge sind immer die guten, die Mädchen. Die Mädchen und die befluten unsere Studiumgänge. 60 Prozent in der Medizin sind Frauen. Wir müssen uns im Klaren sein, dass die Frauen in den nächsten 15 Jahren die Männer überflügeln. Und ihr lasst echt die ganzen Weiber, die Jungs erziehen. Ihr müsst in den unteren Kategorien 50 Prozent Männer reinstecken. Die ganzen alleinerziehenden Frauen, diese Jungs, diese Mädchen, die kennen die Männer als Person. Das erste Mal, wenn sie irgendwo im Gymnasium sind und einen Mann haben. Das kann nicht gehen. Das ist Wahnsinn. Kein einziger männlicher Erzieher ist im Umkreis. Die ganzen Grundschulen, das sind nur Frauen. Das kann nicht gehen. Ihr müsst eine Quote einführen. Und ich denke, ihr seid eine Partei, die das könnte. Und ich denke, die beraten können das. Und sie müssen den Mumm haben, das auch zu sagen. Das geht nicht. Es geht nicht. Ihr könnt nicht alles einfach so laufen lassen. Das war's. Okay, auf einen Aspekt möchte ich bitte noch eingehen. Und zwar, dass wir uns am letzten Landesparteitag gegen Quoten entschieden haben. Wir haben uns gegen absolute Quoten entschieden. Wir haben uns für den Game-Changer-Antrag entschieden, für eine sehr weitreichende Vision. Allerdings, bis wir dahin kommen, brauchen wir eine Brückenlösung. Und deshalb, genau aus diesem Grund, ist dieser Antrag zeitlich befristet. Er ist auf eine gewisse Zeit begrenzt. Aber es braucht diese Initialzündung, dass wir irgendwann zu dieser besseren Welt kommen. Denn ansonsten wird das wahrscheinlich in den nächsten Jahren und in absehbarer Zeit nicht stattfinden. Dankeschön. Dann kommen wir zur Abstimmung über den vorletzten Antrag dieses Landesparteitags. Wer dem Antrag PP009 zustimmt, der hebe jetzt bitte die grüne Stimmkarte. Dankeschön. Wer den Antrag ablehnt, bitte die rote. Ja, das ist eine Mehrheit dagegen. Der Antrag ist abgelehnt. So, wir kommen zum letzten Antrag. Antragsteller ist aber diesmal Boris. Leute, ihr wart echt super. Ganz toll. Boris, stell den letzten Antrag vor. Nicht Zeitreise, sondern PP010 Transmutation. Ja, also die wissen, worum es geht. Die schwenken schon. Ja, okay. Also, es ist ein Antrag von der Nuklearia. Das sage ich mal ganz, ganz am Anfang. Nicht, damit mir dann taktieren unterstellt wird. Es geht um den Umgang mit Atommüll. Das ist ein Problem, das bereits jetzt besteht und das auch weiter bestehen wird, unabhängig davon, ob wir jetzt die Atomkraftwerke heute in fünf Jahren oder 2030 abschalten. Wir haben einen ziemlichen Haufen von dem hochradioaktiven Abfällen, der sich bereits angesammelt hat. Und mit jedem Jahr, dass die Atomkraftwerke weiterlaufen, wird es mehr von dem Zeugs. Das Problem ist jetzt nicht nur, dass es hochradioaktiv und entsprechend gefährlich für die Umwelt drumherum ist, sondern das Problem ist auch, das Teil ist langlebig. Es besteht vor allem aus Stoffen, die ihre Radioaktivität auch in 1.000, in 10.000 und auch in 100.000 Jahren noch auf dem selben Niveau behalten. Und das macht die aktuell stattfindende und auch die letzten 20 Jahre stattfindende Debatte um die Endlagerung ziemlich sinnlos, weil neben dem politischen Aspekt kein Regionalpolitiker will sich angreifen lassen, dass der für ein Atommülldepot in seinem Hinterhof gestimmt hätte. Das hat auch ein ziemlich krasses technisches Problem. Wir können einfach nicht mit ausreichender Sicherheit sagen, dass wenn wir jetzt diese Höhle oder diese Schütte als Endlager auswählen, dass es dann in 10.000 Jahren immer noch sicher sein wird. Weil das sind Zeitspannen, in denen sich auch geologisch etwas verändern kann, in denen sich das Klima ziemlich sicher verändern wird, in denen auch die Haltbarkeit von Behältern und so weiter nicht mit Sicherheit vorhergesagt werden kann. Das heißt, eine Endlagerung von dem radioaktiven Abfall, den wir jetzt haben, ist eine Aufgabe, die einfach technisch und physikalisch weitgehend unlösbar ist. Man kann versuchen, da herumzudoktern. Kürzlich war das Gespräch davon, dass man die Endlagersuche jetzt bis 2020 oder 2030 oder so in der Art abschließen möchte. Aber wie gesagt, sogar wenn man das ganze politische hin und her rausrechnet, sogar wenn dann am Ende eine Konsenslösung präsentiert wird, was an sich unwahrscheinlich ist, diese Konsenslösung wird einfach von der technischen Seite, es wird ein Restrisiko bestehen und zwar ein ziemlich hohes Restrisiko. Es gibt allerdings zwei weitere Möglichkeiten, mit diesen hochradioaktiven Abfällen umzugehen. Das eine ist die Wiederaufbereitung. Das heißt, man kann quasi aus viel radioaktivem Abfall etwas weniger radioaktiven Brennstoff gewinnen. Das Problem bei dieser Methode ist, der Brennstoff, den man dadurch gewonnen hat, lässt sich eben nur in einem klassischen Atomkraftwerk wiederverwenden. Und wenn das Atomkraftwerk damit durch ist, dann hat man zwar etwas weniger Menge von dem Atommüll, aber diese Menge ist weiterhin hochradioaktiv und weiterhin langlebig. Das heißt, man hat das Problem nicht gelöst. Man hat halt ein bisschen von der Menge genommen und dafür laufen die Atomkraftwerke noch ein paar Jahre weiter. Es gibt die dritte Möglichkeit, die auch weitgehend erforscht ist. Das ist eben die im Antrag beschriebene Transmutation. Es geht darum, dass in einem Verfahren, also es gibt genau genommen mehrere Verfahren, der langlebige radioaktive Müll in sehr kurzlebige radioaktive Stoffe umgewandelt wird. Also das wird sowohl die Menge verringert als auch, und das ist jetzt der wichtige Punkt, es wird die Halbwertszeit, also die Langlebigkeit von den Abfallstoffen verändert. Und anstatt einen Haufen strahlendem Müll, den man für 100.000 Jahre sicher halten muss, hat man einen relativ kleinen Haufen strahlenden Müll, den man nur für eine Zeitdauer von vielleicht 100 bis 300 Jahren sicher lagern muss. Hört sich immer noch nach einer Menge an. Allerdings, man kann durchaus über 300 Jahre eine Lagerung planen. Es gibt Gebäude, die älter als 300 Jahre sind. Es gibt Stoffe, bei denen man weiß, dass sie definitiv länger als 300 Jahre halten. Das heißt, man würde, wenn man diese Transmutation wählt, dass die Frage nach der Endlagerung in dem Sinne lösen, dass wir kein Endlager brauchen. Wir müssen uns nicht auf die, wie gesagt, nicht lösbare Suche nach einem Ort machen, in dem wir den radioaktiven Abfall für 100.000 Jahre aufbewahren müssen, sondern wir müssen halt immer noch irgendwo eine Lagerung gewährleisten, die dann für 300 Jahre hält. Aber das ist im Gegensatz zu der Endlagerung technisch möglich. Und der Antrag besagt, dass wir eben von den drei momentan verfügbaren Entsorgungstechnologien die Transmutation wählen. Der hat dann irgendwo das Wort potenziell drin, weil natürlich die Chance besteht, dass noch irgendein grundsätzlich anderes Verfahren erfunden wird oder entdeckt wird. Zum Beispiel oft genannt wird, dass wir laden den radioaktiven Abfall in ein Raumschiff und schießen das auf die Sonne. Wenig realistisch, aber es kann sein, dass so etwas uns über den Weg läuft. Aber wenn wir auf dem Stand von heute bleiben, dann ist von den drei Optionen die Transmutation die sinnvollste und auch die sauberste. Bei der Transmutation entsteht gleichzeitig noch weitere Energie, die man nutzen kann. Das heißt, so ein Transmutationsreaktor ist letztendlich ähnlich wie eine Müllverbrennungsanlage. Das Ziel ist, wir müssen den Müll irgendwie loswerden. Wir können aber auch mit der Energie, die in der Müllverbrennungsanlage ist, die Verbrennung bereitstellt oder in einem EFL-Reaktor die Transmutation bereitstellt. Diese Energie können wir aber dann auch noch weiter einspeisen und am Ende haben wir keinen langlebenden Atommüll und noch etwas Energie dazugewonnen. Das ist auf jeden Fall viel, viel sinnvoller als das Zeugs einzubuddeln, in der Hoffnung, dass es für 100.000 Jahre sicher bleibt. So, bevor wir mit der Aussprache beginnen, habe ich einen Antrag, einen GO-Antrag auf Meinungsbild. Wer diesem Antrag derzeit zustimmen würde, bitte die grüne Stimmkarte heben. Dankeschön. Wer in der Zeit ablehnen würde, bitte die rote. Dann teile ich dem Antragsteller mit. Das Meinungsbild ist doch recht deutlich negativ. Fangen wir mit Kontra an. Daniel, bitte. Danke, Boris, für den Antrag. Eigentlich bin ich für diesen Antrag, aber ich muss ihn ablehnen aus einem Grund. Wir kennen das ja, dass alle spielen. Wer zahlt, schafft an. Wenn die Atomindustrie meint, dass es keinen Atommüll gibt, sondern nur Rohstoffe gibt, die man nutzen kann, dann werde ich dafür, wir machen so einen Antrag, schreiben aber explizit rein, alles, und zwar alles und gar alles bezahlt die Atomindustrie vollkommen alleine und keinen Cent aus Steuergeldern. Dann kann die Atomindustrie entscheiden, ob sie die Transmutation nutzen will oder nicht. Danke. Dankeschön. Der erste Probeitrag. Also ich sehe es relativ simpel. Wir haben über Jahrzehnte unter größter Gefahr aus Scheiße Strom gemacht. Jetzt haben wir immer noch einen Haufen Scheiße da, die wir jetzt nur verbuddeln würden. Können wir aus der auch nochmal Strom machen. Wir dürfen nur niemals neue Scheiße produzieren. Dankeschön. Der nächste Kontra-Beitrag. Ich bin ja immer ein großer Fan von Forschung und auch von Grundlagenforschung. Aber in dem Punkt weiß ich noch nicht, ob man da wirklich eine politische Aussage treffen kann. Weil wenn man sich die Forschung in dem Bereich zurzeit ansieht, dann machen das momentan eigentlich so zwei Länder. Nee, eins. Es war nämlich Japan. Die haben damit super Erfolge erzielt. So Monju zum Beispiel. Die haben 14 Jahre lang gefeiert, als sie die Scheiße aus dem Reaktor gekratzt haben. Und Südkorea, die immer so behaupten, hey, es sieht ganz gut aus. Dann wird die Frage gestellt, ja, was sieht gut aus? Und es kommt keine Antwort. Und da sehe ich so ein bisschen das Problem, wir wissen noch nicht so recht, in welche Richtung das geht. Und das reicht einfach nicht, um eine Aussage in dem Bereich zu treffen. Dankeschön. Nächster Probeitrag. Also da war vorhin so richtig schön von der Scheiße die Rede. Wo kann man jetzt die Scheiße hinstecken? Ja, Raumschiff rein, das kann uns um die Ohren fliegen. Und dann regnet die Scheiße von oben rab. Toll. Was kann ich noch machen? Verbuddeln. Ja, wir wissen alle, Asse hat ja wunderbar ewig lang gehalten. 14 Jahre oder sowas. Toll. Also im Endeffekt muss man sich schon mal auf den Weg konzentrieren und sagen, okay, erforschen muss man das auf alle Fälle, auch eruieren, ob das nicht möglich ist, weil irgendwo muss es hin. Und wie gesagt, also vergraben und wegschicken ist keine Alternative, viel zu gefährlich. Natürlich, die schnellen Brüder, muss ich jetzt auch zugeben, sind noch nicht ganz ausgereift, sind auch nicht ganz risikofrei, aber es ist eine Möglichkeit und die sollten wir auf alle Fälle für meine politische Diskussion mit einfließen lassen. Dankeschön. Der nächste Konterbeitrag. Also, nachdem lieber darüber diskutiert wird, dass man gegebenenfalls den Restmüll aus Atomkraftwerken ins All schießen könnte, ganz ehrlich, Raumfahrttechnologie ist inzwischen business as usual. Das ist ungefähr so, Rocket Science inzwischen, wie das, wenn eine Buchhalterin eine Rechnung stellt. Das ist vielleicht ein bisschen aufwendiger, aber es ist ganz normale Technik. Hin und wieder geht mal eine Endeavor kaputt, okay, meinetwegen, aber es muss ja kein Mensch in Bord sein und es muss ja auch nur one way, ja. Also, insofern, das ganze Ding ist relativ simpel. Inzwischen kriegt es sogar Nordkorea hin. Das Thema ist, ERP-Reaktoren, naja, die zwei Testläufe, die es gab, sind grandios gescheitert, mehr oder weniger. Ich weiß nicht, die wissenschaftlichen Meinungen, die ich kenne, sind mehr oder weniger verhalten oder mehr verhalten, denn positiv. Und ja, es wäre ein geiler Weg, der physikalisch wohl irgendwie möglich wäre, bloß aus einem physikalischen Prozess, der irgendwie möglich wäre, aus einer chemischen oder atomaren Reaktion ein fertiges, industrielles Verfahren zu machen. Und dieses großindustriell einzusetzen, ist ein verdammt langer Weg. Und wir haben noch nicht mal einen Millimeter davon gegangen und wollen jetzt uns schon darauf festlegen, diesen Weg bis zum Ende durchzuschreiten. Nein, bitte nicht. Wir können darüber reden, diese Industrialisierung dieses Prozesses zu eruieren, weiter zu erforschen. Aber wir können nicht darüber reden, hurra, bis 2030 steht ein ERP-Reaktor und der brütet uns dann den Scheiß weg. Dankeschön. Ich habe einen möglicherweise nicht ganz ernst gemeinten GO-Antrag, wer hier überhaupt noch zuhört. Ich verwarte ihn. Also von daher, ich bitte euch jetzt die letzten Beiträge noch zuzuhören. Und wir sind in wenigen Minuten fertig. Und da haben wir echt was geschafft. Bitte der nächste Probeitrag. Zunächst mal eine kleine Wiederrede zum Andreas. Raumfahrt hat vielleicht irgendwie eine Zuverlässigkeit von 99,9 meinetwegen. Das ist für Raumfahrt vielleicht okay, aber wenn man irgendwie was Nukleares da hochschießen will, dann will ich da hinter dem Komma irgendwie noch so 5 bis 10 9. Ja, also ich hätte ja eigentlich gerne ein Neutralmikrofon. Eine Frage hätte ich und zwar steht da, dass nach etwa 300 Jahren die von in der Natur vorkommendem Uranerz unterschritten wird, ist das die gleiche Menge an Strahlung oder Strahlungsaktivität, die auch bei den normal werden 100.000 Jahre angegeben, von der Endlagerung angegeben werden? Also das sind ungefähr dieselbe Größenordnung. Es ist halt so, bei 100.000 Jahren, das ist jetzt nicht der große Unterschied, ob es 100.000 oder 250.000 sind. Also man kann es mit den Halbwertszeiten berechnen. Aber es ist einfach dieser Größenordnungsunterschied und es geht dann eben um denselben Strahlungsverfall. Okay, vielen Dank für die Antwort. Dann eben ist auch das Einzige, weswegen ich überhaupt mich hier ans Pro-Mikrofon trage, Trauer ist hier das Wort potenziell. Also wir nehmen damit die Antwort nicht vorweg, sondern wir sagen, dass das erforscht werden soll. Und ich denke, dass wir hier die Debatte führen, ist schon eine Bereicherung, wenn die anderen Parteien das alles irgendwie nur noch verbuddeln wollen. Und jetzt haben wir ja irgendwie den Endlagerungsprozess gestartet und jetzt rütteln wir dann nicht mehr dran. Von daher danke für die Debatte. Aber dann gegen Ende wird es wieder, die Piratenpartei spricht sich für die Förderung von Forschung und Entwicklung von Verfahren und Materialien aus. Das heißt, da würde dann wieder der Steuerzahler zahlen? Das ist eine Frage. Ich darf dich bitten, also das war die letzte Frage, gell? War ein Grenzfall geomäßig. Das ist wie bei jeder öffentlich geforderten Forschung, beziehungsweise Private-Public-Partnerships. Da werden die Kosten dann anteilig getragen. Wenn der Steuerzahler beteiligt ist, dann müssten auch die entsprechenden Patente und Ergebnisse für die Öffentlichkeit zugänglich sein. Dankeschön. Dann kommt der nächste Kontrabeitrag. Also bei den jetzigen Wiederaufbereitungsanlagen fällt ja auch gleichzeitig radioaktiver Müll an. Zum Beispiel ist es in La Hague so. Da fallen täglich 400 Kubikmeter radioaktive Stoffe an. Die werden einfach ins Meer rausgelassen. Ich meine, es fällt irgendwie immer was Radioaktives an. Da schickt man es dann ins Meer raus, dann ist die verschwunden, die Radioaktivität sozusagen. Die kann man dann da vor Ort noch eine Zeit lang nachweisen, aber dann hat sie sich verteilt. Dann ist sie nicht mehr da. Und ich meine, wo bringt man dann diese anderen neuen radioaktiven Müllsachen und sonst was hin? Also wie gesagt, das ist ja auch der große Vorteil im Vergleich zu der Wiederaufbereitung. Ja, es fällt radioaktiver Abfall an. Damit hat der Antrag auch ziemlich genau angefangen. Bloß dieser radioaktive Abfall ist im Gegensatz zu dem, was man da reinschüttet und im Gegensatz zu dem, was man bei einer Wiederaufbereitung bekommt, der ist zwar auch hochradioaktiv, der hat aber eine Lebensdauer von wenigen hundert Jahren anstatt von hunderttausend Jahren. Und entsprechend ist die Aufgabe, das sicher zu lagern, eine lösbare und die Aufgabe, irgendwas mit hunderttausend Jahren Halbwertszeit sicher zu lagern, eine unlösbare. Das ist ja eben der springende Punkt. Danke, der nächste Probeitrag. So, jetzt lesen wir mal den Antrag und ich habe nicht entdeckt, dass da drin steht, wir sollen das bitte schön verwenden für Atomkraftanlagen, das aufbereitete Zeug. Sprich, man kann es auch einfach mal irgendwo lagern. Ich gebe vollkommen recht, wir haben den Scheiß produziert, der ist jetzt da, der ist nicht wegzureden. Den einfach nur zu verbuddeln und dann eine neue Asse zu kreieren, nicht mit so ein bisschen radioaktivem Zeug, sondern mit verdammt hartem Stoff, was wir dann sehr schwer nur noch auskriegen, finde ich eine schlechte Idee, eine sehr schlechte Idee. Und da gebe ich lieber ein bisschen Geld aus. Natürlich würde ich sehr gern die komplette Atomindustrie in die Zwangsjacke stecken und sagen, ihr habt das auch mit verbrochen, ihr müsst auch mitzahlen. Aber dann wird das Zeug aufbereitet und ich gebe vollkommen recht, 300 Jahre ist ein überblickbarer Zeitraum, da kann man es schaffen, das halbwegs sicher zu lagern. Mehrere tausend Jahre, wenn wir jetzt mal 2000 Jahre zurückdenken, was ist bitte schön noch vom Römerreich da oder vom Germanenreich? Das sind irgendwelche kleinen Erdhügel. Was ist 300 Jahre? Ja, das sind ganze Städte, die älter sind, komplette Altstädte. Das ist überblickbar, das ist machbar. Dankeschön, der vorerst letzte Kontrabeitrag. Na gut, man darf die Eiszeiten nicht vergessen, die kommen werden, aber egal. Aber gut, die eine Sache ist auch noch, erst mal, es erinnert mich so ein bisschen an den Kernfusionsantrag vorhin, diese Technik ist noch nicht ausgereift, sie existiert nicht, sie muss noch entwickelt werden. Also haben wir einen ähnlichen Sachverhalt wie vorhin bei der Fusion. Das zweite ist, dass diese Transmutation letztendlich hauptsächlich auch Plutonium erzeugt. Also hier wird natürlich geworben mit kurzen, sag ich mal, Halbwertszeiten, aber die toxische Giftigkeit von Plutonium oder wie man damit umgeht, was da dann anfällt und was dann noch weiter verbrannt wird, etc., wird jetzt nicht berücksichtigt. Also der Gefährdungskatalog, der innerhalb des Antrags letztendlich erwähnt wird, ist mir nicht ausreichend, um überhaupt eine Aussage treffen zu können. Ich möchte gern weitere Gefährdungspotenziale wissen, die schon bekannt sind durch die, ja, wie soll ich sagen, durch die entstehenden Stoffe. Ob die jetzt 300 Jahre strahlen oder, sag ich mal, Plutonium hat hauptsächlich Alphastrahlung, die halt nicht so stark abgeschirmt werden muss. Das durch die Plutoniumspaltung entstehende Amerikanum hat eine sehr harte Gamma-Strahlung. Also die Frage ist einfach, die man sehr gut einpacken muss nachher, also die Frage ist, wie geht man damit um, was sind da noch für Gefährdungen da und da ist mir der Antrag einfach nicht ausreichend, um überhaupt da jetzt darüber abstimmen zu können. Also halte ich mich an dem Beschluss von vorhin, analog zum Verschmelzen von Wasserstoffkerlen. Dankeschön. Der vorerst letzte Probeitrag. Also wenn ich den Antrag richtig verstanden habe, ging es um die Forschung von dieser Transmotion. Ich denke, es ist eine Alternative, die man zumindest am Schopf packen sollte, denn diese Jahrtausende-Lagerung ist definitiv unsicher. Es ist vorhin angesprochen worden, die Energiekonzerne haben das an der Backe. Das stimmt meines Erachtens nicht. Es wurden in den 50er oder 60er Jahren wurden die Atomverträge geschlossen und damals hat man ausdrücklich gesagt, dass der Staat für die Entsorgung dieses Atommülls zuständig ist. Das heißt, der Staat hat es an der Backe. Die Energiekonzerne schöpfen ab, zahlen natürlich auch Gelder dafür, das ist klar, aber im Verhältnis hat es mehrheitlich der Staat an der Backe. Das heißt, dann sollte man auch die Möglichkeit nutzen und nicht den Kopf in den Sand stecken. Dankeschön. Gehst du Richtung Mikrofon, dann müssten wir jetzt darüber abstimmen, ob wir weiterreden wollen. Wer die Diskussion fortführen möchte, bitte die grüne Stimmkarte heben. Dankeschön. Wer sie beenden möchte, bitte die rote Stimmkarte heben. Uneinheitlich, wir diskutieren weiter. Nur ganz kurz, ich habe mal auf Wikipedia geschaut, aktueller Stand. Für alle denkbaren Verfahren ist zu berücksichtigen, dass die Transmutation spezifisch für jedes Nukleid erfolgt. Daher ist der erste Schritt, bla bla bla, eine Trennung der ganzen einzelnen Abfälle und so weiter. In diesem Verfassungsschritt und in weiteren Verfassungsschritten wird jedoch grundsätzlich und unvermeidlich zunächst die Gesamtmenge des zu behandelnden Abfalls vergrößert. Eine Transmutation ist für die vergleichbar große und überwiegende Menge schwach radioaktiver Mischabfälle völlig ungeeignet. Die Deponierung von radioaktiven Mischabfällen wird mit oder ohne Volumenreduzierung nie durch eine Transmutation ersetzt. Das langt mir also quasi nicht, um diesen Antrag positiv abstimmen zu können, der aktuelle Wissensstand. Ich würde da von daher ablehnen derzeit. Dankeschön. Mangelsprobeitrag, der nächste Kontrabeitrag. Ich möchte noch mal ganz kurz auf die Kostenträgerschaft eingehen. Da steht auf der Seite vom Bundesamt für Strahlenschutz eindeutig, dass die, was ich halte, die den Müll auch machen, dass die die Kosten für die Lagersuche zu 100 Prozent tragen müssen. Es steht auf der Seite vom Bundesamt für Strahlenschutz. Nur mal so. Dankeschön. Gibt es weitere Wortbeiträge? Wenn du zu Pro willst, habe ich kein Problem. Gut. Bitteschön. Ich wollte wissen, was du gerade als Gegenrede sagen wolltest. Moment. War das jetzt eine Frage? Ja, das war eine Frage. Okay, bitteschön. Genau, also zu der vorherigen Gegenrede von Kalle. Es sind zwei ganz unterschiedliche Bereiche. Das eine ist die Lagerung von hochradioaktivem Abfall. Das andere ist die Lagerung von schwachradioaktivem Abfall. Der hochradioaktive Abfall ist zum Beispiel das, was eben aus den Brennelementen in einem Atomkraftwerk entsteht. Der schwachradioaktive Abfall ist ein Haufen Zeugs, das rund um ein Atomkraftwerk anfällt. Also eigentlich alles, was mit einem Atomkraftwerk in Berührung war, ist erstmal schwachradioaktiver Abfall. Wie man aus den Namen entnehmen kann, ist schwachradioaktiver Abfall eben relativ schwachradioaktiv. Das heißt, die Gefahr, die Toxizität, die von dem Zeugs ausgeht, ist deutlich geringer als beim hochradioaktiven Abfall. Es ist trotzdem natürlich radioaktives Gift, aber das größere Problem ist eben hochradioaktiver Abfall. Wenn da zum Beispiel irgendwo eingelagert wird und da irgendwas hochgeht oder da das Grundwasser reingelangt, dann haben wir einen ziemlichen Super-GAU. Bei schwachradioaktivem Abfall kann man bei Einhaltung der entsprechenden Sicherheitsvorkehrungen eine relativ hohe Sicherheit garantieren. Das heißt, die Entsorgung vom schwachradioaktiven Abfall ist von dieser Debatte nicht betroffen. Das heißt, sowohl Endlager als auch Transmutation als auch Wiederaufbereitung, das betrifft alles konkret den hochradioaktiven Abfall. Dankeschön. Andreas, du wärst jetzt schon der Dritte in der Runde. Darf ich noch? Gibt es weitere Wortbeiträge diesmal, aber bitte jetzt fix, sonst stimmen wir gleich drüber ab, ob wir weiter diskutieren. Gut, Andreas, dann machst du den letzten. Es ist ja schön und gut, wie du jetzt hier versuchst, das Problem hochradioaktiv, schwachradioaktiv auseinander zu trennen. Thema ist, dass bei diesen Prozessen mal ganz eben schnell irgendwie eben auch Teil- und Spanstoffe rauskommen. Das heißt, wenn ich mit einem Staubtuch über einen Plutoniumstab meinetwegen drüber wische, dann enthält dieses Staubtuch Plutonium. Und damit ist es genauso gefährlich, auch wenn in viel geringeren Konzentrationen, genauso gefährlich für Grundwasser und sonst was wie der Plutoniumstab itself. So, das heißt, unterm Strich, wenn ich jetzt diesen als schwachradioaktiv deklarierten Atommüll nehme und kein Problem darin sehe, da allerdings Partikel drin sind, die genauso lange Lebenszeiten haben, nur Partikel, wie gesagt, die genauso lange Restdauern haben wie der hochradioaktive Müll, dann ist nichts geholfen. Und ganz ehrlich, schauen wir uns an, wie schwachradioaktiver Abfall derzeit entsorgt wird. Er wird in Sibirien auf riesengroßen Kippen fässerweise aufgetürmt. Ein Fass ist normalerweise irgendwie ein Eisen, sonst was, Metall, rostet. Und das setzt sich mit der Zeit sowieso frei. Ich glaube nicht, dass ich mir, ich mache mir mehr Gedanken über schwachradioaktive Abfälle, die auch in der Medizin, auch im Bereich Druck, im Bereich der Industrie, im Bereich, in so vielen Bereichen Vorkommen unseres alltäglichen Lebens. Ganz ehrlich, für den hochradioaktiven Abfall haben wir ein effizientes Kontrollsystem, dass da nichts irgendwo rauskommt, außer es landet in der Asse. Bei allem anderen mache ich mir mehr Sorgen, weil damit ist mehr Umgang und zwar viel näher an meiner Wohnung, viel näher an meinem Alltag, viel näher an Unfallgefahren des täglichen Lebens. Und damit ist dort die Gefährdung viel höher. Wir sollten uns nicht auf irgendwelche abstrakten Hypergefahren stürzen, sondern die tagtäglichen Gefahren tatsächlich bannen. Das ist das Gleiche wie beim Terrorismus. Deswegen bitte ich, diesen Antrag abzulehnen. Dankeschön. Der Antragsteller hat das Schlusswort. Also einige Schlusspunkte. Zuerst mal zu dieser ganzen Debatte wegen schwachradioaktiven Atommüll. Der Antrag berührt es nicht. Wir können alle beobachten, was für ein Kaschballtheater um das Thema Gorleben gemacht wird. Dabei geht es um ein Endlager für hochradioaktiven Atommüll. Und es scheint, dass die Meinung von Andi Witte, dass das eigentlich gar nicht so wichtig wäre, in der Politik keine große Verbreitung findet, sondern vielmehr das Gegenteil meistens angenommen wird. Das ist auch das Problem, dem sich der Antrag annimmt. Nämlich wie gehen wir mit Hochradioaktiven Müll um, was mit dem restlichen Müll passiert, genauso wie was passiert mit chemischen Abfällen, was passiert mit biologischen Abfällen und so weiter. Das berührt der Antrag gar nicht. Das heißt, da besteht keine Verbindung, da besteht auch keine Kausalität pro oder kontra zu stimmen. Die zweite Sache, dass die Atomindustrie doch die Kosten tragen sollte. Ja, wobei man da eben abgleichen muss mit der Situation jetzt, wie die Kosten für die Endlagerung und so weiter getragen werden. Und ein weiteres Problem ist, die Atomindustrie könnte sogar, wenn sie wollte, gar keine Kosten für so ein Verfahren tragen. Aus dem einfachen Grund, das Atomgesetz untersagt es, bestimmte Anlagen, unter die auch die Transportationsanlagen fallen, zu bauen. Das heißt, auch wenn die Atomindustrie sagen würde, okay, wir zahlen alles, damit wir das Zeugs weg haben. Trotzdem wäre es nicht möglich, weil dafür das Atomgesetz entsprechend geändert werden muss, was in dem Antrag auch drin steht. Und die dritte Sache im Unterschied zu dem Fusionsantrag. Handelt es sich hier um ein sehr konkretes Problem, das nicht erst irgendwann absehbar ist, sondern das jetzt besteht. Für dieses Problem gibt es nach jetzigem Stand, wie gesagt, drei prinzipiell unterschiedliche Lösungen. Und es ist durchaus möglich, auch politisch ein Statement zu machen, welches von diesen Lösungen aus unserer Sicht aus mehr Sinn macht. Das ist nicht die Festlegung auf diese Lösung, wenn sich herausstellt, okay, das klappt doch nicht. Dann nicht. Es ist nicht die Festlegung auf eine Technologie. Es gibt mehrere konkurrierende Sachen, wie man so einen Transmutationsreaktor startet. Da sind wir auch komplett technikoffen. Wir schreiben nicht vor, was dabei rauskommen soll. Was wir vorschreiben ist, wir sehen mal grundsätzlich die Transmutation als sinnvoller an, als den Abfall für 100.000 Jahre zu verbuddeln. Und deshalb wollen wir diese Forschung in die Richtung weiter betreiben, mit der Hoffnung und der Erwartung, dass in Perspektive dabei was Sinnvolles rauskommt und wir das Atommüllproblem lösen können. Es muss nicht klappen, aber wir sehen eine ausreichende Erfolgsaussicht, dass wir sagen, okay, wir versuchen es. Und vor allem, wir sehen bei den Alternativen eine ausreichende Erfolgslosigkeit, dass wir sagen, da müssen wir was anderes versuchen. Und deshalb bitte ich, für diesen Antrag zu stimmen. Es werden sich nicht die Tore der Hölle öffnen, wenn man es zustimmt. Es werden nicht gleich 100 Atomkraftwerke aus dem Boden schießen, wenn man es zustimmt, sondern das ist erstmal die Richtung. Wir wollen die Technologie entwickeln. Wir sehen das als sinnvoll an und wollen schauen, was dabei weiter rauskommt. Danke. Dankeschön. Wir kommen zur letzten Abstimmung dieses Landesparteitages. Nein. Also zur letzten Abstimmung über einen Antrag. Wer dem Antrag PP010 Transmutation zustimmt, hebe jetzt bitte die grüne Stimmkarte. Dankeschön. Wer dagegen ist, bitte jetzt die rote. Wer dagegen ist? Der Antrag ist abgelehnt. So Leute, wir waren jetzt elf Stunden lang zusammengesessen bei einer halben Stunde Mittagspause. Wir hatten zwei GO-Anträge von Meinungsbildern abgesehen. Wir hatten keine Redezeitbegrenzung. Wir haben eine freie Kommunikation gemacht. Wir haben eine super entspannte Atmosphäre gehabt. Und wir haben sämtliche eingereichten Anträge abgearbeitet. Das ist einfach richtig geil. Bevor ich an Sekur zur Schließung des Parteitags übergebe, ich habe gehört, er hat noch einen Redeslot von etwa 35 Minuten über die Ecke, möchte ich mich ganz herzlich bedanken beim Team von den Versammlungsleitern. Das hat richtig Spaß gemacht. Und ganz besonders bedanken möchte ich mich bei denen, die eher monoton, aber doch mit viel Gehirnschmalz arbeiten mussten und wollten, nämlich die beiden Herrschaften bei den LPT-Arguments und die beiden Protokollführer. Vielen Dank an euch beide. Und ich möchte auch, weil unsere Veranstaltung gestreamt wurde, ich möchte alle Grüßen, die hier beim Stream zugeschaut haben, insbesondere Piratinnen und Regensburg mit Familie, die hier an den Empfangsgeräten sitzen und alle anderen natürlich auch, lasst uns heute Abend schön feiern. Um 1 Uhr werden die Wahlergebnisse von Island bekannt gegeben. Wir werden ja heute Abend feiern. Lasst uns einen Wahlsieg heute Abend um 1 Uhr in Island feiern und lasst uns das mittragen in unserem Wahlkampf und lasst uns dann im Herbst die Parlamente rocken. Schönen Abend. Spaß hat es gemacht. Dankeschön. Ja, 35 Minuten hat er angekündigt. Ich bin versucht, das zu nutzen. Nein, ich mache es ganz kurz. Es war ein richtig genialer Parteitag. Wir haben klasse Abstimmungen gesehen. Wir haben, ich glaube, es wurde ein paar Mal erwähnt, ein Wahlprogramm. Und zusammen mit diesem Wahlprogramm werden wir jetzt genau das tun, was wir angekündigt haben. Wir werden Wahlkampf machen. Wir werden auf die Straßen gehen. Wir werden die Leute davon überzeugen, dass die Piraten nach wie vor da sind. Und dann werden wir am 15. September in den Bayerischen Landtag und am 22. September in den Bundestag einziehen. Klar machen zum Ändern. Und für den Formalfuhl, der Parteitag ist geschlossen. Und der allerletzte Satz für heute. Es geht morgen um 10 Uhr weiter. Und jetzt gibt es noch ein paar Ankündigungen von der Beate.